»Wer war das?« »Artyom, sieh nach!« Unwillig erhob sich Artyom von seinem Platz beim Feuer, rückte sein Sturmgewehr nach vorne und ging auf die Dunkelheit zu. Am äußersten Rand des beleuchteten Bereiches blieb er stehen, entsicherte geräuschvoll und rief heiser, »Stehenbleiben! Parole!« Eine Minute zuvor hatten sie aus dem Dunkel ein seltsames Rascheln und dumpfes Murmeln vernommen. Nun hörte man eilig trippelnde Schritte. Jemand zog sich in die Tiefe des Tunnels zurück, aufgeschreckt von Artyoms krechzender Stimme und dem Klicken der Waffe. Hastig kehrte Artyom zum Feuer zurück und rief Piotr Andreevich zu, »ist einfach so abgehauen, ohne sich erkennen zu geben.« »Schlafmütze! Du kennst doch den Befehl! Wenn einer nicht antwortet, sofort schießen!« »Woher willst du wissen, wer das war?« »Vielleicht sind die Schwarzen im Anmarsch.« »Nein, ich glaube, das war kein Mensch. Diese Geräusche und diese seltsamen Schritte. Ich werde ja wohl noch die Schritte eines Menschen erkennen.« »Sie wissen doch selbst, Piotr Andreevich, die Schwarzen stürmen ohne Vorwarnung heran. Neulich haben sie einen Posten mit bloßen Händen überfallen. Aufrecht sind sie auf das MG-Feuer zugegangen. Aber der hier hat sofort Fersengeld gegeben. Wahrscheinlich ein verängstigtes Tier.« »Na schön, Artyom, bist mal wieder ein ganz Schlauer. Aber wenn du Anweisungen hast, halte dich gefälligst daran und überleg nicht lange. Vielleicht war es ein Kundschafter. Hat gesehen, dass wir nur wenige sind. Leicht zu überrumpeln. »Am Ende machen die uns alle kalt, jedem ein Messer in den Hals, und dann massakrieren sie die ganze Station. So wie bei der Polischajewska ja. Und das nur, weil du das Schwein nicht rechtzeitig umgelegt hast. Pass bloß auf. Nächstes Mal schicke ich dich durch den Tunnel hinterher.« Artyom schauderte. Er stellte sich den Tunnel vor, jenseits der 700-Meter-Grenze. Schon der Gedanke war furchterregend. Weiter als 700 Meter nach Norden wagte sich keiner raus. Die Patrouillen fuhren mit der Dreisine bis 1,500 Meter, leuchteten den Grenzpfosten mit dem Projektor an, und sobald sie sich überzeugt hatten, dass nichts Abartiges dahergekrochen kam, machten sie schleunigst kehrt. Selbst die Aufklärer, gestandene Männer, ehemalige Marineinfanteristen, blieben bei Meter 680 stehen, verdeckten die Glut ihrer Zigaretten mit der Hand und starrten durch ihre Nachtsichtgeräte. Dann zogen sie sich zurück, langsam, leise, ohne den Tunnel aus den Augen zu lassen oder ihm gar den Rücken zuzukehren. Der Wachtposten, an dem sie standen, befand sich bei Meter 450, etwa 50 Meter vom Grenzpfosten entfernt. Die Grenzkontrolle erfolgte einmal pro Tag, und die letzte Begehung war bereits einige Stunden her. Sie waren jetzt also auf dem äußersten Posten, und seit der letzten Kontrolle hatten sich die Kreaturen, die die Patrouille vielleicht noch abgeschreckt hatte, bestimmt genähert. Es zog sie zum Feuer, zu den Menschen. Artyom setzte sich und fragte, »Wie war das denn an der Poleschajewskaya?« Eigentlich kannte er diese Geschichte, bei dem einem das Blut in den Adern gefrohr bereits. Fahrende Händler hatten an seiner Station davon berichtet. Dennoch reizte es, ihn sie noch einmal zu hören. So wie Kinder es lieben, wenn man ihnen schaurige Märchen von kopflosen Mutanten erzählt oder von Vampiren, die kleine Babys entführen. »An der Poleschajewskaya? Hast du das noch nicht gehört?« Eine seltsame Geschichte war das. Seltsam und schrecklich. Zuerst verschwanden ihre Aufklärungstrupps, einer nach dem anderen. Gingen in die Tunnel und kehrten nicht mehr wieder. Die Aufklärer dort sind zwar Stümper, nicht so wie unsere, aber ihre Station ist ja auch kleiner und es leben nicht so viele Menschen dort. Besser gesagt, lebten. Jedenfalls verschwanden die plötzlich. Ein Trupp marschierte los und weg war er. Zuerst dachte man, die sind aufgehalten worden. Der Tunnel macht ja bei denen auch so Schleifen wie bei uns. Artyom wurde unheimlich bei dem Gedanken. Und weder von den Wachtposten noch von der Station aus ist was zu sehen. Da kannst du leuchten, so viel du willst. Auf jeden Fall ist der Trupp weg. Einfach so. Eine halbe Stunde. Eine. Zwei Stunden. Nur. Wohin konnten sie denn verschwinden? Die waren doch höchstens einen Kilometer entfernt. Weiter hatte man ihnen verboten. Und es waren ja keine Idioten. Schließlich schickte man einen Suchtrupp hinterher. Die suchten lange herum und riefen. Alles umsonst. Verschwunden. Dass keiner was gesehen hatte, war ja noch normal. Das wirklich Schreckliche war. Niemand hatte auch nur irgendwas gehört. Kein Laut. Und Spuren gab es auch nicht. Artyom bereute es bereits, dass er Piotr Andreevich zum Erzählen aufgefordert hatte. Denn der war entweder besser informiert oder hatte eine blühende Fantasie. Jedenfalls wusste er viel mehr Einzelheiten zu berichten als die fahrenden Händler, die eigentlich berüchtigt waren für ihre leidenschaftliche Fabulierkunst. Artyom lief eine Gänsehaut über den Rücken. Am Feuer wurde es ungemütlich. Selbst das harmloseste Rascheln im Tunnel strapazierte seine Nerven. Naja. Also dachten sie erst mal, dass die Aufklärer wahrscheinlich einfach abgehauen waren. Vielleicht waren sie unzufrieden gewesen und hatten sich deshalb vom Acker gemacht. Zum Henker mit ihnen. Wenn sie unbedingt ein leichtes Leben wollen, sollen sie doch mit all dem Abschaum rumhängen, den ganzen Anarchisten und so. Diese Vorstellung war jedenfalls leichter zu ertragen. Aber nach einer Woche verschwand noch ein weiteres Aufklärungsteam. Dabei durften sie nicht weiter als einen halben Kilometer von der Station weg. Und wieder dieselbe Geschichte. Kein Mucks und keine Spur. Wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt wurden die an der Station unruhig. Wenn innerhalb einer Woche zwei Trupps verschwinden, ist irgendwas nicht in Ordnung. Da muss man was unternehmen. Maßnahmen ergreifen und so. Also haben sie bei Meter 300 eine Sperre aufgebaut, Sandsäcke herangeschleppt, ein Maschinengewehr aufgestellt, ein Scheinwerfer. Nach allen Regeln der Befestigungskunst. Zur Begavaya schickten sie einen Eilboten. Die sind ja in einer Konfederation mit der Uliza Tisacu de Vezot Piotr Vagoda. Früher war Aktiabreske Paule noch dabei. Aber dann passierte da irgendwas. Keiner weiß genau was. Irgendein Unfall. Jedenfalls wurde sie unbewohnbar. Die Leute flüchteten von dort. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie schickten also jemanden zur Begavaya, zur Warnung. Nach dem Motto, da ist irgendwas im Busch. Und ob sie im Notfall helfen würden. Der erste Bote war noch gar nicht richtig angekommen. Nicht mal ein ganzer Tag war vergangen. Die von der Begavaya dachten noch über die Antwort nach. Da kommt schon ein zweiter. Schweiß nass und berichtet. Die gesamte Besatzung des Außenpostens ist tot. Nicht mal einen Schuss konnten sie abgeben. Alle erstochen. Das Unheimliche dabei. Es war, als hätte man sie alle im Schlaf erwischt. Aber wie konnten sie so einfach einschlafen? Nach allem, was schon passiert war. Ganz abgesehen von ihren Instruktionen. Die von der Begavaya haben sofort kapiert, dass sie was unternehmen mussten. Damit ihnen nicht dasselbe blüht. Also haben sie einen Stoßtrupp aus Veteranen gebildet. Gut hundert Mann. MGs. Granatwerfer. Natürlich dauerte das einige Zeit. Anderthalb Tage. Aber schließlich schickten sie ihn los. Doch, als die bei der Poleschajewska ja ankamen, gab es dort keine lebende Seele mehr. Auch keine Leichen. Nur Blut. Überall. So war das. Der Teufel weiß, wer das angerichtet hat. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass Menschen zu sowas überhaupt fähig sind. Und... Was ist aus der Begavaya geworden? Fragte Atiom mit belegter Stimme. Nichts. Nachdem sie die ganze Schose gesehen hatten, jagten sie den Tunnel, der zur Poleschajewska ja führte, in die Luft. Jetzt ist er, habe ich gehört, auf gut 40 Metern Länge zugeschüttet. Das kriegst du ohne Maschinen nicht weg. Und woher willst du die nehmen? Die rosten doch schon seit 15 Jahren vor sich hin. Piotr Andreevich schwieg und blickte ins Feuer. Atiom räusperte sich. Tja... Natürlich hätte ich schießen sollen. Als bin ich bloß für ein Idiot gewesen. Aus südlicher Richtung von der Station her hörten sie jemanden rufen. Hey, ihr da! Meter vierhundertfünfzig! Alles in Ordnung bei euch? Piotr Andreevich formte ein Sprachrohr mit seinen Händen und rief zurück. Kommt her! Es gibt was zu bereden! Durch den Tunnel, den Weg von der Station mit Taschenlampen ausleuchtend, näherten sich ihnen drei Gestalten. Wachleute vom Meter dreihundert. Als sie beim Feuer ankamen, löschten sie ihre Lampen und setzten sich neben sie. Piotr, bist du das? Ich hab mich schon gefragt, wen sie wohl heute an den Rand der Welt geschickt haben, sagte der Ranghöchste der drei, ein Mann namens Andrei lächelnd und klopfte sich eine Papyrossa aus dem Päckchen. Hör mal, Andriusha! Der Junge hier hat was Auffälliges bemerkt. Hat's nur nicht geschafft zu schießen. Es hat sich im Tunnel versteckt. Er glaubt, es war kein Mensch. Kein Mensch? Was denn dann? fragte Andrei Atiom. Ich konnte es nicht sehen. Als ich nach der Parole fragte, hat er sich sofort davon gemacht, nach Norden. Aber seine Schritte waren nicht die eines Menschen. Zu leicht und zu schnell. Als hätte es nicht zwei, sondern vier Beine gehabt. Oder drei, entgegnete Andrei augenzwinkernd und zog eine furchterregende Grimasse. Artyom musste plötzlich husten, denn ihm fielen die Geschichten von den dreibeinigen Menschen an der Filjowskaya-Linie ein. Dort befand sich ein Teil der Stationen an der Oberfläche und der Tunnel verlief in geringer Tiefe, sodass er praktisch keinen Schutz vor der Strahlung bot. Von dieser Linie drangen lauter dreibeinige, zweiköpfige und sonstige Missgeburten in das Netz der Metro ein. Andrei zog an seiner Papirossa und sagte zu seinen Leuten, Na gut, Jungs, wenn wir schon mal da sind, warum sollen wir nicht eine Weile hier sitzen bleiben? Und falls wieder irgendwelche Dreibeiner ankommen, helfen wir. Hey, Artyom, habt ihr einen Teekocher? Piotr Andreevich stand selbst auf, goss aus einem Kanister Wasser in eine zerbeulte, völlig verruste Kanne und hängte sie über das Feuer. Ein paar Minuten später fing sie an zu dampfen und zu pfeifen, und dieses vertraute Geräusch beruhigte Artyom etwas. Er musterte die Menschen, die um das Feuer saßen. Alles kräftige Männer, gestellt von dem harten Leben hier. Ihnen konnte man glauben, sich auf sie verlassen. Ihre Station hatte schon immer als eine der wohlhabendsten der ganzen Linie gegolten, und das nur, weil es dort Menschen wie diese gab. Sie hatten ein tief empfundenes, fast brüderliches Verhältnis zueinander. Artyom war schon über 20. Zur Welt gekommen war er noch dort, oben. Aus diesem Grund war er nicht ganz so hager und blass wie jene, die in der Metro geboren waren und sich nie an die Oberfläche gewagt hatten. Nicht nur aus Angst vor der Strahlung, sondern auch vor der sengenden Kraft der Sonne, die alles unterirdische Leben vernichtete. Artyom selbst war, seit er denken konnte, nur ein einziges Mal dort oben gewesen. Und auch nur für einen Augenblick. Die Hintergrundstrahlung war so hoch, dass allzu Neugierige innerhalb weniger Stunden verbrannten, noch bevor sie sich an der wunderlichen, oberirdischen Welt sattgesehen hatten. An seinen Vater erinnerte er sich nicht. Seine Mutter war bis zu seinem fünften Lebensjahr bei ihm gewesen, damals, als sie noch an der Timeryajewskaya wohnten. Sie hatten es gut. Das Leben floss gleichmäßig und ruhig dahin. Bis zu dem Tag, als die Ratten die Station stürmten. Riesige, graue, nasse Ratten wogten eines Tages ohne Vorwarnung durch einen der dunklen Seitentunnel heran. Dieser Tunnel tauchte an einer unscheinbaren Abzweigung von der nach Norden führenden Hauptstrecke tief hinab, um sich in einem komplizierten Geflecht aus Hunderten von Korridoren, in Labyrinthen voller Grauen, Eiseskälte und abscheulichem Gestank zu verlieren. Der Tunnel führte ins Reich der Ratten, einem Ort, den nicht einmal die mutigsten Abenteurer zu betreten wagten. Selbst wenn ein Wanderer die Tunnel und Wegekarten falsch gelesen hatte und aus Versehen an den Rand dieser Welt gelangte, so spürte er instinktiv die schwarze Gefahr, die von dort ausging, und schreckte vor dem gähnenden Loch des Eingangs zurück, wie vor dem Tor einer pestbefallenen Stadt. Niemand hatte die Ratten aufgeschreckt. Niemand war in ihr Reich hinabgestiegen. Niemand hatte es gewagt, ihre Grenzen zu verletzen. Sie waren von selbst gekommen. Viele Menschen starben an jenem Tag als ein Strom gigantischer Ratten, so groß, wie sie noch nie jemand gesehen hatte. Erst die Absperrungen überwand und dann die ganze Station überflutete. Es waren so viele, dass sie die Menschen unter sich begruben und die Todesschreie in der Masse ihrer Körper erstickten. Sie fraßen alles, was ihnen in den Weg kam. Tote und lebende Menschen ebenso wie erschlagene Artgenossen. Blindlings, unerbittlich, getrieben von einer unbegreiflichen Macht, strebten sie vorwärts, weiter und weiter. Am Leben blieben nur wenige. Nicht Frauen, Alte oder Kinder, nicht die, die gewöhnlich als erste gerettet werden, sondern fünf starke Männer, die dem todbringenden Strom zuvor gekommen waren, die ihm nur deshalb entrinnen konnten, weil sie im südlichen Tunnel mit einer Dreisine auf ihrem Posten standen. Als sie die Schreie von der Station hörten, rannte einer von ihnen los, um zu erkunden, was geschehen war. Die Timeljajewskaja befand sich bereits im Todeskampf, als er die Station am Ende des Streckenabschnitts erblickte. Er sah, wie Ströme von Ratten auf den Bahnsteig schwappten und begriff augenblicklich, was geschehen war. Schon wollte er wiederkehrt machen, denn ihm war klar, dass er denen, die die Station verteidigten, nicht würde helfen können, als ihn plötzlich jemand von hinten am Ärmel packte. Er drehte sich um und die Frau, die ihn hartnäckig am Ärmel zog, rief, das Gesicht vor Angst verzerrt, das vielstimmige, verzweifelte Schreien, mühsam übertönend, »Rette ihn, Soldat! Hab Mitleid!« Er erblickte eine Kinderhand, ein paar kleine, angeschwollene Finger, die sich ihm entgegenstreckten. Er ergriff die Hand, ohne darüber nachzudenken, dass er jemandes Leben rettete, sondern weil man ihn »Soldat« genannt und um Mitleid gebeten hatte. Und während er das Kind hinter sich herzog, es sich schließlich einfach unter den Arm klemmte, lief er mit den ersten Ratten um die Wette. Ein Wettlauf mit dem Tod. Vorwärts, durch den Tunnel, dorthin, wo die Dreisine mit den anderen wartete. Schon von Weitem, aus fünfzig Metern Entfernung, rief er ihnen zu, »Sie sollten den Motor anlassen.« Es war die einzige motorisierte Dreisine im Umkreis von zehn Stationen. Sie fuhren los, durchquerten mit höchster Geschwindigkeit die verlassene Dimitravskaya, auf der sich nur ein paar Einsiedler zusammengedrängt hatten. Im Vorbeifahren riefen sie ihnen zu, »Lauft!« »Die Ratten!« Doch war ihnen klar, dass jene sich nicht mehr würden retten können. Als sie sich dem Vorposten der Savialovskaya näherten, mit der sie damals glücklicherweise in Frieden lebten, drosselten sie die Geschwindigkeit, damit man sie nicht für Angreifer hielt und von Weitem auf sie schoss. Aus Leibeskräften brüllten sie den Wachen zu, »Die Ratten!« »Die Ratten kommen!« Sie waren bereit, die Savialovskaya hinter sich zu lassen und weiter zu fliehen, die ganze Serpuchowska-Timelyajewskaya-Linie entlang, immer wieder um Durchlass flehend, solange es eben noch ein Ziel gab, wohin sie fliehen konnten, bis die graue Lava schließlich die ganze Metro überfluten würde. Doch zum Glück befand sich an der Savialovskaya etwas, das ihnen und der ganzen Station, ja vielleicht sogar der gesamten Linie, das Leben rettete. Kaum hatten sie den Wachleuten in rasender Eile die drohende Todesgefahr geschildert, da machten sich jene bereits ans Werk und enthüllten eine eindrucksvolle Maschine. Ein Flammenwerfer. Von begabten Technikern zwar aus einzelnen Fundstücken zusammengebaut, aber äußerst leistungsstark. Schon waren die ersten Ratten zu sehen und das Rascheln und das Kratzen tausender Pfoten ertönte aus der Dunkelheit immer lauter, da warfen die Wachleute die Maschine an und schalteten sie erst wieder ab, als ihnen der Brennstoff ausging. Eine orangefarbene, meterlange Flamme schoss mit Gebrüll in den Tunnel und brannte. Verbrannte Ratten, unaufhörlich. Zehn, fünfzehn, zwanzig Minuten lang. Der Tunnel füllte sich mit dem ekligen Gestank versenkten Fleisches und dem wilden Kreischen der Ratten. Und im Rücken der Wächter der Saviolowskaja, die später für ihre Heldentat auf der gesamten Linie gerühmt wurden, kam die Drasine zum Stehen, bereit für einen weiteren Sprung. Auf ihr befanden sich die fünf Flüchtlinge von der Timelyajewskaya und das Kind, das sie gerettet hatten. Ein Junge. Artyom. Die Ratten zogen sich zurück. Eine der letzten Erfindungen menschlicher Kriegskunst hatte ihren blinden Willen gebrochen. Der Mensch war schon immer ein besserer Mörder gewesen als jedes andere Lebewesen. Die Ratten wogten davon und kehrten in ihr Riesenreich zurück, dessen wahre Ausmaße niemand kannte. All diese Labyrinthe in unvorstellbarer Tiefe waren geheimnisvoll und, wie es schien, völlig bedeutungslos für das Funktionieren der Metro. Trotz der Beteuerungen ehemaliger Metro-Angestellter war es kaum vorstellbar, dass diese Gebilde von ganz gewöhnlichen Bauarbeitern errichtet worden waren. Von diesen Leuten, die früher in der Metro gearbeitet hatten und als echte Autoritäten galten, war kaum noch jemand übrig, weshalb sie umso höher geschätzt wurden. Sie waren als einzige nicht in Panik ausgebrochen, damals, als die Menschen plötzlich die sichere Kapsel des Zuges verlassen mussten und sich in den dunklen Tunneln der Moskauer Untergrundbahn, dem felsigen Schoß der Metropole, wiederfanden. Alle Bewohner der Station brachten diesen Autoritäten größten Respekt entgegen und erzogen ihre Kinder in diesem Sinne. Vielleicht blieb der einzige Mann dieser Art, den Atiom je kennengelernt hatte, ein ehemaliger Hilfszugführer, ihm gerade deshalb für immer im Gedächtnis. Ein ausgemergelter, hagerer Mann, verkümmert durch die jahrelange Arbeit unter der Erde, in der abgewetzten und ausgeblichenen Uniform eines Metro-Angestellten, die schon lange ihren Schick verloren hatte, aber immer noch mit demselben Stolz getragen wurde, mit dem ein Admiral A.D. sich seinen Paraderock anlegt. Artiom, damals noch ein junger Bengel, glaubte in der gebrechlichen Figur des Hilfszugführers eine unaussprechliche Größe und Kraft zu erkennen. Kein Wunder. Die ehemaligen Mitarbeiter der Metro waren für die anderen Bewohner das, was eingeborene Führer für Teilnehmer wissenschaftlicher Dschungel-Expeditionen waren. Man glaubte ihnen aufs Wort, verließ sich vollkommen auf sie, denn von ihrem Wissen und Können hing das Überleben der anderen ab. Als die einheitliche Führung der Metro zu erfiel, sich dieses umfassende Zivilschutzobjekt, dieser riesige atombombensichere Luftschutzbunker, in eine Vielzahl einzelner Stationen aufsplitterte und mangels gemeinsamer Machtstrukturen in Chaos und Anarchie versank, übernahmen viele von ihnen die Leitung einer Station. Die Stationen wurden unabhängig und selbstständig. Es entstanden seltsame Zwergstaaten mit eigenen Ideologien, Regimen, Führern und Armeen. Sie bekriegten einander, schlossen sich zu Föderationen und Konföderationen zusammen. Heute noch aufstrebende Reiche wurden sie schon am nächsten Tag von den ehemaligen Freunden oder Sklaven unterworfen und kolonisiert. Kurzfristig schlossen sie Bündnisse gegen gemeinsame Gefahren, doch sobald diese vorüber waren, fielen sie mit gleicher Heftigkeit wieder übereinander her. Blindwütig Stritten sie sich um alles. Lebensraum, Lebensmittel, also Eiweiß-Hefe-Kulturen, lichtlose Pilzplantagen, Hühnerhöfe und Schweinefarmen, wo blasse, unterirdisch gezüchtete Schweine und schwindsüchtige Küken mit farblosen Pilzen gemästet wurden. Und natürlich um Wasser. Das heißt, um die Filter. Die Barbaren unter ihnen, die ihre untauglich gewordenen Filteranlagen nicht reparieren konnten und an ihrem radioaktiv kontaminierten Wasser zugrunde gingen, rannten mit animalischer Wut gegen die Bollwerke der Zivilisation an. Jene Stationen, wo Dynamomaschinen und kleine selbstgebaute Wasserkraftwerke ordnungsgemäß funktionierten, wo die Filter regelmäßig repariert und gereinigt wurden, wo sich, von sorgsamen Frauenhänden gezüchtet, weiße Champignonhüte durch feuchten Grund bohrten und die Schweine satt in ihren Koppeln grunzten. Getrieben wurden die Menschen in diesem endlosen, verzweifelten Kampf von ihrem Selbsterhaltungsinstinkt und dem ewig revolutionären Prinzip Nimm und Teile. Die Verteidiger der wohlhabenden Stationen von ehemaligen Berufssoldaten zu schlagkräftigen Verbänden ausgebildet, hielten den Angriffen der Vandalen bis zum letzten Blutstropfen stand, gingen zum Gegenangriff über, kämpften um jeden Meter Tunnel zwischen den Stationen. Sie bauten militärisches Potenzial auf, um auf Überfälle mit Strafexpeditionen reagieren zu können, um ihre Nachbarn, sofern sie nicht in Frieden miteinander lebten, von lebenswichtigen Abschnitten zu verdrängen. Und nicht zuletzt, um dem Bösen Widerstand zu leisten, das aus allen Löchern und Tunneln hervorkam. Jene seltsamen, missgestalteten und gefährlichen Geschöpfe, von denen jedes einzelne Darwin zur Verzweiflung gebracht hätte, so wenig entsprach es den Gesetzen der Evolution. Mag sein, dass die Strahlung aus harmlosen Vertretern der urbanen Fauna Ausgeburten der Hölle gemacht hatte. Vielleicht hatten sie aber auch schon immer in jenen Untiefen gehaust und waren nun durch den Menschen aufgestört worden. Und so sehr sich diese Kreaturen von den bekannten Tierarten unterschieden, sie waren doch ein Teil des Lebens auf der Erde. Sicherlich ein entstellter, verkommener Teil, aber doch ein Teil des Lebens. Und wie alle Organismen auf diesem Planeten, wurden sie von einem einzigen Impuls beherrscht. Zu überleben. Und zwar um jeden Preis. Artyom nahm einen weißemallierten Becher entgegen, in dem Tee schwappte. Ihr Tee. Der Tee seiner Station. Eigentlich war es nur ein Sud aus getrockneten Pilzen und irgendwelchen Zusätzen, denn echten Tee gab es so gut wie nicht mehr, weshalb man ihn nur an großen Feiertagen trank, zumal er um ein Vielfaches teurer war als der Pilzaufguss. Trotzdem mochten die Leute von der Station ihr Gebräu, waren stolz darauf und nannten es Tee. Fremde spuckten es anfangs angewidert aus, doch dann gewöhnten sie sich daran. Bald wurde ihr Tee über die Station hinaus bekannt. Selbst fahrende Händler kamen deshalb zu ihnen. Zuerst waren es nur einige wenige, die ihre Haut dafür riskierten. Doch dann verbreitete sich der Tee auf der gesamten Linie. Sogar die Hanse begann sich dafür zu interessieren, und große Karawanen zogen nun zur WDN-Jahr, um diesen Zaubertrank zu erwerben. Geld begann zu fließen. Und wo Geld ist, da sind auch Waffen, da sind Holz und Vitamine, da ist Leben. Der Beginn der Teeproduktion an der WDN-Jahr markierte den Anfang vom Aufstieg dieser Station. Von den umliegenden Stationen und Streckenabschnitten zogen Geschäftsleute hierher, und allmählich stellte sich Wohlstand ein. Auch auf ihre Schweine waren die Leute von der WDN-Jahr stolz. Ja, man erzählte sich, sie seien von hier aus überhaupt erst in die Metro gekommen. Angeblich hätten sich ganz zu Anfang ein paar Draufgänger zur halb zerstörten Schweinezuchthalle auf dem Messegelände durchgeschlagen und die dort verbliebenen Tiere zur Station getrieben. »Emaratyam, wie geht's zu Choy?« fragte Andrei, der ebenfalls mit kleinen, vorsichtigen Schlucken an dem heißen Tee nippte. »Onkel Sascha? Alles in Ordnung. Ist erst vor kurzem von einem Erkundungsgang mit unseren Leuten zurückgekommen. Eine Expedition. Aber Sie wissen sicher Bescheid.« Andrei war gut 15 Jahre älter als Atiom. Eigentlich war er Aufklärer und selten näher als bei Meter 450 zu finden und wenn, dann nur als Kommandeur. Diesmal war er jedoch für Meter 300 eingeteilt worden, zur Absicherung. Trotzdem zog es ihn in die Tiefe und er nutzte den erstbesten Vorwand, den kleinsten Fehlalarm, um näher an die Dunkelheit zu kommen, näher an das Geheimnis. Er liebte den Tunnel, kannte all seine Verzweigungen. Auf der Station hingegen unter Bauern, Arbeitern, Kaufleuten und Verwaltungsbeamten fühlte er sich unwohl. Wahrscheinlich, weil er dort nicht gebraucht wurde. Er hätte sich nie überwinden können, dünne Erdschichten für die Pilzzucht umzugraben. Oder, noch schlimmer, diese Pilze dann, bis zu den Knien im Mist stehend, an fette Schweine zu verfüttern. Auch der Handel lag ihm nicht. Schon von Kindheit an hatte er die Krämer nicht ausstehen können. Er war stets Soldat und Krieger gewesen, überzeugt, dass nur dieser Beruf eines Mannes würdig war. Er war stolz, sein ganzes Leben nichts anderes getan zu haben, als die stinkenden Bauern, die nervösen Händler, die oft unerträglich geschäftigen Verwalter, sowie die Kinder und Frauen zu schützen. Den Frauen gefielen seine herablassende, kraftvolle Art, seine vollkommene Selbstsicherheit, seine Unbesorgtheit in Bezug auf sich selbst und diejenigen, die bei ihm waren, war er doch stets in der Lage, sie zu beschützen. Die Frauen versprachen ihm Liebe und Geborgenheit. Doch geborgen begann er sich erst ab Meter fünfzig zu fühlen, wenn die Lichter der Station hinter einer Kurve verschwanden. Dorthin kamen die Frauen jedoch nicht mit. Offenbar hatte ihn der Tee angeregt, denn nun setzte er sein altes schwarzes Barrett ab, wischte sich mit dem Ärmel über den feuchten Schnurrbart und begann Atiom nach den letzten Neuigkeiten auszufragen, den Gerüchten, die Atioms Stiefvater Suchoy, Onkel Sascha genannt, von seiner Expedition mitgebracht hatte. Onkel Sascha war jener Mann, der neunzehn Jahre zuvor an der Timelyajewskaya den kleinen Buben vor den Ratten gerettet und später selbst dessen Erziehung übernommen hatte, da er es nicht übers Herz brachte, ihn fortzugeben. Kann sein, dass ich ein bisschen was weiß, sagte Andrei, aber ich höre es mir gern noch ein zweites Mal an. Oder bist du dir zu schade dazu? Lange musste Andrei Artyom nicht überreden. Er gab die Geschichten seines Stiefvaters nur allzu gerne zum Besten. Schließlich würden ihm dann alle gebannt zuhören. Also, wohin sie gegangen sind, wisst ihr wahrscheinlich, begann Artyom. Ich weiß nur, nach Süden. Die machen ja ein riesen Geheimnis aus allem, eure Gesandten. Andrei grinste und zwinkerte einem seiner Leute zu. Sonderaufgaben der Administration, schon klar. Artyom winkte ab. Ach was, das war diesmal überhaupt nichts Geheimes. Sie sollten einfach die Lage sondieren und Informationen einholen, und zwar verlässliche Informationen. Dem Geschwätz irgendwelcher Handelsreisender, die an unserer Station Halt machen, darf man nicht glauben. Manchmal sind das ja Provokateure, die gezielt falsche Informationen verbreiten. Händlern sollte man überhaupt nie glauben, brummte Andrei. Es sind habgierige Menschen. Wie will man sich da sicher sein? Heute verkauft er deinen Tee an die Hanse und morgen dich selbst an irgendwen, und zwar mit allem, was du hast. Vielleicht wollen sie auch nur an unsere Informationen ran. Ehrlich gesagt, nicht mal unseren eigenen Händlern vertraue ich so richtig. Also da liegen sie aber falsch, Andrei Akaditsch. Die sind in Ordnung. Ich kenne fast alle persönlich. Ganz normale Menschen. Sie lieben nun mal das Geld, wollen es besser haben als andere, was erreichen. Sag ich doch, sie lieben das Geld, wollen es besser haben als die anderen. Weißt du denn, was die tun, sobald sie im Tunnel verschwinden? Kannst du mir garantieren, dass sie an der nächstbesten Station nicht von irgendwelchen Agenten angeworben werden? Kannst du das oder nicht? Was für Agenten? Wem sind unsere Händler in die Hände geraten? Siehst du, Atiom, du bist jung und weißt vieles nicht. Hör mal lieber den Alten zu. Wirst sehen. Du lebst länger. Aber irgendjemand muss diese Arbeit doch machen. Gäbe es keine Händler, säßen wir hier ohne Munition. Mit alten Berdanflinten würden wir Salz auf die Schwarzen feuern und unser Teechen trinken. Schon gut, du Möchtegern-Ökonom. Erzähl mir lieber, was Suchoy dort gesehen hat. Was ist bei den Nachbarn los? An der Alexejewskaya, der Rischskaya. An der Alexejewskaya? Nichts Neues. Die züchten weiter ihre Pilze. Ist doch nur ein Kaff, weiter nichts. Es heißt, Artyom senkte die Stimme, dass sie sich uns anschließen wollen. Und die Rischskaya hätte auch nichts dagegen. Wir kriegen zunehmend Druck aus dem Süden. Die Stimmung ist mies. Ständig munkelt man von irgendwelchen Gefahren. Alle haben Angst vor irgendwas. Aber wovor, weiß keiner. Mal soll irgendwo ein neues Reich entstanden sein, mal fürchten sie sich vor der Hanse, mal ist wieder was anderes. Und all diese unbedeutenden Nester kratzen jetzt an unserer Tür. Was wollen sie denn? Dass wir mit ihnen eine Föderation bilden, ein gemeinsames Verteidigungssystem aufbauen, die Grenze auf beiden Seiten verstärken, in den Verbindungstunneln eine ständige Beleuchtung einrichten, eine Miliz organisieren, die Seitentunnel und Korridore zuschütten, Transportresinen in Betrieb nehmen, Telefonkabel verlegen, auf freien Flächen Pilze züchten. Naja, ebenso eine Art gemeinsames Wirtschaftssystem, mit Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe im Fall des Falles. Und wo waren sie vorher? Knurrte André. Wo waren sie, als vom Botanischen Garten, von der Medvekova, all diese Kreaturen daherkamen, als die Schwarzen uns angriffen? Wo waren sie da? Hey André, mal nicht den Teufel an die Wand, mischte sich Piotr Andreevich ein. Noch sind keine Schwarzen da, zum Glück. Aber besiegt haben wir sie nicht. Irgendwas muss dort passiert sein, in ihren eigenen Reihen. Und deswegen halten sie jetzt still. Vielleicht sammeln sie aber auch nur ihre Kräfte. Jedenfalls käme uns ein Bündnis schon recht. Noch dazu mit unseren direkten Nachbarn. Das ist doch für beide Seiten von Nutzen. Und dann haben wir endlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, giftete André und zählte demonstrativ mit den Fingern mit. Die Geschichte interessiert euch wohl nicht mehr, sagte Atjom leicht gekränkt. Aber nein, erzähl nur, erwiderte André. Piotr und ich streiten nachher weiter. Das ist zwischen uns beiden ein ewiges Thema. Na gut, jedenfalls soll unser Vorsitzender angeblich einverstanden sein. Nur die Details müssen noch diskutiert werden. Bald wird es eine Versammlung geben. Und dann ein Referendum. André verzog den Mund. Ja, ja, ein Referendum. Wenn das Volk Ja sagt, ist alles klar. Sagt es aber Nein, hat es nur schlecht nachgedacht. Und soll sich die Sache bitte schön nochmal überlegen. Und an Berischskaya? Was tut sich da? Fragte Piotr Andreevich weiter, ohne auf André zu achten. Naja, was kommt denn dahinter? Der Prospekt Mira, unsere Grenze zur Hanse. Bei der Hanse, sagt mein Stiefvater, hat sich nichts geändert. Der Frieden mit den Roten gilt noch immer. An den Krieg erinnert sich da niemand mehr. Und Hanse So hieß die Gemeinschaft der Ringstationen. Die Ringlinie verband alle Metrolinien miteinander. Jede ihrer Stationen lag im Schnittpunkt mit einem der Handelswege. Somit waren sie von Anfang an zu Treffpunkten für Kaufleute aus dem gesamten Metronetz geworden. Da sie sehr schnell reich wurden und schon bald begriffen, dass dieser Reichtum viele Begehrlichkeiten weckte, beschlossen sie, sich zusammenzuschließen. Die offizielle Bezeichnung war viel zu umständlich und so nannte man die Gemeinschaft bald nur noch Hanse, nach dem mittelalterlichen Bund deutscher Handelsstädte. Anfangs umfasste die Hanse nur einen Teil der Ringstationen. Die Vereinigung vollzog sich erst allmählich. Zuerst gab es da den Abschnitt zwischen der Kiewskaya und dem Prospekt Mira, den sogenannten nördlichen Bogen, dem sich die Stationen Kurskaya, Taganskaya und Aktyabrskaya angeschlossen hatten. Später kamen die Paveletskaya und die Dobrininskaya hinzu und es bildete sich ein zweiter Bogen, der südliche. Das größte Problem und wichtigste Hindernis auf dem Weg zur Vereinigung der beiden war jedoch die Sokolnitscheskaya Linie. Die Sache ist nämlich so, hatte Artyoms Stiefvater einmal erzählt, die Sokolnitscheskaya Linie war schon immer etwas Besonderes. Wenn du auf den Plan siehst, bemerkst du das sofort. Zum einen ist sie gerade wie ein Pfeil, zum anderen tiefrot und zwar auf allen Plänen. Die Stationsnamen sprechen ja für sich. Da ist zum Beispiel die Krasna Selskaya, benannt nach dem Roten Dorf, das 1944 aus faschistischer Besatzung befreit wurde. Dann Krasny Vorota, das Rote Tor, die Kamsamolskaya, die Bibliotheka Imeni Lenina, die Lenin-Bibliothek, und dann noch die Leninskir-Gori, die Lenin-Berge. Vielleicht waren es diese Namen, oder aber irgendein anderer Grund, dass sich mit der Zeit auf dieser Linie all jene Menschen versammelten, die sich nach der ruhmreichen sozialistischen Vergangenheit zurücksehnten. Verschiedene Pläne, einen Sowjetstaat wiederzuerrichten, fielen dort auf besonders fruchtbaren Boden. Als sich die erste Station offiziell zu den Idealen des Kommunismus und einer sozialistischen Regierungsform bekannte, schloss sich alsbald die daneben gelegene an. Dann ließen sich die Leute vom anderen Ende des Tunnels von der revolutionären Begeisterung anstecken, stürzten ihre Administration und nun war kein Halten mehr. Die letzten noch lebenden Kriegsveteranen, ehemalige Komsomol-Mitarbeiter und Parteifunktionäre und natürlich das Proletariat, alle liefen sie zu den revolutionären Stationen über. Sie gründeten ein Komitee, das für die Verbreitung der neuen Revolution und der kommunistischen Ideologie in der gesamten Metro verantwortlich sein sollte, mit dem Lenin'sch anmutenden Namen Interstationale. Dieses Komitee bildete Einheiten von Berufsrevolutionären und Propagandisten aus und ließ sie ins Lager der Feinde ausschwärmen. Insgesamt verlief alles ohne viel Blutvergießen, da sich die ausgehungerten Menschen der wenig produktiven Sakonitscheskaya-Linie nach der Wiederherstellung von Gerechtigkeit sehnten, was nach ihrer Überzeugung nur durch Angleichung der Verhältnisse erreicht werden konnte. Und so loderte schon bald auf der gesamten Linie die purpurne Flamme der Revolution. Die U-Bahn-Brücke über den Fluss Jauza war wie durch ein Wunder unversehrt geblieben, sodass die Verbindung zwischen den Stationen Sokolniki und Preobraschenskaya-Proshtchad funktionierte. Zuerst war der kurze Abschnitt an der Oberfläche nur nachts und mit Drasinen in voller Fahrt zu bewältigen gewesen. Doch dann wurde die Brücke von Kriegsgefangenen und Verurteilten unter Einsatz ihres Lebens eingemauert und mit einem Dach versehen. Die Station Chieschie-Prudi hieß wieder Kirovskaya, die Ljubljanka wieder Dzerzhinskaya und der Achadnyeriyat wieder Prospekt Marksa. Stationen mit neutralen Namen wurden schnell mit ideologisch eindeutigeren Bezeichnungen versehen. Die Sportivna wurde zu Kommunisticheskaya, die Sakolniki zur Stalinskaya und die Präabraschenskaya Ploschiat, von wo aus alles begonnen hatte, zur Znamja Revolution, dem Banner der Revolution. Und so wurde diese Linie, die ehemals Sakolnischeskaya geheißen hatte, von den Moskauern aber schon immer als Rote Linie bezeichnet worden war, ganz offiziell zur Roten Linie. Das war es dann aber auch. Denn kaum hatte sich die Rote Linie komplett formiert, da begann sie auch schon erste Forderungen an die anderen Strecken zu stellen. Doch damit war das Maß für die anderen Stationen voll. Zu viele Menschen hatten noch in guter Erinnerung, was das Wort Sowjet macht bedeutete. Zu viele sahen in den Agit Trupps, die von der Interstationale in die gesamte Metro ausschwärmten, Metastasen eines Geschwürs, das den ganzen Organismus zu vernichten drohte. Und so sehr die Propagandisten der Interstationale auch die Elektrifizierung der Untergrundbahn versprachen und behaupteten, dies in Kombination mit der Sowjetmacht ergebe den Kommunismus – kaum jemals war diese so schamlos usurpierte Lenin'sche Devise aktueller gewesen – die Menschen jenseits der Roten Linie ließen sich von den Verheißungen nicht verführen. Die interstationären Schönredner wurden überall abgefangen und zurück in ihren Sowjetstaat geschickt. Nun ordnete die Rote Führung an, es sei Zeit, entschlossen zu handeln. Wenn der Rest der Metro das fröhliche Feuer der Revolution nicht selbst entfachen wolle, müsse man eben etwas nachhelfen. Die benachbarten Stationen, beunruhigt von verstärkter kommunistischer Propaganda und subversiven Aktionen, kamen zu einem ähnlichen Schluss. Die historische Erfahrung hatte klar gezeigt, es gibt keinen besseren Überträger der kommunistischen Bazille als das Bayonett. Der Sturm brach los. Eine Koalition antikommunistischer Stationen, angeführt von der zweigeteilten Hanse, die danach trachtete, den durch die Roten zerschlagenen Kreis zu schließen, nahm die Herausforderung an. Letztere hatten nicht mit organisiertem Widerstand gerechnet und und eigenen Kräfte überschätzt. Ein leichter Sieg, wie sie ihn erwartet hatten, war nicht abzusehen. Tatsächlich wurde es ein langer und blutiger Krieg. Für die ohnehin nicht gerade zahlreiche Bevölkerung der Metro geriet er zur Zerreißprobe. Knapp anderthalb Jahre zog er sich hin und bestand im Wesentlichen aus Positionskämpfen. Jedoch, wie in solchen Fällen üblich, mit Partisanen Ausfällen und Diversionsakten mit der Zerstörung von Tunneln, der Erschießung von Kriegsgefangenen und anderen Gräueltaten auf beiden Seiten. Es gab Truppenbewegungen, Einkesselungen und Durchbrüche, Heerführer, Helden und Verräter. Das Besondere an diesem Krieg war jedoch, dass keiner der Gegner es schaffte, die Frontlinie auch nur um eine halbwegs bedeutsame Distanz zu verschieben. Manchmal, so schien es, hatte die eine Seite ein Übergewicht erreicht und eine Verbindungsstation besetzt. Doch sogleich strengte sich der Gegner an, mobilisierte zusätzliche Kräfte und die Waagschale neigte sich wieder in die andere Richtung. Doch der Krieg verbrauchte Ressourcen. Er forderte die besten Leute. Er rieb die Menschen auf. Schließlich hatten die Überlebenden genug. Still und heimlich ersetzten die Revolutionsführer die anfänglichen Aufgaben durch bescheidenere. War es zu Beginn das erklärte Ziel gewesen, die sozialistische Macht und kommunistische Ideologie in der gesamten Metro zu verbreiten, so wollten die Roten jetzt wenigstens ihr Allerheiligstes unter Kontrolle bringen. Die Station Plastiat Revoluzii. Zum einen wegen des Namens, Platz der Revolution, zum anderen aber auch, weil sie sich näher als jede andere Station beim Roten Platz und beim Kreml befand, auf dessen Türmen noch immer rubinrote Sterne prangten, zumindest wenn man den wenigen ideologisch gefestigten Draufgängern glauben konnte, die sich nach oben gewagt hatten, um einen Blick darauf zu werfen. Und dann stand dort, an der Oberfläche, neben dem Kreml, in der Mitte des Roten Platzes, natürlich das Mausoleum. Ob sich Lenins Leiche noch darin befand, wusste niemand, und es spielte auch keine Rolle mehr. In den langen Jahren der Sowjetherrschaft hatte sich das Mausoleum verselbstständigt, war von einer pompösen Grabstätte zu einem sakralen Symbol für die Kontinuität der Macht geworden. Von seinem Balkon aus hatten die großen Führer der Vergangenheit die Paraden abgenommen. Kein Wunder also, dass dieser Ort auf die jetzigen Führer die größte Faszination ausübte. Und man erzählte sich, dass von der Ploschiat Revoluzzi verborgene Gänge zu dem Geheimlabors des Mausoleums und von dort zur Grabkammer Lenins führten. Die Roten hielten die Ploschiat Svertlova, vormals Theatralneja. Sie war befestigt worden und diente nun als Aufmarschplatz für Sturmangriffe und Attacken auf die Ploschiat Revoluzzi. Mit dem religiösen Eifer von Kreuzrettern riefen die Anführer der Revolution ihre Gefolgsleute immer wieder zum Sturm auf diese Station und zur Befreiung des Mausoleums. Doch die Verteidiger begriffen nur zu gut, welche Bedeutung die Station für die Roten hatte und standen bis zum letzten Mann. Die Ploschiat Revoluzzi verwandelte sich in eine uneinnehmbare Festung. Die grausamsten und blutigsten Kämpfe des gesamten Krieges wurden im Umkreis dieser Station ausgefochten. Dort fielen die meisten Soldaten. Diese Schlachten brachten Helden hervor, die sich, wie einst der junge Alexander Matrosov, ins offene Feuer der Maschinengewehre warfen oder mit Granaten behängten, um sich mit den feindlichen Feuerstellungen in die Luft zu sprengen. Sogar Flammenwerfer wurden damals, obwohl verboten, gegen Menschen eingesetzt. Ohne nennenswerten Erfolg. Hatten die Roten die Station an einem Tag erkämpft, so gelang es ihnen nicht, sich darin festzusetzen. Schon am nächsten Tag erlitten sie beim Gegenangriff der Koalition herbe Verluste und zogen sich wieder zurück. Exakt das Gleiche, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, galt für die Bibliotheka Imeni Lenina. Diese hatten die Roten besetzt, während die Streitkräfte der Koalition sie wieder und wieder zu vertreiben versuchten. Für die Koalition war die Station von enormer Bedeutung, da sie im Falle der erfolgreichen Erstürmung die rote Linie in zwei Teile trennen würde. Außerdem gab es dort Übergänge zu drei weiteren Linien, mit denen sich die rote Linie sonst nirgendwo traf. Nur dort. Diese Station war also wie eine Art Lymphknoten. Hatte ihnen die rote Pest einmal befallen, so konnte sie sich auf weitere lebenswichtige Organe ausbreiten. Um dies zu verhindern, musste die Koalition sie einnehmen, und zwar um jeden Preis. Doch so vergeblich die Roten versuchten, die Plagiatrevoluzii in ihre Gewalt zu bringen, so fruchtlos blieben die Bemühungen der Koalition um die Bibliotheksstation. Die Menschen aber hatten allmählich genug davon. Schon gab es die ersten Deserteure, und immer häufiger kam es zu Fällen von Verbrüderung, wenn Soldaten auf beiden Seiten der Front die Waffen fortwarfen. Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg kam dies den Roten aber nicht zugute. Der revolutionäre Eifer ebte allmählich ab, und der Koalition erging es nicht besser. Zermürbt von der ständigen Sorge um das eigene Leben zogen ganze Familien von den Stationen im Zentrum in die Peripherie. Die Hanse lehrte sich und verlor zusehends an Kraft. Der Krieg wirkte sich zudem auf das Geschäft aus. Die Kaufleute mieden die Hanse. Ehemals wichtige Handelswege lagen still und verlassen da. Die Politiker begriffen, dass sie von ihren Soldaten immer weniger unterstützt wurden und schnell einen Weg zur Beendigung des Krieges finden mussten, bevor sich die Waffen gegen sie richteten. Und so trafen sich unter strengster Geheimhaltung und, wie in solchen Fällen üblich, an einer neutralen Station die Führer der verfeindeten Seiten. Genosse Mosquin von sowjetischer Seite sowie der Präsident der Hanse, Loginav, und das Oberhaupt der Arbat-Konfederation, Kolbakow, als Unterhändler der Koalition. Der Friedensvertrag war bald unterzeichnet. Die Parteien tauschten Stationen aus. Die rote Linie bekam den halb zerstörten Platz der Revolution zur vollen Verfügung und trat dafür die Lenin-Bibliothek an die Arbat-Konfederation ab. Für keine der Seiten war dies ein leichter Schritt. Die Konfederation verlor eines ihrer Mitglieder und damit weitere Besitzungen im Nordosten. Die rote Linie dagegen war nicht mehr vollständig. Genau in ihrer Mitte lag nun eine Station, die nicht ihrem Befehl unterstand und sie damit in zwei Teile zerhackte. Obwohl beide Seiten einander ungehinderten Transit durch ihre ehemaligen Gebiete garantierten, bereitete das Ergebnis den Roten natürlich Bauchschmerzen. Doch das Angebot der Koalition war zu verlockend und die rote Linie konnte nicht widerstehen. Die meisten Vorteile hatte die Hanse, die ihren Kreis schließen konnte und so das letzte Hindernis auf dem Weg zum wirtschaftlichen Aufstieg beseitigte. Man vereinbarte, den Status quo zu respektieren sowie Agitation und Sabotage auf dem Gebiet des ehemaligen Gegners zu unterlassen. Alle Beteiligten waren zufrieden. Und nun, da Kanonen und Politiker schwiegen, war es Sache der Propagandisten, den Massen zu erklären, dass es die eigene Seite war, die einen herausragenden diplomatischen Erfolg errungen und somit den Krieg eigentlich gewonnen hatte. Jahre waren vergangen seit jenem denkwürdigen Tag der Unterzeichnung des Friedensabkommens. Beide Seiten hielten sich daran. Die Hanse sah in der roten Linie einen attraktiven Wirtschaftspartner. Diese wiederum hatte ihre aggressiven Pläne verworfen. Genosse Moskvin, seines Zeichens Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Moskauer Wladimir Ilyich Lenin Untergrundbahn, hatte dialektisch die Möglichkeit bewiesen, dass man den Kommunismus auf einer Linie aufbauen könne und die historische Entscheidung getroffen, eben jenen Aufbau zu beginnen. Die alte Feindschaft war in Vergessenheit geraten. Diese Lektion der jüngsten Geschichte hatte sich Artyom gut gemerkt, wie er sich überhaupt alles zu merken versuchte, was ihm sein Stiefvater erzählte. »Gut, dass das Gemetzel damals aufgehört hat«, sagte Piotr Andreevich. »Anderthalb Jahre konnten wir keinen Fuß auf die Ringlinie setzen. Überall Absperrungen. Ständig musste man seinen Pass zeigen. Ich war damals geschäftlich unterwegs. Anders als über die Hanse war kein Durchkommen. Also nahm ich diese Route. Und gleich am Prospekt Mira wurde ich aufgehalten. Beinahe hätten die mich an die Wand gestellt.« »Wirklich?«, fragte Andreevich. »Das hast du noch nie erzählt. Wie kam es dazu?« Artyom ließ den Kopf hängen. Er hatte die Rolle des Erzählers offenbar endgültig eingebüßt. Die Geschichte versprach jedoch interessant zu werden. Und so ging er nicht dazwischen. »Ja, ganz einfach. Die hielten mich für einen roten Spion. Komme ich beim Prospekt Mira aus dem Tunnel noch auf unserer Linie und siehe da, unser Teil der Station wird von der Hanse kontrolliert. Ist sozusagen annektiert worden. Na gut, besonders streng geht es ja nicht zu. Einen Markt haben sie aufgebaut, in der Handelszone. Ihr wisst ja, wie das bei der Hanse ist. Die Stationen auf der Ringlinie sind sozusagen ihr eigenes Haus. Die Grenze verläuft dann irgendwo in den Übergängen von den Ringstationen auf die Sternlinien. Mit Zoll, Passkontrolle und so weiter. Wissen wir doch alles, unterbrach Andrei. Halt keine Vorträge, komm endlich zur Sache. Mit Passkontrolle und so weiter, wiederholte Piotr Andreevich mürrisch und zog finster die Brauen zusammen. Auf den Stationen der Sternlinien befinden sich dann die Märkte und Basare. Da dürfen auch Fremde hin. Aber an der Grenze ist Schluss. Ich komme, wie gesagt, am Prospekt Mira raus. Gut ein halbes Kilo Tee dabei. Ich brauche neue Patronen für mein Gewehr, also will ich tauschen. Aber die sind dort im Kriegszustand und geben keine Munition raus. Ich frag den ersten, dann den zweiten. Aber sie schütteln nur den Kopf und verziehen sich wieder, als ob sie nichts mit mir zu tun haben wollen. Nur einer flüstert mir zu. Was denn für Patronen, du Idiot? Hau bloß ab. Die haben dich sicher schon verpfiffen. Ich bedanke mich höflich und bewege mich langsam zurück zum Tunnel. Gerade habe ich den Ausgang erreicht, da hält mich eine Patrouille auf. Von der Station her pfeift es und noch ein Trupp kommt angelaufen. Ihre Dokumente bitte. Ich zeige meinen Pass mit dem Stempel unserer Station. Den schauen sie sich ganz genau an und fragen. Und ihr Passierschein? Wo ist der? Ich erstaunt. Was für ein Passierschein? Und da stellt sich heraus, dass man ohne Passierschein die Station gar nicht betreten darf. Am Ende des Tunnels steht ein Tischchen. Da haben sie ihr Büro. Zuerst wirst du überprüft. Dann bekommst du, wenn alles in Ordnung ist, einen Passierschein. Einen Amtsschimmel haben sie da. Wie ich den Tisch übersehen konnte, weiß ich nicht. Warum haben diese Idioten mich nicht aufgehalten? Aber versuch das mal der Patrouille zu erklären. Vor mir steht dieser kurzgeschorene Trottel im Tarnanzug und sagt, durchgeschlüpft bist du. Du hast dich durchgemogelt. Still und heimlich. Blättert weiter in meinem Pass, bis er plötzlich einen kleinen Stempel von der Sakolniki entdeckt. Da habe ich früher gewohnt. Die Sakolniki. Sieht er also den Stempel und schon schießt ihm das Blut in die Augen. Wie ein gereizter Stier reißt er seine Kalaschnikow von der Schulter und brüllt, Hände hinter den Kopf, Arschloch! Tadellose Ausbildung, das merkt man sofort. Er packt mich am Kragen und zieht mich durch die ganze Station. Zum Kontrollpunkt im Übergang, wo der Stationsvorsteher sitzt. Dann brummt er, warte. Nach dem Motto, ich brauche nur die Erlaubnis vom Chef, dann stelle ich dich an die Wand, du Aufklärer. Mir wird ganz anders. Ich versuche es mit Argumenten. Wieso Aufklärer? Ich bin Geschäftsmann, da, ich habe Tee dabei. Von der Wedenja. Worauf er mir antwortet, dass er mir mit dem Tee gleich das Maul stopft und mit dem Gewehr nachschiebt, damit noch mehr reinpasst. Ich merke, dass ich nicht besonders überzeugend wirke. Und wenn seine Führung ihm jetzt grünes Licht gibt, führt er mich zu Meter 200, stellt mich mit dem Gesicht zu den Rohren und macht mir zwei zusätzliche Löcher in den Kopf. Ist laut Kriegsrecht ganz legal. Blöd gelaufen, denke ich. Jedenfalls, als wir beim Kontrollpunkt ankommen, geht der Penner sich beraten. Ich schaue mir seinen Vorgesetzten an und mir fällt ein Stein vom Herzen. Das ist doch tatsächlich Pasha Fedotov, ein Klassenkamerad von mir. Wir sind nach der Schule noch lange Freunde gewesen und haben uns dann aus den Augen verloren. Alter Sack! Richtig Angst gemacht hast du mir. Und ich dachte schon, das war's. Die hätten dich umgelegt, bemerkte Andrei grinsend, und alle, die um das Feuer bei Meter 450 saßen, brachen in Gelächter aus. Piotr Andreevich warf Andrei noch einen wütenden Blick zu, doch dann konnte auch er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Das Gelächter rollte den Tunnel entlang und brachte irgendwo in der Tiefe ein verzerrtes Echo hervor, ein kaum definierbares, reichlich unheimliches Ächzen. Sogleich verstummten alle wieder und lauschten. Aus der Tiefe des Tunnels von Norden her waren nun wieder die gleichen verdächtigen Geräusche zu hören. Ein Rascheln und leichte Trippelschritte. Andrei reagierte natürlich als erster. Er bedeutete den anderen zu schweigen. Dann griff er nach seinem Sturmgewehr und erhob sich. Langsam entsicherte er, lud durch und entfernte sich lautlos vom Feuer. An die Wand des Tunnels gedrückt, drang er immer weiter in die Tiefe vor. Auch Artyom stand auf. Er brannte darauf zu sehen, was er davorhin hatte entwischen lassen, doch Andrei drehte sich um und zischte ihm wütend etwas zu. Das Gewehr im Anschlag blieb er dann an der Stelle stehen, wo sich das Dunkel zu verdichten begann, legte sich auf den Bauch und rief »Licht her!« Einer seiner Leute hielt einen leistungsstarken Akkustrahler bereit, den die Elektriker der Station aus einem alten Autoscheinwerfer gebaut hatten. Er drückte einen Knopf. Ein grellweißer Lichtstrahl schnitt sich durch die Dunkelheit. Eine Sekunde lang entriss er der Finsternis eine undeutliche Silhouette. Dann jagte etwas Kleines und Unscheinbares Hals über Kopf zurück Richtung Norden. Artyom hielt es nicht mehr aus und schrie aus Leibeskräften »Nun schieß schon! Es läuft doch weg!« Aus irgendeinem Grund schoss Andrei nicht. Jetzt erhob sich auch Piotr Andreevich, das Gewehr schussbereit, und rief »Andreuchia, lebst du noch?« Die Leute, die um das Feuer saßen, flüsterten beunruhigt. Man hörte, wie sie ihre Waffen entsicherten. Endlich erschien Andrei im Licht des Scheinwerfers und klopfte sich die Jacke ab. »Klar lebe ich noch!« rief er lachend. »Was gibt's denn da zu gackern?« gab Piotr Andreevich zurück. »Drei Beine und zwei Köpfe! Mutanten! Die Schwarzen kommen! Sie stechen euch alle ab! Schieß, sonst läuft es weg!« Einen Riesenlärm macht ihr hier, ich fass es einfach nicht. »Warum hast du nicht geschossen?« fragte Piotr Andreevich wütend, als Andrei beim Feuer ankam. »Bei dem Burschen hier verstehe ich das ja. Er ist noch jung. Hat einfach nicht rechtzeitig geschaltet. Aber wie konntest du das verschlafen? Weißt du nicht, was an der Polischajewskaia passiert ist?« »Ach, das mit der Polischajewskaia habe ich schon mindestens zehnmal gehört.« »Ein Hund ist es. Ein ganz junger. Der schleicht sich eben schon zum zweiten Mal ans Feuer ran. Zur Wärme und zum Licht. Um ein Haar hättet ihr ihn abgemurkst, der Tierquäler.« »Woher soll ich denn wissen, dass es ein Hund ist?« sagte Artyom beleidigt. »Er hat so komische Laute von sich gegeben. Und außerdem, habe ich jedenfalls gehört, sollen die hier vor einer Woche eine Ratte gesehen haben, so groß wie ein Schwein.« Er schüttelte sich. »Ein halbes Magazin haben sie in den Leib gejagt, und die war immer noch quick lebendig.« »Glaub du nur, all diese Märchen! Warte! Ich bring dir gleich deine Ratte!«, erwiderte Andrei, schulterte sein Gewehr und verschwand wieder in der Dunkelheit. Nach einer Minute hörte man von dort ein leises Pfeifen. Dann ertönte eine Stimme. Zärtlich, lockend. »Na komm her! Komm schon!« »Kleiner, keine Angst!« Ziemlich lange, zehn Minuten vielleicht, redete Andrei so vor sich hin, rief und piff. Schließlich tauchte seine Gestalt erneut im Halbdunkel auf. Zurück am Feuer lächelte er triumphierend und öffnete seine Jacke. Heraus fiel ein junges Hündchen. Zitternd, jämmerlich, nass, unerträglich schmutzig. Das verfilzte Fell von unbestimmbarer Farbe. Die schwarzen Augen vor Schreck geweitet, die kleinen Ohren eng angelegt. Kaum fand es sich auf dem Boden wieder, da versuchte es auch schon fortzulaufen, doch Andrei's kräftige Hand packte es am Genick und hob es an seinen Platz zurück. Er streichelte das Hündchen am Kopf, zog seine Jacke aus und deckte es damit zu. »Soll sich der kleine Stinker erst mal wärmen«, erklärte er. »Hast gut sein, Andruscha. Der ist wahrscheinlich voller Flöhe«, sagte Piotr Andreevich. »Oder vielleicht hat er Würmer. Du steckst dich noch mit was an und dann verbreitest du es auf der ganzen Station.« »Hör auf, rumzumeckern, Andreevich. Schau ihn dir doch erst mal an.« Andrei klappte die Jacke auf und sagte Piotr Andreevich die Schnauze des Hündchens, das immer noch zitterte, vor Angst oder vor Kälte. »Sieh ihm in die Augen, Andreevich. Diese Augen können nicht lügen.« Piotr Andreevich betrachtete den Hund skeptisch. Dessen Augen blickten ihn zwar verängstigt, aber ohne Zweifel ganz und gar aufrichtig an. Piotr Andreevich schmolz dahin. »Na gut, immer diese jungen Naturforscher.« »Warte, ich suche ihm was zu beißen«, brummte er und steckte seine Hand in den Rucksack. »Tu das. Vielleicht wird ja noch was Anständiges aus ihm. Ein deutscher Schäferhund zum Beispiel.« Andreevich schob die Jacke mit dem Hündchen näher ans Feuer. »Woher ist er denn so plötzlich aufgetaucht?«, fragte einer von seinen Leuten. »Da hinten gibt es keine Menschen mehr. Nur die Schwarzen. Und seit wann halten die sich Hunde?« Der da sprach war ein abgezehrter, hagerer Mann mit struppigem Haar. Bisher hatte er nur schweigend zugehört. Nun blickte er misstrauisch auf das Tier, das in der Wärme vor sich hinzudösen begann. »Da hast du recht, Kirill,« erwiderte Andreevich ernst. »Die Schwarzen halten sich überhaupt keine Tiere, soweit ich weiß.« »Wovon leben sie dann? Was essen sie?« fragte ein anderer, der ebenfalls mit Andrees Gruppe angekommen war, und kratzte knisternd sein unrasiertes Kinn. Dieser war ein hochgewachsener, breitschultriger, kräftig gebauter Mann mit glattem Schädel. Er trug einen langen, stattlichen Ledermantel, was an sich schon eine Seltenheit war. »Was sie essen? Alles Mögliche, sagt man. Aas, Ratten, Menschen. Sie sind nicht gerade wählerisch.« Andreevich verzog das Gesicht vor Ekel. »Kannibalen?« fragte der Kahle ohne einen Anflug von Verwunderung, als hätte er schon früher mit Menschenfressern zu tun gehabt. »Ja, Kannibalen. Es sind keine Menschen. Eher so eine Art Wiedergänger. Weiß der Teufel, was die überhaupt sind. Nur gut, dass sie keine Waffen besitzen und wir sie zurückschlagen können. Noch.« »Pietr, weißt du noch, wie wir vor einem halben Jahr einen von ihnen lebend gefangen haben?« »Na klar,« sagte Piotr Andreevich. »Zwei Wochen lang ist er bei uns im Bunker gesessen, hat nichts von unserem Wasser getrunken und das Essen nicht angerührt. Am Ende ist er einfach krepiert.« »Habt ihr ihn vernommen?« fragte der Kahle. »Er hat kein Wort von dem verstanden, was wir ihm gesagt haben. Du sprichst ihn ganz normal an, und er schweigt einfach.« Überhaupt hat er die ganze Zeit geschwiegen, als hätte er sich die Zunge abgebissen. Selbst als sie ihn geschlagen haben. »Was zu essen, haben sie ihm hingestellt?« »Kein Wort.« Nur geknurrt hat er manchmal. Und geheult, bevor er gestorben ist, dass die ganze Station davon aufgewacht ist. Kirill meldete sich wieder zu Wort. »Und wo kommt jetzt dieser Hund her?« »Weiß der Geier,« erwiderte Andreevich. »Kann sein, dass er von denen weggelaufen ist. Vielleicht wollten sie ihn auffressen. Es sind ja nur gut zwei Kilometer. Wäre doch möglich, dass ein Hund es bis hierher schafft, oder?« »Oder er gehört irgendwem. Jemandem, der von Norden hierher unterwegs war und dann auf die Schwarzen gestoßen ist. Und der Hund hat eben rechtzeitig die Fliege gemacht. Ist doch egal, woher er kommt. Schau ihn dir an. Sieht so ein Ungeheuer aus? Ein Mutant? Ein kleiner Stinker ist er. Nichts weiter.« »Und dass es ihn zu uns Menschen zieht, heißt doch, dass er zahm ist. Warum sollte er sonst drei Stunden lang um unser Feuer schleichen?« Kirill schwieg, wog offenbar Andrees Argumente ab. Piotr Andreevich füllte inzwischen den Teekessel aus dem Kanister auf und fragte, »Wer will noch Tee? Eine letzte Runde. Bald kommt nämlich die Ablösung.« »Gute Idee. Ich bin dabei,« sagte Andree erfreut, und auch die anderen lebten wieder auf. Das Wasser im Kessel kochte. Piotr Andreevich schenkte jedem, der wollte, nach und sagte dann, »Hört mal, redet bitte nicht so viel von den Schwarzen.« Letztes Mal saßen wir auch so da, und kaum hatte jemand sie erwähnt, da kamen sie auch schon angekrochen. Andere Jungs haben mir dasselbe erzählt. Vielleicht war es Zufall. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber wer weiß. Vielleicht spüren sie das. Unsere Schicht ist fast zu Ende. Was brauchen wir da jetzt noch, diese Teufelsbrut? Im letzten Moment.« »Stimmt. Vielleicht sollten wir wirklich besser aufhören,« pflichtete Atyom bei. »Nur keine Panik, Junge,« sagte Andree. »Wir packen das schon.« Er wollte Atyom aufmuntern, klang aber selbst nicht besonders überzeugt. Auch ihm lief es beim Gedanken an die Schwarzen kalt den Rücken hinunter, obwohl er es zu verbergen versuchte. Vor Menschen hatte er nicht die geringste Angst. Weder vor Banditen, noch vor anarchistischen Mordgesellen oder den Kämpfern der Roten Armee. Doch der Gedanke an diese Wesen war ihm unangenehm, auch wenn er sie nicht wirklich fürchtete. Immer wenn er an sie dachte, überfiel ihn eine seltsame Unruhe. Ganz anders als sonst, wenn er an Gefahren dachte, die von Menschen ausgingen. Alle verstummten. Eine schwere, bedrückende Stille hüllte sie ein. Sie drängten sich noch enger um das Feuer. Die knorrigen Holzscheite knackten in den Flammen, und bisweilen flog aus dem Tunnel von Ferne, von Norden, ein dumpfes, hohles Knurren heran, als wäre die Moskauer Metro der gigantische Bauch eines Ungeheuers. Ein Geräusch, das das Grauen nur noch verstärkte. Der Jäger Wieder kam Artyom lauter wirres Zeug in den Sinn. Die Schwarzen. In seiner Schicht waren diese Mutanten nur ein einziges Mal aufgetaucht, aber Angst jagten sie ihm mehr als genug ein. Und das war kein Wunder. Du sitzt auf deinem Posten und wärmst dich am Feuer. Plötzlich hörst du aus dem Tunnel, irgendwo aus der Tiefe, ein gleichmäßiges, dumpfes Pochen. Erst in einiger Entfernung, leise, bald näher und lauter. Und dann ertönt auf einmal ein furchtbares Friedhofsheulen. So nah, dass dein Trommelfell fast platzt. Chaos. Alle springen auf, stapeln hastig Sandsäcke und Kisten zu einer schützenden Barriere auf. Und der Kommandeur brüllt aus vollem Hals, Alarm! Von der Station eilt die Reserve zur Unterstützung heran. Und die Wachen bei Meter dreihundert enthüllen das Maschinengewehr. Hier, wo der Hauptschlag abgewehrt werden muss, werfen sich die Menschen auf den Boden, richten ihre Gewehre in den Schlund des Tunnels und legen an. Endlich, als die Bestien schon ganz nahe sind, macht einer den Scheinwerfer an. Und in dem Lichtstrahl sehen wir sie. Seltsame Silhouetten wie aus einem Albtraum. Nackt, mit schwarzglänzender Haut, riesigen Augen und weit aufgerissenen Mündern. Gleichförmig schreiten sie vorwärts, auf die Befestigungen zu. Den Menschen entgegen. In den Tod. Aufrecht. Nicht etwa gebückt. Immer näher. Und näher. Drei. Fünf. Acht Kreaturen. Und der vorderste legt den Kopf zurück und stößt wieder dieses gespenstische Heulen aus. Kalt läuft es dir über den Rücken. Du willst aufspringen und wegrennen. Das Gewehr, die Kameraden zurücklassen. Soll doch alles zum Teufel gehen. Nur weg hier. Der Scheinwerfer ist auf die Gesichter dieser furchtbaren Wesen gerichtet, damit das grelle Licht ihre Pupillen trifft. Doch sie blinzeln nicht einmal. Schützen sich nicht mit den Händen, sondern blicken mit weit aufgerissenen Augen in den Lichtstrahl und gehen weiter vorwärts. Immer vorwärts. Haben sie überhaupt Pupillen? Endlich treffen die von Meter 300 mit dem MG ein. Gehen in Anschlag. Befehle fliegen hin und her. Alles bereit. Dann brüllt einer das lang ersehnte, Feuer. Mehrere Kalaschnikows knattern zugleich und auch das MG krachtlos. Aber die Schwarzen bleiben nicht stehen. Ja, sie ducken sich nicht einmal. Aufrecht, ohne nur einen Schritt vom Weg abzukommen, gehen sie ungerührt weiter. Im Licht des Scheinwerfers sieht Atiöm, wie die Kugeln ihre glänzenden Körper zerfetzen, wie sie zurückgestoßen werden, fallen und sofort wieder aufstehen und mit erhobenem Kopf weitergehen. Und wieder ertönt das unheimliche Heulen, heißer diesmal da aus durchschossener Kehle. Einige Minuten vergehen, bis der Stählerner Hagel diesen unmenschlichen Starrsinn endlich zum Erliegen bringt. Später, als alle Bestien bereits am Boden liegen, leb- und regungslos, bekommt jeder von ihnen noch einen Kontrollschuss aus sicherer Entfernung, vielleicht fünf Meter in den Kopf. Und selbst als alles vorüber ist und die Leichen bereits in den Schacht geworfen sind, steht ihr noch lange dieses grausige Bild vor Augen, wie sich die Kugeln in die schwarzen Leiber bohren und der Lichtstrahl die weit geöffneten Augen versenkt und die Kreaturen dennoch unbeirrt weitergehen. Atiöm schüttelte sich bei dieser Vorstellung. Ja, lieber nicht zu viel darüber reden, dachte er. Hey, Andrej, macht euch fertig, wir sind gleich da, rief ihnen jemand von Süden aus dem Dunkel zu. Ablösung! Die Männer am Feuer erwachten aus ihrer Starre, standen auf, streckten sich und warfen sich ihre Rucksäcke und Waffen über. Andrei hob den kleinen Köter auf. Pieter Andrejewitsch und Atiöm würden nun zur Station zurückkehren. Andrei und seine Leute zum Posten bei Meter 300. Ihre Schicht war noch nicht zu Ende. Die neuen Wachleute traten zum Feuer, begrüßten alle mit Handschlag, erkundigten sich, ob irgendwas Besonderes vorgefallen sei und wünschten gute Erholung. Auf dem Weg durch den Tunnel nach Süden begannen Piotr Andrejewitsch und Andrei heftig zu diskutieren. Offenbar ging es um eine ihrer ewigen Streitfragen. Der kahlrasierte, muskulös gebaute Mann, der sich nach den Ernährungsgewohnheiten der Schwarzen erkundigt hatte, löste sich aus ihrer Gruppe und fiel zurück, bis er schließlich neben Artyom ging. Du kennst Suchoy? fragte er ihn mit leiser Stimme, ohne ihm in die Augen zu sehen. Onkel Sascha? Klar, er ist mein Stiefvater. Ich wohne bei ihm. Na sowas, murmelte der Karl. Stiefvater. Ich hatte keine Ahnung. Und wie heißen Sie? erkundigte sich Artyom nach kurzem Zögern. Er fand, wenn ihn der Mann schon nach seinem Verwandten ausfragte, so hatte er das Recht auf eine Gegenfrage. Ich? Wozu willst du das wissen? Naja, ich will Onkel Sascha ausrichten, ich meine Suchoy, dass sie nach ihm gefragt haben. Ach so. Hunter. Sag ihm, Hunter hat sich erkundigt. Der Jäger. Und grüß ihn von mir. Hunter? Ist das ihr Nachname? Oder nennt man sie nur so? Hunter lächelte. Nachname. Warum nicht? Klingt gar nicht schlecht. Nein, mein Junge, es ist kein Nachname. Es ist, wie soll ich sagen, ein Beruf. Und wie heißt du? Artyom. Freut mich, dich kennenzulernen. Mir scheint, wir werden unsere Bekanntschaft schon bald vertiefen. Mach's gut. Der Mann zwinkerte Artyom zu und blieb mit Andrei bei Meter dreihundert zurück. Nun war es nicht mehr weit. Schon konnte man in der Ferne die lebhaften Geräusche der Station hören. Piotr Andreevich, der neben Artyom ging, fragte besorgt. Hör mal, Artyom. Was war denn das für ein Typ? Was hat er dir gesagt? Irgendwie seltsam war der. Hat mich nach Onkel Sascha gefragt. Vielleicht ein Bekannter von ihm. Kennen Sie ihn? Nicht wirklich. Er ist nur für ein paar Tage hierher gekommen, wegen irgendwelcher Angelegenheiten. Andrei scheint ihn zu kennen. Er wollte unbedingt auf den Posten mitgehen. Weiß der Teufel, wozu er das braucht. Jedenfalls kenne ich das Gesicht irgendwoher. So eine Erscheinung vergisst man nicht so leicht. Wo hab ich ihn bloß schon gesehen? Du weißt nicht zufällig, wie er heißt. Hunter. So hat er sich zumindest genannt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Piotr Andreevich runzelte die Stirn. Hunter. Kein besonders russischer Name. Jetzt war bereits ein rotes Leuchten auszumachen. Wie an den meisten Stationen gab es auch an der WDNJ nur wenig Strom. Und so lebten die Menschen bereits das dritte Jahrzehnt mit der purpurnen Notbeleuchtung. Lediglich in den persönlichen Unterkünften, Zelten oder Räumen leuchteten bisweilen gewöhnliche Glühbirnen. Es gab allerdings auch einige wenige reiche Stationen, die sich den Luxus echter Quecksilberlampen leisten konnten. Man erzählte sich Legenden darüber, und manche Bewohner weit abliegender, gottverlassener Zwischenhalte wünschten sich nichts sehnlicher, als dorthin zu gelangen, um dieses Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Am Ausgang des Tunnels händigten sie der Wache ihre Waffen aus und meldeten sich ab. Piotr Andreevich gab Artyom die Hand und sagte, »Hauen wir uns aufs Ohr. Ich kann mich selber kaum noch auf den Beinen halten, und du schläfst wahrscheinlich auch schon im Stehen. Suchoi einen flammenden Gruß von mir. Er soll mal wieder zu Besuch kommen.« Artyom verabschiedete sich von den anderen und schleppte sich von plötzlicher Müdigkeit über Mann zu seiner Unterkunft. An der WDN-Ha lebten etwa 200 Menschen. Einige wenige in den Diensträumen, die meisten in Zelten. Es waren Armeezelte, alt und abgewetzt, aber handwerklich sauber gearbeitet. Wind und Regen gab es unter der Erde nicht, und man hielt sie sorgfältig in Schuss, so dass man durchaus darin wohnen konnte. Sie hielten Wärme zurück, ebenso Licht, und dämpften die Geräusche von außen. Was wollte man mehr? Die Zelte kauerten im Schutz der Wände, sowohl auf den Bahnsteigen als auch im Mittelgang. Dort hatte man einen breiten Durchgang gelassen, der als eine Art Straße diente. Einige große Zelte für vielköpfige Familien waren in den Rundbögen aufgestellt worden. An beiden Enden des Mittelgangs sowie im Zentrum wurden jedoch mehrere Bögen freigehalten. Unter dem Bahnsteig gab es weitere Räume. Aber dort war die Decke zu niedrig zum Wohnen. An der WDN-Ha wurden sie als Vorratskammern genutzt. Zwischen den beiden nördlichen Tunneln gab es einige Meter vor der Station ein kurzes Zwischengleis, das seinerzeit angelegt worden war, damit die Züge hier wenden und wieder zurückfahren konnten. Nun verlief einer der beiden Tunnel nur noch bis zu jener Verbindung. Dahinter hatte man ihn zugeschüttet. Der andere führte nach Norden, zum Botanischen Garten und fast bis nach Mütischchi. Man hatte ihn als Rückzugsweg für den Notfall offengelassen, und dort hatte Atiom seinen Wachdienst gehalten. Das restliche Stück des zweiten Tunnels sowie der Verbindungsgang waren zur Pilzzucht freigegeben worden. Die Gleise hatte man abgebaut, den Untergrund gelockert und mit Abfällen aus den Müllgruben gedüngt, sodass nun überall rein weißer Pilzhüte hervorstanden. Auch einer der beiden südlichen Tunnel war bei Meter 300 zum Einsturz gebracht worden. Und dort, ganz am Ende, so weit wie möglich von den Wohnstätten der Menschen entfernt, befanden sich die Hühnerställe und Schweinekoben. Atioms Unterkunft lag an der Hauptstraße. Dort, in einem der kleineren Zelte, wohnte er bei seinem Stiefvater. Dieser arbeitete bei der Administration, wo er für die Kontakte mit anderen Stationen zuständig war, weshalb in ihrem Zelt niemand sonst untergebracht war. Es war ihr eigenes, die höchste Kategorie. Ziemlich oft verschwand Schäufe zwei bis drei Wochen. Artyom nahm er nie mit. Er sagte, seine Geschäfte seien zu gefährlich. Und er wolle ihn keinem Risiko aussetzen. Stets kehrte er abgemagert und unrasiert zurück, manchmal sogar verletzt. Und dann saß er am ersten Abend immer mit Artyom zusammen und berichtete ihm Dinge, die nur schwer zu glauben waren. Selbst für einen Bewohner ihrer grotesken, unterirdischen Welt. Natürlich drängte es Artyom danach, selbst auf Wanderschaft zu gehen. Doch es wäre sehr unvernünftig, einfach so durch die Metro zu spazieren. Die Patrouillen der unabhängigen Station waren äußerst misstrauisch und ließen niemanden durch, der bewaffnet war. Sich unbewaffnet in die Tunnel zu begeben, war jedoch der sichere Tod. Also war Artyom, seit er mit seinem Stiefvater von der Savalowskaja hierher gekommen war, nie sehr weit gekommen. Einige Male hatte man ihn geschäftlich zu Alexejewskaya geschickt. Nicht allein natürlich, sondern mit einer Gruppe. Und ab und zu waren sie sogar bis zur Ryszskaya gekommen. Und dann gab es da noch eine Expedition, von der er niemandem ein Wort sagen durfte. So sehr es ihn auch danach verlangte. Passiert war das alles schon vor langer Zeit, als es am Botanischen Garten noch weit und breit keine Schwarzen gab. Sondern es einfach nur eine verlassene, dunkle Station war. Die Patrouillen der Wedenja waren damals noch viel weiter nördlich unterwegs und Artyom selbst noch ein grüner Junge. Eines Tages riskierten er und zwei Freunde es einfach. Während eines Schichtwechsels schlüpften sie am äußersten Posten vorbei, mit Taschenlampen und einer doppelläufigen Flinte, die einer der Jungs von seinen Eltern geklaut hatte. Lange trieben sie sich an der Batanisches Gissade herum. Gruselig war das schon, aber auch interessant. Überall sahen sie im Licht ihrer Lampen die Überreste menschlicher Behausungen. Verbranntes Entterieur, verkohlte Bücher, kaputtes Spielzeug, zerrissene Kleidung. Ratten huschten umher. Von Zeit zu Zeit ertönten seltsam knarrende Geräusche. Und da hatte einer von Artyoms Freunden, wahrscheinlich Shenya, der aufgeweckteste und neugierigste von ihnen, eine Idee. Was, wenn wir versuchen, die Sperre aufzumachen und uns nach oben durchzuschlagen, die Rolltreppe hinauf. Einfach nur, um zu schauen, wie es dort oben aussieht. Was dort ist. Artyom war von Anfang an dagegen gewesen. Zu frisch waren ihm die jüngsten Berichte seines Stiefvaters im Gedächtnis. Von Menschen, die an der Oberfläche gewesen und danach schwer erkrankt waren. Und davon, welche Schrecken man dort oben zu sehen bekam. Doch die anderen beiden redeten auf ihn ein. Dies sei eine einmalige Chance. Wann würden sie jemals wieder ohne Erwachsene in eine verlassene Station geraten und dazu noch die Gelegenheit haben, nach oben zu gehen und mit eigenen Augen zu sehen, wie es ist, wenn über dem Kopf nichts ist. Als alles Zureden nichts half, verkündeten sie, wenn er so ein Feigling sei, würden sie eben ohne ihn gehen. Und die Vorstellung, allein in der verlassenen Station zu bleiben und sich vor seinen beiden besten Freunden zu blamieren, erschien Artyom so unerträglich, dass er sich ihnen zähneknirschend anschloss. Zu ihrem Erstaunen funktionierte der Mechanismus noch, der die Sperre zwischen dem Bahnsteig und der Rolltreppe betätigte. Ausgerechnet Artyom gelang es nach einer halben Stunde verzweifelter Bemühungen, ihn in Bewegung zu setzen. Krachend fuhr die rostige Eisenwand zur Seite und ihren Blicken offenbarte sich eine relativ kurze Rolltreppe, die nach oben führte. Einige Stufen waren eingefallen und durch die gähnenden Löcher sah man im Licht der Taschenlampen die riesenhaften Zahnräder, die vor Jahren für immer stehen geblieben waren. Jetzt waren sie von Rost zerfressen und etwas Braunes überzog sie, das sich kaum merklich bewegte. Es dauerte eine Weile, bis die drei sich überwanden, hinaufzusteigen. Mehrmals gab eine Stufe unter ihrem Gewicht nach und fiel nach unten durch. Die entstandenen Löcher überquerten sie, indem sie sich an den Haltern der Treppenbeleuchtung entlang hangelten. Der Weg nach oben war nicht lang, doch ihre ursprüngliche Entschlossenheit hatte sich mit der ersten durchgebrochenen Stufe verflüchtigt. Um wieder Mut zu fassen, bildeten sie sich ein, sie seien echte Stalker. Stalker Trotz eines fremden, seltsamen Klangs hatte dieses Wort Eingang in die russische Sprache gefunden. Ursprünglich war es eine Bezeichnung für verarmte Menschen gewesen, die sich auf verlassene militärische Versuchsgelände wagten, um übrig gebliebene Geschosse und nicht detonierte Sprengkörper zu demontieren und die Messinghülsen bei den Sammelstellen für Altmetall abzugeben. Oder auch für alle möglichen schrägen Typen, die in Friedenszeiten durch Kanalisationen krochen und noch so manch anderes taten. Eines hatten sie alle gemeinsam. Sie begaben sich stets in extreme Gefahr, wagten sich an das Unerforschte, Unbegreifliche, Unheilvolle, Unerklärliche. Wer wusste schon, was auf den verlassenen Testgeländen vor sich ging, wo die radioaktiv verseuchte, von tausenden von Explosionen entstellte, von Gräben durchzogene und von Katakomben ausgehüllte Erde womöglich monströse Wesen hervorgebracht hatte. Und man konnte nur vermuten, was in der Kanalisation dieser Riesenstadt herangewachsen war, seit ihre Bauherren die Luken geschlossen hatten, um für immer dieses düstere, enge, stinkende Labyrinth hinter sich zu lassen. In der Metro bezeichnete man als Stalker jene Teufelskerle, die es wagten, an die Oberfläche zu gehen. In Schutzanzügen, Atemmasken, mit abgedunkelten Sichtscheiben, bis an die Zähne bewaffnet, stiegen diese Leute hinauf auf der Suche nach Dingen, die die Allgemeinheit unbedingt brauchte. Munition, Geräte, Ersatzteile, Brennstoff. Menschen, die sich trauten, gab es Hunderte, doch nur wenige kehrten lebend wieder zurück. Ihr Gewicht wog man mit Gold auf. Sie standen sogar noch höher im Kurs als die ehemaligen Mitarbeiter der Metro. Verschiedenste Gefahren lauerten dort oben. Von der Strahlung selbst bis hin zu den furchterregenden Kreaturen, die durch diese entstanden waren. Ja, es gab noch Leben an der Oberfläche, aber es glich nicht mehr dem, was man gemeinhin unter Leben verstand. Jeder Stalker war eine lebende Legende, ein Halbgott, zu dem Jung und Alt begeistert aufblickten. Wenn Kinder in eine Welt geboren werden, in der es nichts mehr gibt, wo man schwimmen oder fliegen könnte, in der die Wörter Pilot und Seemann verblassen und allmählich ihren Sinn verlieren, so wollen sie eben Stalker werden, in glänzenden Rüstungen fortgehen, begleitet von Hunderten ehrfürchtiger, schwärmerischer Blicke nach oben, zu den Göttern, mit Monstern kämpfen und auf dem Rückweg unter die Erde den Menschen Treibstoff, Munition, Licht und Feuer, kurz, das Leben bringen. Auch Artyom und seine Freunde Schenja und Vitali der Nörgler wollten Stalker werden. Und während sie mit großer Überwindung die fürchterlich knarzende Rolltreppe mit den brüchigen Stufen hinaufkletterten, stellten sie sich vor, sie trügen Schutzanzüge mit Geigerzählern und hielten mächtige, tragbare MGs vor sich, wie es sich für echte Stalker gehörte. Dabei hatten sie weder Geigerzähler noch irgendeine Schutzkleidung dabei und anstelle eines ehrfurchtgebietenden Armeemaschinengewehrs gab es nur diesen vorsintflutlichen Doppelläufer, der womöglich gar nicht mehr funktionierte. Ziemlich bald war der Anstieg zu Ende und sie waren fast an der Oberfläche. Zum Glück war es Nacht, sonst wären sie unweigerlich erblindet. Ihre Augen, die von den langen Jahren unter der Erde nur Dunkelheit, Lagerfeuer und rote Notlampen gewohnt waren, hätten die grellen Strahlen nicht ausgehalten. Blind und hilflos, hätten sie wohl kaum wieder nach Hause zurückgefunden. Die Eingangshalle der Station Batanicheski-Sat war fast völlig zerstört. Das Dach war halb eingestürzt und durch das entstandene Loch sah man den dunkelblauen Sommerhimmel, frei von radioaktiven Staubwolken, dafür übersät mit Myriaden von Sternen. Doch was ist ein Sternenhimmel für ein Kind, das sich nicht einmal vorstellen kann, was es heißt, nichts über dem Kopf zu haben, den Blick zu heben und nicht eine Betondecke oder ein schimmeliges Gewirr aus Kabeln und Rohren zu sehen, sondern einen dunkelblauen Abgrund, der sich plötzlich über dir auftut. Was ist das für ein Gefühl? Und die Sterne? Kann sich ein Mensch, der nie Sterne gesehen hat, überhaupt vorstellen, was Unendlichkeit ist? Ist dieser Begriff doch vermutlich erst unter dem Eindruck des nächtlichen Himmelsgewölbes entstanden. Millionen gleißender Feuer, silberne Nägel, eingeschlagen in eine Kuppel aus blauem Samt. Drei, fünf, nein, zehn Minuten standen die Jungen da, unfähig, auch nur ein Wort zu sagen. Und so wären sie wahrscheinlich noch bis zum Morgen gestanden und bei lebendigem Leibe verbrannt. Wäre da nicht dieses furchtbare, markerschütternde Geheul gewesen, das plötzlich in allernächster Nähe anhob. Augenblicklich kamen sie wieder zur Besinnung und Hals über Kopf stürzten sie zurück zur Rolltreppe, hasteten atemlos hinunter, ohne jegliche Vorsicht, so dass sie ein paar Mal fast eingebrochen und direkt auf die kantigen Zahnräder gestürzt wären. Doch stützten und zogen sie sich gegenseitig heraus und bewältigten den Weg zurück in wenigen Sekunden. Die letzten zehn Stufen rollten sie praktisch kopfüber hinab, wobei sie ihre Flinte verloren, und stürzten sich gleich auf das Steueraggregat für die Schleuse. Doch, verflucht, das rostige Eisentor verkantete und machte keine Anstalten, an seinen Platz zurückzukehren. Halbtot vor Angst, dass irgendwelche Monster von der Oberfläche sie verfolgten, rannten sie los, zu ihren Leuten am nördlichen Außenposten. Sie wussten, es war dumm gewesen, das Tor offen zu lassen. Vielleicht hatten sie damit den Mutanten einen Weg nach unten verschafft, in die Metro, zu den Menschen. Daher vereinbarten sie, ihre Zungen zu hüten und den Erwachsenen nicht zu erzählen, wo sie gewesen waren. Dem Außenposten sagten sie, sie hätten in einem Seitentunnel Ratten jagen wollen, dann aber das Gewehr verloren, es mit der Angst bekommen und sahen umgekehrt. Artyom bekam damals von seinem Stiefvater eine saftige Abreibung. Sein Hintern brannte noch lange von dem Offiziersgürtel, doch hielt er stand wie ein gefangener Partisane und plauderte das Kriegsgeheimnis nicht aus. Auch seine Kameraden schwiegen. Und man glaubte ihnen. Aber wenn er jetzt an diese Geschichte zurückdachte, geriet Artyom ins Grübeln. Ob nicht doch jenes Abenteuer und vor allem die von ihnen geöffnete Schleuse in einem Zusammenhang stand mit den gespenstischen Wesen, die ihre Außenposten in den letzten Jahren vermehrt angriffen. Artyom grüßte die Entgegenkommenden, blieb mal hier, mal dort stehen, um die neuesten Nachrichten zu hören, einem Bekannten die Hand zu drücken, ein befreundetes Mädchen auf die Wange zu küssen, den älteren Herrschaften zu berichten, wie es dem Stiefvater ging und gelangte schließlich zu seinem Zelt. Es war niemand zu Hause und er beschloss, nicht auf Suchreu zu warten, sondern sich schlafen zu legen. Acht Stunden Wachdienst waren schließlich kein Pappenstiel. Er zog die Stiefel aus, legte die Jacke ab und vergrub sein Gesicht im Kissen. Der Schlaf ließ nicht lange auf sich warten. Einer der Zeltflügel hob sich und lautlos schlüpfte eine kräftige Gestalt nach innen, deren Gesicht nicht zu erkennen war. Ein kahler Schädel reflektierte unheilvoll die rote Notbeleuchtung. Eine dumpfe Stimme ertönte. Siehst du, wir haben uns wieder getroffen. Dein Stiefvater ist nicht da. Kein Problem. Wir kriegen ihn schon noch, früher oder später. Er läuft uns nicht weg. So lange kommst du mit mir. Wir haben etwas zu bereden. Das mit der Sperre am Botanischen Garten zum Beispiel. Artyom erstarrte. An der Stimme erkannte er den Mann, der sich als Hunter ausgegeben hatte. Langsam näherte er sich, lautlos. Sein Gesicht war nicht zu sehen. Das Licht fiel irgendwie seltsam. Artyom wollte um Hilfe rufen, doch eine große Hand, kalt wie die eines Toten, hielt ihm den Mund zu. Endlich gelang es ihm, seine Taschenlampe zu ertasten, sie einzuschalten und dem Mann ins Gesicht zu leuchten. Und was er erblickte, raubte ihm für einen Moment den Atem. Anstelle eines menschlichen Gesichts, mochte es auch grob und streng sein, sah er vor sich eine schwarze Fratze mit zwei riesigen, sinnentleerten, pupillenlosen Augen und weit aufgerissenem Maul. Artyom sprang auf, riss sich los, rannte zum Zeltausgang. Plötzlich erlosch das Licht. Die Station lag völlig dunkel da, nur in weiter Ferne war der schwache Widerschein eines Feuers zu sehen. Ohne lange nachzudenken, stürzte Artyom auf dieses Licht zu. Der Menschenfresser sprang hinter ihm her aus dem Zelt und brüllte, bleib stehen, du kannst nirgendwo hin. Er brach in ein furchtbares Gelächter aus, das nach einer Weile in ohrenbetäubendes Friedhofsgeheul überging. Artyom lief, ohne sich umzudrehen. Hinter sich hörte er das Stapfen schwerer Stiefel. Nicht schnell, sondern ruhig und gemessen, als wüsste sein Verfolger, dass er sich nicht beeilen musste. Er würde Artyom ohnehin kriegen, früher oder später. Als er sich dem Feuer näherte, bemerkte Artyom, dass dort ein Mann mit dem Rücken zu ihm saß. Schon wollte er ihn an der Schulter packen und um Hilfe bitten. Da kippte dieser plötzlich rücklings auf den Boden. Artyom erkannte, dass der Mann schon lange tot war. Sein Gesicht war aus irgendeinem Grund mit Rauhreif überzogen. Und dann erkannte er in diesem gefrorenen Menschen seinen Stiefvater, Onkel Sascha. »Hey, Artyom! Genug geschlafen! Los, aufstehen! Du pennst schon sieben Stunden am Stück! Steh auf, du Schlafmütze! Wir haben Besuch!« Das war Sukhois Stimme. Artyom setzte sich im Bett auf und starrte seinen Stiefvater verblüfft an. Nachdem er eine Minute lang vor sich hingeblinzelt hatte, fragte er schließlich, »Onkel Sascha, du... dir ist nichts passiert?« »Nein, wie du siehst!« erwiderte Sukhoi. »Nun komm schon! Was liegst du hier noch herum? Ich stelle dir einen Freund vor.« Von draußen war eine gedämpfte Stimme zu hören, die Artyom bekannt vorkam. Ihm trat kalter Schweiß auf die Stirn, denn er musste an den Albtraum von eben denken. »Wie? Ihr kennt euch schon?« wunderte sich Sukhoi. »Na, Artyom, du kommst ja ganz schön rum!« Der Gast zwängte sich ins Zelt. Artyom zuckte zusammen und drückte sich gegen die Zeltwand. Es war Hunter. Wieder zuck der Albtraum vorüber, die leeren, dunklen Augen, das Trampeln der schweren Stiefel im Rücken, die erstarrte Leiche beim Feuer. »Ja, wir haben uns schon kennengelernt,« presste Artyom hervor und reichte Hunter widerwillig die Hand. Die Hand des Mannes war warm und trocken. Artyom machte sich klar, dass es nur ein Traum gewesen war. Dieser Mensch hier war nicht böse. Es war seine Fantasie, die ihm, angefacht von den Ängsten, die er während acht Stunden Tunnelwache ausgestanden hatte, im Schlaf einen Streich gespielt hatte. »Hör mal, Artyom, koch uns bitte etwas Wasser für den Tee.« Sukhoi zwinkerte dem Gast zu. »Hast du schon unseren Tee probiert? Ein starkes Kraut!« Hunter nickte. »Ich weiß, ein guter Tee. Am Bahnhof Pechadniki machen sie auch welchen, nichts als Spülwasser. Eurer dagegen kein Vergleich.« Artyom ging Wasser holen und dann zum Gemeinschaftsfeuer, um den Kessel aufzusetzen. Unterwegs musste er daran denken, dass Pechadniki am anderen Ende der Metro lag. Weiß der Teufel, wie lange man bis dahin ging. So viele verschiedene Linien, Übergänge, Stationen, durch die man sich nur durchschlagen konnte, wenn man trickste, kämpfte oder Beziehungen spielen ließ. Und der da sagte ganz lässig, »Dort machen sie auch welchen.« Ja, ohne Frage ein interessanter Typ, wenn auch etwas beängstigend. Und Pranken hatte er wie Schraubstöcke. Dabei war Artyom selbst nicht unbedingt schwach gebaut und nutzte gern den Händedruck, um seine Kraft mit seinem Gegenüber zu messen. Als das Wasser kochte, nahm er den Kessel und ging zum Zelt zurück. Hunter hatte bereits seinen Mantel abgelegt, unter dem ein schwarzer Rollkragenpullover zum Vorschein kam, der eng an seinem kräftigen Hals und dem muskelbepackten Oberkörper anlag und in einer Militärhose steckte. Darüber trug er eine Mehrzweckweste mit einer Vielzahl von Taschen und unter der Achsel hing in einem Schulterhalfter eine brünierte Pistole von eindrucksvoller Größe. Erst als Artyom genauer hinsah, begriff er, dass es sich um eine Stetschkin mit aufgeschraubtem Schalldämpfer handelte, auf der zudem eine weitere Vorrichtung angebracht war, vermutlich ein Laserzielgerät. Ein solches Monster musste ein Vermögen kosten. Schließlich handelte es sich hier nicht um eine einfache Waffe zur Selbstverteidigung, das war klar. Artyom fiel ein, dass Hunter, als er seinen Namen nannte, noch hinzugefügt hatte »Der Jäger«. »Na los, Artyom! Schenk dem Gast ein!« beutete Suchoi los. »Setz dich, Hunter! Lass hören! Weiß der Teufel, wie lange ich dich nicht gesehen habe!« »Von mir später.« »Da gibt es nicht viel Interessantes zu berichten.« »Aber bei euch geschehen, wie man hört, seltsame Dinge. Irgendwelche Wesen sollen im Anmarsch sein. Von Norden.« »War so eine Geschichte, die ich am Posten draußen gehört habe.« »Was ist das?« Hunter sprach in seiner typischen Art mit kurzen, abgehackten Sätzen. Suchois Gesicht verfinsterte sich schlagartig. »Das ist der Tod, Hunter!« »Das ist unser aller Tod, der da näher kommt.« Unser Schicksal kriecht heran. »Das ist es!« »Wieso der Tod?« »Ich habe gehört, dass ihr sie sehr erfolgreich zurückschlagt. Sie sind ja unbewaffnet.« »Aber woher kommen sie?« »Und wer sind sie?« »An anderen Stationen habe ich noch nie davon gehört.« »Das bedeutet, dass es so etwas sonst nirgends gibt.« »Ich will wissen, was das ist.« »Ich spüre eine große Gefahr.« »Ich will wissen, wie groß sie ist und welcher Art.« »Deshalb bin ich hier.« »Die Gefahr muss beseitigt werden.« »Richtig?« Suchoi lächelte traurig. »Du bist immer noch derselbe Cowboy.« Die Frage ist nur, ist das überhaupt möglich? Das ist der Haken. Die Geschichte ist viel komplizierter, als du denkst. Das sind nicht nur irgendwelche Zombies, wandelnde Leichen wie im Kino. Da ist es ja ganz einfach. »Du lädst deinen Revolver mit silbernen Patronen.« Er hob eine Hand und formte eine Pistole. »Und piff, paff! Die Mächte des Bösen sind besiegt.« »Aber das hier ist etwas anderes.« Etwas Furchtbares. »Und mir macht man so leicht nicht Angst, Hunter. Das weißt du.« »Du und Angst?« fragte Hunter verwundert. »Ihre stärkste Waffe ist der Schrecken.« Die Leute halten es an ihren Posten kaum noch aus. Sie liegen da, MPs und Maschinengewehre im Anschlag. Und dann kommen die auf sie zu, völlig unbewaffnet. Und obwohl sie wissen, dass sie in der Überzahl und besser ausgerüstet sind als diese Kreaturen, würden sie am liebsten davonlaufen. Sie drehen fast durch vor Angst. Und einige von ihnen sind tatsächlich reich für die Klapsmühle, das sag ich dir im Vertrauen. »Es ist nicht nur einfach Angst, Hunter.« Sohoi senkte die Stimme. »Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll. Es wird mit jedem Mal stärker. Irgendwie beeinflussen sie deinen Kopf. Du spürst sie schon von Ferne. Und dieses Gefühl nimmt immer mehr zu. Eine scheußliche Art von Unruhe, dass dir die Knie zu zittern beginnen. Dabei ist am Anfang überhaupt nichts zu hören, geschweige denn zu sehen. Aber du weißt, dass sie in der Nähe sind. Und dann kommt dieses Heulen. Da würde man am liebsten Gleichreis ausnehmen. Schließlich fängst du am ganzen Leib an zu zittern. Und danach, wenn es vorbei ist, siehst du sie noch lange vor dir, wie sie mit offenen Augen auf den Scheinwerfer zugehen. Artyom zuckte zusammen. Also quälten diese Albträume nicht nur ihn. Bisher hatte er es vermieden, darüber mit jemandem zu sprechen, aus Angst, man würde ihn für einen Feigling oder einen Irren halten. »Sie bringen deine Psyche aus dem Gleichgewicht, diese Kreaturen,« fuhr Sohoi fort. »Sie stellen sich sozusagen auf deine Wellenlänge ein, damit du sie mit jeder Faser spürst. Das ist mehr als Angst. Ich weiß, wovon ich spreche.« Hunter saß unbeweglich da und blickte Sohoi prüfend an. Offenbar dachte er über das Gehörte nach. Dann trank er einen Schluck von dem heißen Aufguss und sprach langsam und leise, »Diese Gefahr droht allen, Sohoi, der ganzen beschissenen Metro, nicht nur eurer Station.« Erst schien es, als wolle Sohoi nicht antworten, doch plötzlich brach es aus ihm heraus, »Der ganzen Metro, sagst du?« »Nein, nicht nur der Metro. Der gesamten fortschrittlichen Zivilisation, die es mit ihrem Fortschritt ein bisschen zu weit getrieben hat. Jetzt müssen wir dafür zahlen. Es ist ein Kampf ums Dasein, Hunter. Ein Kampf ums Überleben unserer Art. Diese Schwarzen sind keine Gespenster oder Vampire. Sie sind der Homo Novus, die nächste Stufe der Evolution, besser an die Umwelt angepasst als wir. Sie sind die Zukunft. Der Sapiens wird vielleicht noch ein paar Jahrzehnte oder ein halbes Jahrhundert vor sich hin faulen in diesen gottverdannten Löchern, die er sich selbst gebuddelt hat, als noch zu viele von seiner Art da waren und man die Armen tagsüber unter die Erde stopfte. Wir werden bleich und verkümmert sein wie die Morlocks bei Wells. Weißt schon, in der Zeitmaschine. Auch die gehörten irgendwann mal zur Gattung Homo Sapiens. Natürlich, wir sind Optimisten. Wir wollen nicht einfach so verrecken. Wir züchten Pilze auf unserer eigenen Scheiße und das Schwein ist heute der beste Freund des Menschen, sozusagen unser Partner im Überlebenskampf. Wir schlucken Multivitamintabletten, die unsere Vorfahren hier in weiser Voraussicht tonnenweise gebunkert haben. Ab und an kriechen wir nach oben, um uns schnell einen Benzinkanister zu schnappen oder alte Klamotten von irgendwem oder eine Handvoll Patronen, wenn's gut läuft. Dann stehlen wir uns schleunigst wieder davon, zurück in unser stickiges Kellerloch, immer auf der Hut, das uns niemand bemerkt. Denn dort oben sind wir nicht mehr zu Hause. Die Welt gehört uns nicht mehr, Jäger. Die Welt gehört uns nicht mehr. Sukhoi verstummte und sah zu, wie der Dampf von seinem Teebecher aufstieg und sich im Zwielicht des Zelts auflöste. Hunter entgegnete nichts und Artyom wurde plötzlich klar, dass er seinem Stiefvater noch nie so hatte Reden hören. Nichts war mehr übrig von seiner alten Gewissheit, dass sicher alles gut werde, von seinem macht ihr nicht ins Hemd, wir schlagen uns schon durch, seinem ermutigenden Augenzwinkern. Oder hatte er das alles nur gespielt? Du schweigst, Jäger? Komm schon, streite mit mir. Wo ist dein Optimismus? Als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, hast du noch behauptet, dass die Strahlung abnimmt und die Menschen irgendwann einmal an die Oberfläche zurückkehren werden. Ach, Jäger, die Sonne erhebt sich überm Wald, aber nicht für mich. Wir werden uns in dieses Leben verbeißen, werden es mit aller Kraft festhalten, denn vielleicht kommt danach ja doch nichts mehr, was immer die Philosophen und Sektierer auch sagen. Du willst es nicht glauben, aber irgendwo tief im Innern weißt du doch, dass es so ist. Dabei gefällt uns dieses Leben doch so sehr, nicht wahr, Jäger? Wir beide hängen daran. Wir beide werden durch dieses stinkende Labyrinth kriechen, uns neben den Schweinen schlafen legen, Ratten fressen, aber wir werden überleben, nicht wahr? Wach auf, Jäger! Niemand wird über dich ein Buch mit dem Titel Der wahre Mensch schreiben. Niemand wird deinen Lebenswillen besingen, deinen Selbsterhaltungstrieb. Wie lange wirst du durchhalten mit Pilzen, Multivitaminen und Schweinefleisch? Gib auf, Homo sapiens! Du bist nicht mehr der Herrscher über die Natur. Nein, du musst nicht gleich verrecken, wir wollen nicht so sein. Kriech noch ein wenig herum in deinem Todeskampf und ersticke an deinen Exkrementen. Aber eines solltest du wissen, Sapiens. Du hast genug gelebt. Die Evolution, deren Gesetze du so gut begriffen hast, hat bereits eine weitere Stufe erklommen. Du bist keineswegs die Krone der Schöpfung. Du bist ein Dinosaurier. Es ist an der Zeit, neuen, vollkommeneren Geschöpfen Platz zu machen. Sei kein Egoist, das Spiel ist aus, lass jetzt andere ran. Sollen sich doch künftige Generationen darüber den Kopf zerbrechen, woran der Homo sapiens zugrunde gegangen sein mag, obwohl das kaum mehr jemanden interessieren wird. Während Zuchols Monolog hatte Hunter in aller Ruhe seine Fingernägel studiert. Nun endlich hob er den Blick, sah Artyoms Stiefvater an und sagte mit schwerer Stimme, Du hast ganz schön nachgelassen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, wenn wir unsere Kultur bewahren, wenn wir nicht den Mut verlieren, Russisch nicht verlernen und wenn wir unseren Kindern Lesen und Schreiben beibringen, dann steht es gar nicht so schlecht um uns. Vielleicht halten wir es dann auch unter der Erde aus. Hast du mir das gesagt oder nicht und jetzt auf einmal gib auf Homo sapiens? Was soll das? Ich habe einfach ein paar Dinge kapiert, Jäger. Ich habe begriffen, was du vielleicht auch noch begreifen wirst. Vielleicht aber auch nicht. Wir sind Dinosaurier und dies sind unsere letzten Tage. Egal, ob es noch zehn oder hundert Jahre sind. Widerstand zwecklos, ja? Unterbrach Hunter. Ein unheilvoller Ton lag in seiner Stimme. Darauf willst du hinaus. Sukhoi schlug die Augen nieder. Ihm, der bisher niemals und niemandem seine Schwäche eingestanden hatte, fiel es schwer, seinem alten Freund dies alles zu sagen. Und dann auch noch in Artyoms Anwesenheit. Es tat ihm sichtlich weh. Nein. Darauf kannst du lange warten, sagte Hunter langsam und erhob sich zu voller Größe. Und die da auch. Neue Arten? Evolution? Unabwendbare Auslöschung? Da hab ich schon ganz andere Sachen erlebt. Das hier macht mir keine Angst. Verstehst du? Ich werde mich nicht ergeben. Selbsterhaltungstrieb. Nenn es von mir aus so. Ja. Ich werde mich in dieses Leben verbeißen und deine Evolution kann mich mal. Sollen doch andere Arten sich in die Schlange stellen. Ich jedenfalls bin kein Stück Vieh, das man so einfach zum Schlachter bringt. Und bitte, gib doch auf und lauf zu deinen vollkommeneren, angepassteren Kollegen über. Räum ihnen deinen Platz in der Geschichte. Und wenn du das Gefühl hast, genug gekämpft zu haben, hau doch ab. Desertiere. Ich werde dich nicht dafür verurteilen. Aber versuch nicht, mir Angst einzujagen. Und wage es ja nicht, mich mit ins Schlachthaus zu zerren. Und wenn du wozu hältst du mir Predigten? Weil du da nicht so allein bist, dich im Kollektiv ergeben kannst? Damit es nicht ganz so demütigend ist? Oder haben dir die Feinde etwa einen Napf mit warmer Grütze versprochen für jeden Kameraden, den du in die Gefangenschaft mitbringst? Mein Kampf ist aussichtslos, sagst du. Wir stehen am Rande des Abgrunds. Scheiß auf deinen Abgrund. Wenn du glaubst, dass dein Platz da unten ist, hol tief Luft und vorwärts. Aber hier trennen sich unsere Wege. Wenn der vernunftbegabte Mensch der hochgebildete und zivilisierte Homo Sapiens die Kapitulation wählt, so verzichte ich gerne auf diesen Ehrentitel und werde lieber zum Tier. Und wie ein Tier werde ich mich an das Leben klammern und jedem anderen an die Kehle springen, um zu überleben. Und ich werde überleben. Hast du das verstanden? Ich werde überleben. Hunter setzte sich wieder und bat Atiom leise, ihm noch etwas Tee nachzuschenken. Nun erhob sich Suchoi und ging hinaus, düster und schweigsam, um Wasser nachzufüllen und den Kessel erneut aufzusetzen. Atiom blieb mit Hunter allein im Zelt zurück. Bei dessen letzten Worten voll klirrender Verachtung und zornigem Überlebenswillen hatte Atiom Feuer gefangen. Lange zögerte er, ob er ihn ansprechen sollte. Doch da wandte sich Hunter selbst an ihn. Und was denkst du, Junge? Sprich ruhig, nur keine falsche Bescheidenheit. Wärst du auch lieber eine Pflanze? Oder ein Dinosaurier? Wirst du auch auf deinen Sachen sitzen und warten, bis sie dich abholen? Kennst du die Geschichte von dem Frosch in der Milch? Fielen einmal zwei Frösche in einen Milchtopf. Der eine dachte eher rational und begriff sofort, dass es keinen Sinn hatte, sich zu widersetzen. Das Schicksal kann man ohnehin nicht betrügen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Leben nach dem Tod. Wozu sich also noch anstrengen und irgendwelche vergeblichen Hoffnungen hegen? Also rührte er sich nicht und ging unter. Der zweite Frosch war wahrscheinlich Blöde oder Atheist. Jedenfalls fing er an, wie wild zu strampeln. Man hätte sich fragen können, wozu eigentlich, wenn sowieso alles bereits vorbestimmt war, aber er strampelte und strampelte immer weiter. Bis er die Milch zu Butter getreten hatte. Und dann ist er rausgeklettert. Und jetzt eine Schweigeminute für seinen Kollegen, der im Namen des philosophischen Fortschritts und der rationalen Denkweise sein Leben ließ. Atheum räusperte sich. Wer sind sie? Wer ich bin? Das weißt du schon. Ein Jäger. Aber was heißt das, ein Jäger? Was machen sie? Jagen sie? Wie soll ich dir das erklären? Weißt du, wie der menschliche Organismus aufgebaut ist? Er besteht aus Millionen winziger Zellen. Die einen übertragen elektrische Signale, die anderen speichern Informationen, wieder andere nehmen Nährstoffe auf oder transportieren Sauerstoff. Aber sie alle, selbst die wichtigsten unter ihnen, würden innerhalb eines Tages sterben. Der ganze Organismus käme um, wenn es nicht noch bestimmte Zellen gäbe, die für die Immunabwehr zuständig sind. Sie heißen Makrophagen. Sie arbeiten methodisch und gleichmäßig, wie eine Uhr oder ein Metronom. Sobald irgendwelche Erreger in den Körper eindringen, spüren sie sie auf, wo immer sie sich auch verstecken. Früher oder später erreichen sie sie und Hunter tat mit den Händen so, als ob er jemanden den Hals umdrehte und machte dabei ein unangenehm knacksendes Geräusch. Beseitigen sie. Aber was hat das mit ihrem Beruf zu tun? Stell dir vor, dass die ganze Metro eine Art menschlicher Organismus ist. Ein komplexer Organismus, der aus 40.000 Zellen besteht. Und ich bin so ein Makrophage. Ein Jäger. Das ist mein Beruf. Jegliche Bedrohung, die ernsthaft genug ist, dem gesamten Organismus zu schaden, muss beseitigt werden. Das ist meine Arbeit. Sohoi kam mit dem Teekessel zurück und goss ihnen einen frischen Aufguss in die Becher. Offenbar hatte er sich wieder gefasst. Er wandte sich Hunter zu. Was wirst du denn unternehmen, um den Gefahren her zu beseitigen, Cowboy? Dich auf die Jagd machen und sämtliche Schwarzen erschießen? Das wird dir kaum gelingen. Es ist zwecklos, Hunter, zwecklos. Es bleibt immer noch ein Ausweg, der letzte. Euren Nordtunnel sprengen, ihn komplett verschütten und so deine neue Art abzuschneiden. Sollen sie sich doch da oben vermehren, aber uns Maulwürfe gefälligst in Ruhe lassen. Der Untergrund ist jetzt unser Lebensraum. Ach ja, ich erzähle dir etwas, das weiß kaum jemand hier. Den zweiten Tunnel haben wir ja schon gesprengt. Es ist nur so, über uns, über den nördlichen Tunneln verlaufen Grundwasserströme und schon damals hätte es fast eine Überschwemmung gegeben. Wäre die Sprengladung nur ein wenig stärker gewesen. Auf Wiedersehen, geliebte Wedeencha. Das heißt, wenn wir den zweiten Nordtunnel auch in die Luft jagen, ersaufen wir entweder oder werden von einer radioaktiven Brühe verseucht. Das ist dann das Ende und nicht nur für uns. Das ist die eigentliche Gefahr für die Metro. Wenn du dich in den Überlebenskampf auf diese Weise einmischt, verliert unsere Art. Schach. Und was ist mit dem hermetischen Tor? Kann man nicht einfach das Tor schließen? Diese Tore haben vor gut 15 Jahren irgendwelche Schlauberge auf der ganzen Linie abmontiert und für die Befestigungsanlagen irgendeiner Station verwendet. Keiner weiß mehr so genau welcher. Wusstest du das etwa nicht? Na dann, nochmal Schach. Haben die Angriffe in letzter Zeit zugenommen? Und wie? Es ist kaum zu glauben, dass wir bis vor kurzem noch überhaupt nichts von ihnen wussten. Und nun sind sie auf einmal die Hauptgefahr. Glaub mir, der Tag ist nicht fern, an dem sie uns einfach wegfegen werden, mitsamt unseren Befestigungen, Scheinwerfern und Maschinengewehren. Schließlich kann man nicht der gesamten Metro befehlen, irgendeine nutzlose Station zu schützen. Sicher, wir machen einen ganz guten Tee, aber kaum jemand wird dafür sein Leben aufs Spiel setzen. Und es gibt ja noch das Konkurrenzgebräu von der Petschatniki. Also erneut. Schach. Wieder trat das traurige Lächeln auf Suchois' Gesicht. Uns braucht niemand. Wir werden bald nicht mehr in der Lage sein, den Druck aus eigener Kraft standzuhalten. Sie abzuschneiden, den Tunnel einstürzen zu lassen, funktioniert nicht. Nach oben zu stürmen und sie dort auszumerzen, dazu sind wir nicht in der Lage, aus ersichtlichen Gründen. Also matt. Du bist Schach-Matt-Jäger. Und ich bin es auch. Wir alle sind schon bald komplett Schach-Matt, wenn du verstehst, was ich meine. Das werden wir noch sehen, erwiderte Hunter scharf. Wir werden sehen. Sie saßen noch eine Weile zusammen und sprachen über dies und jenes. Oft erwähnten sie Namen, die Artyom unbekannt waren, und Bruchstücke von Geschichten. Bisweilen kamen alte Streitfragen wieder auf, von denen Artyom wenig begriff und die sich offenbar schon über Jahre hinzogen, in den Phasen der Trennung an Bedeutung verloren hatten, um immer dann, wenn die beiden sich begegneten, erneut aufzuflammen. Schließlich erhob sich Hunter und sagte, er müsse jetzt schlafen, da er sich im Gegensatz zu Artyom nach der Wache nicht hingelegt habe. Er verabschiedete sich von Sukhoi, doch bevor er das Zelt verließ, wandte er sich noch zu Artyom um und flüsterte ihm zu, komm bitte kurz mit raus. Artyom schlüpfte gleich nach ihm aus dem Zelt, ohne auf den verwundeten Blick seines Stiefvaters zu achten. Hunter wartete draußen. Er knöpfte seinen Mantel zu und stellte den Kragen auf. Gehen wir ein bisschen spazieren? schlug er vor und schlenderte ohne Hass zu dem Gästezelt hinüber, in dem er untergebracht war. Artyom folgte ihm unschlüssig. Er versuchte zu erraten, worüber dieser Mann mit ihm sprechen wollte. Er war doch noch ein grüner Junge, der bisher nichts wirklich Bedeutendes oder auch nur Nützliches geleistet hatte. »Was hältst du von dem, was ich tue?« fragte Hunter. »Ich finde es großartig«, murmelte Artyom verlegen. »Wenn sie nicht wären, na ja, und die anderen so wie sie, wenn es noch solche gibt, dann wären wir schon lange...« Es wurde ihm heiß vor Scham, als er merkte, wie ungeschickt er sich ausdrückte. Gerade jetzt, da ihm jemand etwas Persönliches sagen wollte, ihn sogar um ein Gespräch unter vier Augen gebeten hatte, wurde er rot wie ein Mädchen und stotterte vor sich hin. Hunter schmunzelte. »Du weißt es zu schätzen?« »Na, wenn es das Volk zu schätzen weiß, dann brauche ich auf die Fatalisten nicht zu hören.« »Deinem Stiefvater geht die Muffe. Das ist es.« »Dabei ist er ein wirklich mutiger Mann.« »Zumindest war er das.« »Etwas Schlimmes ist bei euch im Gange, Artyom. Etwas, das so nicht bleiben darf.« »Dein Stiefvater hat recht. Es sind nicht irgendwelche Geister, die an Dutzenden anderer Stationen nicht einfach nur Vandalen oder Degenerierte.« »Das hier ist etwas Neues, etwas Unheilvolles. und dieses Neue verbreitet Kälte. Es verbreitet Grabesfäule. Ich bin erst seit zwei Tagen hier und schon beginne auch ich zu spüren, wie diese Angst nach mir greift. Je mehr du über diese Wesen weißt, je mehr du sie erforscht, sie siehst, desto stärker wird diese Angst. So verstehe ich das. Du zum Beispiel hast sie noch nicht oft gesehen, nicht wahr? Einmal bisher. Ich bin erst seit kurzem im Nordtunnel auf Wache. Aber ehrlich gesagt, das eine Mal hat mir gereicht. Ich habe immer noch Albträume deswegen. Erst heute wieder. Dabei ist seither schon einige Zeit vergangen. Albträume, sagst du? Du auch? Hunter runzelte die Stirn. Das sieht nicht nach Zufall aus. Würde ich hier einige Zeit leben, ein paar Monate vielleicht und regelmäßig mit euch Wache schieben, nicht ausgeschlossen, dass auch ich den Mut verlieren würde. Nein, Junge, in einer Sache irrt dein Stiefvater. Nicht er sagt das. Nicht er denkt so. Die da denken für ihn. Und sie sind es, die aus seinem Mund sprechen. Er gibt euch, sagen sie. Widerstand ist zwecklos. Dein Stiefvater ist nur ihr Sprachrohr, was er selbst gar nicht begreift. Sieht so aus, als könnten sie wirklich unsere Psyche beeinflussen, diese Mistkerle. Was für eine Höllenbrot. Sag Atiom... Hunter sah ihm nun direkt in die Augen, nannte ihn beim Namen und Atiom begriff, dass der Mann ihm etwas wirklich Wichtiges mitteilen wollte. Hast du ein Geheimnis? Etwas, was du niemandem hier an der Station sagen würdest, einem Fremden aber anvertrauen könntest? Naja, stammelte Atiom. Jeder geübte Beobachter hätte sofort begriffen, dass es ein solches Geheimnis sehr wohl gab. Auch ich habe eines. Lass uns tauschen. Ich muss jemandem mein Geheimnis mitteilen. Aber ich will sicher sein, dass dieser jemand es nicht ausplaudert. Deshalb gib mir deines. Nur bitte nicht irgendwelche Mädchengeschichten, sondern was Ernsthaftes, das sonst niemand wissen darf. Das ist wichtig für mich. Sehr wichtig. Verstehst du? Atiom schwankte. Er platzte fast vor Neugier. Und doch hatte er Angst davor, diesem Menschen sein Geheimnis zu verraten. Hunter war ein interessanter Gesprächspartner, mit einem abenteuerlichen Leben, aber allem Anschein nach auch ein kaltblütiger Killer, der, ohne mit der Wimper zu zucken, sämtliche Hindernisse auf seinem Weg beseitigte. Und wenn sich herausstellte, dass Atiom tatsächlich eine Mitschuld am Vordringen der Schwarzen hatte, Hunter sah ihn ermutigend an. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich verspreche dir, dass du nicht bestraft wirst. Sie kamen bei Hunters Zelt an, blieben aber draußen stehen. Atiom dachte ein letztes Mal nach, dann fasste er seinen Entschluss. Er holte Tiefluft und erzählte hastig, in einem Zug, die Geschichte von seinem Abenteuer am Botanischen Garten. Als Atiom geendet hatte, schwieg Hunter eine Weile. Dann sagte er mit rauer Stimme, »Eigentlich sollte ich dich dafür umbringen.« »Aber ich habe dir ja ein Versprechen gegeben.« »Das gilt jedoch nicht für deine Freunde.« Atioms Herz krampfte sich zusammen. Er spürte, wie er vor Angst erstarrte. Stumm erwartete er die Fortsetzung der Anklage. »Doch will ich euer Alter und die allgemeine Hirnlosigkeit zum Zeitpunkt der Tat berücksichtigen. Außerdem ist sie vermutlich inzwischen verjährt. Also, seid ihr hiermit begnadigt?« Als wolle er Artyom aus seiner Starre befreien, zwinkerte Hunter ihm zu. »Aber du bist dir hoffentlich im Klaren darüber, dass du von deinen Stationsgenossen keine Gnade zu erwarten hast. Somit hast du mir aus freien Stücken eine Waffe gegen dich selbst in die Hand gegeben. Und jetzt erzähle ich dir mein Geheimnis.« Während Artyom seine Geschwätzigkeit bereits bereute, fuhr Hunter fort. »Ich habe nicht ohne Grund die gesamte Metro durchquert, um zu dieser Station zu gelangen. Und ich werde mein Ziel nicht aufgeben. Gefahren müssen beseitigt werden. Und diese Gefahr wird beseitigt werden. Dafür werde ich sorgen. Dein Stiefvater hat Angst. Ich vermute, dass er sich allmählich in ihre Waffe verwandelt. Er wehrt sich kaum noch dagegen und versucht sogar, mich rumzukriegen. Wenn das mit dem Grundwasser stimmt, kommt eine Sprengung des Tunnels nicht in Frage. Aber dank deinem Bericht sehe ich nun etwas klarer. Wenn die Schwarzen wirklich erst auftauchten, nachdem ihr dort oben wart, kommen sie vom Botanischen Garten. Irgendetwas Schlimmes muss dort entstanden sein. Und das bedeutet, dass wir sie dort blockieren können, näher an der Oberfläche, ohne das Risiko eines Wassereinbruchs. Doch wer weiß schon, was jenseits von Meter 700 im nördlichen Tunnel vor sich geht. Dort endet eure Macht. Und es beginnt die Macht der Finsternis, die den größten Teil der Moskauer Metro beherrscht. Ich werde dort hingehen. Aber davon darf niemand wissen. Zuhroi sagst du, dass ich dich über die Lage hier ausgefragt habe, was ja auch stimmt. Vielleicht wirst du auch niemandem etwas erklären müssen. Und wenn alles glatt läuft, kann ich es den Leuten selbst erklären. Es ist allerdings gut möglich, Hunter schwieg einen Moment lang und blickte Artyom aufmerksam in die Augen, dass ich nicht zurückkehre. Ob es nun eine Explosion gibt oder nicht. Wenn ich morgen nicht zurückkomme, muss jemand dafür sorgen, dass meine Freunde erfahren, was mit mir passiert ist und was sich in eurem Nordtunnel abspielt. Ich habe heute mit allen gesprochen, die ich hier kenne, deinen Stiefvater eingeschlossen. Und ich spüre, ja, ich sehe es beinahe, wie sich der Wurm des Zweifels und des Schreckens durch das Hirn all derer frisst, die mit diesen Kreaturen zu tun haben. Ich brauche aber einen gesunden Menschen, dessen Verstand sie noch nicht besetzt haben. Kurz gesagt, ich brauche dich. Mich? Womit kann ich ihnen denn helfen? fragte Artyom verwundert. Hör gut zu. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du um jeden Preis, um jeden Preis, hörst du, zur Polis gelangen. Dort suchst du einen Mann namens Melnik auf. Ihm erzählst du die ganze Geschichte. Hunter öffnete das Hängeschloss am Eingang und schlug einen Zeltflügel zurück. Komm mit hinein. Ich gebe dir etwas, das du Melnik überbringst. Als Beweis dafür, dass ich dich geschickt habe. Er ließ Artyom ins Innere eintreten. Es war kaum noch Platz in dem Zelt, da auf dem Boden ein riesiger, tarnfarbener Tornister und ein Reisesack von beeindruckenden Ausmaßen standen. Im Schein der Lampe sah Artyom den Lauf einer mächtigen Waffe, der im Inneren der geöffneten Tasche düster glänzte. Offenbar handelte es sich um ein zerlegtes, tragbares Armeemaschinengewehr. Neben der Waffe bemerkte Artyom mehrere mattschwarze Kisten mit Patronengurten, die dicht an dicht aufgestapelt waren, sowie kleine, grüne Infanteriegranaten. Ohne dieses Arsenal zu kommentieren, öffnete Hunter eine Seitentasche des Tornisters und entnahm mir eine kleine, aus einer Patronenhülse gefertigte Metallkapsel. Am vorderen Ende, wo sich normalerweise das Projektil befand, war ein Verschluss auf die Kapsel aufgeschraubt. Er gab sie Artyom. Da, nimm. Warte nicht länger als zwei Tage auf mich. Und keine Angst, du wirst überall Menschen finden, die dir helfen. Du musst es zur Polis schaffen. Du weißt, was von dir abhängt. Ich muss es dir nicht noch einmal erklären, oder? Gut. Dann wünsch mir Glück und zieh Leine. Ich muss Schlaf nachholen. Verlegen presste Artyom ein paar Abschiedsworte hervor, drückte Hunters mächtige Pranke und kehrte zu seinem Zelt zurück, gebückt unter der Last der ihm auferlegten Mission. Wenn ich nicht zurückkomme Zu Hause angekommen, war sich Artyom sicher, er werde einer peinlichen Befragung nicht entgehen. Sein Stiefvater würde ihn ausquetschen, worüber er und Hunter gesprochen hätten. Aber zu seiner Überraschung wartete dieser keineswegs mit dem spanischen Stiefel auf ihn, sondern schnarchte friedlich vor sich hin. Er war mehr als 24 Stunden auf den Beinen gewesen. Da Artyom in der Nacht Wache gestanden und tagsüber geschlafen hatte, stand ihm nun erneut eine Nachtschicht bevor, in der Teefabrik. In den Jahrzehnten des Lebens unter der Erde, im Dunkeln, mit der spärlichen, trübroten Notbeleuchtung als einziger Lichtquelle, war den Menschen das Gefühl für Tag und Nacht allmählich abhandengekommen. Nachts drehte man das Licht an der Station zurück, wie einst in den Nachtzügen, damit die Menschen schlafen konnten. Ganz erlosch es jedoch, abgesehen von Notfällen, nie. Und so sehr sich das Sehvermögen der Menschen in den Jahren der Dunkelheit auch geschärft hatte, war es doch nicht zu vergleichen mit dem jener Kreaturen, die die Tunnel und verlassenen Übergänge bevölkerten. Die Einteilung in Tag und Nacht wurde also eher aus Gewohnheit, denn aus Notwendigkeit, beibehalten. Eine Nacht zu haben, war insofern sinnvoll, als es für die meisten Bewohner der Station praktischer war, zur selben Zeit zu schlafen. Auch das Vieh ruhte sich dann aus. Das Licht wurde heruntergedreht und es war verboten, Lärm zu machen. Die genaue Zeit konnten die Bewohner an den beiden Stationsuhren ablesen, die zu beiden Seiten über dem Tunneleingang angebracht waren. In ihrer Bedeutung standen diese Uhren so strategisch wichtigen Objekten wie Waffenkammer, Wasserfiltern und Stromgenerator in nichts nach. Sie wurden ständig beobachtet, selbst kleinste Defekte wurden unverzüglich beseitigt und jegliche Versuche, ihre Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen, sei es in offener Sabotageabsicht oder nur aus Lust am Randalieren, wurden aufs Strengste geahndet, bis hin zur Vertreibung von der Station. Es gab ein eigenes Strafgesetzbuch, nach dem die Administration der WDNJ Verbrecher im Schnellverfahren aburteilte. Und da sich die Station im ständigen Ausnahmezustand befand, galt dieser Kodex nun immer. Diversionsakte gegen strategische Objekte wurden mit der Höchststrafe geahndet. Auf Rauchen oder Feuermachen auf dem Bahnsteig außerhalb des eigens dafür vorgesehenen Bereichs sowie unsachgemäßen Umgang mit Waffen oder explosiven Stoffen stand unverzügliche Verbannung von der Station sowie Beschlagnahme des gesamten Vermögens. Diese drakonischen Maßnahmen erklärten sich dadurch, dass bereits mehrere Stationen bis auf die Grundmauern abgebrannt waren. Das Feuer breitete sich in Windeseile über die Zeltlager aus und verschlang alles, ohne Unterschied. Die wahnsinnigen Schreie der Opfer tönten noch viele Monate nach der Katastrophe in den Ohren derjenigen, die an den benachbarten Stationen lebten und die verkohlten Leichen, verklebt mit geschmolzenem Plastik und Resten von Zeltplane, leckten ihre von der enormen Hitze geborstenen Zähne im Lampenschein vorbeifahrende Händler oder zufälliger Passanten. Damit sich dieses düstere Schicksal an anderen Stationen nicht wiederholte, hatten die meisten von ihnen den fahrlässigen Umgang mit Feuer zum Kapitalverbrechen erklärt. Ebenfalls mit Vertreibung bestraft wurden Diebstahl, Sabotage und böswillige Arbeitsverweigerung. Da die Bewohner der WDN einander jedoch fast ständig sehen konnten und hier nur etwas mehr als 200 Menschen lebten, wurden solche Verbrechen ja, Verbrechen überhaupt, nur selten begangen und wenn, dann meist von Fremden. Auf der Station herrschte Arbeitspflicht und jeder, alt oder jung, hatte eine bestimmte Tagesnorm zu erfüllen. Ob Schweinefarm, Pilzzucht, Teefabrik, Fleischkombinat, Feuerwehr, technischer Dienst oder Waffenfertigung, jeder Bewohner hatte einen, manchmal sogar zwei Arbeitsplätze. Die Männer waren zudem verpflichtet, alle zwei Tage in einem der Tunnel Wache zu halten. Kam es zu Konflikten oder tauchten aus den Untiefen der Metro irgendwelche neuen Gefahren auf, so wurden die Posten verstärkt und auf den Gleisen stand rund um die Uhr eine kampfbereite Reserve. So streng war das Leben nur an sehr wenigen Stationen organisiert und der gute Ruf, den die WDN-Ha genoss, zog eine Vielzahl von Menschen an, die sich hier niederlassen wollten. Einen ständigen Wohnsitz gewährte man Fremden jedoch nur sehr selten und ungern. Bis zur Nachtschicht in der Teefabrik blieben noch einige Stunden und da Artyom nicht wusste, was er mit seiner Zeit anfangen sollte, schlenderte er bei seinem besten Freund Shenja vorbei, eben jenem Shenja, mit dem er sich seiner Zeit an die Oberfläche gewagt hatte. Shenja war gleichen Alters, lebte aber im Unterschied zu Artyom mit seiner wirklichen Familie, seinem Vater, seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester. Dass sich eine ganze Familie ohne Verluste hatte retten können, war ein höchst seltener Fall und insgeheim beneidete Artyom seinen Freund darum. Natürlich liebte er seinen Stiefvater und hatte großen Respekt vor ihm, selbst jetzt noch, da dieser kurz davor war, die Nerven zu verlieren. Aber er wusste nur zu gut, dass Sukhoi nicht sein Vater, ja in keiner Weise mit ihm verwandt war, weshalb er ihn auch nie Vater genannt hatte. Sukhoi hatte Artyom anfangs selbst gebeten, ihn Onkel Sascha zu nennen. Nun bedauerte er dies. Die Jahre zogen dahin, ohne dass der alte Tunnel Wolfes schaffte, sich eine richtige Familie zuzulegen. Er hatte nicht einmal eine Frau, die auf ihn wartete, wenn er von seinen Fahrten zurückkam. Sein Herz krampfte sich zusammen, wenn er Mütter mit kleinen Kindern sah und er träumte von jenem Tag, an dem er nicht mehr in die Dunkelheit würde gehen müssen, immer im Bewusstsein für lange Wochen, ja vielleicht für immer aus dem Leben der Station zu verschwinden. Dann, so hoffte er, würde sich eine Frau finden, die bereit wäre, seine Frau zu werden und es würden Kinder auf die Welt kommen, die ihn nicht mehr Onkel Sascha, sondern Vater nennen würden. Doch Alter und Schwäche rückten immer näher. Es blieb immer weniger Zeit. Allmählich musste er sich ranhalten, aber irgendwie gelang es ihm einfach nicht, einen Schlussstrich zu ziehen. Ein Auftrag kam nach dem anderen und bisher hatte sich niemand gefunden, dem er einen Teil seiner Arbeit hätte übergeben, seine Beziehungen hätte anvertrauen, seine Berufsgeheimnisse hätte verraten können, um endlich selbst eine weniger schmutzige Arbeit zu übernehmen. Er dachte schon ziemlich lange über eine ruhigere Beschäftigung nach und wusste auch, dass er aufgrund seiner Autorität, seiner makellosen Personalakte und seiner freundschaftlichen Beziehungen zur Administration durchaus mit einer leitenden Stellung rechnen konnte. Doch noch sah er keinen würdigen Nachfolger am Horizont und so lebte er, getröstet von dem Gedanken an eine glückliche Zukunft, von Tag zu Tag, schob die Entscheidung immer wieder auf und ließ weiter Schweiß und Blut auf dem Granit fremder Stationen, dem Beton ferner Tunnel, zurück. Artyom wusste, dass sein Stiefvater ihn trotz aller Liebe nicht als sein Nachfolger ansah, ja ihn, zu Unrecht natürlich, für einen Tauge nichts hielt. Auf längere Erkundungen nahm er Artyom nie mit, auch als dieser immer mehr heranwuchs und man sich nicht mehr damit herausreden konnte, er sei noch zu klein, die Schwarzen würden ihn mitnehmen oder die Ratten auffressen. Aber Suhoi begriff nicht, dass er gerade mit diesem Misstrauen Artyom zu jenen tollkühnen Abenteuern trieb, deretwegen er ihn anschließend verprügelte. Offenbar hätte er es gerne gesehen, wenn Artyom, anstatt durch sinnlose Herumtreiberei sein Leben zu riskieren, so lebte, wie Suhoi selbst zu leben träumte, mit einer ruhigen und sicheren Arbeit und mit Kindern, die er großziehen würde. Doch er vergaß dabei, dass er als junger Mann selbst durch Feuer und Wasser gegangen war, hunderte von Abenteuern erlebt und nun einfach genug davon hatte. Nicht Weisheit und Erfahrung sprachen aus ihm, sondern Alter und Müdigkeit. Artyom hingegen strotzte vor Kraft. Er stand erst am Anfang seines Lebens und die Vorstellung, nur so dahin zu vegetieren, Pilze klein zu schneiden und zu trocknen, Bindeln zu wechseln und niemals über Meter 500 hinaus zu gehen, schien ihm völlig absurd. Mit jedem Tag wuchs in ihm der Wunsch, die Station zu verlassen. Denn er begriff immer deutlicher, welches Schicksal sein Stiefvater für ihn bereithielt. Eine Karriere als Teefabrikant und eine Rolle als mehrfacher Vater waren für Artyom das Schlimmste auf dieser Welt. Diese Abenteuerlust, diesen Wunsch, sich von der Zugluft der Tunnel ins Unbekannte treiben zu lassen, hatte Hunter in ihm erkannt, als er ihn um jenen extrem riskanten Gefallen bat. Er, der Jäger, hatte ein extrem feines Gespür für Menschen. Und schon während ihres kurzen Gesprächs hatte er begriffen, dass er sich auf Artyom verlassen konnte. Schenya war zum Glück zu Hause, so dass Artyom sich bei starkem Tee die Zeit mit den neuesten Gerüchten und Gesprächen über die Zukunft vertreiben konnte. »Du bist heute Nacht in der Fabrik?« sagte sein Freund, nachdem sie sich begrüßt hatten. »Toll! Mich haben sie auch eingeteilt. Ich wollte schon fragen, ob ich tauschen kann, aber mit dir in der Schicht werde ich's aushalten. Hast du heute Wache geschoben? Am Außenposten? Erzähl! Ich hab gehört, bei euch ist etwas vorgefallen. Was war los?« Artyom schielte vielsagend zu Schenyas jüngerer Schwester hinüber, die vom Gespräch der beiden jungen Männer so fasziniert war, dass sie sogar aufgehört hatte, ihre aus Stofflappen zusammengenähte Puppe mit Pilzresten vollzustopfen. Mit angehaltenem Atem und runden Augen sah sie aus der Ecke des Zells herüber. »Hör mal, Kleine!« wandte sich Schenya mit strengem Blick an sie, als er begriff, was Artyom meinte. »Hol deine Sachen und geh zu den Nachbarn rüber zum Spielen. Ich glaube, Katja wollte sowieso, dass du sie besuchst. Du weißt doch, zu den Nachbarn muss man immer nett sein. Also klemm dir deine Schnuffis unter den Armen und raus hier!« Schicksalsergeben begann das Mädchen ihre Sachen zu packen, wobei sie immer wieder auf ihre Puppe einredete, die mit ihren halbverwischten Augen dümmlich zur Decke starrte. »Hast die bloß glauben, wie wichtig sie sind? Ich weiß sowieso alles. Ihr redet wieder über eure Giftpilze,« warf sie ihnen zum Abschied verächtlich hin. »Und du, Lenker, bist noch zu klein, um über Giftpilze zu reden. Werd erst mal trocken hinter den Ohren,« wies Artyom sie zurecht. »Wieso?« fragte das Mädchen verständnislos und prüfte unverzüglich nach, ob Artyoms Behauptung stimmte. Zu weiteren Erklärungen ließ sich jedoch niemand herab. So blieb die Frage in der Luft hängen. Nachdem Lena gegangen war, verschloss Schenja von innen den Zelteingang und sah Artyom an. »Also, was war los? Pack schon aus!« »Ich habe bereits einiges gehört. Die einen sagen, dass eine riesige Ratte aus dem Tunnel gekommen ist. Andere, dass ihr einen Kundschafter der Schwarzen abgeschreckt und sogar verletzt habt. Wem soll ich glauben?« »Niemandem,« erwiderte Artyom. Alles Geschwätz. Es war ein Hund, ein ganz kleiner. »André, der Marineinfanterist, hat ihn eingefangen. Er will einen deutschen Schäferhund aus ihm machen.« Er musste bei dem Gedanken lächeln. »Aber dabei hat mir André selber gesagt, dass es eine Ratte war. Hat er mich absichtlich belogen, oder was?« »Weißt du das etwa nicht? Das ist doch seine Lieblingsstory mit den Ratten, die so groß sind wie Schweine.« »Es eben ein Witzbold.« »Und was gibt's bei dir Neues? Was hört man von den Jungs?« Schenjas Freunde waren fahrende Händler. Sie lieferten Tee und Schweinefleisch auf den Markt am Prospekt Mira. Zurück kamen sie mit Vitamintabletten, Klamotten und allem möglichen Krempel. Manchmal brachten sie auch speckige Bücher mit, oft mit fehlenden Seiten. Diese waren am Prospekt Mira aufgetaucht, nachdem sie die halbe Metro durchlaufen hatten, aus einer Tasche in die andere, von einem Händler zum nächsten, um schließlich ihre endgültigen Besitzer zu finden. An der WDN-H war man stolz darauf, dass es trotz der Entfernung zum Zentrum und den wichtigsten Handelswegen nicht einfach nur ums Überleben ging, unter sich täglich verschlechternden Bedingungen, sondern dass man sich eine Kultur der Menschlichkeit bewahrt hatte, die in der übrigen Metro mit erschreckender Geschwindigkeit verloren ging. Die Stationsleitung selbst legte größten Wert darauf. Man war verpflichtet, seinen Kindern das Lesen beizubringen. Die Station verfügte über eine kleine Bibliothek, in die all jene Bücher gelangten, die man auf den Märkten hatte erhandeln können. Das Problem dabei war, Mangels Auswahl wurde angeschafft, was nur zu kriegen war, und so hatte sich auch reichlich Schund angesammelt. Das Verhältnis der Stationsbewohner zu Büchern war jedoch so, dass selbst aus der wertlosesten Schmonzette niemals auch nur eine Seite herausgerissen wurde. Man betrachtete Bücher als etwas Heiliges, als die letzte Erinnerung an eine in Vergessenheit geratene, wunderbare Welt. Die Erwachsenen genossen jede Sekunde der Erinnerung, die ihnen das Lesen verschaffte, und diesen engen Bezug zu Büchern gaben sie an ihre Kinder weiter, auch wenn diese sich natürlich nicht an jene Welt erinnern konnten. In der Metro gab es nur wenige Orte, an denen das gedruckte Wort so verehrt wurde, und die Bewohner der WDN-J empfanden ihre Station mit Stolz als eines der letzten Bollwerke der Kultur, den nördlichen Außenposten der Zivilisation an der Kaljuszko-Ryskaya-Linie. Auch Artyom und Shenja waren begeisterte Leser. Shenja wartete jedes Mal gespannt darauf, dass seine Freunde von den Märkten zurückkehrten, und rannte ihnen als Erste entgegen, um herauszufinden, ob sie etwas Neues an Land gezogen hatten. In diesem Fall gelangte das Buch nämlich zuerst zu Shenja und dann in die Bibliothek. Auch Artyoms Stiefvater brachte bisweilen Bücher von seinen Missionen mit, die auf das Regal in ihrem Zelt wanderten. Dort standen, vergilbt, manchmal von Schimmel oder Ratten etwas angefressen, mitunter auch mit braunen Blutflecken bedeckt. Werke, die an ihrer Station, ja vielleicht in der gesamten Metro, niemand sonst besaß. Marques, Kafka, Borges, Vion, einige klassische russische Autoren. Diesmal hatten sie nichts dabei, berichtete Shenja. Aber Liocha sagt, einer der Händler dort bringt in einem Monat eine Lieferung Bücher aus der Polis mit. Er hat versprochen, uns ein paar zurückzulegen. Artyom winkte ab, ich meine doch nicht Bücher. Was hört man so? Wie ist die Lage? Die Lage? Offenbar nicht schlecht. Klar sind alle möglichen Gerüchte im Umlauf, aber das ist doch nichts Neues. Du weißt ja, bei den Händlern geht es nicht ohne. Die brauchen das. Anstatt ihnen Essen zu geben, frag sie lieber nach irgendwelchen Geschichten. Ob man ihren Märchen glauben kann, ist eine andere Frage. Aber momentan scheint alles ruhig zu sein. Verglichen mit damals natürlich. Als die Hanse sich mit den Roten bekriegte. Ach ja, am Prospekt Mira ist es jetzt verboten, Dur zu verkaufen. Wenn ein Händler damit ertappt wird, nehmen sie ihm alles weg. Und er selbst fliegt von der Station und kommt auf eine Liste. Findet man zum zweiten Mal was bei ihm, sagt Locher, darf er ein paar Jahre lang die Hanse nicht mehr betreten. Die gesamte Hanse. Für einen Händler ist das der Tod. Ach komm, das sollen die einfach so verboten haben? Was haben die denn plötzlich? Es heißt, sie hätten beschlossen, dass es sich um eine Droge handelt, weil man davon Haluzzis kriegt und dass das Hirn langsam abstirbt, wenn man zu lange durchschluckt. Also eine reine Vorsorgemaßnahme. Ach, auf einmal liegt ihnen unsere Gesundheit so am Herzen, die sollen sich lieber mal um ihre eigene kümmern. Weißt du was, sagte Shenja mit gedämpfter Stimme, Jocher sagt, dass das mit der Gesundheitsgefahr überhaupt eine Täuschung ist. Er ist nämlich einmal weiter als bis zum Prospekt niedergegangen. Bis zur Sucharevskaya ist er gekommen, wegen irgendwelcher Geschäfte, und da hat er einen interessanten Typen getroffen. Einen Magier. Wie bitte? Artyom konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Einen Magier. An der Sucharevskaya. Der trägt ja dick auf. Und? Hat ihm der Magier einen Zauberstab geschenkt? Oder eine Wunderblume? Idiot! Erwiderte Shenja beleidigt. Du denkst wohl, dass du alles weißt? Wenn du noch keine Magier gesehen und noch nichts von ihnen gehört hast, bedeutet das nicht, dass es sie nicht gibt? An die Mutanten von der Filjevskaya glaubst du ja schließlich auch, oder? Wieso nicht? Dass es die gibt, ist doch klar. Hat mir mein Stiefvater erzählt. Aber von Magiern hab ich noch nie gehört. Entschuldige, aber dein Suchreu weiß auch nicht alles. Oder er wollte dir nur keine Angst einjagen. Egal, wenn du's nicht hören willst, dann geh zum Teufel. Artyom grinste. Komm schon, Xenia, erzähl, ist doch interessant, obwohl es recht komisch klingt. Also, sie übernachteten da am Lagerfeuer. Die Sucharevskaya ist ja nicht bewohnt. Nur Händler von anderen Stationen bleiben da über Nacht, denn am Prospekt Mira werden sie jeden Tag nach Marktschluss von den Behörden der Hanse vor die Tür gesetzt. Naja, und dann hängen da noch alle möglichen Typen rum. Scharlatane, Diebesgesindel und die machen sich wohl immer an die Händler ran. Auch Reisende ruhen sich da aus, bevor sie weiter nach Süden ziehen. Aber was in den Tunneln hinter der Sucharevskaya abgeht, ist echt der Wahnsinn. Eigentlich lebt da ja niemand mehr, weder Ratten noch Mutanten. Und trotzdem passiert es oft, dass Leute, die versuchen, da durchzukommen, verschwinden. Einfach verschwinden. Spurlos. Hinter der Sucharevskaya kommt ja gleich die Turgenevskaya und die grenzt an die rote Linie. Früher war da ein Übergang zur Station Tschiescheprudi, die die Roten wieder in Kiravskaya umbenannt haben, nach irgendeinem alten Kommunisten. Aber keiner wollte neben dieser Station wohnen. Also haben sie den Übergang zugemauert. Und jetzt ist die Turgenevskaya leer, verlassen. Das heißt, von der Sucharevskaya zur nächsten bewohnten Station ist es ein ziemlich langer Weg. Und deshalb verschwinden die Leute dort. Vor allem, wenn sie allein unterwegs sind, kommen sie so gut wie garantiert nicht mehr raus. Nur in der Karawane, also mit mehr als zehn Leuten kommen sie durch. Und die sagen dann, dass es ein ganz normaler Tunnel ist. Sauber, ruhig und leer. auch keine Abzweigungen, in denen man verschwinden könnte. Nicht eine lebende Seele, nichts raschelt, keine Tiere. Und das hört am nächsten Tag wieder einer, also wie sauber und angenehm es dort ist, pfeift auf den ganzen Aberglauben, geht in den Tunnel und weg ist er, wie vom Erdboden verschluckt, als hätte es ihn nie gegeben. Du wolltest doch von dem Magier erzählen. Zu dem komme ich gleich, warte. Also, die Leute trauen sich nicht allein durch diesen Tunnel. Also suchen sie sich an der Sucharewska ja irgendwelche Kameraden, um sich gemeinsam durchzuschlagen. Aber wenn ich gerade Magd ist, sind da nur wenige Leute und manchmal muss man Tage oder sogar Wochen lang sitzen und warten, bis man genügend beisammen hat. Denn je mehr Leute man zusammen kriegt, desto sicherer ist es. Liocha sagt, manchmal begegnet man da sehr interessanten Menschen. Natürlich ist auch einiges gesindelt darunter, da brauchst du schon Menschenkenntnis, aber manchmal hat man Glück und dann bekommst du Dinge zu hören. Jedenfalls hat Liocha dort einen Magier getroffen. Nein, nicht das, was du jetzt denkst, nicht irgendeinen alten Glatzkopf aus der Wunderlampe. In der Lampe sitzt der Djinn, nicht der die Bemerkung und fuhr fort. Der Mann ist Okkultist. Sein halbes Leben hat er damit verbracht, mystisch Literatur zu studieren. Liocha erwähnte einen Castaneda oder so. Der Typ jedenfalls kann offenbar Gedanken lesen, in die Zukunft sehen, Sachen finden und Gefahren voraussagen. Er sagt, dass er Geister sehen kann. Stell dir vor, er wandert sogar unbewaffnet durch die Metro. Nur ein Klappmesser hat er, um Lebensmittel zu schneiden und ein Wanderstab aus Plastik. Und jetzt kommt's. Er sagt, dass alle, die Dur herstellen oder die es schlucken, völlig auf dem falschen Dampfer sind. Denn das ist gar nicht das, was wir denken. Das ist gar kein Dur und die Giftpilze sind in Wahrheit gar keine. Die hat es in unseren Breiten nie gegeben. Mir ist Pilzbuch unter die Finger gekommen. Da waren sie auch nicht drin. Nicht mal irgendwas entfernt Ähnliches war da zu finden. Es ist ein Irrtum, dass das nur Halluzinogene sind, mit denen man sich ein paar Filme reinziehen kann. Zumindest behauptet das der Magier. Er sagt, wenn man die Dinge ein bisschen anders zubereitet, kann man damit in einen Zustand geraten, in dem man Ereignisse in der realen Welt steuern kann. Am Ende hatte dann Jocha noch geraten, er soll am nächsten Tag besser nicht durch den Tunnel gehen. Jocha hatte tatsächlich genau das vor. Er hat auf den Magier gehört und ist nicht gegangen. Zusammenglück? Genau an dem Tag haben nämlich irgendwelche Irren eine Karawane im Tunnel zwischen der Sucharevskaya und dem Prospekt Mira überfallen, obwohl er ja eigentlich als sicherer Tunnel gilt. Die Hälfte der Händler ist dabei umgekommen. Die anderen konnten sich gerade so durchschlagen. Was sagst du jetzt? Artjom dachte einen Augenblick nach. Nun, wer weiß, es kann alles Mögliche passieren. Onkel Sascha hat mir erzählt, dass an den entferntesten Stationen die Menschen völlig verwildern und wieder zu Primitiven werden. Allmählich gerät dort in Vergessenheit, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, und es geschehen seltsame Dinge, die wir uns logisch nicht erklären können. Er hat allerdings nicht genau gesagt, was das für Dinge sind. Eigentlich hat er es gar nicht mir persönlich erzählt, ich habe es nur zufällig mit gehört. Ha, ich sag's ja, manchmal berichten die hier Sachen, das würde ein normaler Mensch nie im Leben glauben. Liocha hat mir letztes Mal noch eine Geschichte erzählt. Soll ich? So was kriegst du wahrscheinlich nicht mal von deinem Stiefvater zu hören. Liocha hat es ein Geister? Artyom konnte nur mit Mühe ein Grinsen unterdrücken. Tja, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, frage ich mich anschließend, ob ich an sie glaube oder nicht. Aber wenn ich dann allein bin und mich mit normalen Leuten unterhalte, geht es wieder vorbei. Und im Ernst? Hm, ich habe natürlich schon so ein iges gelesen und Onkel Sascha hat ein bisschen was erzählt, aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht an diese Geschichten. Überhaupt verstehe ich dich nicht, Shenya. Hier haben wir sowieso ständig Stress mit den Schwarzen. So einen Albtraum gibt es vermutlich in der ganzen Metro kein zweites Mal. Irgendwo an den zentralen Stationen erzählen die Eltern ihren Kindern Horror Storys über unser Leben und fragen sich gegenseitig Glaubst du an diese Märchen oder nicht? Aber dir reicht das nicht. Du weißt wohl nicht, was Angst ist. Sag bloß, du interessierst dich nur für das, was du siehst und fühlst. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass sich die Welt darauf beschränkt. Ein Maulwurf zum Beispiel sieht nichts, er ist von Geburt an blind. Aber das bedeutet doch nicht, dass all die Dinge, die der Maulwurf nicht sieht, nicht existieren. Du bist genauso. Ist ja gut. Was für eine Geschichte wolltest du erzählen? Da war also dieser Händler von der Seppuchowskaja Linie. Der Händler? Ja, genau. Einmal hat Ljocha auf dem Markt einen Typen kennengelernt. Der ist eigentlich nicht wirklich von der Seppuchowskaja, sondern vom Ring. Ein Bürger der Hanse, wohnt an der Dobrininskaja. Aber da gibt es einen Übergang zur Seppuchowskaja. Ich weiß nicht, ob dir dein Stiefvater das erzählt hat. Jenseits des Rings ist diese Linie völlig verlassen. Das heißt, eigentlich erst ab der nächsten Station der Tulskaja. Ich glaube, da stehen noch Patrouillen der Hanse. Die sichern sich da ab, nach dem Motto, die Linie ist unbewohnt, da weiß man nie, was dort auftauchen kann. Also haben sie eine Art Station. Die Stationen sind komplett leer, die Anlagen kaputt. Eine tote Zone, weder Tiere noch irgendwelche Monster, nicht mal Ratten kommen davor. Leer. Aber der Händler hatte einen Freund, einen Herumtreiber, der sich einmal über die Tulskaja hinaus gewagt hat. Ich weiß nicht, was er da suchte. Jedenfalls hat er danach dem Händler erzählt, dass mit der Seppuchowskaja Linie etwas nicht stimmt. Er sagte, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da vor sich geht. Kein Wunder, dass nicht mal die Hanse versucht, die Linie zu kolonisieren, nicht mal für Plantagen oder Schweineställe. Shenja verstummte. Er merkte, dass Artyom seinen Zynismus nun offenbar verloren hatte und ihm wie gebannt lauschte. Innerlich triumphierend setzte er sich etwas bequemer hin. Aber all Zeug interessiert dich wahrscheinlich gar nicht. Alles Weibergeschwätz. Noch Tee? Hör auf mit deinem Tee. Sag mir lieber, warum die Hanse diesen Abschnitt nicht kolonisieren will. Das ist doch wirklich komisch. Onkel Sascha sagt, die Hanse hat in letzter Zeit ein riesiges Problem mit der Überbevölkerung. Wie können sie sich dann so eine Gelegenheit entgehen lassen? Das sieht ihnen doch wirklich nicht ähnlich. Aha, es interessiert dich also doch? Also gut. Dieser Wanderer ist ziemlich weit gekommen. Er sagte, dass man dort ewig geht, ohne eine Menschenseele zu treffen. Nichts und niemand. Wie in dem Tunnel hinter der Sucharevskaya. Stell dir vor, nicht mal Ratten. Nur Wasser tropft. Verlassene Stationen liegen da, dunkel, als und ständig hat man das Gefühl einer drohenden Gefahr. Richtig bedrückend. Er ging schnell. In gut einem halben Tag hatte er vier Stationen hinter sich gelassen. Es muss ein ziemlicher Draufgänger gewesen sein, sich allein in so eine Wildnis zu wagen. Jedenfalls ist er bis zur Sevastopalskaya gekommen, wo der Übergang zur Kachowskaya Linie ist. Naja, du kennst ja die Kachowskaya, die ist nur drei Stationen lang, eher ein Versehen, ein Wurmfortsatz. An der Sevastopalskaya wollte er übernachten. Die ganze Anspannung, er war wohl zu erschöpft. Er hat Späne aufgeklaubt und sich ein Feuerchen gemacht, damit es nicht ganz so unheimlich ist. Dann ist er in seinen Schlafsack gekrochen und hat sich im Mittelgang schlafen gelegt. Und in der Nacht. An dieser Stelle stand Schenja auf, streckte sich und sagte mit leicht sadistischem Lächeln, Nein, weißt du, ich brauche jetzt erst mal einen Tee. Und verließ mit dem Kessel das Zelt, ohne Artyoms Antwort abzuwarten. Natürlich ärgerte sich Artyom über diesen Unfug, aber er beschloss, bis zum Ende der Geschichte auszuharren und Schenja erst danach zu sagen, was er von ihm hielt. Plötzlich musste er an Hunter und dessen Bitte denken, oder besser, dessen Befehl. Als Schenja zurückkam, schenkte Artyom etwas frischen Aufguss in ein geschliffenes Glas, das in einer Metallhalterung steckte, so wie man es früher in Zügen verwendet hatte. Dann setzte er sich und fuhr fort. Also, er legt sich neben dem Feuer schlafen. Um ihn herum nichts als Stille, als ob er sich Watte in die Ohren Aber mitten in der Nacht wacht er plötzlich von einem seltsamen Geräusch auf. Einem völlig irren, unmöglichen Geräusch. Sofort bricht ihm der kalte Schweiß aus. Was er da hört, ist Kinder Lachen, das perlende Lachen eines Kindes. Es kommt von den Gleisen und das vier Stationen von den letzten Menschen entfernt, wo nicht mal Ratten leben. Klar, dass ihm das einen Wahnsinns Schrecken eingejagt hat. Er springt auf, läuft auf den Bahnsteig und sieht, wie sich ein Zug der Station nähert. Ein echter Metrozug mit strahlenden Scheinwerfern, das das Licht nur so blendet. Der Kerl hätte erblinden können, wenn er sich nicht rechtzeitig den Arm vor das Gesicht gehalten hätte. Die Fenster leuchten gelb, innen drin Menschen und das Ganze in totaler Stille. Kein Mucks, weder das Heulen des Motors noch das Rattern der Räder sind zu hören. In völliger Lautlosigkeit fährt der Zug in die Station ein und verschwindet langsam wieder im Tunnel. Der Typ musste sich setzen, sein Herz hielt den Stress nicht aus. Die Leute im Zug waren nämlich lebendig, sie unterhielten sich lautlos über irgendwas. Der Zug fährt also Wagen für Wagen an ihm vorbei und dann sieht er, am hintersten Fenster des letzten Waggons steht ein Junge, vielleicht sieben Jahre alt, und blickt ihn an, deutet mit dem Finger auf ihn und lacht und dieses Lachen hört er. Eine Stille, dass der Typ sein eigenes Herz schlagen hört und dann dieses Lachen. Der Zug taucht in den Tunnel ein und das Lachen ertönt immer leiser, bis es in der Ferne verklingt und wieder Leere und absolute furchtbare Stille. Und dann ist er aufgewacht? fragte Artyom ironisch doch mit einer gewissen Hoffnung in der Stimme. Von wegen? Er ist losgerannt zu seiner inzwischen erloschenen Feuerstelle, hat in rasender Eile sein Zeug gepackt und ist ohne Halt zurückgelaufen bis zur Tulskaya. Eine Stunde hat er gebraucht für den ganzen Weg. Das muss der Horror für ihn gewesen sein. Artyom schwieg, erschüttert von dieser Geschichte. Stille breitete sich im Zelt aus. Endlich riss er sich zusammen, räusperte sich, damit seine Stimme nicht den Kloß im Hals verriet und fragte Shen ja so gleichgültig wie nur möglich. Und? Glaubst du daran? Nun, das war nicht die erste Geschichte dieser Art, die ich über die Serpuchowskaya Linie gehört habe. Ich erzähle es dir nur nicht jedes Mal weiter. Mit dir kann man darüber ja nicht reden, du machst immer gleich deine Scherze. Aber gut, genug gegessen. Wir müssen gleich zur Arbeit. Packen wir unsere Sachen. Wir können ja dort weiter reden. Artyom erhob sich unwillig, streckte sich, verließ das Zelt und ging nach Hause, um etwas Proviant einzupacken. Sein Stiefvater schlief noch immer und auf der gesamten Station war sehr still. Vermutlich hatte die Polizeistunde bereits begonnen, also blieb bis zum Beginn der Nachtschicht nur wenig Zeit. Er musste sich beeilen. Als er auf dem Weg zur Teefabrik an dem Gästezelt vorbeikam, in dem Hunter untergekommen war, sah leer. Etwas in Atjoms Brust krampfte sich zusammen. Allmählich begann er zu begreifen, dass das, worüber er mit Hunter gesprochen hatte, kein Traum, sondern Wirklichkeit war, und dass die weitere Entwicklung der Ereignisse ihn unmittelbar betreffen konnte. Ja, vielleicht würde sie sogar sein Schicksal bestimmen. Die Teefabrik befand sich in der Sackgasse des sogenannten Neuen Ausgangs der Station, der noch vor der Rolltreppe nach oben durch eine Sperre abgeriegelt war. Eigentlich war die Bezeichnung Fabrik völlig unpassend, denn die Arbeit wurde ausschließlich von Hand verrichtet, Strom war zu wertvoll, um ihn für die Tee-Produktion zu verschwenden. Hinter den eisernen Wänden, die die Fabrik von der restlichen Station trennten, waren von einer Seite zur anderen Metall Drähte gespannt, an denen die geputzten Pilzhüte zum Trocknen hingen. Bei hoher Feuchtigkeit entzündete man darunter kleine Feuer, damit sich kein Schimmel bildete. Unter den Drähten standen Tische, an denen die Arbeiter die getrockneten Pilze zunächst grob zerschnitten und dann weiter zerkleinerten. Der fertige Tee wurde darauf in Papier- oder Plastiktüten gepackt, je nachdem, was gerade vorhanden war, wobei bestimmte Extrakte und Pulver hinzugefügt wurden, deren Zusammensetzung nur dem Fabrikleiter bekannt war. Damit war der schlichte Produktionsprozess auch schon abgeschlossen. Hätte man sich während der Arbeit nicht unterhalten können, die acht Stunden Pilze schneiden und reiben, wären äußerst zermürbend gewesen. Für diese Nachtschicht war neben Artyom und Shenya noch der Strufelkopf Kirill eingeteilt, den Artyom bereits von der gemeinsamen Wache im Tunnel kannte. blickte, wurde er ganz lebhaft und begann sofort eine Geschichte weiter zu erzählen, die er offenbar vor kurzem nicht zu Ende gebracht hatte. Artyom fand es langweilig, einer halben Story zuzuhören und so vertiefte er sich in seine Gedanken. Wieder tauchte das Gespräch mit Hunter in seiner Erinnerung auf. Was, wenn dessen Plan fehl schlug? Hunter hatte sich zu einem völlig wahnwitzigen Schritt entschlossen, hatte sich ins Lager des Feindes vorgewagt, mitten in die Hölle. Die Gefahr, der er sich aussetzte, war enorm, niemand kannte ihr wahres Ausmaß. Er konnte nur vermuten, was ihn jenseits von Meter 500 erwartete, dort, wo der Widerschein des Grenzfeuers, der vielleicht letzten menschengemachten Flamme nördlich der WDN-H endgültig verlosch. Was er über die Schwarzen wusste, wusste jeder Bewohner der Station, und es war reine Spekulation, dass sich das Loch, durch das diese Kreaturen in die Metro eindrangen, beim Botanischen Garten befand. Die Wahrscheinlichkeit war also hoch, dass Hunter seine Mission nicht erfüllen können. Andererseits war die Gefahr aus dem Norden so groß und nahm so schnell zu, dass er nicht mehr zögern durfte. Ja, möglicherweise wusste Hunter etwas darüber, was er weder Sukhoi noch Artyom gegenüber preisgegeben hatte. Mit Sicherheit war er sich des Risikos bewusst, begriff, dass diese Aufgabe über seine Kräfte gehen konnte. Wozu hätte er sonst Artyom auf eine solche Wendung der Ereignisse vorbereitet? Hunter war nicht der Typ, der sich ständig absicherte. Folglich war es durchaus realistisch, ja mehr als wahrscheinlich, dass er nicht zur WDN-R zurückkehrte. Doch wie würde Artyom es anstellen, die Station zu verlassen, ohne es jemandem zu sagen? Hunter selbst hatte davor zurückgeschreckt, andere einzuweihen, aus Angst vor wurmstichigen Köpfen, wie er sich ausgedrückt hatte. Wie würde Artyom allein zur Polis gelangen, der legendären Polis, allen bekannten und unbekannten Gefahren zum Trotz, die einen in den dunklen, öden Tunneln erwarteten. Auf einmal bereute er, dass er dem herben Scham und hypnotisierenden Blick des Jägers erlegen war, ihm sein Geheimnis mitgeteilt, den gefährlichen Auftrag angenommen hatte. Hey Artyom, Artyom, schläfst du? Warum antwortest du nicht? Shenya schüttelte ihn an der Schulter. Hörst du, was Kirill sagt? Morgen Abend macht sich eine Karawane auf zur Rischskaya. Es heißt, unsere Administration will sich mit ihnen zusammenschließen. Einstweilen schicken wir ihnen humanitäre Hilfe, als Zeichen, dass wir zum Schulterschluss bereit sind. Die Jungs dort haben offenbar ein Lager mit Kabeln aufgetan. Die sollen verlegt werden, um eine Telefonverbindung zwischen den Stationen herzustellen oder zumindest einen Telegrafen einzurichten. Kirill sagt, dass jeder, der morgen nicht arbeitet, mitgehen kann. Was meinst du? Augenblicklich erkannte Artyom den Wink des Schicksals. Ihm bot sich eine Möglichkeit, seinen Auftrag auszuführen, falls es nötig sein würde. Schweigend nickte er. Super, rief Shenja freudig. Ich will auch mit. Kirill, trag uns ein. Um wie viel Uhr geht es morgen los? Um neun? Bis zum Ende der Schicht sagte Artyom kein Wort mehr, unfähig, seine düsteren Gedanken abzuschütteln. Er fuhr mechanisch fort, Pilze zu hobeln und dann zu Staub zu zermahlen, neue Hüte von den Drähten abzunehmen, erneut zu hobeln und wieder zu malen und so unendlich weiter. Die ganze Zeit sah er dabei Hunters Gesicht vor sich, wie dieser ihm sagte, er würde möglicherweise nicht mehr zurückkehren. Das ruhige Gesicht eines Mannes, der gewohnt war, sein Leben zu riskieren. In Artyoms Herzen jedoch bereitete sich ein schwarzer Fleck aus, eine Vorahnung nahenden Unheils. Nach der Arbeit kehrte er in sein Zelt zurück. Suchoi war nicht da, offenbar in irgendwelchen Angelegenheiten unterwegs. Artyom legte sich auf sein Bett, bohrte das Gesicht ins Kissen und schlief sofort ein, obwohl er eigentlich vorgehabt hatte, seine Situation noch einmal in Ruhe zu überdenken. Ein Traum, schmerzhaft und wirr nach all den Gesprächen, Gedanken und Erlebnissen des Tages hüllte ihn ein, zog ihn immer tiefer hinab. Artyom sah sich, wie er neben Schenja und einem wandernden Magier namens Carlos an der Station Sucharevskaya am Lagerfeuer saß. Carlos brachte ihm und Schenja bei, wie man aus Giftpilzen richtiges Dur machte, und erklärte, wie sie die Pilze an der WDN-H verwendeten, sei geradezu kriminell, denn es gehe dabei gar nicht um Pilze, sondern um eine neue Form vernünftigen Lebens auf der Erde, die eines Tages vielleicht sogar den Menschen ersetzen werde. Diese Pilze seien nicht selbstständige Wesen, sondern Teilchen eines durch Neuronen verbundenen einheitlichen Ganzen, eines über die gesamte Metro hinweg verzweigten Mycels. Und jeder, der Dur schlucke, nehme nicht einfach nur ein Psychopharmakon zu sich, sondern trete mit dieser neuen vernunftbegabten Lebensform in Kontakt. Ja, wenn man alles richtig mache, könne man sich mit ihr anfreunden und dann werde sie demjenigen helfen, der über Dur mit ihr kommuniziert. Doch plötzlich tauchte Sukhoi auf, drohte mit dem Finger und sagte, man dürfe das Kraut überhaupt nicht zu sich nehmen, denn von allzu intensivem Genuss würde das Hirn wurmstichig. Artyom beschloss, das zu überprüfen. Er sagte laut, er wolle etwas frische Luft schnappen, stellte sich aber stattdessen heimlich hinter den Magier mit dem spanischen Namen und sah, dass bei diesem der Hinterkopf fehlte und man das Gehirn erkennen konnte, schon ganz schwarz vom Wurm fraß. Lange weiße Maden ringelten sich darin, bohrten sich ins Gewebe, hinterließen ihre Spuren, während der Magier weitersprach, als wäre nichts. Artyom wurde es unheimlich. Er beschloss fortzulaufen und begann Schenya am Ärmel zu zupfen, damit dieser aufstand und mitkam, aber Schenya winkte ungeduldig ab und bat Carlos weiter zu erzählen, während Artyom zusah, wie die Würmer aus dem Kopf des Magiers über den Boden auf Schenya zukamen, an seinem Rücken hinaufkletterten und ihm in die Ohren zu kriechen versuchten. Da sprang Artyom auf das Gleis und rannte aus Leibeskräften von der Station fort. Doch dann fiel ihm ein, dass dies genau der Tunnel war, in dem man nicht allein gehen durfte. Er wandte sich um und lief zurück Richtung Station, kam aber aus irgendeinem Grund einfach nicht bei ihr an. Plötzlich flammte hinter ihm ein Licht auf und er sah mit erstaunlicher Präzision seinen eigenen Schatten auf dem Tunnelboden. Er drehte sich um. Aus dem Inneren der Metro kam ein Zug unerbittlich näher, mit teuflischem Quietschen und laut ratternden Rädern, ein ohrenbetäubender Lärm in grellem Scheinwerferlicht. Artyom versagten die Beine. Sie knickten ein wie Strohhalme. Dann, nur wenige Meter von ihm entfernt, verlor die Erscheinung an Realität, verblasste, verschwand. Dafür erschien nun etwas Neues, völlig anderes. Artyom erblickte Hunter, schneeweiß gekleidet, in einem leeren Zimmer mit ebenso blendend weißen Wänden. Er stand dort mit gesenktem Kopf. Sein Blick bohrte sich in den Boden. Dann hob er die Augen und sah Artyom direkt an. Ein merkwürdiges Gefühl war das, denn bisher hatte Artyom in diesem Traum seinen Körper nicht gespürt, sondern gleichsam von außen das Geschehen betrachtet. Und während er in Hunters Augen blickte, stieg eine rätselhafte Unruhe in ihm auf, als ob ihm etwas sehr wichtiges bevorstand, etwas, das jeden Augenblick eintreten konnte. Als Hunter dann sprach, kam Artyom die Ereignisse so unglaublich real vor, dass ihn dieses Gefühl schier überwältigte. Bei früheren Albträumen war er sich immer bewusst gewesen, dass er schlief, dass alles, was ihm passierte, nur die Frucht seiner aufgewühlten Fantasie war. In dieser Vision jedoch fehlte das völlig. Er hatte nicht das Gefühl, er könne jeden Moment aufwachen. Mit langsamer, schwerer Stimme sagte Hunter, es ist Zeit. Du musst erfüllen, was du mir versprochen hast. Du musst es tun. Denk daran, dies ist kein Traum. Es ist kein Traum. Artyom riss die Augen auf. Ein weiteres Mal hörte er ganz deutlich die dumpfe Stimme. Es ist kein Traum. Es ist kein Traum, wiederholte Artyom. Die Einzelheiten, die Würmer, der Zug, verschwanden bereits aus seinem Gedächtnis, aber an dieses letzte Bild erinnerte er sich in aller Klarheit. Die seltsame Kleidung des Jägers, das rätselhafte weiße Zimmer und die Worte Du musst erfüllen, was du mir versprochen hast. All das ging ihm nicht aus dem Kopf. Sein Stiefvater betrat das Zelt und fragte besorgt, sag mal, hast du Hunter seit unserem Gespräch gesehen? Es wird langsam Abend, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt und sein Zelt ist leer. Ist er etwa fortgegangen? Hat er dir gestern irgendetwas von seinen Plänen erzählt? Nein, Onkel Sascha, er hat mich nur über die Situation hier ausgefragt, log Artyom. Ich mache mir Sorgen um ihn. Hoffentlich stellt er nichts Dummes an, bringt sich in Gefahr und am Ende kriegen wir auch noch was ab. Wenn er wüsste, mit wem er es zu tun hat. Sag mal, arbeitest du heute Schenja und ich haben uns für die Karawane zur Rizkaja angemeldet. Wir bringen Hilfsgüter hin. Außerdem sollen Telegrafenkabel von dort zu uns verlegt werden. Artyom merkte plötzlich, dass er bereits eine Entscheidung getroffen hatte. Und bei diesem Gedanken spürte er, wie etwas in ihm riss. Er empfand eine seltsame Erleichterung und zugleich eine Art innere Leere, als hätte man ihm aus der Brust ein Geschwür entfernt, das auf sein Herz gedrückt und ihn beim Atmen behindert hatte. Für die Karawane? Du solltest besser zu Hause bleiben, anstatt durch irgendwelche Tunnel zu streifen. Eigentlich sollte ich mitgehen. Es gibt nämlich an der Rizkaja etwas zu tun für mich. Aber ich fühle mich heute nicht so besonders. Du gehst noch nicht gleich, oder? Um neun. Na, dann verabschieden wir uns später. Pack einst weilen deine Sachen. Damit ließ Suchroy Artyom allein. Dieser begann hektisch einige Dinge in seinen Rucksack zu stopfen, die er unterwegs vielleicht brauchen würde. Eine Taschenlampe, Batterien, nochmal Batterien, Pilze, ein Päckchen Tee, Schweinsleberwurst, ein irgendwann einmal geklautes volles Kalaschnikow-Magazin, ein Plan der Metro, wieder Batterien, den Pass nicht vergessen. Natürlich nicht für die Ryskaya, doch dahinter brauchte ihn nur die erstbeste Patrouille einer souveränen Station ohne Pass zu erwischen, sie würden ihn zur Rückkehr zwingen oder gleich an die Wand stellen, je nach politischer Lage. Und Hunters Kapsel. Das war's. Er warf sich den Rucksack über die Schulter, ließ ein letztes Mal den Blick durch seine Wohnstadt schweifen und trat dann entschlossen aus dem Zelt. Die Karawane sammelte sich bereits am Südtunnel. Auf dem Gleis stand eine handbetriebene Trasine, auf die man Kisten mit Fleisch, Pilzen und Tee gestapelt hatte, sowie obenauf einen komplizierten Apparat, den die hiesigen Techniker zusammengebaut hatten, vermutlich der Telegraph. Neben Kirill und Shenya bestand die Gruppe noch aus einem weiteren Freiwilligen und einem Offizier der Administration, der für die Beziehung zur Rischskaya zuständig war. Alle außer Shenya waren schon da und vertrieben sich die Zeit bis zum Aufbruchssignal mit Dominospielen. Die Sturmgewehre, die man ihnen für den Marsch zugeteilt hatte, hatten sie neben sich zu einer Pyramide aufgestellt. Jede Waffe verfügte über ein Ersatzmagazin, das mit blauem Isolierband am Hauptmagazin festgemacht war. Endlich kam auch Shenya, der vor dem Aufbruch seiner Schwester noch etwas zu Essen gemacht und sie dann zu den Nachbarn geschickt hatte, wo sie bleiben würde, bis die Eltern von der Arbeit zurückkamen. Im allerletzten Augenblick fiel Artyom ein, dass er sich gar nicht von seinem Stiefvater verabschiedet hatte. Er entschuldigte sich, versprach sofort wiederzukommen, warf den Rucksack ab und rannte nach Hause. Im Zelt war niemand. Also hastete Artyom zu den ehemaligen Betriebsräumen, in denen nun die Stationsverwaltung untergebracht war. Dort saß Suchreu dem Diensthabenden, dem gewählten Oberhaupt der WDNH gegenüber und unterhielt sich lebhaft mit ihm. Artyom klopfte gegen den Türstock und räusperte sich leise. Guten Tag, Alexander Nikolaevich. Könnte ich Onkel Sascha einen Moment sprechen? Na klar, Artyom. Komm mal rein. Willst du Tee? Erwiderte der Diensthabende freundlich. Suchreu rückte mit dem Stuhl vom Tisch weg. Na, geht ihr schon? Wann seid ihr wieder zurück? Ich weiß nicht genau, murmelte Artyom. Mal sehen. Er begriff plötzlich, dass er seinen Stiefvater vielleicht nie wiedersehen würde und wollte ihn, den einzigen Menschen, der ihn wirklich liebte, auf keinen Fall anlügen, dass er morgen oder übermorgen wiederkommen und alles wie früher sein werde. Er spürte ein Brennen in den Augen und bemerkte zu seiner Scham, dass sie feucht geworden waren. Er machte einen Schritt nach vorn und umarmte Sukhoi fest. Na, was denn, Artyomka? Was denn? Ihr seid doch morgen wieder da, hm? sagte dieser verwundert und beruhigend zugleich. Morgen Abend, wenn alles nach Plan läuft, bestätigte Alexander Nikolaievich. Bleib gesund, Onkel Sascha. Mach's gut, krächzte Artyom heiser, drückte dem Stiefvater die Hand und ging schnell hinaus. Zu peinlich war ihm seine eigene Schwäche. Sukhoi blickte ihm verwundert hinterher. Warum ist der Junge denn nur so durcheinander? Der geht doch nicht zum ersten Mal zur Rizkaja. Lass gut sein, Sascha. Mit der Zeit wird dein Junge schon zum Mann werden. Du wirst dich noch zurücksehen nach solchen Tagen, an denen er sich von einem Marsch über zwei Stationen mit Tränen von dir verabschiedet hat. Also, wie war das? Was halten die von der Alexejewskaja von regelmäßigen Tunnelpatrouillen? Das würde uns sehr helfen. Nachdem Artyom im Laufschritt zur Gruppe zurückgekehrt war, händigte der Kommandeur jedem gegen Unterschrift ein Gewehr aus und sagte, Also dann, Männer, erst mal noch kurz hinsetzen. Das bringt Glück für die Reise. Er ließ sich auf einer alten, von vielen Jahren intensiven Gebrauchs blankpolierten Holzbank nieder. Die übrigen folgten schweigend seinem Beispiel. So gehen wir mit Gott. Der Kommandeur erhob sich wieder, sprang schwer auf das Gleis hinab und nahm seinen Platz an der Spitze des Trupps ein. Artyom und Shenja, die Jüngsten, kletterten auf die Dreisine, bereit für ihre nicht gerade leichte Aufgabe. Kirill und der andere Freiwillige bildeten den Abschluss. Vorwärts, rief der Offizier. Artyom und Shenja legten sich auf die Hebel und Kirill schob die Dreisine von hinten an, sodass sie quietschend anfuhr und sich langsam vorwärts bewegte. Bald war die Gruppe im Schlund des Südtunnels verschwunden. Die Stimme des Tunnels Das schwache Licht der Lampe in der Hand des Kommandeurs wanderte als fahlgelber Fleck über die Wände des Tunnels, leckte den feuchten Grund und verschwand spurlos, sobald die Lampe in die Ferne gerichtet wurde. Nicht einmal zehn Schritte vor ihnen verschlangen die tiefe Finsternis gierig die Strahlen. Monoton quietschend rollte die Dreisine vor sich hin ins Nichts, und genauso einförmig waren der schwere Atem und das gleichmäßige Stampfen der beschlagenen Stiefel. Sie hatten die südlichen Wachen hinter sich gelassen. Längst war der letzte Widerschein des Feuers weit hinten im Tunnel erloschen. Das Gebiet der Wede Encha lag nun hinter ihnen. Und obwohl die Strecke bis zur Rischskaya in letzter Zeit auf Grund der guten Nachbarschaft und des belebten Verkehrs zwischen beiden Stationen als ungefährlich galt, war es Vorschrift, stets auf der Hut zu bleiben. Die Gefahr kam nämlich durchaus nicht immer aus Norden oder Süden. Sie konnte sich über ihnen verbergen, in den Belüftungsschächten, links oder rechts, in den unzähligen Verzweigungen, hinter den verriegelten Türen ehemaliger Betriebsräume und geheime Ausgänge. Sie lauerte unter ihnen, in geheimnisvollen Schächten, die die Erbauer der Metro zurückgelassen und die Reparaturkommandos vergessen oder aufgegeben hatten. Dort, in einer Tiefe, die selbst bei kühnsten Abenteurern Beklemmung hervorrief, war schon früher, als die Metro nichts weiter als ein Verkehrsmittel war, furchtbares gewachsen. Darum wanderte der Schein der Kommandeurslampe so unruhig die Tunnelwände entlang, strichen die Finger der Nachfolgenden ständig über die Sicherungshebel ihrer Gewehre, stets bereit, auf Dauerfeuer zu gehen und den Abzug zu betätigen. Und darum waren alle, die da marschierten, so wortkarg. Gespräche hätten ihre Aufmerksamkeit gestört, sie daran gehindert, dem Atem des Tunnels zu lauschen. Obwohl Atem bereits müde wurde, legte er sich weiter ins Zeug. Der Hebel hob und senkte sich unablässig. Monoton knarrte das Getriebe. Wieder und wieder drehten sich die Räder. Ohne etwas zu sehen, blickte er nach vorne. Und in seinem Kopf kreiste zum Takt der klopfenden Räder ebenso schwer und depressiv jener Satz, den er tags zuvor von Hunter gehört hatte. Dass die Macht der Finsternis den größten Teil der Moskauer Untergrundbahn beherrschte. Er versuchte sich zu überlegen, auf welche Weise er sich zur Polis durchschlagen würde. Doch der stechende Schmerz, der sich langsam über all seine Muskeln verteilte und die Müdigkeit, die von den halb eingeknickten Beinen über das Kreuz hinaufkroch und seine Hände erlarmen ließ, verdrängten sämtliche halbwegs komplexen Gedankengänge aus seinem Kopf. Der heiße, salzige Schweiß, der anfangs nur in winzigen Tröpfchen auf seiner Stirn erschienen war, floss nun in Strömen über sein Gesicht, brannte in den Augen und er konnte ihn nicht fortwischen, denn auf der anderen Seite des Antriebs stand Shenya und den Hebel loszulassen hätte bedeutet, die ganze Last auf ihn abzuwälzen. In Artyoms Ohren pochte das Blut immer lauter und er musste daran denken, wie er als kleiner Junge gerne irgendeine unbequeme Körperhaltung eingenommen hatte, um dieses Pochen in den Ohren zu spüren. Denn so hatte er sich den Exerzierschritt der Soldaten bei einer Parade vorgestellt. Wenn er dann die Augen schloss, konnte er sich ausmalen, dass er der Marschall war, der die Parade abnahm, während die treuen Divisionen mit knallenden Stiefeln an ihm vorüber marschierten. Die äußersten in jeder Reihe die Augen auf ihn hingerichtet. Das alles wusste er aus Zeichnungen, die er in Büchern über die Armee gesehen hatte. Schließlich sagte der Kommandeur, ohne sich umzudrehen, »Gut, Jungs, steigt ab. Tausch die Plätze mit den anderen. Wir haben die Hälfte geschafft.« Artyom und Shenya sahen sich an, sprangen von der Dreisine und setzten sich beide wie auf ein Kommando auf die Gleise, obwohl sie eigentlich ihre Plätze vor und hinter der Dreisine hätten einnehmen müssen. Der Kommandeur betrachtete sie aufmerksam und sagte mitleidig, »Weicheier!« »Stimmt«, gab Shenya bereitwillig zu. »Aufstehen, aufstehen, hier gibt es nichts zu sitzen!« »Vorwärts, marsch!« »Ich erzähle euch auch was Nettes.« »Wir können Ihnen auch so manches erzählen«, erklärte Shenya, während er sich unwillig erhob. »Eure Geschichten kenne ich, von Schwarzen und Mutanten und so weiter. Und von euren Pilzen natürlich.« »Aber es gibt ja ein paar Dinge, von denen habt ihr noch nichts gehört.« »Ob das nur Schauermärchen sind, lässt sich nicht so genau sagen. Jedenfalls konnte es bisher niemand nachprüfen. Das heißt, es gab schon Leute, die es versucht haben. Nur können die uns garantiert nicht mehr berichten, was sie herausgefunden haben.« Artyom genügte dieser Einleitung, um wieder zu Kräften zu kommen. Für ihn war es jetzt entscheidend, alles darüber zu erfahren, was jenseits der Station Prospekt Mira vor sich ging. Er erhob sich von den Gleisen, nahm sein Sturmgewehr vor die Brust und seinen Platz hinter der Drasine ein. Ein kurzer Stoß, dann sangen die Räder wieder ihr eintöniges Lied. Die Gruppe bewegte sich vorwärts. Der Kommandeur starrte angestrengt vor sich in die Dunkelheit, während er zu sprechen begann. »Ich frage mich, was eure Generation überhaupt über die Metro weiß. Ihr erzählt euch wahrscheinlich alle möglichen Märchen. Der eine war mal irgendwo, ein anderer hat sich irgendwas ausgedacht, der nächste erzählt einem alles falsch, was ihm ein Dritter zugeflüstert hat, der wiederum aber nur eine Geschichte als die eigene ausgegeben und natürlich noch ausgemalt hat, die er mal beim T von einem Vierten gehört hat. Das ist nämlich das große Problem der Metro. Es gibt keine zuverlässige Kommunikation, keine Möglichkeit, schnell von einem Ende zum anderen zu gelangen. An der einen Stelle wird man nicht durchgelassen, an der nächsten ist der Weg verbarrikadiert, wieder woanders passieren irgendwelche verrückten Sachen und die Lage ändert sich, jeden Tag. Glaubt ihr etwa, dass die Metro insgesamt groß ist? Mit dem Zug bräuchtest du von einem Ende zum anderen gerade mal eine Stunde. Heute dagegen marschieren die Leute wochenlang und kommen oft gar nicht ans Ziel, denn du weißt wirklich nie, was dich hinter der nächsten Kurve erwartet. Wir zum Beispiel bringen jetzt Hilfsgüter zur Rizkaja. Aber niemand, weder ich noch der Diensthabende, können hundertprozentig garantieren, dass wir, wenn wir dort ankommen, nicht mit einem Kugelhagel empfangen werden. Oder dass wir nicht eine völlig ausgebrannte Station ohne eine einzige lebende Seele antreffen werden. Oder dass sich nicht herausstellt, dass die Rizkaja jetzt zur Hanse gehört und wir deshalb keinen Zugang mehr zur restlichen Metro haben, und zwar für immer. Es gibt keine genauen Informationen. Hast du in der Früh irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, so sind sie noch am selben Abend veraltet. Und am nächsten Tag kannst du dich überhaupt nicht mehr darauf verlassen. Als würdest du dich mit einer hundert Jahre alten Karte durch ein Treibsandgebiet schlagen. Die Kuriere brauchen so lange, dass ihre Nachrichten, wenn sie endlich ans Ziel kommen, entweder nicht mehr benötigt werden oder nicht mehr stimmen. Die Wahrheit wird entstellt. Für die Menschen ist das eine völlig neue Situation. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn uns der Brennstoff für die Generatoren ausgeht und wir keinen Strom mehr haben. Habt ihr mal die Zeitmaschine von Herbert Wells gelesen? Da gibt es diese Morlocks. Diese Geschichte kannte Artyom bereits, also brachte er die Unterhaltung entschlossen in ihr ursprüngliches Fahrwasser zurück. Und was wissen die Menschen ihrer Generation über die Metro? Über all das Teufelszeug in den Tunneln zu sprechen, ist ein schlechtes Omen. Über die Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter. Nein. Aber wisst ihr eigentlich, dass dort, wo früher die Station Pushkinskaya war, mit dem Übergang zu den Stationen Tschechowskaya und Tverskaya, dass das alles die Faschisten besetzt haben? Was für Faschisten? fragte Shenja. Richtige Faschisten. Die gab es damals schon, als wir noch dort lebten. Der Kommandeur deutete mit dem Finger nach oben. Mit rasierten Schädeln liefen die rum. Sie waren gegen die Einwanderung von Fremden. Alle möglichen Gruppen gab es. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Eine richtige Mode. Dann waren sie auf einmal verschwunden. Nichts war mehr von ihnen zu hören oder zu sehen. Und plötzlich, vor einiger Zeit, tauchten sie an der Pushkinskaya wieder auf. Die Metro den Russen. Schon mal gehört? Oder eins, zwei, drei, halt die Metro frei? Oder wir lassen keine Fremden rein, die Metro soll stets sauber sein? Alle Nicht-Russen flogen aus der Pushkinskaya raus. Dann aus der Tschechowskaya und schließlich aus der Tverskaya. Am Ende rasteten sie völlig aus, veranstalteten richtige Massaker. Und jetzt haben sie dort ihr Reich errichtet. Das vierte oder fünfte, schätze ich mal. Weiter hinaus wagen sie sich derzeit nicht, aber trotzdem fühlen sich die Menschen meiner Generation an die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts erinnert. Andererseits, was sind schon die Faschisten? Diese Mutanten von der Filjowskaya-Linie existieren ja wirklich. Dann unsere Schwarzen und schließlich gibt es noch verschiedene Sektierer, Satanisten, Kommunisten. Ein richtiges Panoptikum. Sie passierten eine leere Türöffnung, die offenbar in verlassene Diensträume führte. Vielleicht war es früher ein Abtritt gewesen, vielleicht aber auch ein Schutzbunker. Die Einrichtung, zweistöckige Eisenpritschen oder grobe Armaturen, war längst fortgeschleppt worden. Und nun wagte sich niemand mehr in die leeren, dunklen, überall in den Tunneln vorhandenen Räume. Auch wenn bekannt war, dass sich dort eigentlich nichts befand. Aber wer konnte das schon genau wissen? Ein schwaches Flackern war nun zu sehen. Sie näherten sich der Alexejewskaya. Diese Station war wenig bevölkert. Es gab nur einen Posten bei Meter fünfzig. Mehr konnte man sich dort nicht leisten. Etwa vierzig Meter vom Patrouillenfeuer entfernt gab der Kommandeur den Befehl zum Anhalten. Dann knipste er seine Lampe mehrmals in einer bestimmten Reihenfolge ein und wieder aus. Vor dem Feuer zeichnete sich eine schwarze Gestalt ab. Jemand kam auf sie zu, um sie zu kontrollieren. Schon von Weitem rief er, Bleibt, wo ihr seid! Nicht näher kommen! War es tatsächlich im Bereich des Möglichen, fragte sich Artyom, dass man ihnen an einer Station, die stets als freundschaftlich gegolten hatte, eines Tages feindlich begegnen würde? Der Mann näherte sich ihnen ohne Hast. Er trug eine abgewetzte Tarnhose und eine wattierte Jacke mit dem fettgedruckten Buchstaben A darauf. Seine eingefallenen Wangen waren unrasiert, seine Augen funkelten misstrauisch, und seine Hände strichen nervös über den Lauf des Sturmgewehrs, das um seinen Hals hing. Er musterte ihre Gesichter, dann lächelte er, als er sie erkannte, und schob als Zeichen des Vertrauens die Waffe auf den Rücken. Hallo Jungs, wie geht's? Ihr seid zu Rischskaya unterwegs? Wissen wir, man hat uns unterrichtet. Kommt! Der Kommandeur begann den Wachmann nach etwas auszufragen, doch er sprach so, dass er kaum zu hören war. Artyom murmelte Shenya zu. Irgendwie ausgezehrt kommt er mir vor. Ich glaube ja nicht, dass die sich uns anschließen wollen, weil es ihnen so gut geht. Na und, erwiderte sein Freund, wir haben auch unsere Interessen. Wenn unsere Administration sich darauf einlässt, bedeutet das, dass sie uns nützlich sein können. Schließlich wollen wir sie nicht aus lauter Nächstenliebe durchfüttern. Die Dreisine passierte das Feuer bei Meter fünfzig, wo ein zweiter Posten saß, der genauso gekleidet war wie der erste, und fuhr dann in die Station ein. Die Alexejewskaya war schlecht beleuchtet und ihre Bewohner machten einen verzagten Eindruck. Den Gästen von der WDN-J begegneten sie jedoch mit freundlichen Blicken. Die Gruppe machte in der Mitte der Station Halt, der Kommandeur bestattete ihnen eine Zigarettenpause. Artyom und Shenya mussten bei der Dreisine Wache halten. Die anderen lud man ein, ans Feuer zu kommen. Von den Faschisten und dem Reich höre ich zum ersten Mal, sagte Artyom zu seinem Freund. Mir hat schon mal jemand erzählt, dass es in der Metro Faschisten gibt. Aber der meinte, sie seien an der Nawakuznetzkaya. Wer hat das gesagt? Jocha. Artyom verzuckt das Gesicht. Der hat ihr auch sonst eine Menge interessanter Sachen erzählt. Aber die Faschisten gibt es wirklich. Ah gut, den Ort hat er durcheinander gebracht, aber gelogen hat er nicht. Artyom schwieg, versank in Gedanken. Die Zigarettenpause an der Alexejewskaya würde eine ganze Weile dauern. Der Kommandeur hatte irgendetwas mit dem hiesigen Vorgesetzten zu bereden. Vermutlich ging es um den bevorstehenden Zusammenschluss. Danach würden sie wieder aufbrechen, um einige Stunden später bei der Riskaya anzukommen. Nach einer Übernachtung würden sie, sobald alle Fragen geklärt und die Kabel begutachtet waren, ein Kurier zurückschicken müssen, um weitere Anweisungen einzuholen. Wenn das Kabel so weit brauchbar war, um die Kommunikation zwischen drei Stationen zu gewährleisten, musste es ausgerollt und verlegt werden. Stellte es sich aber als ungeeignet heraus würden sie unverzüglich zur WDN-Rat zurückkehren. Artyom hatte also höchstens zwei Tage zur Verfügung. In dieser Zeit musste er sich einen Vorwand einfallen lassen, um die Außenposten der Riskaya zu passieren, die noch misstrauischer und pedantischer waren als die der WDN-Rat. Ihr Argwohn war durchaus verständlich. Dort im Süden begann die große Metro, und die südlichen Stellungen waren viel häufiger Opfer von Angriffen. Die Risiken, denen die Bewohner der Riskaya ausgesetzt waren, mochten nicht so geheimnisvoll und furchterregend sein wie die Gefahren an der WDN-Rat, dafür waren sie vielfältiger und ihre Wachleute mussten immer auf alles gefasst sein. Von der Riskaya zum Prospekt Mira führten zwei Tunnel. Aus unerfindlichen Gründen war es unmöglich, einen davon zuzuschütten, sodass beide bewacht werden mussten. Dies zehrte an den Kräften der Station, weshalb ihre Administration sehr darauf bedacht war, sich wenigstens Richtung Norden zuverlässig abzusichern. Wenn es gelänge, sich mit der Alexejewskaja und vor allem der WDN-Rat zusammenzutun, würde sie die Last der Nordabsicherung auf deren Schultern übertragen und lediglich für Ruhe in den Tunneln dazwischen sorgen müssen. Nicht zuletzt also aufgrund der bevorstehenden Vereinigung legten die Außenposten der Riskaya erhöhte Wachsamkeit an den Tag. Sie mussten den künftigen Bündnispartnern beweisen, dass man sich in puncto Verteidigung der südlichen Grenzen auf sie verlassen konnte. Und so war es kein leichtes Unterfangen, an den Kontrollpunkten sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung vorbeizukommen. Dieses Problem musste Artyom innerhalb von einem maximal zwei Tagen lösen. Das eigentliche Problem jedoch bestand darin, was er danach tun würde. Wenn er die südlichen Grenzposten überwunden hatte, musste er einen einigermaßen sicheren Weg zur Polis finden. Zu Hause hätte er einige Händler über mögliche Gefahren ausfragen können, aber seine Abreise war zu schnell gekommen. Und so hatte er keine Ahnung, welche Route er nehmen sollte. Schenja oder jemand anderen aus der Karawane nach dem Weg zur Polis zu fragen, war ausgeschlossen. Artyom war klar, dass sie Verdacht schöpfen würden. Vor allem Schenja würde sofort begreifen, dass sein Freund etwas im Schilde führte. Bekannte oder Freunde hatte er weder an der Alexejewskaja noch an der Ryschskaja und sich jemand Fremdem in dieser Frage anzuvertrauen, kam nicht in Frage. Als Schenja sich kurz entfernte, um ein Mädchen anzusprechen, das unweit von ihnen saß, nutzte Artyom die Gelegenheit und zog den Metroplan aus seinem Rucksack. Der Plan war auf der Rückseite eines am Rand verkohlten Handzettels ausgedruckt, der einen längst nicht mehr existenten Flohmarkt bewarb. Mit einem Bleistiftstummel fuhr Artyom mehrmals im Kreis um die Polis. Der Weg dorthin schien so einfach. In jenen mythischen alten Zeiten, von denen der Kommandeur gesprochen hatte, als die Menschen in der Metro noch keine Waffen mit sich führen mussten, als die Fahrt von der einen Endhaltestelle bis zur anderen nicht einmal eine Stunde dauerte, als die Tunnel nur von donnernden Zügen befahren wurden, in jenen Zeiten hätte man die Strecke zwischen der WDN-Ha und der Polis zügig und ungehindert überwunden. Einfach die Linie entlang bis zur Turgenevskaya, dort umsteigend zur Station Chischeprudi, den sauberen Teilchen, wie es auf dem alten Plan noch hieß, dann die rote Linie, die Sakolnitscheskaya, entlang direkt bis zur Polis. In der Ära der Züge und Tageslichtlampen hätte diese Fahrt nicht einmal 30 Minuten gedauert. Doch seit die rote Linie wieder mit einem großen R geschrieben wurde, hing das kommunistische Banner über dem Durchgang zu den sauberen Teilchen und die Station hatte als solche zu existieren aufgehört. Sich hier einen Weg zur Polis zu suchen, war nicht einmal mehr ein Gedanken wert. Die Führung der roten Linie hatte es zwar aufgegeben, die Bevölkerung der Metro durch Machtausdehnung der Sowjets zu ihrem Glück zu zwingen, aber trotz allem Anschein der Friedfertigkeit hatte sich der paranoide Charakter des Regimes kein bisschen geändert. Noch immer beobachteten hunderte von Agenten des Geheimdienstes, den man aus Gewohnheit, mancher sogar mit einer gewissen Nostalgie KGB nannte, unablässig das Leben der glücklichen Bewohner der roten Linie. Und ihr Interesse an Gästen von anderen Linien war wahrhaft grenzenlos. Ohne Sondergenehmigung konnte kein Mensch auf eine ihrer Stationen gelangen. Ständige Passkontrollen, totale Beobachtung sowie allgemeines pathologisches Misstrauen sorgten dafür, dass sowohl verirrte Reisende wie auch speziell beauftragte Spione sofort aufflogen. Die einen wie die anderen erwartete ein betrübliches Schicksal. Nun, der Weg ins Herz der Metro, zur Polis, konnte ja wohl auch nicht einfach sein. Die Polis. Wenn dieser Name in einem Gespräch fiel, verstummte Artyom ehrfürchtig und so erging es den meisten Menschen. Artyom erinnerte sich genau daran, wie er dieses unbekannte Wort zum ersten Mal in der Erzählung eines Gastes, seines Stiefvaters gehört hatte. Und als er Onkel Sascha später vorsichtig danach fragte, hatte der mit einem Anflug von Wehmut in der Stimme erwidert, dies, Artyomka, ist wahrscheinlich der letzte Ort auf der Erde, wo die Menschen noch wie Menschen leben, wo sie noch nicht vergessen haben, was das Wort Mensch bedeutet und wie genau es klingen muss. Und traurig lächelnd, hatte der Stiefvater hinzugefügt, es ist eine Stadt. Die Polis befand sich am größten Übergang der Moskauer Untergrundbahn, am Schnittpunkt von vier verschiedenen Linien und nahm ganze vier Metrostationen ein. Die Aleksandrovski Saad, die Arbatskaya, die Baravitskaya und die Bibliotheka Imeni Lenina, sowie die Verbindungsgänge dazwischen. Dieses riesige Gelände war der letzte wirkliche Hort der Zivilisation, der letzte Ort, wo so viele Menschen lebten, dass alle Provinzler, die einmal dort gewesen waren, ihn nur als die Stadt bezeichneten. Irgendjemand hatte dann das griechische Wort für Stadt ins Spiel gebracht, Polis. Und vielleicht lag es daran, dass in diesem Wort das ferne Echo einer mächtigen antiken Kultur mitschwang, die den Ansässigen gleichsamen Schutz gewährte. Jedenfalls bürgerte sich der fremde Name ein. Die Polis war ein einzigartiges Phänomen in der Metro. Dort, und nur dort, traf man noch Hüter des alten Wissens an, das in der harten neuen Welt mit ihren völlig anderen Gesetzen keine Anwendung mehr fand. Während die Metro in einem Strudel aus Chaos und Ignoranz versank, fanden die Träger des nutzlosen alten Wissens in der Polis ihre Zuflucht. Dort wurden sie mit offenen Armen empfangen, denn dort herrschten ihre Brüder im Geiste. Nur in der Polis lebten noch tatterige Professoren, einst Inhaber von Lehrstühlen an berühmten Universitäten. Nur dort lebten noch Künstler, Schauspieler und Dichter, Physiker, Chemiker und Biologen. Menschen, die in ihren Köpfen all das bewahrten, was die Menschheit in Jahrtausenden erreicht und erfahren hatte. Menschen, mit deren Tod all das für immer verloren gehen würde. Die Polis befand sich an jener Stelle, wo früher einmal das Zentrum der Stadt gewesen war. Direkt über ihr ragte das Gebäude der Lenin-Bibliothek auf, das umfangreichste Wissensarchiv einer vergangenen Epoche. Hunderttausende von Büchern, in Dutzenden von Sprachen, die wahrscheinlich alle Gebiete umfassten, auf denen der menschliche Geist jemals tätig gewesen war. Hunderte von Tonnen Papier, verziert mit Buchstaben, Zeichen, Hieroglyphen, die zum Teil schon niemand mehr verstand, und doch konnte noch eine enorme Zahl von Büchern gelesen und verstanden werden. Und ihre vor Jahrhunderten verstorbenen Autoren konnten den Lebenden noch vieles erzählen. Von allen Stationen, die überhaupt in der Lage waren, Expeditionen an die Oberfläche durchzuführen, war die Polis die einzige, die ihre Stalker nach Büchern aussandte. Nur dort hatte das Wissen an sich einen solchen Stellenwert, dass man seinetwegen das Leben freiwilliger riskierte, Söldnern sagenhafte Summen zahlte, auf materielle Güter verzichtete, um geistige Werte zu erringen. Und trotz ihrer scheinbaren Lebensferne und des Idealismus ihrer Führung hielt die Polis Jahr um Jahr stand, wurde von Katastrophen verschont. Ja, wenn etwas ihre Sicherheit zu gefährden drohte, schien es, als wäre die gesamte Metro bereit, wie ein Mann zu ihrem Schutz zusammenzustehen. Der Widerhall der letzten Schlachten des Krieges zwischen der roten Linie und der Hanse war verklungen, und die Polis umgab nun wieder eine magische Aura der Unverletzlichkeit und des Wohlstands. Wie Artyom also über diesen wunderlichen Ort nachdachte, erschien es ihm keineswegs seltsam, dass der Weg dorthin nicht leicht war, ja er musste geradezu labyrinthisch sein, voller Gefahren und Prüfungen. Andernfalls hätte das Ziel der Fahrt selbst, ein Teil seiner Rätselhaftigkeit und seines Zaubers eingebüßt. Erschien der Weg über die Kirovskaya, die rote Linie entlang zur Bibliotheka Imeni-Lenina, unmöglich und zu riskant, so konnte er versuchen, die Patrouillen der Hanse zu passieren und über die Ringlinie zu gehen. Artyom sah sich den Plan genauer an. Würde er es schaffen, auf das Gebiet der Hanse zu gelangen, dann wäre der Weg zur Polis relativ kurz. Er fuhr mit dem Finger über die Linien auf den Plan. Wenn er am Prospekt Mira auf den südlichen Abschnitt der Ringlinie abbog, käme er schon nach zwei Stationen der Hanse bei der Kurskaya raus. Dort würde er auf die Arbatska-Pokravskaya-Linie wechseln und wäre nur noch ein Katzensprung entfernt von der Station Arbatskaya, die zur Polis gehörte. Natürlich stand ihm noch der Platz der Revolution im Weg, den die rote Linie im Tausch für die Lenin-Bibliothek bekommen hatte, aber schließlich garantierten die Roten jedermann freien Transit. Das war eine der Hauptbedingungen des Friedensvertrags gewesen. Und da Artyom nicht beabsichtigte, die Station selbst zu betreten, sondern nur an ihr vorbei wollte, mussten sie ihn eigentlich ungehindert passieren lassen. Nach kurzer Überlegung beschloss er, es einstweilen bei diesem Plan zu belassen und zu versuchen, unterwegs mehr über die Stationen zu erfahren, die auf seinem Weg lagen. Sollte irgendetwas nicht klappen, sagte er sich, würde er immer eine Ersatzroute finden. Während er das Geflecht der Linien und die Fülle an Umsteigemöglichkeiten betrachtete, kam es ihm vor, als habe der Kommandeur doch etwas übertrieben, als er die Schwierigkeiten selbst bei kürzesten Reisen durch die Metro beschrieb. Schließlich konnte man ja vom Prospekt Mira aus, nicht nur über den südlichen Flügel der Hanse, sondern auch über den nördlichen gehen. Artyom fuhr mit dem Finger den Ring ab, bis zur Kijewskaja. Von dort waren es entweder auf der Filjewskaja oder der Abatzko-Pokrovskaja-Linie nur zwei Bahnhöfe bis zur Polis. Die Aufgabe erschien Artyom jedenfalls nicht mehr unlösbar. Diese kleine Übung mit dem Plan hatte ihm Selbstvertrauen eingeflößt. Nun wusste er, was er zu tun hatte und zweifelte nicht mehr, wenn die Karawane bei der Rishskaya ankam, würde er nicht mit der Gruppe zur WDN-Jahr zurückkehren, sondern seine Reise zur Polis fortsetzen. »Du machst Pläne?« Er tönte direkt über seinem Ohr Shenjas Stimme. Artyom war so sehr in Gedanken versunken gewesen, dass er die Rückkehr seines Freundes nicht bemerkt hatte. Überrascht sprang er auf und versuchte verlegen, den Plan zu verbergen. »Nein, nein, ich wollte mir nur die Stationen ansehen, wo sich dieses Reich befindet, von dem uns der Kommandeur erzählt hat.« »Und? Hast du sie gefunden?« »Nein?« »Nage, Peer, ich zeig sie dir.« Shenja kannte die Metro wesentlich besser als Artyom, worauf er sehr stolz war. Auf Anhieb fand er mit dem Finger den Dreifachübergang, der die Station Tschechowskaja, Puschkinskaja und Tverskaja verbannt. Artyom seufzte erleichtert, was Shenja für ein neidisches Schnauben hielt, weshalb er tröstend sagte, »Na, irgendwann wirst du dich sicher auch so gut auskennen wie ich.« Artyom machte ein dankbares Gesicht und wechselte schnell das Thema. »Wie lange bleiben wir noch hier?« »Jungs, auf die Beine!« Er tönte in diesem Moment die kräftige Bassstimme des Kommandeurs. Die Rast war zu Ende, und Artyom hatte es nicht einmal geschafft, eine Kleinigkeit zu essen. Er und Shenja kletterten auf die Dreisine, die Hebel quietschten los, die Ersatzlederstiefel hämmerten über den Betonboden, und schon hatte sie der Tunnel wieder. Diesmal bewegte sich der Trupp schweigend voran. Lediglich der Kommandeur hatte Kirill zu sich gerufen und beriet sich leise mit ihm, während sie gingen. Artyom hatte weder den Wunsch noch die Kraft, ihnen zu lauschen. Die verdammte Dreisine beanspruchte all seine Energie. Der Schlussmann ging allein und fühlte sich sichtlich unwohl dabei. Immer wieder blickte er ängstlich über seine Schulter. Artyom stand mit dem Gesicht zu ihm auf der Dreisine und sah deutlich, dass von hinten keinerlei Gefahr drohte. Er selbst jedoch verspürte seinerseits einen unwiderstehlichen Drang, sich umzudrehen und nach vorne zu schauen. Diese Angst und Unsicherheit verfolgten ihn ständig. Und nicht nur ihn. Jedem einsamen Wanderer in der Metro war dieses Gefühl bekannt. Es gab sogar ein eigenes Wort dafür. Tunnelangst. Wenn du einen Tunnel entlang gehst, besonders mit einer schlechten Lampe, glaubst du ständig, dass die Gefahr direkt hinter deinem Rücken lauert. Wer weiß, wer oder was dort ist und wie es die Welt wahrnimmt. Schließlich wird die Anspannung so unerträglich, dass du dich blitzartig umdrehst, die Schwärze mit dem Lichtstrahl durchfährst. Aber dort ist nichts. Stille. Leere. Anscheinend alles ruhig. Doch während du nach hinten blickst, in die Finsternis starrst, bist du die Augenschmerzen. Verdichtet sie sich schon wieder hinter deinem Rücken und du spürst das Verlangen, dich herumzureißen und mit der Lampe in die andere Richtung zu leuchten. Könnte ja sein, dass sich inzwischen jemand angeschlichen hat. Hier ist das Wichtigste, nicht die Selbstbeherrschung zu verlieren. Sich dieser Angst nicht hinzugeben. Sich klarzumachen, dass das alles nur eine Täuschung ist. Dass es keinen Grund zur Panik gibt. Schließlich war nichts zu hören. Aber genau das ist die Schwierigkeit. Sich selbst in den Griff zu bekommen. Vor allem, wenn man allein unterwegs ist. Manche haben auf diese Weise schon den Verstand verloren. Konnten sich einfach nicht mehr beruhigen. Nicht einmal, nachdem sie eine bewohnte Station erreicht hatten. Später kamen sie natürlich wieder etwas zu sich. Aber sie konnten sich nicht mehr überwinden, den Tunnel erneut zu betreten. Sofort wurden sie von dieser erdrückenden Panik erfasst, die jeder Bewohner der Metro kannte, die für sie jedoch zu einer gefährlichen Anwandlung geworden war. Keine Angst, ich schaue, rief Artyom dem Schlussmann zu. Dieser nickte, doch nach ein paar Minuten hielt er es nicht mehr aus und sah sich erneut um. Das Unbehagen war einfach zu stark. Einer von Saryogas Bekannten ist auf diese Weise irre geworden, sagte Shenya leise, als er begriff, was Artyom meinte. Er hatte allerdings einen ernsthaften Grund dafür. Stell dir vor, der wollte tatsächlich allein den Tunnel bei der Socharevskaya durchqueren, von dem ich dir erzählt habe. Der Typ hat's überlebt. Und weißt du warum? Shenya grinste. Weil er sich weiter als bis Meter einhundert nicht getraut hat. Als er losging, war er ein mutiger, entschlossener Mann. Haha. Nach zwanzig Minuten kommt er wieder zurück, die Augen aufgerissen, die Haare stehen ihm zu Berge vor Angst und er bringt kein menschliches Wort heraus. Sie haben dann auch nichts weiter aus ihm herausgekriegt. Seither spricht er nämlich völlig zusammenhangloses Zeug. Eigentlich blökt er meistens und setzt keinen Fuß mehr in irgendeinen Tunnel. Er hängt an der Socharevskaya rum und bettelt. Dort ist er jetzt der Narr in Christo. Alles klar? Ja, erwiderte Artyom unsicher. Eine Zeit lang bewegte sich der Trupp in völliger Stille. Artyom arbeitete weiter vor sich hin, während er versuchte, sich eine glaubhafte Argumentation zurechtzulegen, mit der er beim Posten am Ausgang der Ryskaya durchkäme. Als er plötzlich begriff, dass ihn ein langsam anwachsendes Geräusch beim Denken störte. Das Geräusch, das aus dem Tunnel vor ihnen kam, war zunächst kaum wahrnehmbar gewesen. Irgendwo an der nicht fassbaren Grenze zwischen der hörbaren Frequenz und dem Ultraschallbereich. Fast unmerklich wurde es stärker. Und Artyom hätte gar nicht zu sagen vermocht, ab welchem Augenblick er es zu hören begonnen hatte. Inzwischen war es bereits relativ laut und kam ihm wie ein pfeifendes Flüstern vor, unverständlich und unmenschlich. Er sah die anderen an. Alle bewegten sich gleichmäßig und schweigend. Der Kommandeur unterhielt sich nicht mehr mit Kirill, Shenya dachte an irgendetwas und der Schlussmann blickte ruhig nach vorne. Er hatte aufgehört, sich immer wieder nervös umzudrehen. Keiner von ihnen zeigte auch nur ein Anzeichen von Beunruhigung. Offenbar hörten sie nichts. Nichts. Artyom bekam es mit der Angst. Die Ruhe und das Schweigen des gesamten Trupps waren völlig unbegreiflich, ja geradezu furchterregend. Er ließ den Drasinenhebel los und richtete sich auf. Shenya sah ihn verwundert an. Was ist los? Bist du müde? Hättest ja auch was sagen können, anstatt einfach so aufzuhören. Hörst du nichts? fragte Artyom ungläubig und etwas in seiner Stimme ließ Shenyas Gesicht ernst werden. Dieser horchte nun auch, während er mit den Armen weiterarbeitete. Die Dreisine verlangsamte ihre Fahrt, denn Artyom stand mit verlorenem Gesichtsausdruck da und lauschte dem rätselhaften Geräusch. Der Kommandeur wandte sich um. Was ist da hinten? Sind eure Batterien schon alle? Hören Sie nichts? fragte Artyom. Und in diesem Moment beschlich ihn der fürchterliche Verdacht, dass es in Wirklichkeit gar kein Geräusch gab, weshalb es auch niemand hörte. Er war einfach übergeschnappt. Vor lauter Angst hatte er Halluzinationen. Der Kommandeur befahl anzuhalten, damit das Quietschen der Dreisine und das Stampfen der Stiefel nicht störte, und verharrte reglos. Seine Hände tasteten nach dem Gewehr. Angespannt horchte er in den Tunnel hinein. Das seltsame Geräusch war noch immer da. Artyom konnte es jetzt deutlich hören, und je stärker es wurde, desto aufmerksamer beobachtete er das Gesicht des Kommandeurs. Nahm dieser wahr, was Artyom mit zunehmender Unruhe erfüllte. Doch die Gesichtszüge des Kommandeurs glätteten sich allmählich, und ein Gefühl brennender Scham erfasste Artyom. Er hatte die Gruppe aufgehalten und herausgetickt. Er hatte die anderen auch noch nervös gemacht. Auch Shenya konnte offenbar nichts hören, obwohl er angestrengt lauschte. Er grinste Artyom spöttisch an und fragte. »Gaga?« »Hau doch ab!«, erwiderte Artyom gereizt. »Seid ihr alle taub, oder was?« »Gaga!«, schloss Shenya befriedigt. »Es ist nichts. Wahrscheinlich Einbildung«, sagte der Kommandeur und fügte taktvoll hinzu. »Mach dir nichts draus, Artyom. Das kommt vor. Nimm dich zusammen und lass uns weiterfahren.« Mit diesen Worten ging er wieder nach vorne, und Artyom blieb nichts anderes übrig, als an seinen Platz zurückzukehren. Er versuchte sich einzureden, dass er sich das alles nur eingebildet hatte, versuchte an nichts zu denken, in der Hoffnung, dass er zusammen mit seinen wirren Gedanken auch dieses teuflische Geräusch würde verscheuchen können. Für eine Zeit lang gelang es ihm tatsächlich, seinen Kopf zu leeren. Doch hallte das Geräusch darin nur noch mehr wieder, wurde immer lauter und klarer, je weiter sie nach Süden kam. Und als es so stark wurde, dass es die ganze Metro zu füllen schien, bemerkte Artyom plötzlich, dass Shenya nur mehr mit einer Hand arbeitete, während er sich mit der anderen am Ohr rieb. »Was machst du?«, flüsterte ihm Artyom zu. »Ich weiß nicht«, murmelte Shenya. »Sie sind zu.« »Mich juckt es.« »Aber du hörst immer noch nichts?« »Nein, aber es drückt irgendwie.« Von Ironie war in Shenyas Stimme nichts mehr zu spüren. Dann, als das Klingen seinen Höhepunkt erreichte, begriff Artyom, woher es kam. Eines der Rohre, die entlang der Tunnelwand verliefen, war an einer Stelle geplatzt, und der schwarze Schlund, umrandet von zerrissenen, nach verschiedenen Seiten ragenden Metallfetzen, brachte das grässliche Geräusch hervor. Es kam also aus der Tiefe des Rohres. Und Artyom fragte sich gerade, warum keine Leitungen darin zu sehen waren, nur Leere und Schwärze, als der Kommandeur stehen blieb und langsam, angestrengt sagte, »Leute, lasst uns hier Rast machen. Mir ist gerade nicht gut. Irgendwie fühle ich mich benebelt.« Schwankend ging der Kommandeur auf die Dreisine zu, um sich auf den Rand zu setzen. Doch einen Schritt davor sackte er plötzlich zu Boden. Shenya sah ihn verwirrt an, rieb seine Ohren nun mit beiden Händen und rührte sich nicht vom Fleck. Kirill ging weiter, als wäre nichts geschehen, ohne auf Artyoms Rufe zu reagieren. Der Mann hinter der Dreisine setzte sich aufs Gleis und fing plötzlich an zu weinen. Hilflos, ihr Kind. Der Strahl der Taschenlampe stieß gegen die Tunneldecke. Von unten beleuchtet sah die Szene noch unheimlicher aus. Artyom geriet in Panik. Offenbar hatte er als Einziger in der Gruppe nicht den Verstand verloren. Das Geräusch war nun jedoch völlig unerträglich geworden, sodass er keinen vernünftigen Gedanken fassen konnte. Verzweifelt hielt er sich die Ohren zu, was ihm ein wenig Erleichterung verschaffte. Dann verpasste er Shenya, der immer noch mit tumbem Gesicht da saß, eine schallende Ohrfeige. Und ohne daran zu denken, dass nur er den Lärm hörte, brüllte er ihn an. »Heb den Kommandeur auf und leg ihn auf die Dreisine! Wir dürfen hier nicht bleiben!« Artyom griff nach der Lampe und rannte Kirill hinterher, der wie ein Schlafwandler blind links weitermarschierte, ohne in der Dunkelheit auch nur irgendetwas zu sehen. Glücklicherweise ging er nicht allzu schnell. Mit ein paar langen Sprüngen hatte Artyom ihn eingeholt und klopfte ihm auf die Schulter, doch Kirill stapfte ungerührt weiter. Artyom lief nach vorn und richtete den Lichtstrahl auf Kirills Augen. Diese waren zwar geschlossen, doch Kirill runzelte die Stirn und kam aus dem Tritt. Ohne zu wissen, was er tat, öffnete Artyom mit einer Hand eins von Kirills Lidern und leuchtete ihm direkt in die Pupille. Kirill schrie auf, blinzelte, schüttelte den Kopf, kam in Sekundenbruchteilen zu sich und blickte Artyom verständnislos an. Der Lichtstrahl hatte ihn geblendet, sodass er kaum etwas sehen konnte und ihm Artyom auf dem Rückweg hinter sich herziehen musste. Auf der Dreisine lag der reglose Körper des Kommandeurs. Daneben saß Shenya, immer noch mit demselben dumpfen Gesichtsausdruck. Artyom ließ Kirill bei der Dreisine zurück und lief zu dem Schlussmann, der weinend auf dem Gleis hockte. Als er ihm ins Gesicht sah, erkannte Artyom Schmerz und Leid in seinem Blick, und dieses Gefühl war so stark, dass er zurückwich. Er spürte, wie auch ihm unwillkürlich Tränen in die Augen traten. Sie sind alle umgekommen. Es hat ihnen furchtbar wehgetan, konnte Artyom aus dem Schluchzen heraushören. Er versuchte, den Mann hochzuziehen, doch dieser riss sich los und schrie plötzlich mit böser Stimme, »Schweine! Unmenschen! Niemals gehe ich mit euch! Ich will hier bleiben! Sie sind so allein hier! Es tut ihnen so weh! Und ihr wollt mich von hier fortholen! Ihr seid doch an allem schuld! Ich gehe nirgendwo hin! Nirgendwo! Lass mich!« Zuerst wollte Artyom auch ihm eine verpassen, um ihn zur Besinnung zu bringen, doch dann fürchtete er, dass der Mann in seiner Erregung zurückschlagen könnte. Also kniete er sich vor ihm hin und sprach sanft, nur mit Mühe gegen den Lärm in seinem Kopf ankommend und ohne zu verstehen, worum es überhaupt ging. »Aber du willst ihnen doch helfen! Du willst doch, dass sie nicht mehr leiden müssen!« Aus tränennassen Augen blickend lächelte der Mann verzagt und flüsterte, »Natürlich! Natürlich will ich ihnen helfen!« »Dann musst du zuerst mir helfen! Sie wollen, dass du das tust! Geh zur Dreisine und stell dich an die Hebel! Du musst mir helfen, zur Station zu kommen!« Der Mann sah Artyom misstrauisch an. »Das haben sie dir gesagt?« »Ja!« »Und danach lässt du mich wieder zurück? Zu ihnen?« »Ich gebe dir mein Wort! Wenn du zurückkehren willst, lasse ich dich gehen!«, versicherte Artyom und zog den Mann zur Dreisine, bevor dieser es sich anders überlegen konnte. Kirill, den Schlussmann und den mechanisch gehorchenden Shenya, stellte an die Fahrhebel. Den noch immer bewusstlosen Kommandeur hievte er in die Mitte der Dreisine und selbst ging er voran, das Gewehr in die Dunkelheit gerichtet. Zu seiner Erleichterung hörte er, wie die Dreisine hinter ihm losfuhr. Ihm war klar, dass er ein unzulässiges Risiko einging, indem er die Rückseite unbewacht ließ, doch kam es ihm vor allem darauf an, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Nun standen drei Männer an den Hebeln, sodass sich die Gruppe schneller fortbewegte als vorher, und Artyom stellte fest, dass der scheußliche Lärm allmählich abnahm, sich das Gefühl unmittelbarer Gefahr verflüchtigte. Immer wieder rief er den anderen zu, sie sollten das Tempo halten. Als er plötzlich von hinten Shenyas völlig nüchterne und erstaunte Stimme wahrnahm. »Was kommandierst du hier rum?« Artyom begriff, dass sie die Gefahrenzone verlassen hatten. Er gab ein Zeichen zum Halt, sank entkräftet zu Boden, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Dreisine. Nach und nach kamen die anderen wieder zu sich. Der Schlussmann hatte aufgehört zu weinen, rieb sich nur noch die schläfen und blickte verwundert um sich. Auch der Kommandeur erhob sich wieder mit dumpfem Stöhnen und begann sich sogleich über stechende Kopfschmerzen zu beschweren. Nach einer halben Stunde fuhren sie weiter. Außer Artyom erinnerte sich niemand mehr richtig an den Vorfall. »Weißt du, plötzlich spürte ich so eine Schwere?«, sagte der Kommandeur. »In meinem Kopf verschwamm alles. Und dann war ich weg. Mir ist das schon einmal passiert, weit weg von hier. Da war Gas im Tunnel. Aber wenn das hier Gas war, hätte es doch uns alle treffen müssen.« »Du sagst, da war ein geplatztes Rohr.« Und daraus kam dieses Geräusch. »Weißt du, Artyom, vielleicht sind wir ja auch nur taube Hohlköpfe. Du hast wahrscheinlich ein besonderes Gespür für diesen Scheiß. Da hast du Glück, mein Junge.« Es war nicht mehr weit bis zu Rischskaya. In der Ferne flackerte bereits der Widerschein des Grenzfeuers auf. Der Kommandeur drosselte das Tempo und gab mit der Lampe das vereinbarte Zeichen. Am Wachposten ließ man sie schnell und ohne Komplikationen durch, und sie fuhren in die Station ein. Die Rischskaya war in einem weitaus besseren Zustand als die Alexejewskaya. Vor langer Zeit hatte sich am Ausgang der Station ein großer Markt befunden. Uns waren unter denen, die sich damals hier in die Metro gerettet hatten, etliche Händler gewesen, Menschen mit Unternehmergeist. Auch die Nähe zum Prospekt Mira und somit zur Hanse und den wichtigsten Handelswegen förderte den Wohlstand der Station. Beleuchtet wurde sie, wie die WDN-J, von elektrischen Notlampen. Die Patrouillen trugen alte, abgetragene Tarnkleidung, die jedoch eindrucksvoller aussah als die bemalten Wattejacken der Alexejewskaya. Die Gäste wurden in ein eigenes Zelt einquartiert. An eine baldige Rückkehr war nun nicht zu denken. Es war unklar, was für eine Gefahr dort im Tunnel lauerte und wie man sie bekämpfen sollte. Die Administration der Station zog sich mit dem Kommandeur der WDN-J-Gruppe zur Beratung zurück, sodass die anderen etwas Zeit zur freien Verfügung hatten. Artyom, mit den Nerven am Ende, plumpste sofort vornüber auf seine Liege. Schlafen konnte er nicht, doch er war völlig entkräftet. In ein paar Stunden war für die Gäste ein feierliches Abendessen geplant. Dem vielsagenden Augenzwinkern und Flüstern der Gastgeber nachzuurteilen, konnte man sogar auf Fleisch hoffen. Einstweilen blieb ihnen jedoch nichts anderes übrig, als sich auszuruhen und möglichst an nichts zu denken. Hinter der Zeltwand wurde es lauter. Neugierig sah Artyom nach draußen. Das Festmahl würde in der Mitte des Saales stattfinden, wo das Hauptfeuer brannte. Einige Menschen säuberten den Boden und legten Zeltplanen aus. Nicht weit entfernt, auf den Gleisen, wurde ein geschlachtetes Schwein zerlegt. Und jemand schnitt mit einer Zange kurze Stücke von einer Drahtrolle ab. Es würde also Schaschlik geben. Die Wände hier waren ungewöhnlich. Nicht aus Marmor, wie an der WDN-Hra oder der Alexejewskaya, sondern gelb und rot gefließt. Dieser ehemals wohl fröhliche Eindruck wurde allerdings getrübt durch eine dicke Schicht aus Ruß und Fett, die inzwischen die Fliesen und den Deckenputz überzog. Trotzdem hatte die Station etwas von ihrem anheimelnden Charakter bewahrt. Und das Wichtigste. Auf dem anderen Gleis befand sich, halb im Tunnel verborgen, ein echter Zug, wenn auch die Fenster herausgeschlagen waren und die Türen offen standen. Züge gab es keineswegs auf jeder Strecke oder an jeder Station. Im Laufe von zwei Jahrzehnten waren viele, besonders diejenigen, die in den Tunneln stecken geblieben und daher als Behausung ungeeignet waren, in ihre Teile zerlegt und diese dann fortgeschafft worden. Denn Räder, Scheiben oder Polster wurden überall gebraucht, für die unterschiedlichsten Zwecke. Artyoms Stiefvater hatte erzählt, dass in der Hanse eines der Gleise eigens von Zügen befreit worden war, um den Güter- und Passagierdreisinen freie Fahrt zwischen den Haltestellen zu ermöglichen. Ebenso war man Gerüchten zufolge auf der roten Linie vorgegangen. Jetzt versammelten sich allmählich die Bewohner der Station. Auch der verschlafene Schenja verließ das Zelt. Nach einer halben Stunde kam die Stationsleitung mit dem Kommandeur der WDN-Gruppe hinzu und die ersten Fleischstücke wurden auf die Kohlen gelegt. Der Kommandeur und die Stationsvorsteher lachten und scherzten. Offenbar waren sie mit dem Ergebnis ihrer Verhandlungen zufrieden. Jemand brachte eine große Flasche mit irgendeinem jenseitigen Gebräu. Es folgten Trinksprüche. Und schließlich waren alle in bester Stimmung. Artyom nagte an einem Fleischspieß, leckte sich das heiße Fett von den Händen und blickte in die glühenden Kohlen, von denen nicht nur Wärme ausging, sondern auch ein Gefühl der Geborgenheit und Ruhe. »Warst du das, der sie aus der Falle gezogen hat?« wandte sich plötzlich ein Unbekannter an ihn, der neben ihm saß und ihn seit ein paar Minuten aufmerksam beobachtet hatte. Artyom schreckte hoch. »Wer hat Ihnen das erzählt?« Er musterte den Unbekannten. Dieser war kurz geschoren und unrasiert. Unter einer groben, aber stabil aussehenden Lederjacke sah man ein warmes Marinehemd. Artyom konnte nichts Verdächtiges an ihm entdecken. Äußerlich ähnelte sein Gegenüber einem fahrenden Händler, von denen es an der Rischskaya jede Menge gab. »Wer? Na, euer Brigadier da drüben.« Mit einem Kopfnicken deutete der Mann auf den Kommandeur, der sich in einiger Entfernung angeregt mit seinen Kollegen unterhielt. »Ja, stimmt«, gab Artyom unwillig zu. Obwohl er noch vor kurzem geplant hatte, an der Rischskaya nützliche Kontakte zu knüpfen, fühlte er sich jetzt, da sich ihm eine Gelegenheit bot, plötzlich unwohl. »Ich heiße Bourbon. Und du?« »Bourbon? Was ist denn das für ein Name?« »Das weißt du nicht?« »So eine Art von Alkohol. Feuerwasser, verstehst du?« »Soll bei den Leuten für gute Laune gesorgt haben.« »Na ja. Und dein Name?« »Artyom.« »Hör mal, Artyom.« »Wann fährst du wieder zurück?« »Weiß ich nicht«, erwiderte Artyom misstrauisch. »Momentan kann das keiner so genau sagen. Wenn sie gehört haben, was mit uns da passiert ist, müssten sie das eigentlich selbst kapieren.« »Du kannst mich ruhig duzen. Ich bin nicht so viel älter. Jedenfalls, warum ich frage, ich will dir ein Geschäft vorschlagen. Nicht euch allen, sondern nur dir. Ganz persönlich sozusagen. Ich brauche nämlich deine Hilfe, verstehst du? Zumindest vorübergehend.« Artyom begriff überhaupt nichts. Der Typ redete wirres Zeug und etwas in seiner Aussprache ließ Artyom innerlich verkrampfen. Er wollte dieses Gespräch so schnell wie möglich beenden. »Entspann dich«, beilte sich Bourbon, Artyoms Zweifel zu zerstreuen, als hätte er sie gespürt. »Kein Risiko. Alles sauber. Na gut, fast alles. Es geht um Folgendes. Vorgestern sind unsere Leute zur Sucharevskaya aufgebrochen. Du weißt ja, immer die Linie entlang. Sie sind aber nicht angekommen. Nur einer ist zurückgekehrt. Er erinnert sich an nichts mehr. Er ist beim Prospekt Mira herausgekommen. Rotz und Wasser hat er geheult. Wie der, von dem euer Brigadier erzählt hat. Die anderen sind nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht sind sie ja später doch bei der Sucharevskaya angekommen. Vielleicht auch nicht. Denn schon seit drei Tagen ist niemand mehr von dort beim Prospekt Mira aufgetaucht. Und vom Prospekt aus will jetzt natürlich keiner mehr dorthin. Ist ihnen einfach zu gefährlich.« »Mit einem Wort. Ich glaube, das war der gleiche Mist wie bei euch. Wie ich euren Brigadier gehört habe, habe ich das gleich kapiert, sozusagen. Naja, so dieselbe Linie. Und über die Rohre...« Böben blickte über die Schulter, offenbar, um zu prüfen, ob jemand lauschte. Dann fuhr er leise fort. »Aber du reagierst nicht auf dieses Zeug, verstehst du?« »So halbwegs«, erwiderte Artyam unsicher. »Jedenfalls muss ich da hin. Und zwar unbedingt. 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 Aber es ist gut möglich, dass ich auf dem Weg durchdrehe. So wie unsere Männer. Und wie eure Brigade. Außer dir.« »Du...« Artyam sprach zögerlich, probierte gleichsam den Geschmack dieses Wortes und spürte, wie unangenehm es war, jemanden wie diesen da zu duzen. »Du willst, dass ich dich durch den Tunnel zur Sucharevskaya führe?« »So ungefähr.« Böben nickte erleichtert. »Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber der Tunnel hinter der Sucharevskaya ist noch übler als der hier. Ein richtiges Drecksloch. Und da muss ich dann auch noch durch, irgendwie.« »Doch jetzt, nach diesem Mist mit den Jungs. Aber keine Panik. Wenn du mich da durchführst, werde ich mich schon erkenntlich zeigen. Ich muss zwar weiter nach Süden, aber an der Sucharevskaya habe ich meine Leute, die bringen dich zurück und sorgen dafür, dass dir kein Härchen gekrümmt wird.« So sehr ihm dieser Böben mit seinem Angebot zuwider war, begriff Artyam doch plötzlich, dass dies seine Chance war, ohne Kampf, ja, überhaupt ohne jegliche Probleme, die südlichen Kontrollpunkte der Ryskaya zu passieren und sogar noch weiterzukommen. Böben hatte angedeutet, dass er von der Sucharevskaya noch weiter südlich, also bis zur Turgenevskaya, gehen wollte. Von dort hätte Artyam die Möglichkeit, sich durchzuschlagen. Turgenevskaya, Drupnaya, Svetnoi-Bulvar, Tschechowskaya. Dann war es nur noch ein Katzensprung bis zur Arbatskaya, zur Polis. »Womit zahlst du?« Artyam wollte sich noch etwas bitten lassen. »Womit du willst?« »Eigentlich mit Devisen.« Böben sah Artyam zweifelnd an, als fragte er sich, ob dieser verstand, was er meinte. »Mit Patronen. Für die Kalaschnikow.« »Aber wenn du willst, auch mit Fressalien, Alkohol oder Dur.« Er zwinkerte ihm zu. »Lässt sich alles einrichten.« »Nein. Patronen sind in Ordnung. Zwei Magazine. Und das Essen für den Hin- und Rückweg. Ich lasse nicht mit mir handeln.« Ertyam versuchte, so entschlossen wie möglich zu wirken und Böbens prüfendem Blick standzuhalten. »Ah, ein Geschäftsmann«, bemerkte dieser mit einem schwer zu deutenden Unterton in der Stimme. »Na gut.« »Zwei Hörner für die Kalaschnikow. Und die Fressalien.« »Macht nichts. Das ist es wert.« »Gut, Artyam.« »Geh jetzt schlafen.« »Ich komme dich dann holen, wenn sich dieser ganze Haufen hingelegt hat.« »Und pack deine Sachen. Wenn du schreiben kannst, hinterlass eine Nachricht, damit sie uns am Ende nicht noch hinterherlaufen.« »Und sie zu, dass du fertig bist, wenn ich komme?« »Für eine Handvoll Patronen.« Zum Glück hatte Artyam seine paar Habseligkeiten noch nicht ausgepackt. Die Frage war nur, wie er sein Gewehr transportieren würde, ohne dass es jemandem auffiel. Man hatte ihnen, wie immer bei solchen Expeditionen, riesige Armeesturmgewehre zugeteilt. Kaliber 7,62 mit Holzkolben. Artyam lag da, den Kopf unter der Decke, und reagierte nicht auf Shenjas verwunderte Fragen. Warum er jetzt schlafe, wo es doch draußen so toll sei? Und ob er vielleicht krank sei? Im Zelt war es heiß und schwül, besonders unter der Decke. Der Schlaf wollte einfach nicht kommen, so sehr sich Artyam auch bemühte. Und als er endlich einnickte, hatte er undeutliche Visionen, als blicke er durch trübes Glas. Er lief irgendwo hin, sprach mit jemandem ohne Gesicht, lief weiter. Wieder war es Shenja, der ihn an der Schulter schüttelte und flüsterte. Hör mal, Artyam, da ist so ein Typ. Hast du Probleme? Ich wecke am besten unsere Leute. Nein, alles in Ordnung, erwiderte Artyam leise und zog sich die Stiefel an. Ich muss nur mit jemandem reden. Schlaf weiter. Ich bin gleich wieder da. Er wartete, bis Shenja sich wieder hingelegt hatte. Dann trug er vorsichtig seinen Rucksack und das Gewehr zum Zeltausgang und wollte gerade hinausschlüpfen, als Shenja, der das metallische Klappern gehört hatte, erneut besorgt fragte, »Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?« Artyam musste sich etwas einfallen lassen. Er sagte, er wolle nur einem Bekannten etwas zeigen, es sei alles in Ordnung und so weiter. »Du lügst,« gab sein Freund zurück. »Na gut. Wann soll ich anfangen, mir Sorgen zu machen?« In einem Jahr, murmelte Artyam und hoffte, dass Shenja seine Worte nicht verstanden hatte. Er schlug den Zeltflügel auf und trat hinaus. »Mann, du lässt dir vielleicht Zeit,« zischte Bourbon gereizt. Er trug dieselbe Kleidung wie zuvor, nur hatte er jetzt einen hohen Rucksack auf dem Rücken. Er deutete auf Artyoms Sturmgewehr. »Heilige Fresse! Du willst doch nicht etwa mit diesem Teil an den Posten vorbeischleichen?« Artyom bemerkte verwundert, dass Bourbon keine Waffe trug. Das Licht an der Station war heruntergedreht worden. Vom Festmahl erschöpft lagen offenbar alle auf ihren Pritschen. Artyom hastete vorwärts, denn er befürchtete, auf jemanden aus seiner Gruppe zu treffen. Doch am Eingang zum Tunnel hielt ihn Bourbon an und bedeutete ihm, langsamer zu gehen. Die Wachleute auf den Gleisen hatten sie bemerkt und fragten von weitem, wohin sie um halb zwei Uhr nachts noch wollten. Bourbon sprach einen von ihnen mit Namen an und sagte, sie seien geschäftlich unterwegs. Dann schaltete er seine Taschenlampe ein und sah Artyom an. »Hör gut zu. Bei Meter einhundert und zweihundertfünfzig gibt es Wachen. Du hältst die Klappe. Ich erledige das. Schade, dass deine Kalaschnikow so alt ist wie meine Oma. Die kann man wirklich nirgends verstecken. Wo hast du bloß diesen Schrott aufgetrieben?« Bei Meter einhundert lief alles glatt. Hier gab es ein kleines Lagerfeuer, an dem zwei Männer in Tarnanzügen saßen. Einer der beiden döste vor sich hin, der zweite drückte Bourbon freundschaftlich die Hand. »Geschäftlich. Alles klar«, sagte er gedehnt und grinste verschwörerisch. Bis Meter zweihundertfünfzig verlor Bourbon nicht ein Wort. Mürrisch schritt er voran. Er war irgendwie aggressiv, ein unangenehmer Typ, und Artyom begann bereits zu bereuen, dass er sich mit ihm zusammengetan hatte. Er ließ sich etwas zurückhängen, überprüfte seine Waffe und legte einen Finger auf die Abzugsicherung. Beim letzten Posten kam es zu einer Verzögerung. Entweder kannten sie Bourbon dort nicht so gut oder aber zu gut. Jedenfalls ließ ihn der Kommandeur seinen Rucksack beim Feuer abstellen, führte ihn zur Seite und befragte ihn lange. Artyom blieb beim Feuer stehen und antwortete einsilbig auf die Fragen der Wachleute. Diesen war offenbar langweilig, und sie hätten nichts gegen eine kleine Unterhaltung gehabt. Artyom wusste aus eigener Erfahrung, dass es ein gutes Zeichen war, wenn die Wachleute gesprächig waren. Hatten sie Langeweile war alles ruhig. Taten sich dagegen seltsame Dinge, kam irgendetwas aus der Tiefe gekrochen, versuchte jemand von Süden durchzubrechen oder waren verdächtige Geräusche zu hören. So saßen sie dicht gedrängt am Feuer, schwiegen angespannt und wagten es nicht, den Tunnel aus den Augen zu lassen. Heute war also alles in Ordnung. Sie konnten unbesorgt weitergehen, zumindest bis zum Prospekt Mira. Die Wachleute musterten Artyoms Gesicht. »Du bist nicht von hier. Kommst du von der Alexejewska, ja?« erkundigten sie sich. Artyom dachte an Böbens Anweisung und murmelte etwas Unverständliches, was man auf beliebige Weise verstehen konnte. Schließlich gaben die Wachleute auf und gingen dazu über, die Erzählung eines gewissen Michai zu diskutieren, der dieser Tage am Prospekt Mira gehandelt und mit der dortigen Administration Probleme bekommen hatte. Erleichtert, dass man ihn nun in Ruhe ließ, saß Artyom da und blickte durch die Flammen in den Südtunnel. Es schien derselbe, endlose, breite Korridor zu sein wie nördlich der WDN-H, wo Artyom noch vor kurzem genauso auf dem Posten bei Meter vierhundertfünfzig gewesen war. Äußerlich unterschied er sich durch nichts. Doch war etwas an ihm ein besonderer Geruch, den der Zug im Tunnel herbeitrug, oder eine eigene Stimmung, eine Aura, die nur ihm zu eigen war, ihm eine Art Individualität verlieh, ihn anders sein ließ als aller anderen. Artyoms Stiefvater hatte immer gesagt, in der Metro gebe es keine zwei gleichen Tunnel. Ja, sogar auf demselben Abschnitt unterscheide sich eine Richtung von der anderen. Ein derart extremes Gespür bekam man nur, wenn man viele Jahre in der Metro unterwegs war. Suchoy nannte es den Tunnel hören. Er selbst war stolz auf sein besonders feines Gehör und hatte Artyom mehrmals davon berichtet, wie er dank dieses bei ihm so ausgeprägten Sins eine gefährliche Situation heil überstanden hatte. Bei vielen anderen hatte sich trotz langjähriger Wanderung durch die Metro keine derartige Sensibilität entwickelt. Einige befiel eine unerklärliche Angst, andere hörten Geräusche oder Stimmen, wieder andere verloren den Verstand. Doch in einem waren sich alle einig. Selbst wenn sich in einem Tunnel keine Menschenseele befand, so war er doch nicht leer. Etwas Unsichtbares, kaum Spürbares, floss langsam und zäher dahin, füllte die Tunnel mit seinem eigenen Leben wie schweres, kaltes Blut in den Venen eines steinernen Leviathans. Nun, da er die Gespräche der Wachen nicht mehr vernahm und vergeblich versuchte, jenseits des Feuerscheins etwas zu erkennen, begriff Artyom, was sein Stiefvater gemeint hatte. Weiter als bis hier hatte er noch nie gehen müssen, und obwohl er wusste, dass hinter der flackernden Grenze noch Menschen lebten, schien ihm das in diesem Moment völlig unwahrscheinlich. Es schien, als wäre das Leben zehn Schritte von hier zu Ende, als sei dort vorne nichts weiter als tote Finsternis, die ein trügerisches Echo von sich gab. Doch dann, während er so da saß, veränderte sich etwas. Er hörte auf, in die Tiefe zu starren, als hoffte er dort etwas Besonderes zu entdecken. Sein Blick schien sich nun in der Dunkelheit auflösen zu wollen, mit dem Tunnel zu verschmelzen, Teil dieses Leviathans zu werden, eine Zelle dieses Organismus. Artyom merkte, dass er sich die Ohren zuhielt, doch durch seine Finger hindurch, die den Geräuschen der äußeren Welt den Zugang versperrten, vorbei an den Hörorganen, gleichsam direkt ins Gehirn, begann eine leise Melodie zu strömen. Das unwirkliche Raunen des Erdinnern, gedämpft und undeutlich. Nicht der erschreckende, grelle Lärm, der aus dem geplatzten Rohr zwischen der Alexejewskaya und der Rischskaya gekommen war, nein, etwas anderes. Rein und tief. Nachdem er eine Zeit lang in den ruhigen Fluss dieser Melodie eingetaucht war, erkannte er plötzlich, weniger mit dem Verstand als mit einer Intuition, die jenes Geräusch aus dem Rohr offenbar geweckt hatte, das Wesen dieser Erscheinung. Der Strom, der wild aus der Leitung hervorgebrochen war, und dieser Äther, der gemächlich durch den Tunnel waberte, waren ein und dasselbe. In dem Rohr war er eitrig und infiziert gewesen, hatte unruhig gebrodelt, bis er dort, wo die angeschwollenen Leitungen geplatzt waren, stoßweise in die Außenwelt hinaussprudelte und bei allen lebenden Geschöpfen Schwermut, Übelkeit und Wahnsinn hervorrief. Es schien Atyom, als stehe er kurz davor, etwas sehr Wichtiges zu begreifen, als hätte sich in der letzten halben Stunde, da sein Geist im stockfinsteren Tunnel umherschweifte, im Zwielicht des eigenen Bewusstseins jener Schleier ein wenig gelüftet, der alle vernunftbegabten Kreaturen davon abhielt, die wahre Natur dieser neuen Welt zu begreifen. Zugleich ergriff ihn große Furcht, als hätte er durch eine Art Schlüsselloch geblickt, und von der anderen Seite der Tür wäre ihm nur unerträglich helles, die Augen versengendes Licht entgegengeschlagen. Und wenn er diese Tür öffnete, würde das Licht unaufhaltsam herausbrechen und den tollkühnen Eindringling in Staub und Asche verwandeln. Dieses Licht jedoch war Erkenntnis. Der Wirbel dieser Gedanken und Gefühle überwältigte Atyom. Etwas derart Heftiges hatte er in keiner Weise erwartet. Aber nein, es war nur Einbildung gewesen. Er hatte nichts gehört und nichts gerochen. Erneut hatte ihm die Einbildung einen Streich gespielt. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung beobachtete er, wie die unbeschreibliche Perspektive, die sich ihm für einen Augenblick in seinem Inneren eröffnet hatte, von Sekunde zu Sekunde verblasste, dahinschmolz, und sich seinem geistigen Auge wieder das gewohnte, undeutliche Bild zeigte. Er war vor jener Erkenntnis zurückgeschreckt. Und der schon fast gelüftete Schleier fiel nun wieder schwer herab. Vielleicht für immer. Der Orkan in seinem Kopf hatte ebenso schnell nachgelassen, wie er ausgebrochen war. In Atyoms Verstand jedoch hatte er genug Verwüstung angerichtet, um ihn völlig auszulaugen. Erschüttert saß Atyom da, versuchte zu verstehen, wo die Einbildung endete und die Wirklichkeit begann, sofern man diese Empfindung überhaupt als wirklich bezeichnen konnte. Nach und nach machte sich in seinem Herzen die bittere Befürchtung breit, dass er einen kleinen Schritt von einer Erleuchtung, ja, tatsächlich, einer Erleuchtung, entfernt gewesen war, sich aber nicht hatte entschließen können, nicht den Mut gehabt hatte, sich vom Strom des Tunneläthers mitreißen zu lassen und dass er nun sein ganzes restliches Leben im Dunkeln tappen würde. Was ist Wissen? fragte er sich immer wieder und versuchte zu ermessen, was er sich da so überhastet und feige hatte entgehen lassen. In Gedanken versunken merkte er nicht, wie er diese Worte einige Male sogar laut aussprach. Wissen, mein Junge, ist das Licht und Unwissenheit die Finsternis, erklärte ihm einer der Wachleute. Stimmt's? Er zwinkerte seinen Kameraden fröhlich zu. Atyom starrte den Mann verblüfft an. Doch in diesem Moment kam Bourbon zurück, half ihm auf und begann sich von den Wachleuten zu verabschieden. Sie würden ja gerne noch bleiben, aber sie hätten es eilig. Pass bloß auf, rief ihm der Wachhauptmann hinterher und deutete auf Atyoms Kalaschnikow. Ich lasse dich mit der Waffe gehen, aber auf dem Rückweg kommst du mir damit nicht mehr rein. Ich habe meine Anweisungen. Ich hab's dir ja gesagt, du Idiot, zischte Bourbon wütend, während sie sich schnell vom Lagerfeuer entfernten. Jetzt probier mal da wieder durchzukommen. Da kannst du dich gleich auf einen Kampf einstellen. Ich wusste es doch. Ich wusste, dass es so kommen würde. Verdammt! Atyom schwieg. Er hörte kaum, wie Bourbon ihn abkanzelte. Stattdessen erinnerte er sich wieder an seinen Stiefvater und an dessen Worte, dass jeder Tunnel eine eigene Melodie habe und man lernen könne, sie zu hören. Vielleicht hatte Suchol sich mit dieser Formulierung ja nur gewählt ausdrücken wollen. Doch Atyom glaubte, dass ihm genau das vorhin gelungen war. Er hatte die Melodie des Tunnels gehört. Aber die Erinnerung daran verblasste schnell, und nach einer halben Stunde war sich Atyom gar nicht mehr so sicher, ob das alles nicht nur eine vom Flammenspiel erzeugte Fantasie gewesen war. Unterdessen hatte sich Bourbon wieder beruhigt. Na, sei's drum, sagte er. Du meinst es ja nicht böse. Du hast einfach keine Ahnung. Entschuldige, wenn ich manchmal ein bisschen grob bin. Ein Job ist ziemlich stressig. Immerhin sind wir rausgekommen. Das ist schon mal was. Jetzt latschen wir bis zum Prospekt immer geradeaus. Ohne Halt. Dort machen wir Rast. Wenn alles ruhig ist, wird es nicht lange dauern. Ab dann wird's allerdings problematisch. Und das macht nichts, dass wir so gehen? fragte Atyom und blickte nach hinten. Ich meine, an der WDN-H gehen wir immer mindestens zu dritt, mit Schlussmann und so. Klar, das hat Vorteile. Aber es gibt doch einen Nachteil. Den kapiert man nicht gleich. Muss man erst am eigenen Leib spüren. Früher habe ich auch Angst gehabt. Wir sind sogar mindestens zu fünft unterwegs gewesen. Ja, manchmal zu sechst oder mehr. Glaubst du vielleicht, das hilft? Von wegen. Einmal waren wir mit einer Ladung unterwegs und hatten deshalb Begleitschutz dabei. Zwei vorn, drei in der Mitte und ein Schlussmann. Richtig wie aus dem Lehrbuch. Von der Tretakowskaja gingen wir in Richtung, naja, früher hieß sie jedenfalls Marxistskaja. Der Tunnel war so la la. Mir hat er nicht sonderlich gefallen. War auch irgendwie faulig. Und dunstig war er. Die Sicht war beschissen. Keine fünf Schritte weit. Die Lampe brachte so gut wie nichts. Wir haben dem Schlussmann ein Seil an den Gürtel geknotet, ist durch den Riemen von einem in der Mitte gezogen und das andere Ende an der Spitze der Gruppe beim Kommandeur festgemacht, damit keiner im Nebel zurückbleibt. Wir laufen also so dahin. Alles in bester Ordnung. Keine Eile. Und zum Glück kommt uns niemand entgegen, also denke ich mir, das schaffen wir in weniger als vierzig Minuten. Wir sind sogar noch schneller gewesen. Börben schüttelte sich und schwieg eine Weile, bevor er fortfuhr. Irgendwo auf der Hälfte des Weges fragt Tolja, der in der Mitte geht, unseren Schlussmann etwas. Der schweigt. Tolja wartet und fragt nochmal. Wieder schweigen. Tolja zieht an dem Seil und hat das lose Ende in der Hand. Durchgebissen. Wirklich durchgebissen. Sogar irgendein feuchtes Zeug hing da noch dran. Und der Typ ist verschwunden. Dabei hat niemand was gehört. Nichts. Ich selbst war ja mit Tolja in der Mitte. Er zeigt mir das Ende des Seils und ihm zittern die Knie dabei. Wir haben dann nochmal gerufen, der Ordnung halber. Aber es hat natürlich keiner geantwortet. Da war nämlich niemand mehr. Wir haben uns angeschaut und sind losgerannt. Bei der Marxistsgeier waren wir im Nullkommanix. Vielleicht hat er sich einen Scherz erlaubt. Einen Scherz. Vielleicht. Aber es hat ihn wirklich niemand mehr gesehen. Ich jedenfalls habe folgendes kapiert. Wenn du an der Reihe bist, bist du eben an der Reihe. Da hilft dir kein Begleitschutz und gar nichts. Da kommt man nämlich nur langsamer voran. Seither gehe ich immer nur zu zweit. Außer in einem Tunnel. Von der Sucharevskaya zur Turgenevskaya. Aber der ist ein eigenes Kapitel. Wenn was ist, bringt mich der andere eben raus. Dafür sind wir schneller. Kapiert? Kapiert. Aber werden die uns am Prospekt Mira denn reinlassen? Ich habe ja das hier dabei. Artyom deutete auf sein Sturmgewehr. Auf unserer Linie schon. Doch am Ring ganz bestimmt nicht. Dort würden sie dich auch ohne Waffe nicht reinlassen. Aber wir müssen ja auch nicht dort rein. Und überhaupt dürfen wir dort nicht lange rumhängen. Wir machen nur eine kurze Rast und weiter. Du... Warst du überhaupt schon mal am Prospekt? Nur als kleiner Junge, sonst nicht. Dann spitz mal schön deine Ohren. Es gibt dort keine Grenzwachen. Es ist hauptsächlich ein Marktplatz. Dort lebt niemand so richtig. Aber der Übergang zum Ring ist da. Zu Hanse also. Die Station auf der Sternlinie ist Niemandsland. Aber die Soldaten der Hanse patrouillieren dort, damit Ordnung herrscht. Das bedeutet, dass wir uns still verhalten müssen. Verstanden? Sonst jagen sie uns zum Teufel. Verbieten uns den Zugang zu ihren Stationen und wir schauen in die Röhre. Deshalb? Sobald wir dort ankommen, kletterst du auf den Bahnsteig und bleibst da sitzen. Und zwar ohne mit deiner Höllenmaschine, Börben nickt in Richtung der leitgeprüften Kalaschnikow, groß rumzuwedeln. Ich muss da was mit jemandem bereden. Das heißt, du wirst auf mich warten müssen. Dann sehen wir weiter, wie wir die verdammte Strecke bis zur Sucharewskaja schaffen. Börben verstummte und Artyom blieb sich selbst überlassen. Der Tunnel war eigentlich nicht schlecht, nur etwas feucht. Und neben den Gleisen strömte ein kleines, dunkles Rinnsaal. Nach einiger Zeit vernahm sie jedoch ein leises Rascheln und Piepsen, dass Artyom vorkam wie ein Nagel, der über Glas kratzt und ihn vor Ekel erschaudern ließ. Die kleinen Kreaturen waren noch nicht zu sehen, aber ihre Anwesenheit wurde zunehmend spürbar. Ratten! Artyom spiel das abscheuliche Wort hervor, während es ihm kalt den Rücken herunterlief. In nächtlichen Albträumen suchten sie ihn noch immer heim, obwohl die Erinnerung an jenen furchtbaren Tag, als seine Mutter und die ganze Station, die Nerijewskaja im Strom der Ratten umkamen, schon fast erloschen war. Erloschen? Nein. Die Erinnerung daran war nur tiefer eingedrungen, wie eine Nadel tiefer in den Körper eindringt, wenn man sie nicht rechtzeitig herauszieht, wie ein Splitter weiterwandert, den ein ungeschickter Chirurg übersehen hat. Zuerst verbirgt er sich und verharrt reglos, ohne Schmerzen zu erzeugen oder sonst irgendwie aufzufallen. Doch irgendwann beginnt er, von einer unbekannten Kraft in Bewegung gesetzt, seine zerstörerische Reise durch Arterien und Nervenknoten, reißt lebenswichtige Organe auf und setzt seinen Wirt unerträglichen Qualen aus. Genau so war die Erinnerung an jenen Tag, an die blinde Raserei und sinnlose Grausamkeit der unersättlichen Tiere tief in Artyoms Unterbewusstsein vergraben. Nachts suchte sie ihn heim, peitschte ihn mit elektrischen Stößen, ließ seinen Körper beim Anblick, ja schon beim Geruch dieser Wesen reflexartig zusammenzucken. Bei Artyom und seinem Stiefvater und vielleicht auch bei den anderen vier Männern, die sich damals mit der Dreisine gerettet hatten, riefen Ratten unvergleichlich mehr Panik und Ekel hervor, als bei anderen Metrobewohnern. An der WDN-R gab es fast keine Ratten. Überall standen Klappfeilen und es wurde giftgestreut. Daher hatte Artyom schon lange keine mehr zu Gesicht bekommen. In der restlichen Metro jedoch wimmelte es nur so davon, was Artyom vergessen oder verdrängt hatte, als er sich auf die Reise machte. »Haben sie dich etwa erschreckt?« erkundigte sich Börben spöttisch. »Du magst sie nicht? Bist du aber empfindlich. Gewöhn dich besser dran. Ratten gibt's hier auf Schritt und Tritt, was aber auch sein Gutes hat. So muss man nie hungern.« Er grinste. »Aber mal ohne Scherz. Du solltest dir eher Sorgen machen, wenn keine Ratten da sind. Wo nicht mal Ratten leben wollen, musst du mit dem Schlimmsten rechnen. Und wenn dieses Schlimmste keine Menschen sind, Mann, dann solltest du dich wirklich fürchten. Dort, wo Ratten rumlaufen, ist dagegen alles in Ordnung. Kapiert?« Diesem Typen wollte Artyom nun wirklich nicht seine innersten Ängste anvertrauen und so nickte er nur schweigend. Viele Ratten gab es hier ohnehin nicht. Sie mieden den Schein der Taschenlampe und machten sich kaum bemerkbar. Einige jedoch kam Artyom unter die Füße. Sein Stiefel trat plötzlich auf etwas Weiches und Glitschiges, und ein durchdringendes Kreischen schmerzte in den Ohren. Vor lauter Überraschung verlor Artyom das Gleichgewicht und wäre beinahe mit seiner ganzen Ausrüstung auf die so aufeinander hocken. Da musst du einfach über sie drüber gehen. Manchmal knackst es dann richtig schön unter deinen Füßen. Er lachte laut auf, zufrieden mit dem erzielten Effekt. Artyom schüttelte es. Er schwieg weiter, aber seine Finger ballten sich zu Fäusten. Wie gerne hätte er Birben jetzt eins in die grinsende Fresse gegeben. Von Weitem war plötzlich ein undefinierbares Raunen zu hören, sodass Artyom augenblicklich die Kränkung vergaß, den Griff seines Gewehrs packte und Birben fragend ansah. Dieser klopfte ihm väterlich auf die Schulter. »Entspann dich, alles im Lot. Wir sind schon am Prospekt.« Für Artyom war es ungewohnt, einfach so unmittelbar eine fremde Station zu betreten, ohne zuvor den Schein des Feuers zu sehen, das die Stationsgrenzen markierte und ohne dabei auf irgendwelche Hindernisse zu treffen. Als sie sich dem Ausgang des Tunnels näherten, nahm der Lärm zu und ein schwaches Licht machte sich bemerkbar. Endlich kam linker Hand ein gusseisernes Treppchen in Sicht, sowie eine kleine Brücke mit Geländer, die an der Tunnelmauer klebte und es ermöglichte, von den Gleisen auf die Ebene des Bahnsteigs zu kommen. Birbens beschlagene Stiefel knallten auf die Eisenstufen. Nach ein paar Schritten machte der Tunnel plötzlich einen Knick nach links, und sie waren an der Station angelangt. Sogleich schlug ihnen ein greller, weißer Lichtstrahl ins Gesicht. Vom Tunnel aus unsichtbar stand seitlich ein kleiner Tisch, an dem ein Mann in unbekannter und seltsam grauer Uniform und mit einer alten Schirmmütze mit verziertem Rand saß. »Willkommen«, begrüßte er sie und lenkte den Lichtstrahl zur Seite. »Handel? Transit?« Während Bourbon das Ziel ihres Besuchs darlegte, ließ Artyom seinen Blick über die Station schweifen, die den Namen Prospekt Mira, also Prospekt des Friedens trug. Am Bahnsteig bei den Gleisen herrschte halbdunkel, aber durch die Rundbögen schien ein schwaches, gelbes Licht, bei dessen Anblick sich Artyoms Herz plötzlich zusammenkrampfte. Nun wollte er die Formalitäten möglichst schnell hinter sich bringen, um herauszufinden, was sich an der Station tat, dort, hinter den Bögen, aus denen dieses schmerzlich bekannte, heimelige Licht kam. Und obwohl Artyom überzeugt war, dergleichen noch nie gesehen zu haben, transportierte ihn der Anblick dieses Rundbogens für einen Moment zurück in die ferne Vergangenheit, und vor seinem inneren Auge sah er ein seltsames Bild. Ein kleines Zimmer, durchströmt von warmem, gelben Licht. Darin eine breite Liege, auf der eine junge Frau, deren Gesicht nicht zu erkennen war, halb sitzend, halb liegend, ein Buch las. In der Mitte der mit pastellfarbener Tapete beklebten Wand war das dunkelblaue Quadrat eines Fensters zu erkennen. Einen Augenblick später löste sich die Vision wieder auf und ließ Artyom überrascht und beunruhigt zurück. Was hatte er da gerade gesehen? Hatte das gelbe Licht etwa eine irgendwo im Unbewussten verwahrte Folie mit einem Bild seiner Kindheit auf einem unsichtbaren Bildschirm projiziert? War jene junge Frau, die auf der bequemen Liege friedlich ein Buch las? Seine Mutter? Ungeduldig hielt er dem Zollbeamten seinen Pass hin, gab, trotz aller Einwände Börbens, für die Dauer seines Aufenthalts das Sturmgewehr bei der Aufbewahrungsstelle ab und eilte von dem Licht gelockt wie eine Motte durch die Säulen dorthin, von wo der Marktlärm kam. Der Prospekt Mira unterschied sich sowohl von der WDN-Ha als auch von der Alexejewskaya und der Rischskaya. Die prosperierende Hanse konnte sich eine weitaus bessere Beleuchtung leisten als jene Notlampen, die an den Artyom-bekannten Stationen in Betrieb waren. Zwar waren es nicht wirkliche Leuchter wie die, die der Metro damals Licht gaben, sondern Niedrigleistungsglühlampen, die alle 20 Schritt von einem Kabel an der Decke herabhingen, Artyom jedoch, der das trübrote Notdämmern gewohnt war, das unsichere Flackern der Lagerfeuer, den schwachen Schein winziger Glühbirnen aus Taschenlampen, kam die Beleuchtung beinahe wie ein Wunder vor. Es war das gleiche Licht, das seine frühe Kindheit beleuchtet hatte. Dort, oben. Es bezauberte ihn, erinnerte ihn an etwas, das schon lange vorüber war. Anstatt wie die anderen Menschen die Handelsreihen abzugehen, stand Artyom an eine Säule gelehnt da, schützte seine Augen mit der Hand und sah diese Lampen an, wieder und wieder, bis ihm die Augen schmerzten. »Sag mal, bist du verrückt geworden?« ertönte Burbens Stimme von hinten. »Was starrst du so? Willst du deine Augen ruinieren?« »Am Ende tappst du noch wie ein blinder Welpe herum.« »Und was mache ich dann mit dir?« »Wenn du ihnen schon deine Knarre dalässt, könntest du dir wenigstens anschauen, was hier so läuft.« »Was gibt's denn an den Lampen zu sehen?« Artyom blickte Burbens unfreundlich an, folgte ihm aber doch. Es waren nicht unbedingt viele Menschen an dieser Station, aber sie sprachen so laut durcheinander, handelten, lockten, forderten, versuchten einander zu übertönen, dass ein beträchtlicher Geräuschpegel herrschte. Auf beiden Gleisen standen ein paar Waggons, die man zu Wohnräumen umfunktioniert hatte. Im Mittelgang befanden sich zwei Reihen von Verkaufsständen, an denen, mal ordentlich sortiert, mal in schlampigen Haufen, verschiedene Gerätschaften fallgeboten wurden. Auf der einen Seite schnitt ein eiserner Vorhang die Station ab. Dort hatte sich einmal der Ausgang nach oben befunden, während am anderen Ende, hinter einer Linie von tragbaren Absperrgittern, graue Säcke aufgehäuft waren, offenbar Feuerstellungen. Unter der Decke hatte man eine weiße Leinwand aufgespannt, auf die ein brauner Kreis gezeichnet war, das Symbol der Ringlinie. Hinter der Absperrung führten vier Rolltreppen nach oben, zum Ring. Dort begann das Territorium der mächtigen Hanse, die jeglichen Fremden den Zutritt verwirrte. Sowohl hinter den Sicherheitszäunen als auch auf der Station schritten Grenzposten der Hanse auf und ab. Sie waren in gute, wasserdichte Overalls gekleidet, die das übliche Tarnmuster hatten, aber aus irgendeinem Grund grau waren. Dazu trugen sie Kappen in der gleichen Farbe und Maschinenpistolen über der Schulter. Warum haben sie eine graue Tarnung? erkundigte sich Artyom bei Bourbon. Denen geht's zu gut, darum, erwiderte dieser verächtlich. Also, geh du erst mal hier spazieren. Ich habe was mit jemandem zu besprechen. Besonders interessante Dinge konnte Artyom auf den Auslagen nicht entdecken. Es gab Tee, Dauerwurst, Akkus für Taschenlampen, Jacken und Mäntel aus Schweinsleder, zerfledderte Bücher und Hefte, meist pornografischen Inhalts, sowie Halbliterflaschen mit irgendwelchen verdächtig aussehenden Substanzen unter Bezeichnung selbstgebrannter, auf schief geklebten Etiketten. Tatsächlich gab es keinen einzigen Laden, wo Dur verkauft wurde, was man früher hier ohne Probleme bekommen hatte. Sogar das dürre Männchen mit der blau angelaufenen Nase und den tränenden Augen, der jenes obskure Gebräu feilbot, scheuchte Artyom mit heiserer Stimme fort, als dieser sich erkundigte, ob er nicht ein bisschen was habe. Natürlich gab es dort auch einen Stand mit Brennholz. Die knorrigen Scheite und Zweige, die die Stalker von der Oberfläche brachten, brannten erstaunlich lange und entwickelten fast keinen Rauch. Bezahlt wurde mit matt glänzenden, spitz zulaufenden Patronen für die Kalaschnikow, die einst beliebteste und am weitesten verbreitete Waffe der Welt. 100 Gramm Tee kostete fünf Patronen, eine Dauerwurst 15, eine Flasche selbstgebrannter 20. Meist bezeichnet man diese Währung als Kugeln. Hör mal, Mann, sieh her, was ich hier für eine tolle Jacke habe, gar nicht teuer. 300 Kugeln und sie gehört dir. Na gut, 250. Schlag ein! Während er die exakten Reihen von Kugeln auf den Ladentischen betrachtete, fielen Artyom die Worte seines Stiefvaters ein. Ich habe mal gelesen, dass Kalaschnikow stolz darauf war, dass sein Sturmgewehr das beliebteste auf der ganzen Welt ist. Er sagte, er sei glücklich, dass dank seiner Konstruktion die Grenzen Russlands sicher seien. Ich weiß nicht, hätte ich diese Maschine erfunden, ich hätte vermutlich den Verstand verloren. Allein der Gedanke, dass mit deiner Erfindung die meisten Morde auf dieser Welt begangen werden, das ist doch noch furchtbarer als der Erfinder der Guillotine zu sein. Jede Patrone ein Tod. Das Gramm Tee sind fünf Menschenleben. Eine Wurst? Bitte, äußerst günstig. Nur 15 Leben. Eine gut gearbeitete Lederjacke, heute im Angebot. Anstatt 300, nur 250. Sie sparen also 50 Leben. Der Tagesumsatz dieses Markts wog vermutlich die gesamte verbliebene Bevölkerung der Metro auf. Und? Hast du was gefunden? fragte Börben, als er zurückkam. Artyom schüttelte den Kopf. Hier gibt es nichts Interessantes. Stimmt, nichts als Schrott. Mann, es gibt Örtchen in diesem Schweinestall, wo du alles kriegen kannst, was du nur willst. Börben seufzte verträumt. Du gehst, und man ruft dir um die Wette zu. Waffen, Drogen, Mädchen, gefälschte Dokumente. Aber diese Idioten, er deutete mit dem Kopf auf die Flagge der Hanse, haben aus dem Markt hier einen Kindergarten gemacht. Dies darfst du nicht, jenes auch nicht. Egal, holen wir deine Knarre, wir müssen weiter. Auf uns wartet der verfluchte Tunnel. Nachdem Artyom sein Sturmgewehr zurückerhalten hatte, setzten sie sich auf eine Steinbank vor dem Eingang zum Südtunnel. Hier herrschte nur noch Zwielicht. Börben hatte diesen Platz eigens gewählt, damit sich ihre Augen an das Dunkel gewöhnten. Folgendes, Artyom. Ich kann für mich nicht garantieren. Mir ist noch nie sowas passiert. Deshalb weiß ich nicht, was ich tun werde, wenn wir auf das Zeugster stoßen. Dreimal auf Holz geklopft natürlich, aber wenn wir wirklich drauf stoßen, also wenn ich plötzlich zu heulen anfange oder nichts mehr höre, ist das noch in Ordnung. Aber soweit ich das verstehe, wird dort jeder auf andere Weise gaga. Unsere Jungs sind jedenfalls nicht mehr zum Prospekt zurückgekehrt. Und ich glaube, wir werden heute noch irgendwo da drin über sie stolpern. Also mach dich auf was gefasst. Du bist ja ziemlich zart beseitet. Aber wenn ich anfange durchzudrehen, zu schreien oder dich plötzlich abmurksen will, dann haben wir ein Problem, verstehst du? Ich weiß gar nicht... Werben dachte kurz nach. Na gut. Du bist scheint mir kein schlechter Kerl. Wirst mir schon nicht in den Rücken schießen. Ich gebe dir meine Kanone, solange wir durch den Tunnel gehen. Aber pass bloß auf. Er sah Artyom fest in die Augen. Mach keine Scherze. Mit Humor sieht's bei mir nämlich mau aus. Bourbon schüttelte einen Stofffetzen aus seinem Rucksack und legte eine abgenutzte Plastiktüte mit einem Karabiner frei. Es war ebenfalls eine Kalaschnikow, jedoch eine Kurzversion wie bei den Grenzern der Hanse, mit abklappbarer Schulterstütze und kurzer, konisch zulaufender Mündung anstelle des langen Schafts mit dem offenen Visier wie bei Artyom. Bourbon nahm das Ersatzmagazin heraus, steckte es zurück in den Rucksack und bedeckte es mit Wäschestücken. Dann gab er Artyom die Waffe. Nimm. Und pack sie nicht allzu tief ein. Vielleicht könnten wir sie brauchen. Obwohl der Tunnel ja eigentlich ruhig ist. Er sprang aufs Gleis. Also gut, gehen wir. Dann haben wir es schneller hinter uns. Es war schrecklich. Als sie von der WDN-Rat zur Rischskaya gegangen waren, hatte Artyom zwar gewusst, dass alles Mögliche passieren konnte, aber durch diese Tunnel waren jeden Tag Menschen in beide Richtungen unterwegs und außerdem war ihr Ziel eine bewohnte Station gewesen, wo man sie erwartete. Es fühlte sich einfach nur unangenehm an, wie wenn man einen beleuchteten, ruhigen Ort verlässt. Und selbst auf dem Weg von der Rischskaya zum Prospekt Mira hatte er sich trotz aller Zweifel mit dem Gedanken trösten können, dass vor ihnen eine Station der Hanse lag. Sie hatten gewusst, wohin sie gingen und hatten gefahrlos Rast machen können. Aber das hier war einfach schrecklich. Der Tunnel vor ihnen war völlig dunkel. Es herrschte eine ungewöhnliche, vollkommene Finsternis, so dicht, dass man sie förmlich spüren konnte. Porös wie ein Schwamm sog sie gierig die Strahlen ihrer Taschenlampe auf, die kaum ausreichte, um ein Stückchen Boden einen Schritt voraus zu beleuchten. Artyom lauschte mit höchster Anspannung, um vielleicht einen Anflug jenes seltsamen, schmerzhaften Geräusch zu erhaschen. Doch vergebens. Die Geräusche durchdrangen dieses Dunkel ebenso zäh und langsam wie das Licht. Selbst Bourbons beschlagene Stiefel, die den ganzen Weg über laut geknallt hatten, klangen in diesem Tunnel schwach und gedämpft. Plötzlich erschien rechts von ihnen ein Durchbruch in der Wand. Der Strahl der Taschenlampe versank in einem schwarzen Fleck. Artyom begriff nicht gleich, dass hier einfach ein Seitenzweig des Haupttunnels begann und sah Bourbon fragend an. Keine Angst, das war eine Verbindungsstrecke, erklärte dieser. Um von hier direkt zum Ring zu kommen, für die Züge. Die Hansa hat sie aber zugeschüttet. So blöd sind sie nicht, hier einfach einen Tunnel offen zu lassen. Daraufhin gingen sie lange schweigend weiter. Aber die Stille bedrückte Artyom immer mehr. Schließlich hielte es nicht mehr aus und platzte heraus. Hör mal, Bourbon, stimmt es, dass hier vor kurzem irgendwelche Arschlöcher eine Karawane überfallen haben? Bourbon antwortete nicht gleich. Artyom dachte sogar, er habe die Frage nicht gehört und wollte sie schon ein zweites Mal stellen, als Bourbon unvermittelt sagte, ich habe auch sowas gehört. Ich war aber damals nicht hier. Genau kann ich es nicht sagen. Auch diese Worte klangen dumpf und Artyom begriff nur mit Mühe den Sinn des Gehörten. Er versuchte, die Bedeutung der Wörter von seinen Gedanken zu trennen, die sich schwer um die Frage wälzten, warum hier alles so schlecht zu hören war. Wie bitte? Hat sie etwa niemand gesehen? Hier ist doch am einen Ende eine Station und am anderen auch eine. Wohin sind sie gegangen? Artyom redete weiter, nicht weil es ihn besonders interessierte, sondern um seine eigene Stimme zu hören. Es vergingen wieder ein paar Minuten, bevor Bourbon antwortete, doch diesmal verspürte Artyom nicht mehr den Wunsch, ihn aufzumuntern. In seinem Kopf ertönte das Echo seiner eigenen, soeben gesprochenen Worte und er war zu beschäftigt, diesem Widerhalt zu lauschen. Hier soll irgendwo eine Art Luke sein, sagte Bourbon mit unnatürlichem Ärger in der Stimme. Getarnt! Man sieht sie nicht. Aber in dieser Dunkelheit erkennst du ohnehin nie was. Artyom brauchte einige Zeit, um sich zu erinnern, worüber sie eben gesprochen hatten. Gequält versuchte er sich, an einem Häkchen Sinn festzuhalten und die nächste Frage zu stellen, immer nur, um das Gespräch fortzusetzen. So unbeholfen und zäh es auch war, es rettete sie doch vor der Stille. Und hier ist es immer so dunkel? Artyom bemerkte mit Schrecken, wie leise seine Worte klangen, als habe er Druck auf den Ohren. Dunkel? Wie hier immer. Überall dunkel, ließ sich Bourbon vernehmen. Er machte nun seltsame Pausen. Es wird eine große Finsternis kommen und sie wird die Welt einhüllen und ewig herrschen. Was ist das? Ein Buch? stieß Artyom hervor. Er musste sich immer mehr anstrengen, um seine eigenen Worte zu hören. Auch ihm fiel auf, dass sich Bourbons Sprache auf beunruhigende Weise verändert hatte. Doch er hatte keine Kraft darüber nachzudenken. Ein Buch. Fürchte. Die Wahrheit. In alten Folianten, wo die Wörter mit Gold geprägt sind und das Papier schwarz wie Schiefer. Nicht zerfällt. Brachte Bourbon schwer hervor und Artyom erschrak darüber, dass sein Begleiter, wenn er zu ihm sprach, sich nicht mehr umdrehte wie früher. Sehr schön! Artyom schrie nun fast. Woher ist das? Und die Schönheit wird gestürzt und mit Füßen getreten, fuhr Bourbon mit dumpfer, hohler Stimme fort. Und den Propheten werden vergehen, ihre vergeblichen Bemühungen, Weissagungen zu sprechen. Denn der künftige Tag wird schwärzer sein als ihre unheilvollsten Ängste. Und was sie sehen, wird ihre Vernunft vergiften. Plötzlich blieb er stehen, drehte den Kopf so heftig, dass Artyom hören konnte, wie seine Halswirbel knackten und blickte dem jungen Mann direkt in die Augen. Artyom wich zurück. Instinktiv tastete er nach dem Sicherungshebel seiner Waffe. Bourbon sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Doch seine Pupillen waren seltsam verengt, hatten sich in zwei winzige Punkte verwandelt. Obwohl sie sich im Stockfinstern eigentlich hätten weiten müssen, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Sein Gesicht war unnatürlich ruhig, nicht ein Muskel war angespannt. Selbst von den Lippen war das ewig spöttische Lächeln verschwunden. Ich bin tot, stieß er hervor. Mich gibt es nicht mehr. Steif wie ein Brett fiel er um, mit dem Gesicht nach unten. Sogleich brach über Artyom wieder jener furchtbare Klang herein, diesmal jedoch ohne allmählich anzuschwellen, wie zuvor, nein, diesmal donnerte er sofort mit voller Kraft los, so betäubend, dass es ihn augenblicklich von den Füßen riss. Hier war das Geräusch noch viel mächtiger als das letzte Mal, und während Artyom gleichsam von einer tonnenschweren Kraft flach auf den Boden gedrückt wurde, fehlte es ihm lange an Willenskraft, um sich wieder zu erheben. Schließlich hielte sich die Ohren zu, schrie so laut er nur konnte, riss sich hoch und stand auf. Dann griff er nach der Taschenlampe, die Bourbon aus der Hand gefallen war und begann fieberhaft die Wände abzuleuchten, auf der Suche nach der Quelle des Geräuschs. Die Rohre hier waren jedoch völlig unversehrt. Das Geräusch kam von oben. Bourbon lag noch immer reglos da. Artyom drehte ihn auf den Rücken und sah, dass seine Augen geöffnet waren. Mühsam versuchte Artyom, sich daran zu erinnern, was man in einer solchen Situation tun musste. Schließlich griff er nach Bourbons Handgelenk, um den Puls zu fühlen. Wenigstens ein schwaches, unregelmäßiges Pochen. Nichts. Er packte Bourbon an den Händen und begann, den schweren Leib vorwärts zu ziehen. Fort von diesem Ort. Ein schweißtreibendes Unterfangen, denn er hatte vergessen, seinem Begleiter den Rucksack abzunehmen. Nach einigen Schritten stieß Artyom plötzlich mit dem Fuß gegen etwas Weiches. Zugleich stieg ihm ein ekelerregender, süßlicher Geruch in die Nase. Sofort fiel ihm ein, was Bourbon gesagt hatte. Wir werden heute noch über sie stolpern. Artyom versuchte nicht, nach unten zu schauen, verdoppelte seine Kräfte und ließ die Leichen auf den Gleisen hinter sich. Immer weiter zog er Bourbon mit sich. Dessen Kopf hing leblos herab, und die kalten, erstarrenden Hände entglitten immer wieder Artyoms verschwitzten Fingern. Doch Artyom achtete nicht darauf, wollte nicht darauf achten. Er musste Bourbon von hier fortschaffen. Er hatte es versprochen. Sie hatten es schließlich abgemacht. Allmählich nahm der Lärm ab und verschwand plötzlich ganz. Wieder herrschte Totenstille. Erleichtert sank Artyom auf die Gleise, um Atem zu schöpfen. Bourbon lag reglos neben ihm. Verzweifelt und noch immer keuchend blickte Artyom in sein bleiches Gesicht. Dann, nach vielleicht fünf Minuten, zwang er sich aufzustehen, nahm Bourbon an den Handgelenken und stolperte rückwärts weiter. Sein Kopf war leer. Er war völlig beherrscht von einer rasenden Entschlossenheit, diesen Mann um jeden Preis zur nächsten Station zu schleppen. Seine Beine knickten ein, er fiel auf die Schwellen, doch nach ein paar Minuten packte er Bourbon wieder am Kragen und kroch weiter. »Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Schaffe es! Schaffe es!« Murmelte er vor sich hin, obwohl er schon fast nicht mehr daran glaubte. Völlig entkräftet zog er sein Gewehr von der Schulter, schaltete auf Einzelfeuer, richtete den Lauf nach Süden, gab einen Schuss ab und rief, »Ist da jemand?« Doch das Geräusch, das er hörte, war nicht die Stimme eines Menschen, sondern das Huschen von Rattenpfoten und hungriges Fiepen. Er wusste nicht, wie lange er so gelegen hatte, mit der einen Hand an Bourbons Kragen, mit der anderen krampfhaft den Griff der Kalaschnikow umklammernd, als ihn plötzlich ein Lichtstrahl blendete. Über ihm stand ein unbekannter, älterer Mann mit Taschenlampe und einem seltsamen Gewehr in der Hand. »Mein junger Freund«, sagte der Mann mit einer angenehmen, vollen Stimme, »du kannst deinen Begleiter loslassen. Er ist tot wie Ramses II. Willst du hierbleiben, um dich mit ihm im Himmel zu vereinen, oder soll er noch ein wenig auf dich warten?« »Helfen Sie mir, ihn zur nächsten Station zu tragen,« bat Artyom mit schwacher Stimme, eine Hand schützend vor den Augen. »Ich fürchte, diesen Gedanken werden wir verwerfen müssen,« erwiderte der Mann betrübt. »Ich bin entschieden dagegen, die Sucharewskaja in eine Gruft zu verwandeln. Sie ist ohne dies nicht besonders wohnlich. Außerdem, selbst wenn wir den leblosen Körper deines Freundes dorthin bringen, so wird sich dort kaum jemand finden, der bereit ist, ihm standesgemäß das letzte Geleit zu geben. Ist es denn von Belangen, ob dieser Körper hier zerfällt oder an der Station, wenn seine unsterbliche Seele bereits zum Schöpfer aufgefahren ist oder in einem anderen Körper Platz gefunden hat, je nach Glaubensrichtung. Ob schon alle Religionen hier in gleichem Maße irren. »Ich habe es ihm versprochen,« stöhnte Artyom. »Wir hatten eine Abmachung.« Der Unbekannte runzelte die Stirn. »Mein Freund, meine Geduld ist allmählich am Ende. Es gehört nicht zu meinen Regeln, den Toten zu helfen. Denn es gibt genug Lebende auf der Welt, die der Hilfe bedürfen. Ich kehre jetzt zur Sucharewskaja zurück. Ein allzu ausgedehnter Aufenthalt im Tunnel verschlimmert nur mein Rheuma. Wenn du deinen Freund möglichst bald wiedersehen willst, rate ich dir, hier zu bleiben. Die Ratten und andere freundliche Geschöpfe werden dir dabei helfen. Übrigens, was die rechtliche Seite dieser Frage angeht, so gilt jeglicher Vertrag als beendet, sobald eine der beiden Parteien das Zeitliche segnet, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.« »Aber wir können ihn doch nicht einfach zurücklassen. Er war doch ein lebendiger Mensch. Sollen wir ihn etwa den Ratten überlassen?« Der Mann betrachtete Börbens Leiche mit skeptischem Blick. »Allem Anschein nach ist dies tatsächlich ein lebendiger Mensch gewesen. Aber jetzt ist er ohne Zweifel tot. Und das ist nicht dasselbe.« »Na gut, wenn du unbedingt willst, kannst du ja später wiederkommen, um dein Totenfeuer anzuzünden oder was immer ihr in solchen Fällen sonst zu tun pflegt. Aber jetzt steh auf.« Artyom erhob sich widerwillig. Trotz aller Proteste nahm der Unbekannte mit entschlossenen Bewegungen Börben den Rucksack ab, warf ihn sich über die Schulter, packte Artyom am Arm und marschierte schnell los. Anfangs fiel Artyom das Gehen schwer, doch mit jedem neuen Schritt schien sich ein Teil der überschäumenden Energie des Mannes auf ihn zu übertragen. Der Schmerz in den Beinen nahm ab. Sein Verstand lichtete sich allmählich. Er betrachtete das Gesicht des anderen. Er war sicher über fünfzig, hatte aber ein erstaunlich frisches und lebhaftes Aussehen. Die Hand, mit der er Artyom stützte, war fest und zeigte während des gesamten Weges keine Anzeichen von Ermüdung. Die schon etwas ergrauten, akkurat geschnittenen Haare und der kurze, exakt rasierte Kinnbart ließen Artyom zweifeln. Der Mann machte irgendwie einen zugepflegten Eindruck für einen Bewohner der Metro, insbesondere für jenen verlorenen Ort, an dem er offenbar lebte. »Was ist deinem Freund passiert?« fragte der Unbekannte nach einer Weile. »Nach einem Überfall hat es nicht ausgesehen, höchstens, wenn er vergiftet wurde. Ich hoffe sehr, dass es nicht das ist, woran ich jetzt denke.« »Nein, er ist von selbst gestorben.« Artyom wusste nicht, wie er die Umstände von Burbens Tod anders beschreiben sollte. Er selbst begann erst jetzt allmählich zu ahnen, was der Grund gewesen war. »Eine lange Geschichte.« In diesem Moment weitete sich der Tunnel plötzlich und sie standen in der Station. Etwas hier erschien Artyom merkwürdig, ungewohnt, und es vergingen ein paar Sekunden, bis er begriff, was es war. »Gibt es hier etwa?« »Kein Licht?« fragte er verzagt. »Hier gibt es keine Macht. Es ist niemand da, der den Bewohnern Licht geben könnte. Deshalb muss jeder, der Licht braucht, es sich selbst beschaffen. Einige sind dazu in der Lage, andere nicht. Aber keine Angst, glücklicherweise gehöre ich zur ersten Gruppe.« Geschickt schwang sich der Mann auf den Bahnsteig und reichte Artyom die Hand. Durch den ersten Bogen betraten sie den Mittelgang. Es war ein langer Saal mit Säulen und Bögen zu beiden Seiten und der üblichen Metallwand, die den Weg zu den Rolltreppen versperrte. An einigen Stellen warfen kleine Lagerfeuer ein verzagtes Licht, doch ansonsten war die Sucharewskaja in völlige Dunkelheit getaucht. Ein trostloser Anblick. An den Feuerstellen tummelten sich kleine Häuflein von Menschen, manche schliefen auf dem Boden, und zwischen den Feuern irrten seltsame, in Fetzen gehüllte Gestalten gebückt umher. Sie alle drängten sich in der Mitte des Saals zusammen, möglichst weit von den Tunneln entfernt. Das Feuer, zu dem der Mann Artyom führte, brannte merklich heller als die anderen und fand sich etwas abseits. »Irgendwann wird diese Station bis auf den Grund abbrennen,« murmelte Artyom, während er niedergeschlagen den Gang betrachtete. »Ja, in vierhundertzwanzig Tagen,« erwiderte sein Begleiter ruhig. »Du solltest sie also besser vorher wieder verlassen. Ich jedenfalls habe genau das vor.« »Woher wissen Sie das?«, fragte Artyom verblüfft. Augenblicklich musste er an all die Geschichten von Magiern und Geistheilern denken. Er musterte das Gesicht seines Gegenübers, suchte darin nach Spuren überirdischer Weisheit. Der Mann lächelte. »Das sehende Mutterherz ist unruhig.« »Du musst jetzt schlafen. Dann lernen wir uns kennen und reden weiter.« Bei diesen Worten überkam Artyom wieder jene ungeheure Müdigkeit, die sich im Tunnel vor der Rischskaya in seinen Albträumen und nach dieser letzten Willensprüfung angestaut hatte. Außerstande, sich zu widersetzen, sank er auf ein Stück Segeltuch neben dem Feuer, legte sich den Rucksack unter den Kopf und fiel in einen langen, schweren, leeren Schlaf. Das Recht des Stärkeren Die Decke war so verrußt, dass von der Tünche nichts mehr zu sehen war. Artyom starrte sie an und begriff nichts. Wo war er? »Aufgewacht«, hörte er eine bekannte Stimme sagen. Zugleich setzte sich aus den vielen verstreuten Gedanken und Ereignisschnipseln wieder das Bild des gestrigen Tages zusammen. War es tatsächlich der Gestrige gewesen? Alles erschien ihm unwirklich. Die trübe Nebelwand des Schlafs stand zwischen der Realität und seinen Erinnerungen. Man braucht nur einmal einzuschlafen und wieder aufzuwachen und schon verblasst das Geschehene. Wenn du zurückdenkst, kannst du Einbildung und wirkliche Ereignisse kaum noch voneinander trennen. Diese sind auf einmal ebenso fahl wie Träume oder Gedanken an die Zukunft. »Guten Abend«, grüßte ihn der Mann, der ihn gefunden hatte. Er saß auf der anderen Seite eines Lagerfeuers und das Spiel der Flammen verlieh seinem Gesicht etwas Geheimnisvolles. »Nun ist es wohl an der Zeit, dass wir uns einander vorstellen. Ich habe einen gewöhnlichen Namen, so ähnlich wie die Namen, die dich in deinem Leben umgeben. Er ist aber zu lang und sagt nichts über mich aus. Ich bin die letzte Inkarnation Genghis Khans. Also kannst du mich Khan nennen. Das ist kürzer.« »Genghis Khan?« Artyom sah sein Gegenüber ungläubig an. Seltsamerweise wunderte er sich am meisten darüber, dass der Fremde sich als die letzte Inkarnation Genghis Khans bezeichnet hatte, wo er doch angeblich nicht an die Wiedergeburt glaubte. Mein Freund, es lohnt sich nicht, die Form meiner Augen sowie meine Verhaltensweise mit so unverhohlenem Zweifel zu studieren. Ich habe so manche anständige Verkörperung erlebt, aber Genghis Khan ist noch immer der bedeutendste Meilenstein auf meinem Weg, obwohl ich gerade an jenes Leben zu meinem tiefsten bedauern, absolut keine Erinnerungen habe. »Und wie heißt du?« »Ich?« »Artyom.« »Leider weiß ich nicht, wer ich in meinem früheren Leben war. Vielleicht hatte ich ja auch mal einen klangvolleren Namen.« »Freut mich«, sagte Khan, ganz offensichtlich zufrieden mit dieser Antwort. »Ich hoffe, du teilst mit mir mein bescheidenes Mahl.« Er erhob sich und hängte einen zerbeulten Stahlkessel, ähnlich wie der bei der Nordwache der WDNH, über das Feuer. Artyom stand ebenfalls auf, griff in seinen Rucksack und zog eine Stange Wurst hervor, die er noch an der WDNH eingepackt hatte. Mit seinem Federmesser schnitt er ein paar Stückchen ab und verteilte sie auf einem sauberen Stück Stoff, das er ebenfalls im Rucksack hatte. »Hier!« Er schob die Wurst seinem neuen Bekannten hin. »Zum Tee!« Den Tee erkannte Artyom sofort. Er stammte von seiner Station, der WDNH. Während er ihn aus dem emaillierten Blechbecher schlürfte, ließ er noch einmal schweigend die Ereignisse des letzten Tages Revue passieren. Sein Gastgeber war offenbar auch in Gedanken versunken und ließ ihn einstweilen in Ruhe. Der Wahnsinn, der in den Tunneln über sie hereingebrochen war, hatte offenbar unterschiedliche Auswirkungen. Während Artyom ihn einfach nur als Geräusch empfunden hatte, das die Konzentrationsfähigkeit beeinflusste, das Denken behinderte, den Verstand jedoch verschonte, hatte Bourbon dem gewaltigen Angriff nicht standhalten können und war dadurch ums Leben gekommen. Dass dieses Geräusch töten konnte, hatte Artyom nicht erwartet. Er hätte sonst keinen Schritt in diesen Tunnel gemacht. Diesmal hatte es sich unbemerkt angeschlichen. Artyom war überzeugt, dass es zunächst ihre Sinne betäubt hatte. Alle anderen Geräusche hatte es gedämpft, ohne selbst hörbar zu sein. Danach hatte es den Strom ihrer Gedanken gebremst, bis diese stockten, gelähmt waren, wie von Raureif überzogen. Und erst dann hatte es zum letzten vernichtenden Schlag ausgeholt. Warum hatte er nicht gleich bemerkt, dass Bourbon plötzlich Worte sprach, die er so niemals hätte wiedergeben können, selbst wenn er sämtliche apokalyptischen Prophezeiungen gelesen hätte? Sie waren immer weiter vorgedrungen, auf seltsame Weise berauscht, ohne eine Vorahnung der Gefahr. Auch Artyom hatte wirres Zeug gedacht. Er war besessen gewesen von einem Gedanken, nicht schweigen zu dürfen, immer weiterreden zu müssen. Doch sich klarzumachen, was mit ihnen vor sich ging, dazu war er nicht in der Lage gewesen. Etwas hatte ihn daran gehindert. Am liebsten hätte er die ganze Geschichte aus seinem Bewusstsein verbannt, vergessen. Es ging ihm einfach nicht in den Sinn. In all den Jahren an der WDN-Ha hatte er solche Ereignisse nur vom Hörensagen gekannt. Es war leichter gewesen zu glauben, dass derartiges in dieser Welt unmöglich war, dass es einfach keinen Platz darin hatte. Er schüttelte den Kopf und blickte sich erneut um. Ringsum herrschte noch immer dasselbe bedrückende Zwielicht. Artyom hatte den Eindruck, als könne es hier gar nicht heller werden, sondern nur noch dunkler, nämlich dann, wenn die Karawanen kein Holz mehr für das Lagerfeuer brachten. Die Uhren über den Tunneleingängen waren längst erloschen. Hier gab es keine Stationsleitung. Niemand kümmerte sich. Und Artyom fragte sich, warum Khan ihm einen guten Abend gewünscht hatte, wenn es doch nach Artyoms Berechnung morgen oder sogar schon Mittag sein musste. Ist es denn jetzt Abend? fragte er verwundert. Bei mir schon, erwiderte Khan nachdenklich. Was wollen Sie damit sagen? Nun, Artyom, du kommst offenbar von einer Station, wo die Uhren richtig gehen, wo man sie mit Respekt behandelt, wo man die eigenen Uhren nach den roten Ziffern über dem Tunneleingang stellt. Bei euch gibt es eine Zeit für alle, genauso wie das Licht. Hier ist es umgekehrt. Niemand kümmert sich um die anderen. Niemand braucht uns, die es hierher verschlagen hat, mit Licht zu versorgen. Versuch mal, das den Leuten hier vorzuschlagen. Sie werden es eine absurde Idee halten. Jeder, der Licht braucht, muss es selbst mitbringen. Und genauso verhält es sich mit der Zeit. Wer Zeit braucht, weil er das Chaos fürchtet, bringt seine Zeit mit. Jeder hat hier seine eigene und jeder eine andere, je nachdem, wer wann aus dem Takt gekommen ist. Aber alle haben gleichermaßen recht. Jeder glaubt an seine eigene Zeit und richtet seinen Rhythmus danach aus. Bei mir ist es jetzt Abend. Bei dir morgen. Na und? Jemand wie du bewahrt auf seiner Reise seine Uhr genauso vorsichtig auf wie die Urmenschen ein glühendes Stück Kohle in einem verrusten Schädel, um daraus vielleicht wieder Feuer hervorzuholen. Es gibt aber auch solche, die ihr Kohlestück verloren oder sogar weggeworfen haben. In der Metro ist ja, wie du weißt, eigentlich immer Nacht. Und deshalb hat Zeit keinen Sinn, wenn man sie nicht genau befolgt. Zerschlage deine Uhr und du wirst sehen, wie sich die Zeit verwandelt. Eine höchst interessante Erfahrung. Sie verändert sich, bis du sie nicht mehr wiedererkennst. Sie ist nicht mehr zerstückelt, aufgeteilt in Abschnitte, Stunden, Minuten, Sekunden. Die Zeit ist wie Quecksilber. Sobald du versuchst, sie in kleine Stücke zu teilen, wächst sie augenblicklich wieder zusammen, wird erneut ganz und gestaltlos. Die Menschen haben sie gezähmt, sie an ihre Taschen und Stoppuhren gekettet. Und für jene, die die Zeit noch in Ketten halten, fließt sie gleich. Doch lass sie frei und du wirst sehen, sie fließt für jeden anders. Für den einen langsam und zäh. Er misst sie in gerauchten Zigaretten oder Atemzügen. Für den anderen dagegen rast sie dahin. Und ihre Einheit sind gelebte Menschenleben. Du glaubst, jetzt ist Morgen. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du recht hast. Sagen wir 25 Prozent. Dennoch hat dieser Morgen keinen Sinn, denn er ist dort an der Oberfläche, wo es kein Leben mehr gibt. Zumindest kein menschliches mehr. Hat das, was sich da oben abspielt, eine Bedeutung für diejenigen, die dort niemals sind? Nein. Deshalb sage ich zu dir, guten Abend. Und du kannst mir, wenn du willst, gerne mit guten Morgen antworten. Und was diese Station betrifft, so hat sie überhaupt keine Zeit. Außer einer höchst seltsamen. Jetzt sind es 419 Tage. Und gezählt werden sie rückwärts. Kahn verstummte und trank seinen Tee weiter. Artyom schmunzelte bei dem Gedanken daran, dass die beiden Stationsuhren der WDN-Ha geradezu wie Heiligtümer verehrt wurden. Was würde die Stationsleitung von der Idee halten, dass es genau genommen gar keine Zeit mehr gab? Dass die Existenz der Zeit ihren Sinn verloren hatte. Nach einer Weile sagte Kahn, wolltest du mir nicht erzählen, was mit deinem Freund passiert ist? Artyom zögerte, ob er diesem Mann von Bourbons Tod und dem geheimnisvollen Geräusch erzählen sollte. Doch dann begriff er, wenn er überhaupt jemandem diese Dinge anvertrauen konnte, so nur einem Menschen, der sich für die letzte Inkarnation Genghis Khans hielt und glaubte, die Zeit existiere nicht mehr. Also begann er, verworren und nervös, ohne auf die Reihenfolge der Ereignisse zu achten, mehr auf seine eigenen Empfindungen als auf Tatsachen achtend, seine bisherigen Abenteuer zu schildern. Als er geendet hatte, sagte Kahn leise, »Das sind die Stimmen der Toten.« »Wie bitte?« »Du hast die Stimmen der Toten gehört. Du sagtest, anfangs habe es sich wie Flüstern oder Rascheln angehört.« »Ja, das sind sie.« »Welche Toten?« »All jene, die in der Metro gestorben sind.« »Deshalb bin ich auch die letzte Verkörperung Genghis Khans. Es wird keine Wiedergeburten mehr geben. Es geht alles zu Ende, mein Freund.« Ich weiß nicht, wie es genau dazu gekommen ist, aber diesmal hat sich die Menschheit übernommen. Es gibt kein Paradies mehr, auch keine Hölle. Kein Fegefeuer. Wenn die Seele den Körper verlässt, ich hoffe doch, dass du wenigstens an die Unsterblichkeit der Seele glaubst, findet sie keine Zuflucht mehr. Wie viele Megatonnen braucht es, um die Noosphäre in Staub aufzulösen? Dabei war sie genauso real wie dieser Teekessel hier. Wie auch immer, wir haben nicht gegeizt. Wir haben das Paradies und die Hölle zugleich zerstört. Und nun müssen wir in einer sehr seltsamen Welt leben. Einer Welt, in der die Seele nach dem Tod dort bleiben muss, wo sie sich befindet. Verstehst du mich? Du stirbst, aber deine gequälte Seele verwandelt sich nicht mehr, und da es kein Paradies mehr gibt, findet sie keine Ruhe. Sie ist verdammt dort zu bleiben, wo du dein ganzes Leben verbracht hast. In der Metro. Ich kann dir vielleicht keine exakte theosophische Erklärung geben, warum dies so ist, aber ich weiß genau, in unserer Welt bleibt die Seele nach dem Tod in der Metro. Ziellos irrt sie in diesen unterirdischen Gewölben umher, bis zum Ende aller Zeiten. Die Metro vereint in sich das materielle Leben und die beiden Hypostasen des Jenseitigen, sowohl den Garten Eden als auch die Unterwelt. Wir leben unter den Seelen der Verstorbenen. Sie haben einen dichten Ring um uns geschlossen. All jene, die vom Zug überfahren, erschossen, erstickt, von Monstern gefressen, verbrannt oder eines anderen seltsamen Todes gestorben sind. Ich habe mich lange gefragt, wohin sie verschwinden, warum ihre Präsenz nicht jeden Tag zu spüren ist, warum man diesen leichten, kalten Blick aus der Dunkelheit nicht immer bemerkt. Du weißt, was Tunnelangst ist. Früher dachte ich, dass die Toten uns durch die Tunnel blind hinterher irren, Schritt für Schritt, und dass sie sich in der Dunkelheit auflösen, sobald wir uns umdrehen. Augen nützen da nichts, mit ihnen erkennst du einen Tod nicht. Aber wenn es dir kalt über den Rücken läuft, dir die Haare zu Berge stehen, dein Körper von Schüttelfrost erfasst wird, dann wirst du von unsichtbaren Wesen verfolgt. So dachte ich früher. Doch durch deine Erzählung ist mir vieles klarer geworden. Auf unerfindlichen Wegen geraten sie in die Rohre, die Versorgungsleitungen. Vor langer Zeit, bevor mein Vater und sogar mein Großvater geboren waren, floss ein kleiner Fluss durch diese Stadt, die jetzt tot da oben liegt. Die Bewohner der Stadt vermochten es, den Fluss zu bändigen und unter die Erde zu leiten, wo er wahrscheinlich auch heute noch fließt. Nun, wie es aussieht, hat diesmal jemand den Fluss der Toten in die Rohre verbannt. Dein Kamerad sprach fremdartige Worte und tatsächlich war es nicht er, der sprach. Es waren die Stimmen der Toten. Er hörte sie in seinem Kopf und wiederholte sie. Und schließlich führten sie ihn mit sich fort. Artyom starrte sein Gegenüber an. Während der Geschichte hatte er kein einziges Mal den Blick von ihm abgewandt. Über Khans Gesicht liefen undeutliche Schatten. In seinen Augen brannte ein höllisches Feuer. Offenbar war der Mann wahnsinnig. Wahrscheinlich hatten die Stimmen aus den Rohren auch ihm etwas zugeflüstert. Und obwohl Khan ihm das Leben gerettet und ihn so freundlich aufgenommen hatte, war Artyom der Gedanke, länger bei ihm zu bleiben, unheimlich. Er musste überlegen, wie er weiterkam, durch den wohl unheilvollsten aller Tunnel, von der Sucharevskaya zur Tuginiewskaya. Und dann noch weiter. »Verzeih mir bitte diese kleine Lüge«, fügte Khan nach einer kurzen Pause hinzu. »Die Seele deines Freundes ist nicht zum Schöpfer aufgefahren, wie ich sagte. Sie hat sich nicht verwandelt und ist nicht in neuer Form auferstanden. Nein, sie hat sich jenen unglücklichen Seelen in den Rohren angeschlossen.« Nun fiel Artyom ein, dass er zu Burbens Leiche zurückkehren und sie zur Station schaffen wollte. Burbens hatte gesagt, er habe hier Freunde, die Artyom zurückbringen würden, wenn ihr Marsch erfolgreich endete. Artyom musste auch an den Rucksack denken, den er noch nicht geöffnet hatte und in dem sich außer den Magazinen für Burbens Kalaschnikow womöglich noch so manches Nützliche befand. Er zögerte darin, herumzuwühlen. Er war ein wenig abergläubisch, also sah er nur kurz hinein, ohne etwas zu berühren. »Du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten«, sagte Khan, als habe er seine Zweifel gespürt. »Das da gehört nun dir.« »Was sie gemacht haben, ist für meine Begriffe Leichenfledderei«, erwiderte Artyom leise. »Ab keine Angst, er wird sich nicht reichen. Er wird nie wieder einen Körper haben. Weißt du, ich glaube, wenn die Toten in diese Rohre geraten, verlieren sie sich. Sie werden Teil des Ganzen. Ihr Wille löst sich in dem Willen der Übrigen auf, und ihr Verstand trocknet aus. Sie sind keine eigenständigen Personen mehr. Falls du jedoch die Lebenden fürchtest, brauchst du nur den Rucksack mitten in der Station auf dem Boden auszuleeren. Dann wird dich keiner des Diebstahls beschuldigen, und dein Gewissen ist rein. Du hast aber doch versucht, diesen Menschen zu retten, und er wäre dir sicher dankbar dafür. Also kannst du davon ausgehen, dass dieser Rucksack die Belohnung für das ist, was du getan hast.« In Karns Worten lag so viel Selbstsicherheit und Überzeugung, dass Artyom es wagte, in den Rucksack zu greifen und dessen Inhalt im Schein des Lagerfeuers auf einem Stück Zeltplane auszubreiten. Er beförderte noch vier weitere Magazine zutage. Zwei hatte Bourbon ihm ja bereits mit der Waffe ausgehändigt. Erstaunlich, wozu Bourbon, den Artyom für einen Händler gehalten hatte, ein derart eindrucksvolles Arsenal brauchte. Fünf Magazine wickelte Artyom sorgsam in ein Stück Stoff und packte sie in seinen Rucksack. Das letzte steckte er in Bourbons Waffe. Sie war in hervorragendem Zustand, sorgfältig geölt, aus glänzendem, brüniertem Stahl. Der Abzug ließ sich leicht bewegen und gab am Ende ein dumpfes Klicken von sich, während der Sicherungshebel sich etwas schwer zwischen den Betriebsarten hin- und herschalten ließ. All das sprach dafür, dass die Waffe so gut wie neu war. Der Griff lag gut in der Hand und der Vorderschaft war sorgfältig poliert. Dieses Gewehr vermittelte einem ein Gefühl der Zuverlässigkeit, verströmte Ruhe und Selbstsicherheit. Artyom wusste sofort, wenn er etwas von Bourbons Sachen mitnahm, dann war es diese Waffe. Die versprochenen Magazine des Kalibers 7,62 für seine Höllenmaschine fand er allerdings nicht. Er fragte sich, wie Bourbon ihn hatte bezahlen wollen, und kam zu dem Schluss, dass dieser womöglich gar nicht vorgehabt hatte, ihm etwas zu geben, sondern ihn, sobald sie die gefährliche Stelle passiert hatten, mit einem Genickschuss umgelegt in einen Schacht geworfen und für immer vergessen hätte. Außer einigen Klamotten, einem Metroplan voller Kritzeleien, die nur sein verstorbener Besitzer hätte entziffern können, und 100 Gramm Dur fanden sich am Boden des Rucksacks noch einige Stücke geräuchertes Fleisch, eingewickelt in Plastiktüten, sowie ein Notizbuch. Letzteres wollte Artyom nicht lesen, und im Übrigen war er vom Inhalt des Rucksacks enttäuscht. Insgeheim hatte er gehofft, etwas Geheimnisvolles oder Wertvolles zu finden, den Grund, weshalb Bourbon so unbedingt durch den Tunnel zur Sucharevskaya hindurch wollte. Er war überzeugt, dass Bourbon ein Kurier war, vielleicht auch ein Schmuggler oder etwas Ähnliches. Zumindest erklärte dies seine Entschlossenheit, den Tunnel zu passieren, und seine Bereitschaft, dafür zu bezahlen. Doch als Artyom das letzte Paar Wechselwäsche aus dem Rucksack hervorgeholt hatte und trotz intensiver Suche nichts mehr außer alten, trockenen Krümeln darin fand, war klar, dass der Grund für Bourbons Beharrlichkeit ein anderer war. Artyom zerbrach sich den Kopf darüber, was Bourbon an der Sucharevskaya eigentlich gesucht hatte. Doch ihm fiel nichts Plausibles ein. Seine Spekulationen wurden bald von dem Gedanken verdrängt, dass er den Unglücklichen im Tunnel bei den Ratten zurückgelassen hatte, obwohl er vorgehabt hatte, zurückzukehren und sich um die Leiche zu kümmern. Allerdings hatte er keine besonders deutliche Vorstellung davon, wie er dem Händler die letzte Ehre erweisen und was er mit der Leiche anfangen sollte. Verbrennen? Dazu brauchte man gute Nerven, und der stickige Rauch sowie der Gestank versenkten Fleisches und brennender Haare würden sicherlich bis zur Station dringen, was Ärger bedeutete. Andererseits, die Leiche bis zur Station zu schleppen, war beschwerlich und unheimlich. Es war eine Sache, einen Menschen am Handgelenk zu ziehen, in der Hoffnung, dass er noch lebte, und die klebrigen Gedanken zu verscheuchen, dass er nicht mehr atmet und kein Puls mehr zu fühlen ist. Etwas ganz anderes war es dagegen, die Hand eines Toten anzufassen. Und was dann? Wenn Bourbon schon bei der Frage der Entlohnung gelogen hatte, konnte er die Freunde, die ihn hier angeblich erwarteten, ebenso gut erfunden haben. Dann wäre Artyom, wenn er plötzlich eine unbekannte Leiche heranschaffte, in einer noch schlechteren Lage. Nach langem Grübeln fragte er Khan, »Was macht ihr hier mit denen, die sterben?« »Was meinst du, mein Freund? Sprichst du von den Seelen oder von ihren vergänglichen Körpern?« »Ich meine die Leichen,« brummte Artyom, dem das ganze Geschwätz vom Jenseits allmählich auf die Nerven ging. Zwischen dem Prospekt Mira und der Sucharevskaya gibt es zwei Tunnel, aber nur durch einen kommt man hindurch. Im zweiten Tunnel hat sich nämlich unweit unserer Station die Erde gesenkt, der Boden ist eingebrochen, und jetzt ist dort ein tiefer Abgrund, in den, wie es heißt, einmal ein ganzer Zug gestürzt sein soll. Steht man an diesem Abgrund, so ist der gegenüberliegende Rand nicht sichtbar, und selbst das Licht der stärksten Taschenlampe weicht nicht bis auf den Grund. Deshalb verbreiten einige Schwätzer gerne das Gerücht vom bodenlosen Abgrund. »Das ist unser Friedhof. Dorthin schaffen wir all die »Leichen«, wie du sie nennst.« Artyom gefiel der Gedanke nicht, dorthin zurückkehren zu müssen, wo Khan ihn aufgefunden hatte, öbens schon leicht angenagte Leiche hierher zu schleppen, durch die Station zu tragen und bis zu diesem Abgrund zu schaffen. Er redete sich ein, es sei doch einerlei, ob er den Toten in ein Loch werfe oder im Tunnel zurücklasse, von einer Beisetzung könne man sowieso nicht sprechen. Doch als er schon fast überzeugt war, dass er am besten alles so ließ, wie es war, sah er plötzlich mit erschütternder Deutlichkeit Böbens Gesicht vor sich, wie er sagte, »Ich bin tot.« Artyom spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Mühsam erhob er sich, warf sich das neue Gewehr über die Schulter und sagte, »Ich gehe dann jetzt. Ich habe es ihm versprochen. Wir hatten eine Abmachung. Es muss sein.« Mit steifen Beinen stakste er durch die Halle zu der Eisenleiter, die vom Bahnsteig auf die Gleise führte. Noch vor dem Abstieg musste er seine Lampe einschalten. Nachdem er die Stufen hinabgepoltert war, verharrte er einen Augenblick unentschlossen. Ein schwerer, nach volles Riechen der Luftzug wehte ihm ins Gesicht. Einen Moment lang weigerten sich, seine Muskeln zu gehorchen, so sehr er sich auch bemühte, den nächsten Schritt zu machen. Dann, als er schließlich Angst und Ekel überwand und losgehen wollte, spürte er, wie sich ihm eine schwere Hand auf die Schulter legte. Vor Überraschung schrie er auf und fuhr herum. Etwas in ihm krampfte sich zusammen. Er wusste, er würde es nicht mehr schaffen, seine Kalaschnikow von der Schulter zu holen. Nichts würde er mehr schaffen. Es war Khan. »Hab keine Angst«, sagte er beruhigend zu Artyom. »Ich habe dich nur geprüft. Du musst nicht mehr dorthin. Der Körper deines Kameraden ist nicht mehr da.« Artyom sah ihn verständnislos an. »Während du schliefst, habe ich einen Bestattungsritus zelebriert. Es gibt keinen Grund mehr für dich, dorthin zu gehen.« Der Tunnel ist leer. Khan drehte Artyom den Rücken zu und ging langsam wieder zurück zu den Rundbögen. Zutiefst erleichtert beeilte sich Artyom, ihm zu folgen. Mit zehn Schritten hat er ihn eingeholt und fragte erregt, »Aber warum haben Sie das getan und mir nichts gesagt? Sie meinten doch, es sei egal, ob er im Tunnel bleibt oder zur Station gebracht wird.« Khan zuckte mit den Schultern. »Für mich ist es tatsächlich bedeutungslos, aber für dich war es wichtig.« »Ich weiß, dass deine Reise ein Ziel hat und dass dein Weg lang und steinig ist. Ich weiß nicht, was genau deine Mission ist, aber diese Bürde ist zu schwer für dich allein, und deshalb habe ich beschlossen, dir wenigstens bei einer Sache zu helfen.« Er blickte Artyom lächelnd an. Als sie an das Feuer zurückkamen und sich auf der zerknitterten Zeltplane niederließen, hielt es Artyom nicht mehr länger aus. »Was meinen Sie mit Mission?« »Habe ich im Schlaf gesprochen?« »Nein, mein Freund, du hast im Schlaf geschwiegen. Aber ich habe eine Erscheinung gehabt. Ein Mann hat mich darin um Hilfe gebeten. Mir wurde dein Kommen angekündigt, und deshalb bin ich dir entgegengegangen und habe dich aufgehoben, als du mit der Leiche deines Freundes durch den Tunnel gekrochen bist.« »Wirklich? Deshalb? Ich dachte, sie hätten den Schuss gehört.« »Habe ich auch. Hier gibt es ein starkes Echo. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich jedes Mal, wenn im Tunnel geschossen wird, dort hineingehe.« »Da hätte mein Lebensweg ein viel früheres und sicher ruhmloses Ende gefunden.« »Und was war das für ein Mann?« »Ich kann nicht sagen, wer es war. Ich habe ihn nie zuvor gesehen oder mit ihm gesprochen. Aber ich habe sofort seine enorme Kraft gespürt. Er wies mich an, einem jungen Mann zu helfen, der sich im Nordtunnel zeigen würde, und dann erschien dein Bild vor mir. Es war nur ein Traum. Aber das Gefühl der Wirklichkeit war so groß, dass ich, als ich aufwachte, nicht gleich die Grenze zwischen Vision und Realität erfasste. Es war ein hünenhafter Mann mit glänzendem, kahlgeschorenen Schädel, ganz in Weiß gekleidet. »Kennst du ihn?« Artyom zuckte zusammen. Alles verschwamm vor seinen Augen, und er sah das Bild, das Kahn beschrieb, genau vor sich. Es war Hunter. Die gleiche Vision. »Ja. Ich kenne ihn.« »Er ist in meine Träume eingedrungen.« »Üblicherweise verzeihe ich das niemandem.« »Aber bei ihm war's, anders. Er brauchte meine Hilfe genauso wie du. Er befahl mir nichts, forderte nicht, ich solle mich seinem Willen unterwerfen. Es war ihr eine nachdrückliche Bitte.« Er versteht es nicht, den Willen eines Fremden zu beeinflussen oder durch fremde Gedanken zu wandern. Er war einfach in einer schweren, sehr schweren Lage. Er dachte verzweifelt an dich und suchte eine freundlich gesinnte Hand, eine Schulter zum Ausruhen. Ich habe ihm diese Hand gereicht und ihn an meiner Schulter ruhen lassen. Und dann bin ich dir entgegengegangen.« Über Artyom schlug eine Woge von Gedanken herein. Sie bodelten, wurden einer nach dem anderen an die Oberfläche seines Bewusstseins gespült, lösten sich wieder auf, bevor er sie in Worte übersetzt hatte. Seine Zunge war wie erstarrt. Lange brachte er kein Wort hervor. Hatte dieser Mann tatsächlich von seiner Ankunft gewusst? Hatte Hunter ihn wirklich auf irgendeine Weise informiert? War Hunter am Leben? Oder hatte nur sein Schatten zu ihnen gesprochen? Wenn er Kahn glaubte, musste er auch an die albtraumhaften Bilder eines jenseitigen Lebens glauben, die dieser ihm vorgezeichnet hatte. Dabei war es doch so viel bequemer, sich einzureden, dass er einfach verrückt war. Aber was noch viel wichtiger war, sein Gegenüber wusste etwas von der Aufgabe, die Artyom zu erfüllen hatte. Er nannte es Mission, obwohl er deren Sinn nicht ganz erfasste, begriff er doch die Schwere und Bedeutung, fühlte mit Artyom, wollte ihm sein Schicksal erleichtern. Wohin gehst du? Fragte Kahn leise, als habe er seine Gedanken gelesen. Dabei blickte Artyom ruhig in die Augen. Sag mir, wohin dein Weg führt, und ich helfe dir, den nächsten Schritt zu machen, wenn dies in meiner Macht steht. Er hat mich darum gebeten. Die Polis. Stieß Artyom hervor. Ich muss zur Polis. Und wie willst du von dieser gottverlassenen Station aus dorthin gelangen? Mein Freund, du hättest vom Prospekt Mira aus den Ring entlang gehen sollen, bis zur Kurskaya oder Turgenevskaya. Das ist das Gebiet der Hanse. Ich kenne dort niemanden. Ich wäre nicht durchgekommen. Egal. Jetzt kann ich ohnehin nicht mehr zum Prospekt Mira zurück. Ein zweites Mal würde ich es nicht durch diesen Tunnel schaffen. Ich will zur Turgenevskaya. Auf einem alten Plan habe ich dort einen Übergang zum Sretensky Boulevard gesehen. Von dort führt eine nicht fertiggestellte Linie, über die man bis zur Trupnaya kommt. Artyom zog das verkohlte Blatt mit der Karte auf der Rückseite hervor. Auf der Karte gibt es eine Verbindung zum Svetnoi Boulevard und, wenn alles gut läuft, komme ich von dort direkt zur Polis. Khan schüttelte traurig den Kopf. Nein, so kommst du nicht zur Polis. Diese Pläne lügen. Sie wurden lange bevor das alles passierte gedruckt. Sie sprechen von Linien, die niemals fertig gebaut wurden, Stationen, die eingefallen sind und unter sich hunderte unschuldiger Menschen begraben haben. Sie erzählen nicht von den furchtbaren Gefahren, die auf dem Weg lauern und viele Ruten unpassierbar machen. Dein Plan ist dumm und naiv wie ein dreijähriges Kind. Gib ihn mir. Er streckte die Hand aus. Folgsam gab ihm Artyom das Blatt. Khan zerknüllte es und warf es verächtlich ins Feuer. Dann sagte er, und nun zeig mir den Plan, den du im Rucksack deines Begleiters gefunden hast. Als Artyom ihn nach einigem Suchen hervorholte, zögerte er, ihn aus der Hand zu geben, denn er wollte ihn nicht auch noch verlieren. Khan bemerkte das. Ich werde nichts damit anstellen, keine Angst, beschwichtigte er. Und glaub mir, ich tue nichts umsonst. Es mag dir scheinen, dass manche meiner Taten sinnlos oder sogar verrückt sind. Aber es liegt ein Sinn darin, der dir nicht zugänglich ist. Denn deine Wahrnehmung und dein Verständnis der Welt sind begrenzt. Du bist erst am Anfang des Weges. Du bist noch zu jung, um manche Dinge zu verstehen. Außerstande dem etwas entgegenzusetzen, händigte Artyom Khan den Plan aus, den er bei Börbens Sachen gefunden hatte. Ein quadratisches Stück Pappe, so groß wie eine Postkarte. Etwa so wie die alte Glückwunschkarte, vergilbt mit wunderschön schillernden Kugeln drauf, mit gemaltem Rauhreif und der Aufschrift »Ein gutes neues Jahr 2007«, die er einmal mit Vitalik gegen einen abgewetzten gelben Stern von einem Schulterstück getauscht hatte, den er bei seinem Stiefvater in der Tasche gefunden hatte. »Wie schwer sie ist«, sagte Khan heiser, und Artyom bemerkte, dass Khans Hand nach unten gedrückt wurde, als wöge der Plan ein ganzes Kilogramm oder mehr. Eine Sekunde zuvor, als er selbst die Karte noch in der Hand gehabt hatte, war ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen, ein Stück Karton, mehr nicht. Dieser Plan ist viel weiser als deiner. Es sind Kenntnisse darin verborgen, die mich zweifeln lassen, dass er dem Mann gehörte, der mit dir ging. Ich meine gar nicht so sehr all diese Anmerkungen und Zeichen, die überall zu finden sind, obwohl auch diese viel erzählen können. Nein, dieser Plan trägt etwas in sich. Khan verstummte plötzlich. Artyom blickte auf und musterte ihn aufmerksam. Khans Stirn durchzogen tiefe Falten, und das Feuer von vorhin brannte wieder in seinen Augen. Ja, sein Gesicht hatte sich so sehr verändert, dass Artyom es mit der Angst bekam und erneut das Verlangen verspürte, so schnell wie möglich von dieser Station zu verschwinden. Wenn es sein musste, sogar zurück in den unheilvollen Tunnel, aus dem er mit solcher Mühe lebend herausgekommen war. »Lass ihn mir«, sagte Khan, »nicht bittend, sondern vielmehr befehlend. Ich schenke dir einen anderen. Du wirst den Unterschied gar nicht merken. Und ich gebe dir noch etwas anderes dazu. Was immer du dir auch wünschst.« »Bitte, er gehört ihnen«, willigte Artyom erleichtert ein. Er spie diese Worte hervor, als hätten sie seinen Mund verstopft und die Zunge belegt. Sie hatten dort in demselben Augenblick gewartet, als Khan »lass ihn mir« gesagt hatte, und als Artyom sie endlich losgeworden war, hatte er das Gefühl, es seien nicht seine eigenen Worte gewesen, sondern Fremde, Diktierte. Khan rückte plötzlich vom Feuer ab, sodass sein Gesicht in der Dunkelheit verschwand. Artyom erriet, dass der andere versuchte, den inneren Kampf seiner Gefühle vor dem jungen Mann zu verbergen. »Verstehst du, mein junger Freund?« Die Stimme aus der Dunkelheit klang auf einmal schwach, unentschlossen, hatte nichts mehr von jener Macht und Willensstärke, die Artyom einen Augenblick zuvor so große Angst eingejagt hatte. »Das ist kein Plan«, besser gesagt, »nicht nur ein Plan. Es ist der Wegweiser durch die Metro.« Oh ja, kein Zweifel, das ist es. Wer ihn zu deuten weiß, kann damit das gesamte System in zwei Tagen durchqueren, denn dieser Plan lebt sozusagen. Er sagt dir, wohin und wie du gehen sollst, warnt dich vor Gefahren. Mit einem Wort, er zeigt dir den Weg. Deshalb nennt man ihn auch Mentor. Kans Gesicht näherte sich wieder dem Feuer. »Ich habe von ihm gehört.« Es gibt nur wenige davon in der gesamten Metro. Vielleicht ist sogar nur diese hier übrig geblieben. »Ich habe noch einen gewöhnlichen Linienplan. Wenn du willst, trage ich alle Anmerkungen des Mentors darauf ein und gebe ihn dir dafür. Und außerdem«, er kramte eine Zeit lang in seinen Säcken, »kann ich dir dies hier anbieten?« Er zog eine kleine, seltsam geformte Taschenlampe hervor. »Sie braucht keine Batterien. Hier ist so eine Vorrichtung wie ein Trainingsgerät für die Hände, siehst du die beiden Hebel? Die muss man zusammendrücken. Das Gerät erzeugt von selbst Strom und die Lampe brennt. Recht schwach natürlich. Aber es gibt Situationen, in denen selbst dieses schwummerige Licht hell erscheint als die Quecksilberlampen der Polis. Sie hat mich schon mehrmals gerettet.« »Ich hoffe, sie wird auch dir nützen.« »Nimm sie.« »Sie gehört dir.« »Los, nimm schon.« »Es ist trotzdem ein ungleicher Tausch. Ich stehe in deiner Schuld.« Artyom fand dagegen, dass er bei diesem Tausch selten gut weggekommen war. Was brauchte er die mystischen Eigenschaften dieses Plans, wenn er selbst sie nicht spürte? Er hätte ihn wahrscheinlich fortgeworfen, nachdem er ihn ein paar Mal hin und her gewendet und vergeblich versucht hätte, die Kritzeleien darauf zu entziffern. »Die Route, die du gewählt hast, führt dich in den Abgrund,« fuhr Kahn fort, noch immer die Karte vorsichtig in den Händen haltend. »Nimm meinen alten Plan, und sieh es dir noch mal an.« Er hielt Artyom einen winzigen Plan hin, der auf der Rückseite eines alten Taschenkalenders abgedruckt war. »Du hast von dem Übergang von der Turgenevskania zum Sretensky Boulevard gesprochen. Weißt du denn nichts von dem schlechten Ruf dieser Station und von dem langen Tunnel von hier bis zum Kitai-Garod?« »Naja, man hat mir schon gesagt, dass man da allein nicht hineingehen darf, nur in der Karawane ist es sicher.« »So habe ich es mir auch gedacht. In der Karawane bis zur Turgenevskaja und dann haue ich ab in den Übergang. Die würden mich doch nicht verfolgen, oder?« Artyom spürte, wie sich in seinem Kopf ein undeutlicher Gedanke regte, ihn juckte, in Erregung versetzte. »Was war das bloß?« »Dort gibt es keinen Übergang. Die Bögen sind zugemauert.« »Ja, wie hatte er das nur vergessen können?« »Natürlich hatte man ihm früher davon erzählt, aber es war ihm entfallen. Die Roten hatten aus Angst vor irgendwelchem Teufelszeug im Tunnel den einzigen Zugang zur Turgenevskaja versperrt.« »Aber gibt es dort denn keinen anderen Ausgang?« fragte Artyom vorsichtig. »Nein.« »Die Pläne sagen jedenfalls nichts darüber aus.« »Aber selbst wenn dort ein offener Übergang wäre, glaube ich nicht, dass du genügend Mut hättest, dich von der Gruppe zu lösen und dort hineinzugehen. Besonders, wenn du den letzten Tratsch über dieses entzückende Fleckchen hörst, während du wartest, bis eine Karawane zusammenkommt.« »Aber was soll ich dann tun?« Mutlos starrte Artyom auf den kleinen Kalender in seiner Hand. »Du kannst nach Kitai-Garod gehen. Das ist eine interessante Station, und die Sitten dort sind überaus unterhaltsam. Aber wenigstens kann man dort nicht spurlos und für immer verschwinden. An der Turgenevskaja ist es nämlich sehr wohl möglich.« »Von Kitai-Garod aus, schau« – Kahn fuhr mit dem Finger über den Plan – »sind es nur zwei Stationen bis zur Puschkinskaja. Dort wechselst du zur Tschechowskaja. Dann noch einmal durch den Tunnel, und du bist in der Polis. Das ist sogar noch kürzer als der Weg, den du ursprünglich vorhattest.« Artyom bewegte die Lippen, zählte die Stationen und Übergänge der beiden Routen ab. »Ja. Wie man es auch drehte und wendete, der von Kahn aufgezeigte Weg war wesentlich kürzer. Artyom war schleierhaft, warum er nicht selbst darauf gekommen war. Aber wie es aussah, hatte er jetzt ohnehin keine andere Wahl mehr.« »Sie haben recht«, sagte er schließlich. »Machen sich denn oft Karawanen dorthin auf?« »Leider nicht. Es gibt ein kleines, aber ärgerliches Detail. Wenn jemand über unseren Halt nach Kitai-Garod, also durch den südlichen Tunnel, gehen möchte, muss er uns ja zunächst aus nördlicher Richtung erreichen.« »Und nun denk mal nach, ob das so einfach ist.« Kahn deutete in Richtung des Tunnels. »Allerdings ist schon wieder einige Zeit vergangen, seit sich die letzte Karawane nach Süden aufgemacht hat. Es ist also gut möglich, dass sich seither eine neue Gruppe gebildet hat.« »Sprich mit den Leuten. Frag sie aus. Aber rede nicht zu viel. Hier sind auch Banditen unterwegs, denen man sich keinesfalls anvertrauen sollte.« »Na gut, ich gehe besser mit, damit du keine Dummheiten anstellst.« Artyom griff bereits nach seinem Rucksack, doch Kahn unterbrach ihn mit einer Geste. »Sorge dich nicht um deine Sachen.« »Die Leute hier haben so viel Angst vor mir, dass niemand von diesem Gesindel es wagen würde, sich meinem Lager zu nähern. Solange du hier bist, stehst du unter meinem Schutz.« Den Rucksack ließ Artyom am Feuer zurück, aber das Sturmgewehr nahm er doch mit. Zu wertvoll war ihm dieser neue Schatz. Dann lief er Kahn hinterher, der sich mit großen Schritten, aber ohne Hast, den Feuern näherte, die am anderen Ende des Saals brannten. Erstaunt beobachtete Artyom, wie die ausgezehrten, in stinkende Fetzen gehüllten Landstreicher vor ihnen zurückschreckten. Sie schienen sich tatsächlich vor Kahn zu fürchten. Warum nur? Sie passierten das erste Feuer, ohne dass Kahn seinen Schritt verlangsamte. Es war ein winziges Feuerchen, das kaum brannte, an dem eng aneinandergedrückt zwei Menschen saßen, ein Mann und eine Frau. Leise raschelnde Worte in einer unbekannten Sprache waren zu hören. Zerfielen jedoch, bevor sie Artyoms Ohr erreichten. Neugierig verrenkte er sich den Hals, konnte sich kaum von diesem seltsamen Paar losreißen. Das nächste Feuer war groß und hell. Daneben befand sich ein ganzes Lager. Um das Feuer herum saßen hühnenhafte Männer von ziemlich wildem Aussehen. Lautes Lachen ertönte, und die kräftigen Flüche, die die Luft zerrissen, schüchterten Artyom ein. Kahn jedoch trat ruhig und selbstbewusst ans Feuer, grüßte und nahm Platz, sodass Artyom nichts anderes übrig blieb, als seinem Beispiel zu folgen und sich daneben zu hocken. Schaut sich an und sieht, dass er den gleichen Ausschlag auf den Händen hat, und unter den Achseln ist irgendwas Hartes angeschwollen, und es tut ihm wahnsinnig weh. Stell dir vor, was für ein Horror! Die Leute reagieren ja unterschiedlich auf sowas. Einer schießt gleich los, ein anderer wird wahnsinnig, wirft sich auf die anderen, versucht jemanden anzufassen, um nicht allein zu verrecken. Ein Dritter läuft in irgendeinen gottverlassenen Tunnel außerhalb des Rings, um niemanden anzustecken. Jeder ist da anders. Jedenfalls, als er das alles sieht, fragt er unseren Arzt, gibt es eine Chance, dass ich wieder gesund werde? Der Arzt sagt rundheraus, nicht die geringste. Sobald dieser Ausschlag da ist, hast du noch zwei Wochen. Ich sehe, wie der Bataillonskommandant schon mal seine Makarov locker macht, für den Fall, dass der ausflippt. Der, damit vor Aufregung überschnappender Stimme sprach, war ein kleiner, hagerer und struppiger Mann in einer wattierten Jacke. Aus wässrigen, grauen Augen sah er die Versammelten an. Obwohl Atjom nicht recht verstand, worum es ging, hatten ihn der Geist dieser Erzählung und die Stille dieser Gesellschaft, die noch vor kurzem laut gelacht hatte, in ihren Bann gezogen. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, erkundigte er sich leise bei Khan. Wovon spricht er? Von der Pest, erwiderte Khan schwermütig. Bei diesen Worten stieg Atjom der Gestank zerfallener Körper und brennender Leichen in die Nase. Er konnte förmlich die Alarmglocken läuten und die Sirenenheulen hören. An der WDN-Ha und Umgebung kannten sie keine Epidemien. Die wichtigsten Überträger, die Ratten waren vernichtet worden. Zudem gab es an der Station einige fähige Ärzte. Von tödlichen Ansteckungskrankheiten hat Atjom nur in Büchern gelesen. Einige davon waren ihm schon in ganz jungen Jahren unter die Finger gekommen, hatten sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt und als Kind die Welt seiner Träume und Ängste beherrscht. Wie er nun das Wort Pest hörte, bedeckte kalter Schweiß seinen Rücken und ihm begann zu schwindeln. Er fragte nicht weiter, sondern lauschte mit brennender Neugier dem Bericht des Hageren in der Wattejacke. Aber der Rote war nicht so ein durchgeknallter Typ. Vielleicht eine Minute steht er da und dann sagt er, »Gebt mir ein paar Patronen, dann gehe ich. Ich darf nicht bei euch bleiben.« Der Kommandeur hat vor Erleichterung richtig aufgeatmet. Das konnte sogar ich hören. Klar, den eigenen Mann erschießen zu müssen ist kein Vergnügen, selbst wenn er krank ist. Die Jungs haben zusammengelegt und dem Roten zwei ganze Hörner mitgegeben. Er ist dann Richtung Nordosten gegangen, hinter die Avia Motorna. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Der Kommandeur hat noch den Arzt gefragt, wie lange es dauert, bis die Krankheit ausbricht. Der sagte, »Die Inkubationszeit ist eine Woche. Wenn du eine Woche nach dem Kontakt nichts hast, hast du dich nicht angesteckt.« Der Kommandeur hat dann entschieden, »Wir gehen zur Station, bleiben dort eine Woche und lassen uns dann untersuchen. Ins Innere des Rings dürfen wir jetzt nicht. Wenn die Krankheit ausbricht, stirbt die ganze Metro.« Und so haben wir eine Woche lang dort ausgehalten. Wir hatten kaum miteinander Kontakt. Es wusste ja keiner, wer von uns ansteckend war und wer nicht. Und außerdem gab es noch einen Typen dort, den haben sie immer Becher genannt, weil er ziemlich gerne trank. Von dem hatten sie so richtig Schiss, weil er der Kumpel vom Roten war. Wenn er jemandem zu nahe kam, rannte der bis ans andere Ende der Station. Oder jemand zog gleich die Knarre nach dem Motto, ziehleine. Als ihm das Wasser ausging, haben die Jungs schon mit ihm geteilt, aber sie haben es ihm irgendwo hingestellt und sind dann gegangen. Zu sich hat ihn keiner gelassen. Nach einer Woche ist er verschwunden. Es gab verschiedene Ansichten. Einige meinten sogar, dass ihn sich irgendeine Kreatur geschnappt hatte. Aber dort sind die Tunnel sauber. Ich persönlich glaube, er hat einfach einen Ausschlag an sich bemerkt oder unter den Achseln ist ihm was angeschwollen, also ist er weggelaufen. Ansonsten hat sich von unserer Gruppe niemand angesteckt. Wir haben noch gewartet, dann hat uns der Kommandeur untersucht. Wir waren alle gesund. Artyom bemerkte, dass die anderen Männer trotz der Enge am Feuer von dem Erzähler abgerückt waren. »Bist du lange hierher unterwegs gewesen, Bruder?«, fragte ein knorriger, bärtiger Mann in einer Lederweste leise. »Es sind gut dreißig Tage, seit wir von der Avia Matarna aufgebrochen sind,« erwidert der Hagere. »Tja, da habe ich Neuigkeiten für dich. An der Avia Matarna ist die Pest ausgebrochen. Die Pest, hast du verstanden? Die Hanse hat sowohl die Taganskaya als auch die Kurskaya geschlossen. Quarantäne nennt sich das. Ich habe da Bekannte, Bürger der Hanse. Sowohl an der Taganskaya, auch als an der Kurskaya stehen Feuerwerfer in den Tunneln. Jeder, der sich bis auf Reichweite nähert, wird verbrannt. Desinfiziert sozusagen. Sieht so aus, als ob bei manchen die Inkubationszeit eine Woche beträgt, bei anderen mehr, denn die Seuche ist trotzdem dorthin gekommen. »Was soll das, Jungs? Ich bin doch gesund. Schaut doch selbst!« Das Männchen sprang auf und begann sich krampfhaft die Jacke und dann das unvorstellbar schmutzige Hemd vom Leib zu reißen. Seine Bewegungen waren hastig, als ob er fürchtete, nicht rechtzeitig den Beweis führen zu können. Die Anspannung stieg. Alle drückten sich auf der anderen Seite des Lagerfeuers zusammen, sprachen nervös durcheinander, und Artyom hörte leises Klicken. Fragend bittte er Khan an, nahm sein neues Sturmgewehr von der Schulter und hielt es kampfbereit vor sich. Khan schwieg, hielt Artyom jedoch mit einer Geste zurück. Dann erhob er sich schnell, trat lautlos vom Feuer zurück und zog den Jungen hinter sich her. Nach etwa zehn Schritten blieb er stehen und beobachtete weiter das Geschehen. Die hastigen Bewegungen des sich entkleidenden Mannes erschienen im Licht des Lagerfeuers wie ein verrückter, primitiver Tanz. Das Murmeln der Menge war verebbt, und die Handlung vollzog sich nun in unheilvoller Stille. Endlich hatte er sich aus seiner Unterwäsche geschält und rief triumphierend, »Da, seht her, ich bin sauber, ich bin gesund, es ist nichts da, ich bin gesund!« Der Bärtige mit der Weste zog aus dem Feuer ein Brett, das an einem Ende brannte, näherte sich vorsichtig dem Hageren und begann ihn angeekelt zu mustern. Die Haut des allzu redseligen Mannes war dunkel vor Schmutz und glänzte fettig, aber Spuren eines Ausschlags konnte der Bärtige trotz penibler Untersuchungen offenbar nicht entdecken, weshalb er kommandierte, »Nimm die Arme hoch!« Der unglückliche riss eilig die Arme nach oben. Dem Blick der Menge zeigten sich spärlich bewachsene Achseln. Der Bärtige hielt sich demonstrativ die Nase mit der freien Hand zu und trat noch näher heran, besah sich alles genau, suchte nach Beulen, konnte aber auch dort keinerlei Symptome finden. »Ich bin gesund, gesund! Glaubt ihr mir jetzt?« schrie der Mann mit schon fast hysterischer Stimme. In der Menge begann man feindselig zu flüstern. Der Bärtige nahm die allgemeine Stimmung auf und erklärte, »Na gut, vielleicht bist du ja selber gesund, aber das bedeutet noch nichts.« »Wie, das bedeutet nichts?« »Ganz einfach. Kann sein, dass du nicht krank bist. Vielleicht bist du ja immun, aber die Infektion kannst du trotzdem in dir tragen. Du hast auch mit diesem roten Kontakt gehabt. Bist in einer Einheit mit ihm gewesen. Hast mit ihm geredet, vielleicht aus derselben Flasche getrunken, ihm die Hand gegeben. Hast du doch, Bruder, sei ehrlich.« »Na und? Ich bin doch nicht krank!«, krächzte der andere verloren. Kraftlos stand er da, starrte in die Menge. »Das heißt nicht, dass du nicht infiziert bist, Bruder. Tut uns leid, aber das Risiko ist zu hoch. Vorbeugung muss sein, verstehst du?« Der Bärtige knöpfte seine Weste auf, unter der ein braunes Lederhalfter sichtbar wurde. Aus der Menge auf der anderen Seite des Feuers ertönten zustimmende Rufe, und wieder hörte man das Klicken von Waffen. »Halt, Jungs! Ich bin doch gesund! Ich hab mich nicht angesteckt! Schade her!« Wieder hob der Hagere seine Arme, doch diesmal rümpften alle nur verächtlich und mit deutlicher Abscheu die Nase. Der Bärtige zog seine Pistole und richtete sie auf den Mann. Dieser schien einfach nicht zu begreifen, was mit ihm passierte, und murmelte immer weiter, dass er gesund sei. Dabei drückte er sich die zerknüllte Jacke an die Brust. Es war kühl, und er begann allmählich zu frieren. Artyom hielt es nicht mehr aus. Er entsicherte seine Waffe und machte einen Schritt auf die Menge zu, ohne wirklich zu wissen, was er da tat. Er spürte ein quälendes Ziehen im Bauch, und ein Kloß im Hals hinderte ihn am Sprechen. Aber etwas an diesem Mann, etwas in seinen leeren, verzweifelten Augen, dem sinnlosen mechanischen Gemurmel, nagte an Artyom und trieb ihn zu diesem Schritt. Wer weiß, was er nun getan hätte, doch wieder senkte sich eine Hand auf seine Schulter und wie schwer sie diesmal war. »Bleib stehen«, befahl Kahn mit ruhiger Stimme. »Artyom erstarrte. Er spürte förmlich, wie seine Entschlusskraft am Granit dieses fremden Willens zerbrach. »Du kannst ihm nicht helfen. Du wirst nur selbst umkommen oder ihren Zorn auf dich ziehen. Deine Mission bleibt in beiden Fällen unerfüllt. Denk daran.« In diesem Augenblick zuckte das Männchen plötzlich zusammen, schrie auf, die Jacke an sich gedrückt, sprang mit einem Satz auf die Gleise und rannte mit erstaunlicher Geschwindigkeit und fast animalisch kreischend auf die schwarze Öffnung des südlichen Tunnels zu. Der Bärtige stürzte ihm anfangs hinterher und zielte auf seinen Rücken, doch dann winkte er ab. Es war nicht mehr nötig. Alle, die auf dem Bahnsteig standen, wussten das. Unklar war nur, ob der gehetzte Mann begriff, wohin er lief, ob er auf ein Wunder hoffte oder ob er vor Angst einfach nichts mehr wahrnahm. Nach einigen Minuten hörten sowohl sein Heulen als auch der Widerhall seiner Schritte mit einem Schlag auf, als hätte man einfach die Lautstärke abgedreht. Sogar das Echo erstarb augenblicklich, und dann herrschte Stille. So seltsam und ungewöhnlich war dies für Verstand und Gehör der Anwesenden, dass sie in ihrer Einbildung die plötzlich entstandene Lücke zu füllen versuchten, und es ihnen schien, als wäre in der Ferne noch ein Schrei zu hören. Doch alle begriffen, dass dies nur eine Illusion war. »Ein Rudelschakale wittert ein krankes Tier genau, mein Freund«, sagte Kahn, und Artyom schrak zurück, als er das raubtierartige Feuer in seinen Augen erblickte. »Ein Kranker ist eine Last für das Rudel und eine Gefahr für die Gesundheit aller. Deshalb beißen sie ihn tot, zerreißen ihn in Fetzen.« Artyom brauchte eine Weile, bis er den Mut aufbrachte, ihm zu widersprechen. »Aber diese Leute sind doch keine Schakale!« Plötzlich begann er tatsächlich zu glauben, dass er es hier mit einer Wiedergeburt von Genghis Khan zu tun hatte. »Es sind Menschen!« Die Menschheit degradiert. Unsere Medizin befindet sich gerade noch auf dem Niveau der Schakale. Und Menschlichkeit besitzen wir ebenso viel. Deshalb. Artyom wusste, was er darauf entgegnen würde, doch mit seinem einzigen Beschützer an dieser wilden Station einen Streit anzufangen, schien ihm nicht unbedingt klug. Khan wechselte das Thema. Und jetzt, da unsere Freunde einstweilen unter dem Eindruck des Erlebten stehen und eine Verbreitung von Infektionskrankheiten fürchten, müssen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Sonst dauert es noch Wochen, bis sie sich zum Aufbruch entschließen. Gerade jetzt könnte es vielleicht gelingen, durchzukommen.« Die Menschen am Feuer sprachen erregt über das Geschehene. Alle waren angespannt und verwirrt. Eine furchtbare Gefahr hatte ihren gespenstischen Schatten auf sie geworfen. Und nun versuchten sie zu entscheiden, was weiter zu tun war. Doch ihre Gedanken drehten sich im Kreis wie Versuchsmäuse in einem Labyrinth, stießen hilflos gegen Mauern, rasten sinnlos vor und zurück, unfähig, einen Ausgang zu finden. »Unsere Freunde sind drauf und dran, in Panik auszubrechen«, sagte Khan zufrieden, und sah Atiom belustigt an. Außerdem ahnen sie, dass sie soeben einen Unschuldigen gelüncht haben. Und eine solche Tat fördert das vernünftige Denken nicht gerade. Wir haben es jetzt nicht mit einer Gruppe von Menschen, sondern mit einem Rudel zu tun, ein hervorragender mentaler Zustand für psychische Manipulationen. Die Umstände fügen sich besser als erwartet. Kans triumphierende Miene rief bei Atiom erneut Unwohlsein hervor. Er versuchte mit einem Lächeln zu antworten. Immerhin wollte Khan ihm helfen. Doch herauskam dabei nur etwas Klägliches und wenig Überzeugendes. Das Wichtigste ist jetzt Autorität. Macht. Ein Rudel respektiert Macht, nicht logische Argumente. Fuhr Khan fort und nickte Atiom zu. »Bleib stehen und sieh zu. In weniger als einem Tag wirst du deine Reise fortsetzen können.« Er machte ein paar große Schritte und stand mitten in der Menge. »Wir dürfen hier nicht bleiben«, ertönte seine donnernde Stimme. Augenblicklich erstarb das Raunen der Menge. Die Männer hörten Khan mit vorsichtiger Neugier zu. Er hatte eine machtvolle, beinahe hypnotische, rhetorische Begabung, die er nun einsetzte. Schon bei seinen ersten Worten übermannte Atiom ein heftiges Gefühl der Gefahr, die nun über jedem hing, der weiter an dieser Station blieb. Er hat die ganze Luft hier verpestet. Wenn wir sie noch länger atmen, sind wir am Ende. Diese Bakterien sind überall. Und je länger wir hier bleiben, desto größer ist die Gefahr, dass wir etwas aufschnappen. Wir werden sterben wie die Fliegen. Verrotten werden wir hier, mitten im Saal. Hier kommt niemand durch, um uns zu helfen. Macht euch da keine Hoffnung. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Also müssen wir fort von dieser verfluchten Station. Wenn wir jetzt losgehen, alle zusammen, wird es nicht schwer sein, durch den Tunnel zu kommen. Aber wir dürfen nicht mehr warten.« Die Leute gaben zustimmende Laute von sich. Wie Atiom konnten die meisten von ihnen Kahns enormer Überzeugungskraft nicht widerstehen. Artyom empfand, von Kahns Worten geleitet, all jene Zustände und Empfindungen, die dessen Rede enthielt. Gefahr, Angst, Panik, Ausweglosigkeit, dann schwache Hoffnung, die immer mehr wuchs, je mehr Kahns von jener Lösung sprach, die er vorschlug. »Wie viele seid ihr?« Gleich mehrere Leute begannen, die Gruppe abzuzählen. Außer Kahns und Artyom standen acht weitere Personen am Feuer. »Was warten wir da noch? Wir sind zu zehnt. Das können wir schaffen. Packt eure Sachen. In spätestens einer Stunde müssen wir los.« Kahns wandte sich um und flüsterte Artyom zu. »Schnell, zurück zum Feuer. Nimm du auch deine Habseligkeiten. Wichtig ist jetzt, dass wir ihnen keine Zeit zum Überlegen lassen. Wenn wir jetzt zögern, beginnen sie zu zweifeln, ob sie wirklich mit uns zur Chiesche Prudy gehen sollen. Einige von ihnen sind eigentlich in der anderen Richtung unterwegs und ein paar leben auf dieser Station und wissen nicht, wohin sie sollen. Ich werde dich also bis nach Kitai Garot begleiten müssen, sonst werden sie, fürchte ich, im Tunnel ihre Zielstrebigkeit schnell verlieren oder überhaupt vergessen, wohin und wozu sie da eigentlich unterwegs sind. Hastig warf Artyom diejenigen von Bourbons Sachen, die er sich ausgesucht hatte, in seinen Rucksack. Kahns rollte seine Zeltplane zusammen und löschte das Feuer. Währenddessen beobachtete Artyom aus den Augenwinkeln, was sich am anderen Ende des Saales tat. Waren die Leute zu Beginn noch eifrig damit beschäftigt gewesen, ihre sieben Sachen zusammenzupacken, waren ihre Bewegungen jetzt viel langsamer und unkoordinierter. Einer setzte sich ans Feuer, ein anderer schlenderte aus irgendeinem Grund in die Mitte des Raums, wo sich zwei weitere trafen und sich zu unterhalten begannen. Artyom ahnte, was dort vor sich ging. Er zog Khan am Ärmel. »Sie sprechen miteinander«, sagte er warnend. »Leider ist der Umgang mit seinesgleichen ein unverrückbarer Charakterzug menschlicher Geschöpfe«, gab Khan zurück. »Selbst wenn ihr Wille gebrochen ist und sie eigentlich hypnotisiert sind, sehnen sie sich doch danach, miteinander in Kontakt zu treten. Der Mensch ist ein soziales Wesen, da kann man nichts machen. In jedem anderen Fall würde ich solche menschlichen Regungen als gottgegeben hinnehmen, je nachdem, mit wem ich mich unterhalte. Diesmal müssen wir uns einmischen, mein junger Freund, und ihre Gedanken in das richtige Fahrwasser leiten.« Mit diesen Worten hiefte Khan sich seinen enormen Reisesack auf den Rücken. Das Feuer erlosch, und dichte, beinahe spürbare Finsternis stürzte von allen Seiten auf sie ein. Artyom holte die Taschenlampe, Khans Geschenk aus der Tasche, und drückte auf den Griff. Im Inneren begann etwas zu surren. Die Glühbirne erwachte zum Leben. Sie verströmte ein ungleichmäßiges, flackerndes Licht. »Drück weiter«, ermunterte ihn Khan. »Das geht noch besser.« Als sie die anderen erreichten, hatten diese bereits allen Glauben an Khans Wahrheit verloren. Wieder trat der bärtige Kraftprotz nach vorne, der zuvor die eigenwillige medizinische Untersuchung vorgenommen hatte. »Hör mal, Bruder«, wandte er sich salopp an Khan. Artyom musste nicht einmal hinsehen, um zu merken, wie sich die Atmosphäre um Khan herum gleichsam elektrisch auflud. Offenbar trieb ihn jegliche Kumpanei zur Weißglut. Von allen Menschen, die Artyom bisher kennengelernt hatte, wollte er Khan am wenigsten wütend erleben. »Wir haben uns beraten«, sagte der Bärtige. »Und finden, dass du völligen Nonsens redest. Mir zum Beispiel passt es überhaupt nicht, Richtung Kitai Garot zu gehen. Und auch die Jungs sind dagegen. Stimmt's, Semyonich?« Er drehte sich zur Menge um und suchte nach Zustimmung. Jemand nickte, allerdings ziemlich scheu. »Wir wollten eigentlich zum Prospekt Mira, zur Hanse, solange dort in dem Tunnel noch alles normal ist. Also werden wir noch etwas warten und dann weiterziehen. Uns wird hier nichts passieren. Seine Sachen haben wir verbrannt. Und erzähl uns keine Märchen wegen der Luft, es ist ja keine Lungenpest. Und wenn wir uns schon angesteckt haben, können wir sowieso nichts machen. Die Infektion in der Metro zu verbreiten, ist verboten. Aber wahrscheinlich gibt es gar keine Infektion. Also mach dich vom Acker mit deinen Vorschlägen. Dieser heftige Widerstand brachte Artyom kurzzeitig aus dem Konzept. Doch als er seinen Begleiter anblickte, begriff er, dass der Bärtige schon bald bitter würde büßen müssen. In Khans Augen glomm wieder jenes orangefarbene Höllenfeuer. Eine derart animalische Wut und Kraft ging von ihm aus, dass auch Artyom plötzlich zu zittern begann, ihm die Haare zu Berge standen und er selbst die Zähne zeigen und losbrüllen wollte. »Warum bist du dann so grob zu ihm gewesen, wenn er gar nicht infiziert war?« fragte Khan schmeichelnd, mit betont weicher Stimme. »Als vorbeugende Maßnahme.« »Nein, mein Freund. Das hatte mit Medizin nichts zu tun. Eher mit Ganoventum. Mit welchem Recht hast du ihn so behandelt?« »Nenn mich gefälligst nicht Freund. Verstanden? Mit welchem Recht? Dem Recht des Stärkeren. Schon mal gehört? Und du mach jetzt mal halblang, sonst pusten wir dich und deinen Rotzlöffel gleich weg. Als vorbeugende Maßnahme. Kapiert?« Mit der Bewegung, die Artyom bereits kannte, knöpfte der Bärtige seine Weste auf und legte seine Hand aufs Halfter. Diesmal gelang es Khan nicht rechtzeitig, Artyom aufzuhalten. Noch ehe der Bärtige sein Halfter aufgeknöpft hatte, blickte er schon in den Lauf eines Sturmgewehrs. Artyom atmete schwer. Er hörte sein Herz klopfen. In seinen Schläfen pochte das Blut. Sein Kopf schwirrte vor sinnlosen Gedanken. Nur eines begriff er. Wenn der Bärtige noch ein Wort sagte oder seine Hand sich auf den Griff der Pistole legte, er würde sofort abdrücken. Artyom hatte nicht die Absicht, vor die Hunde zu gehen wie der Hagere von vorhin. Er würde es nicht zulassen, dass ihn das Rudel zerriss. Der Bärtige erstarrte mitten in der Bewegung und blitzte wütend mit seinen dunklen Augen. Und dann geschah etwas Unbegreifliches. Khan, der bis dahin unbeteiligt daneben gestanden hatte, machte einen großen Schritt nach vorne, sodass er direkt vor dem Gesicht seines Kontrahenten stand, blickte ihm in die Augen und sagte leise, »Lass es sein. Du gehorchst mir. Oder du stirbst.« Der bedrohliche Blick des Bärtigen trübte sich. Seine Arme fielen, kraftlos wie Zöpfe, zu beiden Seiten herab. Dies vollzog sich so unnatürlich, dass Artyom keinen Augenblick zweifelte, wenn etwas auf den Mann gewirkt hatte, so nicht sein Gewehr, sondern Khans Worte. »Sprich nie vom Recht des Stärkeren. Du bist zu schwach dafür«, sagte Khan und kehrte zu Artyom zurück, der sich wunderte, dass Khan nicht einmal versucht hatte, seinen Feind zu entwaffnen. Der Bärtige stand reglos da und blickte sich verwirrt nach allen Seiten um. Das Gerede verstummte. Die Leute warteten darauf, was Khan als nächstes sagen würde. Die Kontrolle über die Situation war wieder hergestellt. »Ich gehe davon aus, dass die Diskussion beendet ist und wir uns einig geworden sind. In 15 Minuten gehen wir los«, erklärte Khan. Dann wandte er sich Artyom zu. »Du sagst, es sind Menschen. Nein, mein Freund. Es sind Tiere. Ein Rudel Schakale. Sie wollten uns zerreißen. Und sie hätten es auch getan. Aber eines haben sie nicht bedacht. Sie mögen Schakale sein. Ich aber bin ein Wolf. Es gibt Stationen, wo man mich nur unter diesem Namen kennt.« Artyom schwieg, überwältigt von dem, was er soeben gesehen hatte. Endlich wusste er, an wem Khan ihn die ganze Zeit erinnert hatte. »Und wie mir scheint, bist du ein Wolfsjunges«, fügte dieser nach einer Weile hinzu, ohne sich umzudrehen. Und in seiner Stimme glaubte Artyom, einen warmen Unterton zu vernehmen. Das Kanat der Finsternis Er war tatsächlich absolut leer und sauber, dieser Tunnel. Der Boden war trocken. Ein angenehmer Luftzug strich ihnen ums Gesicht und keine einzige Ratte weit und breit. Nirgends gab es verdächtige Abzweigung oder schwarz gähnende Stollen. Nur ein paar verschlossene Seitentüren von Diensträumen. Hier würde man wahrscheinlich nicht schlechter leben als an jeder beliebigen Station. Diese vollkommen unnatürliche Ruhe und Sauberkeit kam keinem von ihnen verdächtig vor. Jegliche Befürchtungen, die die Leute zuvor gehegt hatten, waren im Nu vergessen. Die Geschichten von spurlos verschwundenen Reisenden erschienen ihnen hier wie Lügenmärchen. Und Artyom fragte sich bereits, ob die wilde Szene mit dem vermeintlich pestbefallenen Unglücksraben sich tatsächlich zugetragen hatte, oder ob es nur ein Traum gewesen war, den er auf der Zeltplane beim Feuer des wandernden Philosophen geträumt hatte. Kahn und er bildeten den Abschluss des Zuges. Denn dieser befürchtete, die Leute würden einer nach dem anderen zurückbleiben. Und dann würde niemand bis nach Kitaigarod kommen. Er ging mit federndem Schritt neben Artyom, als wäre nichts passiert. Die tiefen Falten, die sein Gesicht während des Konflikts an der Sucharewskaya durchzogen hatten, hatten sich geglättet. Der Sturm hatte sich gelegt, und vor Artyom stand nicht mehr ein wild gewordener, durchtriebener Wolf, sondern wieder der weise, verhaltene Kahn. Eine Rückverwandlung war jedoch jederzeit in wenigen Sekunden möglich. Das spürte Artyom. Da er ahnte, dass sich sobald keine Möglichkeit mehr bieten würde, den Schleier von einigen Geheimnissen der Metro zu lüften, konnte er es sich nicht verkneifen, zu fragen, »Wissen Sie, was in diesem Tunnel vor sich geht?« »Das weiß niemand. Auch ich nicht«, erwiderte Kahn. »Oh ja, es gibt Dinge, über die sogar mir rein gar nichts bekannt ist. Ich kann dir nur eines sagen. Es ist ein Abgrund. Wenn ich mit mir selbst spreche, nenne ich diesen Ort schwarzes Loch. Du hast wahrscheinlich noch nie die Sterne gesehen. Doch, einmal. Weißt du denn über das Weltall Bescheid? Also, ein sterbender Stern kann sich in ein solches Loch verwandeln, wenn er erlischt und sich unter dem Einfluss seiner eigenen, unvorstellbar hohen Gravitation selbst zu verschlingen beginnt. Materie von der Oberfläche in sein Zentrum zieht und somit immer kleiner, aber auch immer dichter und schwerer wird. Und je dichter er wird, desto höher wird seine Schwerkraft. Dieser Prozess ist unumkehrbar und ähnelt einer Schneelawine. Mit steigender Gravitation wird eine immer größere Menge Materie immer schneller ins Innere des Monsters gesogen. Ab einem bestimmten Moment ist seine Kraft so groß, dass er beginnt, seine Nachbarn in sich hineinzuziehen, die gesamte Materie, die sich in seinem Wirkungsbereich befindet, und schließlich auch die Lichtwellen. Seine berserkerhafte Kraft ermöglicht es ihm sogar, die Strahlen anderer Sonnen zu verschlingen. Der Raum um ihn herum ist tot und schwarz. Und nichts, was sich in seinem Besitz befindet, kann sich jemals wieder losreißen. Er ist ein Stern der Finsternis, die schwarze Sonne, die um sich nur Kälte und Dunkelheit verbreitet. Kahn verstummte und lauschte den Gesprächen derjenigen, die vor ihnen liefen. Fünf Minuten lang gingen sie schweigend. Dann brach es wieder aus Atiom heraus. Aber was hat das alles mit dem Tunnel zu tun? Wie du weißt, bin ich hellsichtig. Manchmal kann ich in die Zukunft oder in die Orte versetzen. Manches ist mir jedoch verborgen. So etwa kann ich noch nicht sehen, wie deine Reise enden wird, und überhaupt ist deine Zukunft mir ein Rätsel. Es ist ein Gefühl, als ob man in trübes Wasser blickt und nichts erkennen kann. Aber wenn ich versuche, mit meinem Blick zu erfassen, was in diesem Tunnel vor sich geht, die Natur dieses Ortes hier zu begreifen, blicke ich in tiefstes Schwarz. Und der Strahl meiner Gedanken kehrt aus der absoluten Finsternis dieses Tunnels nicht zurück. Deswegen nenne ich ihn Schwarzes Loch, wenn ich mit mir selbst spreche. Mehr kann ich dir darüber nicht sagen. Wieder verstummte Kahn, doch einige Augenblicke später fügte er plötzlich hinzu, und deswegen bin ich hier. Das heißt, sie wissen nicht, warum der Tunnel manchmal völlig ungefährlich ist, und dann wieder die Menschen, die ihn durchqueren, einfach verschluckt. Und warum es immer einsame Wanderer trifft. Ich weiß darüber nicht mehr als du, obwohl ich nun schon das dritte Jahr versuche, diese Geheimnisse zu entschlüsseln, vergeblich. Das Echo trug ihre Schritte weit hinaus. Die Luft hier war irgendwie durchsichtig. Es atmete sich erstaunlich leicht, und die Dunkelheit machte einen weniger furchterregenden Eindruck. Nicht einmal Kahns Worte machten Artyom misstrauisch oder besorgt, sodass er zu der Überzeugung kam, der Grund für die düstere Stimmung seines Begleiters wäre nicht die Geheimnisse und Gefahren dieses Tunnels, sondern die Ergebnislosigkeit seiner Suche. Kahns Besorgnis erschien Artyom übertrieben, ja geradezu lächerlich. Diese Strecke war doch völlig ungefährlich. Sie verlief geradeaus, und der Tunnel war leer. In Artyoms Kopf begann eine muntere Melodie zu erklingen. Ohne sein Zutun schien sie sich auch äußerlich bemerkbar zu machen, denn Kahn blickte ihn plötzlich spöttisch an und fragte, na, so froh Gemut? Toll geht's uns hier, was? Ruhig ist es und sauber, stimmt's? Hm, stimmt Artyom fröhlich zu. Er fühlte sich ganz leicht und frei, weil Kahn seine Stimmung nachvollzogen hatte und sich nun selbst davon erfassen ließ, weil er nun ebenfalls lächelte und nicht mehr mürrisch reinblickte in schweren Gedanken, weil er nun auch an den Tunnel glaubte. Kahn ergriff Artyom sanft am Handgelenk. Schließ die Augen. Ich nehme dich an der Hand, damit du nicht stolperst. Siehst du etwas? Artyom kniff gehorsam die Lieder zusammen und erwiderte enttäuscht. Nein, nichts. Nur das Licht der Taschenlampen sehe ich flackern. Doch plötzlich schrie er leise auf. So, jetzt hat es dich gepackt, bemerkte Kahn befriedigt. Schön, nicht wahr? Überwältigend. Es ist wie damals. Keine Decke und alles so blau. Mein Gott, wie schön das alles ist. Und die Luft, so frisch. Das ist der Himmel, mein Freund. Interessant, nicht? Viele von denen, die hier die Augen schließen und sich entspannen, sehen ihn. Das ist natürlich seltsam, keine Frage. Sogar die, die noch nie an der Oberfläche waren. Ein Gefühl, als wäre man oben. Und zwar bevor. Und Sie? Sehen Sie es auch? fragte Artyom selig. Er wagte nicht, die Augen zu öffnen. Nein. Fast jeder kann es sehen. Nur ich nicht. Ich sehe nur eine dichte, fast schon blendende Schwärze um den Tunnel herum. Du verstehst, was ich meine. Schwärze oben, unten, an den Seiten. Und nur ein winziger Lichtstrahl zieht sich durch den Tunnel. Der Lichtstrahl, an dem wir uns festhalten, wenn wir durch das Labyrinth gehen. Vielleicht bin ich blind. Aber vielleicht sind es auch alle anderen. Na gut. Mach die Augen auf. Ich will nicht bis Kitalgarot deinen Blindenhund spielen. Kahn ließ Artyoms Handgelenk los. Artyom versuchte mit zusammengekniffenen Augen weiterzugehen. Doch er stolperte über eine Schwelle und wäre beinahe mit seinem Gepäck zu Boden gestürzt. Unwillig hob er die Lieder und ging noch eine ganze Weile schweigend und dümmlich lächelnd weiter. Schließlich fragte er, was war das? Fantasien, erwiderte Kahn. Träume, Stimmungen. Alles zusammen. Aber es wechselt häufig. Es sind nicht deine Stimmungen und Träume. Wir sind viele, also wird einstweilen nichts passieren. Doch diese Stimmung kann jeden Moment umschlagen. Du wirst es schon noch erleben. Schau, dort ist schon die Turgenevskaja. Das ging aber schnell. Allerdings dürfen wir keinesfalls dort Halt machen. Nicht einmal für eine kurze Rast. Die Leute werden sicher um eine Verschnaufpause bitten, aber sie spüren den Tunnel nicht. Die meisten von ihnen spüren nicht einmal das, was du spürst. Wir müssen weiter, auch wenn uns das jetzt immer schwerer fallen wird. Sie betraten die Station. Der helle Marmor, mit dem die Wände verkleidet waren, unterschied sich kaum von dem am Prospekt Mira oder an der Socharevskaya, aber dort waren die Wände und Decken so verrust und verschmutzt gewesen, dass man den Stein kaum noch sah. Hier hingegen hatte er sich in all seiner Schönheit gehalten. Und es fiel schwer, sich von dem Anblick loszureißen. Die Menschen hatten diesen Ort vor so langer Zeit verlassen, dass nichts mehr auf ihre einstige Anwesenheit hinwies. Auch sonst war die Station in erstaunlich gutem Zustand. Offenbar hatte sie nie Überschwemmungen oder Brände erlebt. Wäre da nicht die absolute Dunkelheit und die dicke Staubschicht auf Boden, Bänken und Wänden gewesen, man hätte den Eindruck haben können, dass in jedem Moment ein Strom von Passagieren um die Ecke biegen oder ein Zug mit melodiösem Warnsignal aus dem Tunnel einfahren konnte. In all den Jahren hatte sich hier fast nichts verändert. Schon Atjoms Stiefvater hatte ihm ehrfürchtig davon berichtet. An der Turgenevskaya gab es keine Säulen. Die niedrigen Bögen hatte man in großen Abständen in die dicke Marmorwand geschnitten. Die Lampen der Karawane waren nicht stark genug, um durch die Dunkelheit des Saals hindurch zur gegenüberliegenden Wand zu schneiden. Daher entstand ein Gefühl, als ob hinter diesen Bögen überhaupt nichts sei, nur schwarze Leere. Als stünde man am Rande des Universums, an dem Abgrund, wo das Weltengebilde aufhörte. Entgegen Karns Befürchtungen äußerte niemand den Wunsch, hier Halt zu machen, und bald waren sie ans andere Ende der Station gelangt. Die Männer sahen besorgt aus und erwähnten immer häufiger, dass sie so schnell wie möglich an einen bewohnten Ort gelangen wollten. »Spürst du es? Die Stimmung schlägt um«, bemerkte Karn leise. Er hielt einen Finger in die Höhe, als ob er die Windrichtung prüfen wollte. »Wir müssen wirklich schnell fort von hier. Sie spüren das mit ihrer eigenen Haut genauso gut wie ich mit meiner Intuition. Doch irgendetwas hindert mich daran, weiterzugehen. Warte kurz.« Vorsichtig zog er aus seiner Innentasche den Plan heraus, den er »Mentor« nannte, ließ die anderen an, nicht von der Stelle zu weichen, löschte aus irgendeinem Grund seine Lampe, machte ein paar Schritte und verschwand in der Dunkelheit. Als er fort war, löste sich einer von der vorderen Gruppe und näherte sich Artyom langsam, fast widerstrebend. Und als er ihn ansprach, lag so viel Schüchternheit in seiner Stimme, dass Artyom in ihm nicht gleich jenen knorrigen, bärtigen Streithals erkannte, der ihn an der Sucharewska ja gedroht hatte. »Hör mal, Junge. Es ist nicht gut, hier stehen zu bleiben. Sag ihm, dass wir uns fürchten. Klar, wir sind viele, aber wer weiß. Es liegt ein Fluch auf diesem Tunnel. Und auf der Station hier auch. Sag ihm, dass wir weitergehen müssen, hörst du? Sag es ihm. Bitte.« Der Mann wandte den Blick ab und eilte zurück. Dieses letzte »Bitte« überraschte Artyom auf unangenehme Weise. Ja, es erschütterte ihn. Er machte ein paar Schritte nach vorn, um näher bei der Gruppe zu sein und ihre Gespräche zu hören. Plötzlich merkte er, dass seine gute Stimmung verflogen war. In seinem Kopf, wo ein kleines Orchester eben noch Marschmusik geschmettert hatte, war es nun bedrückend leer und still. Nur der Widerhalt des Winds war zu hören, der trostlos im vor ihnen liegenden Tunnel vor sich hin wimmerte. Artyoms ganzes Wesen erstarrte in beklemmender Erwartung, in dem Vorgefühl unabwendbarer Veränderungen. Im Bruchteil eines Augenblicks schien sich ein unsichtbarer Schatten über ihn zu legen. Er fühlte sich kalt und unwohl. Die Ruhe und Sicherheit, die er seit seinem Eintritt in den Tunnel ständig empfunden hatte, waren auf einmal verschwunden. Er erinnerte sich an Kahns Worte, dass dies nicht seine eigenen Stimmungen seien, nicht seine eigene Freude, und dass Veränderungen seines Zustands nicht von ihm abhängen. Nervös fuhr er mit dem Lichtstrahl umher, denn er hatte das unangenehme Gefühl, dass jemand in der Nähe war. Trüb flammte der verstaubte weiße Marmor auf, doch der dichte schwarze Vorhang zwischen den Bögen blieb trotz Artyoms panischem Hin- und Herleuchten undurchdringlich, wodurch sich die Illusion, dass dahinter die Welt zu Ende war, nur noch verstärkte. Schließlich hielt es Artyom nicht mehr aus und hetzte schon fast im Laufschritt zu den anderen. »Komm zu uns! Komm, Junge!« sagte jemand zu ihm, dessen Gesicht er nicht erkennen konnte. Offenbar versuchten sie Batterien zu sparen. »Keine Angst! Du bist ein Mensch wie wir, und in so einer Situation müssen wir Menschen zusammenhalten. Spürst du es auch?« Artyom gestand nur zu gerne, dass irgendetwas in der Luft hing. Die Angst machte ihn schwarzhaft, und so begann er, seine Gefühle mit den anderen eifrig zu diskutieren. Seine Gedanken jedoch kreisten ständig um die Frage, wohin Kahn gegangen und warum schon seit über zehn Minuten nichts von ihm zu sehen und zu hören war. Doch kaum hatte er begonnen, darüber nachzudenken, als jener lautlos neben ihm auftauchte und auch die anderen Männer wieder auflebten. »Sie wollen nicht mehr hierbleiben,« sagte Artyom bittend. »Sie haben Angst. Gehen wir weiter, ich spüre es auch.« »Das ist noch keine Angst, was sie da spüren.« Versicherte Kahn und blickte sich um. Dann, als er fortfuhr, schien es Artyom, als ob die ansonsten so feste, etwas heisere Stimme ein wenig schwankte. »Und auch du kennst noch keine Angst. Also lohnt es sich nicht deswegen, die Luft zu erschüttern.« »Angst ist das, was ich spüre.« Und mit solchen Worten werfe ich nicht einfach so um mich. Ich bin in die Finsternis auf der anderen Seite der Station eingedrungen. Der Mentor verbot mir, den nächsten Schritt zu machen, sonst wäre ich unweigerlich verloren gewesen. Wir können nicht weiter. Dort verbirgt sich etwas. Aber mein Blick dringt nicht tiefer. Ich weiß also nicht, was uns dort genau erwartet. Schau. Er hielt Artyom mit schneller Bewegung den Plan vor die Augen. »Siehst du? Nun leuchte schon her.« »Sieh dir den Tunnel von hier nach Gitaigarod an.« »Bemerkst du nichts?« Artyom starrte angestrengt auf den winzigen Abschnitt des Schemas, bis ihm die Augen schmerzten. Er konnte nichts Ungewöhnliches erkennen, wagte aber nicht, es zuzugeben. »Blindes Huhn,« zischte Kahn. »Siehst du wirklich gar nichts?« »Er ist völlig schwarz.« »Das ist der Tod.« Ungeduldig riss er Artyom den Plan wieder aus der Hand. Artyom musterte ihn argwöhnisch. Wieder kam ihm Kahn wie ein Wahnsinniger vor. Er musste an Shenjas Geschichte von dem Mann denken, der allein in den Tunnel gegangen war. Er hatte zwar überlebt, war aber vor Angst verrückt geworden. War es möglich, dass Kahn dasselbe widerfahren war? Aber zurück können wir auch nicht mehr,« flüsterte Kahn. »Wir haben bei unserer ersten Etappe einen Augenblick erwischt, in dem günstige Stimmung herrschte. Doch jetzt ballt sich dort Finsternis zusammen und ein Sturm zieht auf. Das Einzige, was wir tun können, ist vorwärtsgehen. Aber nicht durch diesen Tunnel, sondern durch den daneben. Vielleicht ist er noch frei.« Er wandte sich den anderen zu. »Hey, ihr habt recht. Wir müssen weitergehen.« »Aber nicht auf diesem Weg. Da vorne wartet der Tod.« »Wie dann?« fragte einer von ihnen zaghaft. »Wir müssen durch den Paralleltunnel auf der anderen Seite der Station. Und zwar so schnell wie möglich.« »Oh nein!«, erwiderte ein anderer. »Das weiß doch jeder. Durch den Gegentunnel gehen, wenn der eigene frei ist. Das ist ein schlechtes Omen. Das bringt den Tod. Durch den Linken gehen wir nicht.« Ein zustimmendes Murmeln ertönte. Füße stopften auf den Boden. »Wovon spricht er?«, fragte Artyom verwundert. Kahn runzelte die Stirn. »Offenbar ein Aberglaube.« »Teufel! Wir haben jetzt keine Zeit, sie zu überreden, und meine Kräfte schwinden.« »Hört her! Ich gehe durch den Paralleltunnel. Wer mir glaubt, kann mitkommen. Von den anderen verabschiede ich mich. Für immer. Gehen wir.« Er warf seinen Rucksack auf den Bahnsteig, zog sich mit den Armen hoch und kletterte auf den Rand. Artyom verharrte unschlüssig. Einerseits ging das, was Kahn über diese Tunnel und über die Metro insgesamt wusste, weit über die Grenzen des menschlichen Verstands hinaus, und offenbar konnte man sich auf ihn verlassen. Doch war es andererseits nicht unverbrüchliches Gesetz, dass man stets mit der größeren Anzahl von Menschen mitging, da nur dies Erfolg versprach. Kahn sah Artyom an. »Was ist denn los? Keine Kraft mehr? Ich helfe dir.« Er kniete sich mit einem Bein hin und streckte seine Hand herab. Artyom vermiet es, ihm in die Augen zu sehen, denn er fürchtete darin wieder dieses wahnsinnige Funkeln zu erkennen, das ihn jedes Mal so sehr erschreckte. Wusste Kahn eigentlich, was er tat, wenn er nicht nur die Leute in der Gruppe, sondern auch das Wesen des Tunnels herausforderte? Wusste er wirklich Bescheid darüber? Spürte er es? Der Abschnitt auf dem Linienplan, dem Mentor, war nicht schwarz gewesen. Artyom hätte schwören können, dass er blass orange gewesen war, wie die gesamte Linie. Die Frage war nur, wer von ihnen beiden war der Blinde? »Komm schon! Was wartest du noch? Verstehst du nicht? Jedes Zögern kann uns das Leben kosten. Deine Hand! Gib mir endlich deine Hand!« Kahn schrie bereits, doch Artyom ging langsam und mit kleinen Schritten von ihm weg. Er sah immer noch zu Boden, während er auf die Gruppe zustolperte. »Komm, Junge!« hörte er von dort. »Komm mit uns! Lass dich lieber nicht mit diesem Verrückten ein! Ist gesünder!« »Dummkopf!« rief Kahn ihm nach. »Du wirst umkommen mit Ihnen!« »Wenn dir schon dein eigenes Leben nichts bedeutet, denk wenigstens an deine Mission!« Endlich wagte es Artyom aufzuschauen. Er blickte in Kahns weit aufgerissene Augen. Nicht ein Fünkchen Wahnsinn war darin zu erkennen, nur Verzweiflung und Müdigkeit. Er hielt inne. Doch in diesem Augenblick legte sich eine Hand auf seine Schulter und zog ihn sanft mit sich. »Gehen wir! Soll er lieber allein verrecken, anstatt dich mit ins Grab zu ziehen!« Nur mit Mühe erfasste Artyom den Sinn dieser Worte, das Denken fiel ihm schwer, und nach einem Augenblick des Zögerns ließ er sich mitziehen. Die Gruppe setzte sich in Bewegung, näherte sich dem schwarzen Schlund des südlichen Tunnels. Dabei bewegten sie sich erstaunlich langsam, als kämpften sie gegen einen Widerstand, als gingen sie unter Wasser. Plötzlich sprang Kahn mit überraschender Leichtigkeit vom Bahnsteig auf die Gleise, überwand mit zwei Sätzen die Entfernung zur Gruppe, streckte den Mann, der Artyom festhielt, mit einem Faustschlag zu Boden, packte den Jungen quer am Rumpf und zog ihn mit aller Macht zurück. Artyom erlebte den ganzen Vorgang wie in Zeitlupe. Kahns Sprung, der mehrere Sekunden zu dauern schien, hatte er mit stummer Verwunderung beobachtet. Und mit der gleichen tumpen Verblüffung hatte er zugesehen, wie der schnauzbärtige Mann in der Segeltuchjacke neben ihm schwer zu Boden sackte. Doch in dem Augenblick, als Kahn ihn mit sich riss, beschleunigte sich die Zeit wieder. Und die Reaktion der anderen, die sich nach dem Schlag umgedreht hatten, erschien ihm fast blitzartig. Schon machten sie erste Schritte auf Kahn zu, legten ihre Gewehre an, während sich dieser mit weichen Schritten seitwärtsgehend zurückzog, wobei er mit dem einen Arm, den noch immer bewegungslosen Artyom an sich drückte, ihn hinter sich hielt, mit seinem Körper schützte. In der anderen, nach vorn ausgestreckten Hand, schwankte Artyoms neues, matschimmerndes Sturmgewehr. »Geht weg!« rief Kahn heiser. »Ich sehe keinen Sinn darin, euch umzubringen. In weniger als einer Stunde seid ihr ohnehin tot. Lasst uns in Ruhe! Geht!« Schritt für Schritt wich er in die Mitte der Station zurück, bis die Männer unentschlossen zurückblieben und ihre Silhouetten in der Dunkelheit zu verschwimmen begannen. Einige hastige Bewegungen waren zu hören. Offenbar hoben sie den Schnauzbärtigen vom Boden auf, dann begab sich die Gruppe zum Eingang des Südtunnels. Sie wollten wohl nichts riskieren. Erst jetzt senkte Kahn das Gewehr und wies Artyom in scharfem Ton an, auf die Plattform zu steigen. »Noch ein wenig, und ich verliere die Lust daran, dich zu retten, mein junger Freund!«, zischte er ihn mit unverhohlenem Ärger an. Gefügig kletterte Artyom nach oben, dicht gefolgt von Kahn. Nachdem dieser seinen Reisesack geholt hatte, trat er durch einen der schwarzen Bögen und zog Artyom hinter sich her. Der Mittelgang der Turgenevskaya war nicht lang. Linker Hand endete er an einer Marmorwand, während ihn am anderen Ende, soweit dies im Schein der Taschenlampen zu erkennen war, eine Sperre aus Wellblech abschloss. Leicht vergilbter Marmor bedeckte alle Wände. Nur die drei großen Bögen, unter denen sich der Durchgang zur Station Ciszczeprudi befand, zur Kirovskaya, wie die Kommunisten sagten, waren mit groben, grauen Betonblöcken zugemauert. Die Station war völlig leer, nicht ein einziger Gegenstand lag herum. Weder von Menschen noch von Ratten oder Kakerlaken gab es je eine Spur. Während sich Artyom umsah, fielen ihm Böbens Worte ein. Vor den Ratten selbst brauch man keine Angst zu haben. Erst wenn keine da waren, stand die Sache schlecht. Kahn packte ihn an der Schulter und zog ihn hastig durch den Saal, wobei Artyom sogar durch die Jacke spürte, dass Kahns Hand zitterte, als habe er Schüttelfrost. Dann, als sie ihr Gepäck am Rand des Bahnsteigs ablegten, um auf die Gleise zu springen, traf sie plötzlich ein Lichtstrahl im Rücken. Wieder staunte Artyom, wie schnell sein Begleiter auf Gefahren reagierte. Innerhalb von Sekundenbruchteilen lag Kahn flach auf dem Boden und hatte die Lichtquelle ins Visier genommen. Das Licht war nicht besonders stark, schien ihnen aber direkt in die Augen, weshalb sie nicht erkennen konnten, wer sie verfolgte. Mit einer gewissen Verspätung ließ sich auch Artyom wie ein Sack zu Boden fallen. Er kroch zu seinem Rucksack und band seine alte Waffe los. Auch wenn sie groß und unhandlich war, so schlug sie doch einwandfreie Löcher vom Kaliber 7,62, und kaum jemand war mit solchen Lücken im Organismus noch funktionsfähig. »Was ist?«, donnerte Kahn. Artyom dachte, wenn jemand sie hätte umbringen wollen, so hätte derjenige es schon längst getan. Er stellte sich ziemlich plastisch vor, welches Bild er abgab, wie er sich am Boden krümmte, im Schein der Lampe und dem Fadenkreuz des Angreifers, wie sinnlos er sich hin- und herwand wie eine Schnecke unter einem Stiefel. Ja, wenn man ihn hätte umbringen wollen, würde er schon längst in einer Blutlache liegen. »Nicht schießen!«, ertönte eine Stimme. »Licht aus!«, forderte Kahn, der die kurze Pause genutzt hatte, um sich hinter einem Bogen zu verbergen und seine eigene Lampe hervorzuholen. Endlich hatte auch Artyom den Draht abgerissen, den Vorderschaft fest in der Hand, rollte er seitlich aus der Schusslinie und verschanzte sich ebenfalls hinter einem Bogen. Nun konnte er sich von der Seite an den Unbekannten heranschleichen und diesen mit einer Salve niederstrecken, falls er das Feuer eröffnete. Doch der ungebetene Gast fügte sich. Und nun befahl ihm Kahn mit sanfterer Stimme, »Gut. Jetzt die Waffe auf den Boden. Schnell!« Etwas klapperte auf die Granitplatten. Artyom trat mit vorgehaltenem Lauf seitwärts in den Saal hinaus. Er hatte sich nicht getäuscht. In fünfzehn Schritt Entfernung stand, von Kahns Taschenlampe angestrahlt, die Arme erhoben, jener Bärtige, mit dem sie an der Sucharewskaja aneinandergeraten waren. »Nicht schießen«, bat dieser wieder mit zitternder Stimme. »Ich will euch nichts Böses. Lasst mich mit euch gehen. Ihr sagtet doch, dass ich euch anschließen kann, wer will. Ich... Ich glaube dir. Ich spüre auch, dass da etwas ist in dem rechten Tunnel. Sie sind schon weg. Sie sind alle weg. Nur ich bin geblieben. Ich will es mit euch versuchen.« »Du hast einen guten Instinkt«, sagte Kahn, während er den Mann aufmerksam musterte. »Aber Vertrauen erweckst du bei mir nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Jedenfalls werden wir dein Angebot prüfen, unter der Bedingung, dass du mir unverzüglich dein gesamtes Arsenal aushändigst. Im Tunnel gehst du uns voraus. Und keine dummen Scherze, sonst geht es dir schlecht.« Der Bärtige schob Kahn mit dem Fuß seine Pistole zu und legte vorsichtig ein paar Magazine neben sich. Artyom erhob sich und ging auf ihn zu, die Waffe im Anschlag. »Ich kontrolliere ihn«, rief er. »Vorwärts! Und die Hände immer schön oben lassen«, donnerte Kahn. »Los, spring auf die Gleise! Bleib stehen mit dem Rücken zu uns!« Etwa zwei Minuten, nachdem sie den Tunnel betreten hatten und sich mit schnellen Schritten in Dreiecksformationen bewegten, der Bärtige, der Tuss hieß, fünf Schritte voraus, dahinter Kahn und Artyom, hörten sie plötzlich von rechts, durch die sicherlich mehrere Meter dicke Erdschicht, ein gedämpftes Heulen. Es brach genauso unvermittelt ab, wie es begonnen hatte. Tuss drehte sich verängstigt zu ihnen um und vergaß dabei sogar, den Lichtstrahl abzuwenden. Die Lampe hüpfte in seiner Hand, und sein von unten beschiedenes Gesicht, das zu einer Grimasse erstarrt war, erschreckte Artyom sogar noch mehr als der soeben vernommene Schrei. Nickend antwortete Kahn auf die stumme Frage. »Die anderen haben sich getäuscht. So viel steht fest. Allerdings lässt sich noch nicht sagen, ob wir richtig liegen.« Sie eilten weiter. Von Zeit zu Zeit blickte Artyom seinen Beschützer an und bemerkte zunehmend Anzeichen von Müdigkeit. Zitternde Hände, ungleichmäßige Schritte, Schweißtropfen im Gesicht. Dabei waren sie noch gar nicht lange unterwegs. Offenbar war diese Strecke für Kahn viel anstrengender als für ihn. Während er beobachtete, wie die Kräfte seines Begleiters schwanden, musste er unwillkürlich daran denken, dass Kahn ihn gerettet hatte. Wäre Artyom mit der Karawane in den rechten Tunnel gegangen, ihn hätte unweigerlich dieser rätselhafte Tod ereilt. Er wäre spurlos verschwunden. Dabei waren sie so zahlreich gewesen. Zu sechst oder so. Wenn die eiserne Regel versagt hatte, so hatte Kahn dies entweder geahnt, oder der magische Mentor hatte es ihm eingeflüstert. Dabei war es doch nichts weiter als ein farbiges Stück Papier. Sollte es ihm wirklich geholfen haben? Der Abschnitt zwischen der Turgenevskaya und Kitai-Garod war ganz sicher orange gewesen. Oder doch? Schwarz? Was ist das? Fragte Tuz plötzlich. Blieb stehen und sah Kahn beunruhigt an. Spürst du das? Hinter uns? Artyom wollte schon zu einem sarkastischen Kommentar über Tuz schwache Nerven ansetzen, denn er selbst nahm rein gar nichts wahr. Sogar jenes schwere Gefühl der Beklemmung und Gefahr, das an der Turgenevskaya über sie gekommen war, hatte seine Klauen gelockert. Doch zu seinem Erstaunen erstarrte Kahn sogleich, gebot mit einer Handbewegung Stille und drehte sich in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Was für ein Gespür, sagte er nach einer halben Minute anerkennend. Wir sind begeistert. Die Queen ist begeistert, fügte er aus irgendeinem Grund hinzu. Wenn wir hier rauskommen, sollten wir uns unbedingt einmal genauer unterhalten. Er fragte Artyom, Hörst du nichts? Nein. Alles ruhig. Schwer zu sagen, was für ein Gefühl Artyom empfand. Eifersucht? Kränkung? Ärger, dass sein Beschützer sich so lobend über diesen ungehobelten, bärtigen Teufel äußerte, der sich noch vor ein paar Stunden beinahe fertig gemacht hätte. Seltsam. Ich dachte, dass in dir die Begabung heranwächst, den Tunnel zu hören. Nun, vielleicht hat sie sich noch nicht ganz entfaltet. Kahn schüttelte den Kopf und wandte sich Tuss zu. Du hast recht. Es kommt hierher. Wir müssen weiter. Und zwar schneller. Er lauschte, sog dabei, beunruhigt die Luft ein, ganz wie ein Wolf. Es rollt auf uns zu, wie eine Welle. Wir müssen weiter. Wenn es uns erreicht, ist das Spiel aus. Mit diesen Worten stürzte er los. Artyom folgte ihm auf den Fuß und war fast gezwungen zu laufen, um nicht zurückzufallen. Der Bärtige, der nun neben ihnen marschierte, machte wegen seiner kurzen Beine schnelle Schritte und atmete schwer. So gingen sie vielleicht zehn Minuten. Und die ganze Zeit über begriff Artyom nicht, warum sie so hetzten, atemlos, stolpernd. Der Tunnel hinter ihnen war leer und ruhig. Es gab keine Anzeichen einer Verfolgung. Doch plötzlich spürte er es. Tatsächlich war ihnen etwas auf den Fersen, holte mit jedem Schritt auf. Keine Welle, sondern eher ein Wirbel, ein schwarzer Wirbel, der Leere verbreitete. Wenn sie es nicht schafften, wenn es ihren kleinen Trupp erreichte, so würde sie das gleiche Schicksal ereilen wie jene sechs. Und wie so viele Draufgänger und Dummköpfe, die die Tunnel in einem Moment betreten hatten, als dort teuflische Orkane stürmten, die alles Lebende hinwegrissen. Ein Feuerstrom aus Vorahnungen jagte Artyom durch den Kopf und beunruhigt sah er zu Kahn hinüber. Dieser fing seinen Blick auf und begriff. »Na, ist es bei dir auch angekommen?«, stieß er hervor. »Das ist schlimm. Das heißt, es ist schon ganz nah.« »Schneller!«, rief Artyom heiser. »Solange es noch nicht zu spät ist!« Kahn beschleunigte und lief nun mit weit ausholenden Schritten voran. Von der Müdigkeit, die der Junge an ihm entdeckt zu haben glaubte, war keine Spur mehr zu merken, und wieder hatten seine Gesichtszüge etwas Animalisches angenommen. Um mit ihm mitzuhalten, begann Artyom ebenfalls zu laufen. Eine Sekunde lang schien es, als könnten sie sich von ihrem unerbittlichen Verfolger lösen, doch plötzlich stolperte Thuss über eine Schwelle und fiel der Länge nach auf die Gleise, wobei er sich Gesicht und Hände blutig schlug. Sie liefen noch ein paar Schritte weiter, bis sie zum Stillstand kamen, und im selben Moment, in dem Artyom begriff, dass der Bärtige gefallen war, ertappte er sich schon bei dem Gedanken, dass er nicht stehen bleiben und umkehren, sondern ihn zum Teufel schicken wollte, diesen kurzbeinigen Schleimer mit seiner ach so wunderbaren Intuition, und weiterlaufen, solange es sie noch nicht erreicht hatte. Der Gedanke widerte ihn an, aber der Ärger über Thuss, der noch immer auf den Gleisen lag und dumpf vor sich hin stöhnte, war stärker und brachte die Stimme des Gewissens völlig zum Verstummen. Er empfand sogar eine gewisse Enttäuschung, als Kahn zurückstürzte und dem Bärtigen mit einer kraftvollen Bewegung auf die Beine half. Insgeheim hatte Artyom gehofft, dass Kahn mit seiner Verachtung für alles Fremde leben und sterben den Mann einfach im Tunnel zurücklassen würde. Kahn jedoch befahl Artyom mit trockener Stimme, den hinkenden Thuss auf der einen Seite zu stützen, packte ihn auf der anderen am Arm und zog beide mit sich. Nun fiel das Laufen noch schwerer. Thuss stöhnte und knirschte bei jedem Schritt vor Schmerz mit den Zähnen, aber Artyom empfand für ihn nichts außer wachsendem Ärger. Sein langes, schweres Sturmgewehr schlug ihm schmerzhaft gegen die Beine, denn er hatte keine Hand frei, um es festzuhalten. Außerdem bedrückte ihn ein Gefühl, als ob er irgendwo hin zu spät kam. All dies zusammen erzeugte nicht etwa Angst vor dem schwarzen Vakuum hinter ihm, sondern Wut und Trotz. Der Tod war nun ganz nah. Artyom brauchte nur stehen zu bleiben und eine halbe Minute abzuwarten, und der unheilvolle Wirbel würde ihn erreichen, fortschleudern, in tausend Teile zerfetzen. Innerhalb weniger Sekunden Bruchteile würde er aus diesem Universum verschwinden. Doch diese Gedanken lähmten ihn nicht, nein, sie gaben ihm, verstärkt durch seine Wut und seinen Ärger, neue Kraft, die sich mit jedem Schritt nur noch vergrößerte. Und dann war es plötzlich vorbei. Verschwunden. Das Gefühl der Gefahr hörte so unmittelbar auf, dass es in Artyoms Bewusstsein einen seltsam leeren, gleichsam unbesetzten Platz zurückließ, als hätte man ihm einen schmerzenden Zahn gezogen. Er blieb stehen, wie um mit der Zungenspitze das entstandene Loch zu befühlen. Hinter ihnen war nichts mehr, einfach ein Tunnel. Sauber, trocken, frei, völlig ungefährlich. All dieses Gerenne, die ganzen Ängste und paranoiden Fantasien, der überflüssige Glaube an irgendwelche besonderen Gefühle oder die Intuition, kam Artyom jetzt so lächerlich, dumm und absurd vor, dass er unwillkürlich laut loslachte. Thoos, der neben ihm stand, sah ihn zuerst erstaunt an, doch dann verzog sich auch sein Gesicht zu einem Grinsen, und er lachte ebenfalls los. Khan betrachtete die beiden unzufrieden und stieß schließlich hervor. Na, geht's euch gut? Schön ist es hier, nicht wahr? So ruhig und sauber. Er ging allein weiter. Erst jetzt begriff Artyom, dass am Ende des Tunnels deutlich Licht zu sehen war und sie vielleicht noch 50 Schritt bis zur nächsten Station gehen mussten. Khan erwartete sie am Eingang auf der Stahltreppe. Während Artyom und Thoos immer wieder lachend und völlig entspannt die letzten 50 Meter zurücklegten, hatte er bereits eine aus irgendeinem Kraut gedrehte Zigarette geraucht. Artyom empfand inzwischen so etwas wie Sympathie und Mitgefühl für den hinkenden, durch das Gelächter hindurch stöhnenden Thoos. Er schämte sich seiner Gedanken von vorhin, als Thoos gestürzt war. Nun war er wieder bestens gelaunt, und Khans erschöpfter, ausgemergelter Zustand und dessen seltsamen, verächtlichen Blicke erschienen ihm sogar ein wenig unangenehm. »Danke«, rief Thoos, während er die Treppe zu Khan hinaufstampfte. »Wenn du...« »Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre es mit mir zu Ende gegangen. Aber ihr habt mich nicht zurückgelassen. Danke. So etwas vergesse ich nicht.« »Nichts zu danken«, entgegnete Khan ohne jegliche Regung. »Aber warum habt ihr mich mitgenommen?«, fragte der Bertin. »Khan warf die Kippe zu Boden und zuckte mit den Schultern.« »Du interessierst mich als Gesprächspartner.« »Mehr nicht.« Kaum stand Artyom auf der Treppe, da begriff er, warum Khan nicht auf den Gleisen geblieben war. Kurz vor der Einfahrt zur Station Kitaygarot hatte man auf den Gleisen einen mannshohen Haufen Sandsäcke aufgestapelt. Dahinter hockten auf hölzernen Schemeln drei Männer, deren Äußeres ihm einigen Respekt einflößte. Kurzgeschorene Haare, breite Schultern unter abgewetzten Lederjacken, dazu abgetragene Trainingshosen im Uniformlook. Mit Schwung knallten sie gerade ihre Spielkarten auf einen vierten Schemel in der Mitte. Dabei fluchten sie so sehr, dass Artyom ihrem Gespräch kein einziges anständiges Wort entnehmen konnte. Auf die Station gelangte man nur durch einen engen Gang und ein Gatter, das direkt vor ihm lag. Dort aber türmte sich ein nicht minder beeindruckender Körper auf. Der vierte Wachmann. Artyom musterte ihn kurz. Die Haare fast ganz rasiert, wässrig graue Augen, eine leicht verbogene Nase zerfetzte Ohren. Eine schwere Tokarev hatte er sich einfach in den Gürtel gesteckt. Eine Wodka-Fahne schlug ihn entgegen und vernebelte die Gedanken. »Was liegt an?« krächzte der Mann gedehnt und musterte Kahn und den dahinterstehenden Artyom von Kopf bis Fuß. »Touristen oder Händler?« »Wir sind keine Händler«, erklärte Kahn, »sondern nur auf der Durchreise, ohne Frachtgut.« »Durchreise, hast ne Meise«, reimte der Gorilla, wierte los und drehte sich zu den Spielern um. »Hörst du, Kolja?« »Durchreise, hast ne Meise«, Kahn lächelte geduldig. Der Bär stützte sich faul mit einem Arm gegen die Wand und versperrte so endgültig den Weg. »Wir haben hier... n' Zoll. Kapiert?« erklärte er. »Da muss die Penunse rein. Willste durch, musst du zahlen. Wenn nicht, mach dich vom Acker.« »Und warum bitte schön?« ereiferte sich Artyom, was er jedoch sogleich bereute. Der Bär hatte wahrscheinlich nicht einmal verstanden, was Artyom gesagt hatte, aber schon die Intonation gefiel ihm nicht. Er schob Kahn zur Seite, machte einen schweren Schritt nach vorne und blieb direkt vor Artyom stehen. Das Kinn gesenkt, fixierte er ihn. Seine Augen waren völlig leer, er schien fast durchsichtig zu sein. Dummheit und Bosheit strahlten sie aus. Während Artyom versuchte, diesen Blick standzuhalten und vor Anstrengung zu blinzeln begann, spürte er, wie in ihn zum einen die Angst aufstieg, zum anderen der Hass auf dieses Wesen, das hinter diesen trüben Linsen hockte, durch sie in die Welt hinausblickte. »Was soll das, Mann?« fragte der Wachmann mit bedrohlicher Stimme. Er war mehr als einen Kopf größer als Artyom und vielleicht dreimal so breit. Dieser musste an die Sage von David und Goliath denken. Schade nur, dass er sich nicht mehr genau erinnerte, wie er wer war. Jedenfalls endete die Geschichte gut für die Kleinen und Schwachen, und das machte ihn zuversichtlich. »Nicht soll das,« erwiderte er, überrascht von seiner Kaltschnurzigkeit. Wie zu erwarten war, reagierte sein Gegenüber verärgert. Die kurzen, dicken Finger gespreizt, trat er auf Artyom zu und legte ihm eine Hand auf die Stirn. Die Haut auf der Handfläche war gelb, schwielig und stank nach Tabak, gemischt mit Maschinenöl. Artyom hatte keine Gelegenheit, den genauen Geruchscocktail zu definieren, denn der Stirnackige stieß ihn zurück. Wahrscheinlich brauchte er dafür nicht einmal sonderlich viel Kraft. Artyom jedenfalls flog gut anderthalb Meter durch die Luft und warf den hinter ihm stehenden Thus um, sodass beide unbeholfen auf das Stahlgitter fielen, während der Bär ohne Hast an seinen Platz zurückkehrte. Dort wartete jedoch eine Überraschung auf ihn. Kahn hatte sein Gepäck abgeworfen, stand breitbeinig da und hielt Artyoms Sturmgewehr fest in beiden Händen. Demonstrativ entsicherte er und sagte mit leiser Stimme, »Aber, aber, warum denn so grob?« Artyom, der brennend vor Scham noch immer am Boden zappelte und sich zu erheben versuchte, kam diese Frage wie ein dumpfes, warnendes Knurren vor, auf das der finale Sprung folgte. Endlich war er selbst wieder auf den Beinen, riss sich sein altes Gewehr von den Schultern, richtete es auf den Hühnen, entsicherte und lud durch. Nun war er bereit, jederzeit auf den Abzug zu drücken. Sein Herz schlug schneller, Hass überwog nun eindeutig die Angst und er fragte Kahn, »Darf ich ihn?« Artyom wunderte sich selbst darüber, dass er ohne Zögern bereit war, einen Menschen zu töten, der ihn gestoßen hatte. Der verschwitzte Glatzkopf war deutlich zu sehen und die Versuchung abzudrücken war groß. Was auch immer danach kam, jetzt war es am wichtigsten, dieses Arschloch umzulegen, ihn in seinem eigenen Blut zu baden. »Alarm!« brüllte der Stiernackige, als er begriff, was vor sich ging. Mit einer blitzschnellen Bewegung riss Kahn ihm die Pistole aus dem Gürtel, glitt zur Seite und nahm die herbeieilenden Zöllner ins Visier. »Nicht schießen!« rief er dann Artyom zu, und das Bild, das soeben in Bewegung gekommen war, erstarrte erneut. Da waren der Stier auf der Brücke, der mit erhobenen Händen stillhielt, und Kahn, der auf die drei Männer zielte, die es nicht mehr zu ihren aufgestapelten Gewehren geschafft hatten. »Kein Blutvergießen!« sagte Kahn ruhig, und seine Stimme bat nicht, sondern befahl. »Hier gibt es Regeln, Artyom!« Dabei ließ er die drei lebenden Kampfmaschinen nicht aus dem Auge, die ihrerseits ohne Zweifel wussten, welche Durchschlagskraft eine Kalaschnikow auf diese Entfernung entwickelte, und Kahn offensichtlich nicht reizen wollten. »Diese Regeln verpflichten uns, bei Betreten der Station eine Gebühr zu bezahlen.« »Wie hoch ist unser Beitrag?« »Drei Kugeln pro Nase!« sagte der auf der Brücke. »Da geht doch noch was!« bemerkte Artyom und richtete den Lauf seiner Waffe auf die Ländengegend des Gorillas. »Zwei!« stimmte Jena zu. »Starrte Artyom böse an, wagt es aber nicht, etwas zu unternehmen.« »Zahl ihn aus!« sagte Kahn zu Thuss. »Dann sind wir quitt!« Breitwillig wühlte Thuss in den Tiefen seiner Tasche, trat an den Wachmann heran und zählte ihm sechs glänzende, spitz zulaufende Patronen in die Hand. Der Wachmann schloss eilig die Faust und schüttete die Patronen in seine ausgebeulte Jackentasche. Dann hob er die Arme wieder und sah Kahn abwartend an. Dieser hob fragend eine Augenbraue. »Ist die Gebühr damit bezahlt?« Der Dicke nickte finster, ohne die Waffe aus den Augen zu lassen. »Und der Vorfall damit erledigt?« Der Gorilla schwieg. Kahn entnahm dem Ersatzmagazin, das mit Isolierband am Hauptmagazin befestigt war, fünf Patronen und ließ sie in die Tasche des Mannes fallen. Das leichte Klirren glättete dessen angespannte Grimasse, sodass sie wieder ihren üblichen, trägen und herablassenden Ausdruck annahm. »Entschädigung für den moralischen Verlust«, erklärte Kahn, doch seine Worte blieben ohne jede Reaktion. Allein Geld und Gewalt schienen eine dem Hühnen verständliche Sprache zu sprechen. »Du kannst die Hände herunternehmen«, sagte Kahn und hob den Lauf seines Gewehrs, mit dem er die Spieler in Schach gehalten hatte. Artyom tat dasselbe, doch seine Hände zuckten nervös. Er war bereit, den rasierten Schädel des Gorillas jederzeit wieder ins Visier zu nehmen. Er traute diesen Leuten nicht. Aber seine Aufregung war unnötig. Der Wachmann ließ die Arme entspannt hängen und brummte den anderen zu, es sei alles in Ordnung. Dann lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand und ließ mit übertrieben gleichgültiger Miene die Reisenden passieren. Als Artyom an ihm vorbeiging, nahm er noch einmal allen Mut zusammen und blickte ihm in die Augen. Doch der Gorilla nahm die Herausforderung nicht an und sah auf einen Punkt in der Ferne. Einige Schritte weiter hörte Artyom jedoch, wie jemand verächtlich »Grünschnabel« sagte und dann schmatzend auf den Boden spieh. Schon wollte er sich umdrehen, doch Khan, der einen Schritt vorausging, packte ihn am Arm und zog ihn mit sich. Artyom verspürte eine Mischung aus Ärger darüber, diese Beleidigung schlucken zu müssen und Erleichterung, dass er sich der Herausforderung nicht zu stellen brauchte. Sie hatten bereits den Granitboden der Station betreten, als von hinten ein gedehnter Ruf ertönte. »Hey! Gib mir die Kanone zurück!« Khan blieb stehen, schüttelte die länglichen Patronen mit den abgerundeten Kugeln aus dem Magazin der TT, steckte Letzteres wieder hinein und warf dem Dicken die Pistole zu. Dieser fing sie geschickt auf und steckte sie sich routiniert in die Hose, während er verärgert zusah, wie Khan die Patronen auf dem Boden verstreute. »Entschuldige!« Khan breitete die Arme aus. »Nur eine Vorsichtsmaßnahme!« »So heißt das doch, nicht wahr?« Er zwinkerte Thust zu. Kitai Garot unterschied sich von allen übrigen Stationen, die Artyom bisher gesehen hatte. Der große zentrale Saal vermittelte auf fast unheimliche Weise einen Eindruck ungewöhnlicher Weite. Nur an wenigen Stellen wurde er von herabhängenden Glühbirnen beleuchtet. Feuer gab es nirgends. Offenbar war dies hier verboten. In der Mitte des Saals verströmte jedoch eine weiße Quecksilberlampe ihr großzügiges Licht, was Artyom wie ein Wunder vorkam. Aber das Getümmel, das um ihn herrschte, lenkte ihn so sehr ab, dass er nicht viel Zeit hatte, sich dieses Kuriosum anzusehen. Was für eine riesige Station! stieß er erstaunt hervor. Tatsächlich siehst du hier nur die Hälfte, sagte Khan, während er sich umsah und die umhereilenden Menschen beobachtete. Kitai Garot ist genau genommen doppelt so groß. Oh ja, es ist einer der seltsamsten Orte in der Metro. Du hast wahrscheinlich schon davon gehört, dass sich hier verschiedene Linien kreuzen. Die Gleise dort rechts gehören bereits zur Taganska-Krasna-Präsnenskaya-Linie, wo unbeschreiblicher Wahnsinn und totales Chaos herrschen. Hier trifft sie auf deine Linie, die orange Kalushko-Rishskaya. Kitai Garot gehört zu keiner der Föderationen, also sind ihre Bewohner völlig sich selbst überlassen. Ein überaus interessanter Ort. Ich nenne ihn Babylon, aber im positiven Sinne. Die Station war wirklich ein einziger Ameisenhaufen. Entfernt erinnerte sie an den Prospekt Mira, doch war es dort wesentlich kontrollierter und organisierter zugegangen. Artyom musste an Börbens Worte denken. Es gäbe in der Metro bessere Orte als jenen heruntergekommenen Bazar, durch den sie gemeinsam gegangen waren. Entlang der Gleise zogen sich Stände in endlosen Reihen. Der gesamte Saal war mit Zelten und offenen, zeltartigen Konstruktionen übersät. Einige davon hatte man zu Handelsständen umfunktioniert, während in anderen Menschen lebten. Auf manche war zu vermieten gepinselt. Offensichtlich bot man dort Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer an. Während Artyom sich mit Mühe durch die Menge bewegte und sich nach allen Seiten umsah, entdeckte er auf dem rechten Gleis das graublaue Ungetüm eines Zuges, der jedoch nur aus drei Waggons bestand. An der Station herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Es schien, als ob keiner der Bewohner auch nur eine Sekunde schwieg, sondern alle ständig irgendetwas sagten, schrien, sangen, sich über etwas stritten, lachten oder weinten. Aus mehreren Richtungen übertönte sogar Musik das Lärmen der Menge, was eine für das Leben im Untergrund untypische Feststimmung verbreitete. An der WDN-R gab es durchaus Leute, die gerne sangen, aber dort lief alles ganz gemessen und ruhig ab. Auf der Station gab es nur eine Handvoll Gitarren und manchmal versammelte man sich bei jemandem im Zelt zur Entspannung nach der Arbeit. Mitunter auch am Posten bei Meter 300, wo man nicht ständig den Geräuschen aus dem Nordtunnel lauschen musste, bis einem die Ohren abfielen. Leise sangen sie dann zum Klang der Saiten, jedoch meistens von Dingen, die Artyom nicht recht verstand, von Kriegen, an denen er nicht teilgenommen hatte und die nach anderen seltsamen Regeln geführt wurden oder über das Leben dort oben, damals, bevor. Besonders eingeprägt hatten sich ihm die Lieder über den Afghanen, die Andrei, der ehemalige Marineinfanterist, so sehr liebte und von älteren Armeekameraden gelernt hatte, obwohl man darin fast nichts verstand außer der Trauer um die gefallenen Kameraden und den Hass gegen den Feind. Andrei hatte den jungen Männern einmal erklärt, der Afghan sei ein Land. Er erzählte ihnen von Bergen, Pässen, rauschenden Bächen, von Kischlachs, der Vertuschka und Zinksärgen. Was ein Land war, begriff Artyom recht gut, nicht umsonst hätte Sukhoi ihm seinerzeit so manches beigebracht. Doch obwohl er somit ein wenig über die Staaten und ihre Geschichte wusste, blieben Berge, Flüsse und Täler für ihn abstrakte Begriffe. Die Wörter riefen bei ihm nur Erinnerungen an ausgebleichte Bilder in Geografiebüchern hervor, die sein Stiefvater von seinen Unternehmungen mitgebracht hatte. Jedenfalls hatte Artyom an der WD Enja nie Musik wie diese gehört. Er verglich Andréis nachdenkliche melancholische Balladen mit den fröhlichen und spielerischen Melodien, die ihm hier aus verschiedenen Richtungen entgegen kamen und begriff, wie sehr Musik doch den Gemütszustand eines Menschen beeinflussen konnte. Auf der Höhe der am nächsten stehenden Musikanten blieb er unwillkürlich stehen und fand sich in einer kleinen Gruppe von Menschen wieder. Er lauschte weniger den übermütigen Worten des Liedes, das von jemand des Tunnelabenteuern nach einer gehörigen Portion Dur berichtete, als vielmehr der Melodie und beobachtete neugierig die beiden, die dort spielten. Der eine, dessen lange fettige Haare auf der Stirn von einem Lederriemen zurückgehalten wurden, war in irgendwelche bunten Fetzen gekleidet und klampfte auf einer Gitarre, während der andere, schon ein älterer Herr mit einer deutlichen Glatze, einer mehrfach reparierten und mit Isolierband umwickelten Brille und einem alten, ausgebeulten Jackett, ein Blasinstrument bediente, das Khan als Saxophon bezeichnete. Artyom hatte noch nie etwas derartiges gesehen. Die einzigen Blasinstrumente, die er kannte, waren Panflöten, die ein paar geschickte Leute an der WDN-R aus Isolierschläuchen verschiedenen Durchmessers zurechtschnitten, jedoch nur zum Verkauf, denn an der Station selbst mochte man sie nicht. So ähnlich wie ein Saxophon war höchstens noch das Horn, mit dem manchmal Alarm geblasen wurde, wenn die Sirene aus irgendeinem Grund streikte. Auf dem Boden vor den Musikern lag ein offener Gitarrenkoffer, in dem sich bereits ein gutes Dutzend Patronen gesammelt hatten. Jedes Mal, wenn der lauthalsingende Langmähnige etwas besonders Lustiges von sich gab und dazu komische Grimassen schnitt, reagierte die Menge mit frohem Gelächter, applaudierte und eine weitere Patrone flog in die Hülle. Als das Lied zu Ende war, machte der Langhaarige eine Pause und lehnte sich zurück, worauf der Saxophonist sogleich ein Artyom-unbekanntes, aber hier offensichtlich sehr beliebtes Motiv zum Besten gab. Die Leute begannen erneut zu klatschen, und noch ein paar Patronen glitzerten in der Luft und landeten auf dem abgewetzten, roten Samt des Koffers. Kahn und Tuss standen vor der nächsten Auslage und unterhielten sich. Sie ließen Artyom in Ruhe, der wahrscheinlich noch eine ganze Stunde hier stehen und diesen einfachen Liedern hätte zuhören können, wenn nicht plötzlich alles ein abruptes Ende gefunden hätte. Den Musikern näherten sich in typischer Gangstermanier zwei kräftig gebaute zu gestalten. Sie ähnelten denen, die sie am Stationseingang getroffen hatten und waren auch so angezogen. Einer davon ging in die Hocke und begann ohne Umschweife die Patronen aus dem Gitarrenkoffer einzusammeln und in seine Jackentasche zu befördern. Der langhaarige Gitarrist stürzte los, um ihn daran zu hindern, doch der Mann warf den Musiker mit einem Stoß gegen die Schulter zurück, riss ihm die Gitarre aus der Hand und hob sie, als wolle er das Instrument an der Ecke einer Säule zertrümmern. Der zweite Bandit drückte den alten Saxophonisten ohne große Mühe gegen die Wand, als dieser seinem Freund helfen wollte. Von den Umherstehenden wagte es niemand, sich einzumischen. Die Menge war deutlich kleiner geworden, die wenigen, die geblieben waren, sahen weg oder betrachteten interessiert die Waren an den nächstgelegenen Ständen. Artyom empfand heiße Scham für sie und sich selbst. Doch er wagte es ebenfalls nicht, sich einzumischen. Ihr wart doch heute schon da, argumentierte der Langhaarige mit weinerlicher Stimme und hielt sich mit einer Hand die Schulter. Hör mal gut zu, wenn ihr heute einen guten Tag habt, dann haben wir auch einen, kapiert? Und wie kommst du mir denn überhaupt? Lust auf ne Runde Waggon, du schwule Sau? brüllte der Kerl und ließ die Gitarre sinken. Offenbar hatte er sie nur zur Einschüchterung geschwungen. Bei dem Wort Waggon verstummte der Langhaarige sofort und schüttelte hastig den Kopf. So ist recht, Schwuchtel! Der Muskelmann spiel dem Musiker vor die Füße, was dieser schweigend ertrug. Nachdem sie sich überzeugt hatten, dass sein Widerstand gebrochen war, entfernten sich die beiden ohne Hast, bereits auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Artyom blickte sich verwirrt um und bemerkte, dass Tuus neben ihm stand. Er hatte die ganze Szene aufmerksam beobachtet. Wer war das? fragte Artyom. Wonach sehen sie denn deiner Meinung nach aus? Ganoven, was sonst? In Kitalgarot gibt es keine Regierung. Alles wird von zwei Gruppierungen kontrolliert. Diese Hälfte untersteht den slavischen Brüdern. Der ganze Abschaum der Kalusko-Rishskaya-Linie hat sich hier versammelt. Alles Mörder und Banditen. Kaluga nennen sich die meisten, oder auch Riga. Aber natürlich haben sie weder mit Kaluga noch mit Riga irgendwas am Hut. Dort, siehst du, wo die Brücke ist? Tuus deutete auf eine Treppe, die etwa in der Mitte der Station nach oben rechts führte. Da oben gibt es noch einen Saal, der haargenau so aussieht wie der hier. Dort herrscht das gleiche Chaos, aber die Herren sind dort kaukasische Moslems, hauptsächlich Aserbaidschaner und Tschetschenen. Früher herrschte hier Krieg. Jeder wollte dem anderen so viel wie möglich wegschnappen. Am Ende haben sie die Station in zwei Hälften geteilt. Barthiom fragte nicht nach, was diese schwer auszusprechenden Namen bedeuteten. Er vermutete, dass sie von ihm unbekannten Metrostationen abgeleitet waren, von denen all diese Gauner stammten. Derzeit geht es relativ friedlich zu, fuhr Tuss fort. Die Banden nehmen die aus, die in Kitai-Garot Halt machen, um Geld zu verdienen, und verlangen Zoll von Durchreisenden. In beiden Sälen beträgt die Gebühr drei Patronen. Es macht also keinen Unterschied, von wo man die Station betritt. Gesetze gibt es hier nicht. Und eigentlich brauchen sie auch keine. Nur das Feuermachen ist streng verboten. Willst du Dur kaufen? Bitte sehr. Und auch beim Schnaps hat man eine reiche Auswahl. Mit Waffen kannst du dich ja eindecken, damit könnte man die halbe Metro einreißen. Auch die Prostitution läuft prächtig. Allerdings würde ich dir davon eher abraten. Tuss murmelte verlegen etwas von eigenen Erfahrungen. Und was ist mit dem Waggon? fragte Artyom. Der Waggon. Das ist so eine Art Hauptquartier von ihnen. Wenn jemand sich bei ihnen unbeliebt macht, nicht zahlen will, ihnen was schuldet oder so, bringen sie ihn dorthin. Sie haben ein Gefängnis dort und eine Folterkammer. Eine Art Schuldturm, wenn du so willst. Ein Ort, den man unbedingt meiden sollte. Aber sag, hast du Hunger? Artyom nickte. Weiß der Teufel, wie lang es schon her war, seit Khan und er an der Sucharevskaya Tee getrunken und geredet hatten. Ohne Uhr hatte er jegliches Gespür für die Zeit verloren. Die Streifzüge durch die Tunnel und die Abenteuer, die er dabei erlebt hatte, hatten sich möglicherweise stundenlang hingezogen. Oder aber nur wenige Minuten gedauert. Außerdem konnte die Zeit in den Tunneln anders laufen als normalerweise. Wie auch immer. Hunger hatte er. Er sah sich um. Schaschlix, heiße Schaschlix, schrie ein dunkler Händler mit dichtem schwarzem Schnurrbart unter der Hakennase, der unweit von ihnen stand. Er hatte einen seltsamen Akzent, der Artyom noch nie zuvor aufgefallen war. Schaschlix machten sie an der WDN-H auch oft und gerne, aus Schweinefleisch natürlich. Das, was der Verkäufer hier vor sich schwang, hatte jedoch nur entfernt etwas mit einem echten Schaschlix zu tun. Die Stückchen auf den rußgeschwärzten Spießen identifizierte Artyom nach gewissenhafter Prüfung als verkohlte Rattenrümpfe mit verkrümmten Pfoten. Augenblicklich wurde ihm schlecht. Du magst keine Ratten? Fragte Thuess mitleidig und deutete auf den Händler. Die essen dafür kein Schwein. Ist laut Koran verboten. Aber eigentlich sind Ratten halb so schlimm. Er sah sich gierig auf dem rauchenden Kohlebecken um. Früher fand ich es auch eklig. Aber irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Etwas zäh freilich, ein bisschen viel Knochen, und dann stinken sie immer nach irgendwas. Aber diese Abreken können Rattenfleisch zubereiten. Das muss man ihnen lassen. Sie legen es zuerst irgendwie ein, sodass es ganz zart wird. Ein Gedicht. Und dann die Gewürze. Und so viel billiger. Artyom hielt sich den Mund zu, atmete tief ein, versuchte an etwas anderes zu denken, doch vor seinen Augen sah er ständig diese aufgespießten schwarzen Rattenkörper. Die Eisenstange bohrte sich von hinten in den Körper und trat aus dem geöffneten Maul wieder heraus. Naja, wie du meinst. Ich nehme mir jedenfalls was. Du solltest auch zugreifen. Nur drei Kugeln für einen Spieß. Mit diesem letzten Argument trat Thuz an das Kohlebecken heran. Artyom blieb nichts anderes übrig, als Kahn Bescheid zu sagen und sich woanders etwas Genießbares zu suchen. Er ging die ganze Station ab, schlug höflich den Selbstgebrannten aus, der ihm von aufdringlichen Händlern in den unmöglichsten Behältnissen angeboten wurde, und starrte neugierig, aber misstrauisch, die verführerischen, kaum bekleideten Frauen an, die vor ihren halb geöffneten Zelten standen, und den Passanten heiße Blicke zuwarfen. Sie waren vulgär, aber zugleich unverkrampft und frei, ganz anders als die zugeknöpften, vom harten Leben gezeichneten Frauen der WDN-Rar. Auch an den Büchertischen machte er Halt, sah jedoch nichts Interessantes. Zumeist billige, völlig zerfledderte Groschenromane, für Frauen über die große und reine Liebe, für Männer über Mord und Geld. Die Station war etwa 200 Schritt lang, etwas länger als gewöhnlich. Die Wände und die eigenartigen, an eine Ziehharmonika erinnernden Pfeiler, waren mit Marmor verkleidet, meist grau-gelb, an einigen Stellen auch rosa. Entlang der Gleise hingen schwere, ursprünglich wohl gelbe Metallbleche, in die kaum noch erkennbar die Insignien einer vergangenen Zeit eingraviert waren. Doch war all diese lakonische Schönheit in einem beklagenswerten Zustand, hatte nur einen traurigen Seufzer hinterlassen, die Andeutung einstiger Größe. Die Kohlefeuer hatten die Deckel dunkel gefärbt, die Wände waren an vielen Stellen mit Aufschriften aus Farbe oder Ruß und primitiven, oft obszönen Zeichnungen bekritzelt. Vereinzelt waren Marmorstücke herausgebrochen worden, und die Blechornamente waren verbogen und zerkratzt. Von der Mitte des Saals aus gelangte man rechter Hand, über eine kurze, aber breite, brückenartige Treppe, in den zweiten Saal der Station. Artyom wollte schon hinübergehen, als er auf einen eisernen Zaun aus mehreren Absperrungselementen traf, wie er sie vom Prospekt Mira kannte. Neben einem engen Durchgang stützten sich einige Männer auf den Zaun. Auf Artyoms Seite standen die bereits gewohnten Bulldozer in Trainingshosen. Auf der anderen dunkelhaarige und schnauzbärtige Typen, die zwar eine weniger beeindruckende Physis hatten, jedoch ebenfalls keinen sehr spaßigen Eindruck machten. Die Banditen unterhielten sich miteinander, und man mochte kaum glauben, dass sie sich einmal feindlich gegenübergestanden waren. Einigermaßen höflich erklärten sie Artyom, dass ihn der Übergang zur Nachbarstation zwei Patronen kosten würde und er auf dem Rückweg nochmal die gleiche Summe würde abgeben müssen. Aus Erfahrung fing Artyom gar nicht erst an, über die Angemessenheit dieser Summe zu streiten und zog sich wieder zurück. Nachdem er einmal im Kreis gegangen war und aufmerksam die Auslagen begutachtet hatte, kehrte er an das Ende der Station zurück, an der sie angekommen waren. Dort stellte er fest, dass der Saal hier noch nicht zu Ende war. Eine weitere Treppe führte nach oben, über die er in eine kleinere Vorhalle kam, die in der Mitte ebenfalls von einem bewachten Absperrungszaun in zwei Teile getrennt wurde. Offenbar verlief auch hier eine Grenze zwischen den beiden Reichen. Auf der rechten Seite erblickte er zu seinem Erstaunen ein echtes Denkmal, wie er es bisher nur auf Abbildungen gesehen hatte. Allerdings stellte es nicht einen ganzen Menschen in voller Größe dar, sondern nur seinen Kopf. Doch wie groß war dieser? Mindestens zwei Meter hoch. Auch wenn er auf der Oberseite stark verschmutzt war, während die Nase, die offenbar häufig berührt wurde, etwas dümmlich glänzte, flößte er Atiom doch Ehrfurcht ein. Ja, erschreckte ihn sogar. Sofort musste er an einen Riesen denken, dem man im Kampf den Kopf abgeschlagen hatte und nun, in Bronze gegossen, das Marmone Foyer zu diesem Sodom schmückte, das die Menschen tief ins Erdinnere gehauen hatten, um sich vor dem allsehenden Auge des Herrn zu verbergen und der Strafe zu entkommen. Das Gesicht des abgeschlagenen Kopfes war traurig, und Atiom vermutete zuerst, es gehöre Johannes dem Täufer aus dem Neuen Testament, das er einmal durchgeblättert hatte. Doch dann entschied er, dass es sich bei diesen Ausmaßen um einen der Helden aus der Geschichte von David und Goliath handeln musste, an die er gerade erst wieder erinnert worden war. Einer der beiden war groß und stark gewesen, buchstäblich ein Riese. Aber am Ende war er enthauptet worden. Keiner der umhereilenden Bewohner der Station konnte Atiom jedoch erklären, wem dieser Kopf tatsächlich gehörte, was ihn ein wenig enttäuschte. Dafür stieß er neben dem Denkmal auf einen wunderbaren Ort, einen richtigen Kabak, in einem geräumigen, sauberen Zelt von angenehm dunkelgrüner Farbe, so wie bei ihm zu Hause. Im Inneren standen Plastikblumen mit Stoffblättern in den Ecken, warum war unklar, aber schön sah es jedenfalls aus, und ein paar ordentliche Tische mit Öllampen darauf, die das Zelt in warmes Licht tauchten. Und das Angebot war geradezu lukullisch. Zartes, gebratenes Schweinefleisch mit Pilzen. Wie Atiom feststellte, ein Gericht, das auf der Zunge zerging. An seiner Station bekam man Vergleichbares nur an Feiertagen, und selbst dann schmeckte es nicht so fein wie hier. An den Tischen ringsum saßen einige seriös gekleidete, offenbar einflussreiche Händler. Sie schnitten das krossgebratene, nach heißem Fett duftende Fleisch in ordentliche Stücke, kauten ohne Hast, unterhielten sich leise und gepflegt über ihre Geschäfte. Von Zeit zu Zeit blickten sie Atiom mit höflicher Neugier an. Natürlich war es ein teures Vergnügen. Atiom musste dem dicken Wirt aus seinem Ersatzmagazin ganze 15 Patronen auf die breite Hand zählen. Schon bereute er es, sich der Versuchung hingegeben zu haben, doch fühlte es sich in seinem Bauch so wohlig, ruhig und warm an, dass die Stimme der Vernunft besänftigt verstummte. Und dazu ein Krug Braschka, diesen weichen, leicht vergorenen Wein, der so angenehmen Schwindel erzeugte, aber nicht so stark war wie der trübe, selbst gebrannte in den schmutzigen Flaschen und Glasbehältern, bei dessen Geruch einem schon die Knie weich wurden. Gut, noch drei Patronen, aber was sind schon drei armselige Patronen, verglichen mit einer Schale dieses glitzernden Elixiers, das dich mit der Unvollkommenheit dieser Welt versöhnt und dir hilft, deine innere Harmonie wieder zu gewinnen. Atiom trank die Braschka in kleinen Schlucken. Zum ersten Mal in den letzten Tagen fühlte er sich ruhig und geborgen. Er dachte an die bisherigen Ereignisse, versuchte zu begreifen, was er erreicht hatte und wohin er sich nun wenden sollte. Er war ein weiteres Stück vorangekommen und wieder stand er am Scheideweg. Wie der Recke aus den schon fast vergessenen Märchen seiner Kindheit. So weit lag dies zurück, dass er gar nicht mehr wusste, wer sie ihm eigentlich erzählt hatte. Sukhoi, Shenjas Eltern oder seine eigene Mutter. Am besten gefiel ihm der Gedanke, er habe sie von seiner Mutter gehört. Denn dabei schien für Augenblicke ihr Gesicht aus dem Nebel aufzutauchen und er hörte, wie ihm eine Stimme langsam und gemessen vorlas. Es war einmal... Wie jener mythische Held stand Artyom nun vor einem Stein, an dem sich drei Wege verzweigten. Zum Kuzniewski-Most, zur Tretakowskaia oder zur Taganskaia. Genüsslich schlürfte er das benebelnde Getränk, während ihn eine selige Mattigkeit übermannte, ihm das Denken immer schwerer fiel und sich im Kopf die Worte drehten Gehst du geradeaus, verlierst du dein Leben. Gehst du nach links, verlierst du dein Pferd. Dieser Zustand hätte ewig andauern können. Nach all der Aufregung hatte Artyom Ruhe bitter nötig. In Kitai-Garod lohnte es sich, eine Weile zu bleiben, sich umzusehen und die Ansässigen über die verschiedenen Wege auszufragen. Auch müsste er Kahn fragen, ob dieser ihn weiter begleiten würde oder ob sich ihre Wege an dieser seltsamen Station trennten. Doch während Artyoms träge Fantasie sich all das ausmalte und während er erschöpft das kleine Flämmchen beobachtete, das in der Lampe auf dem Tisch tanzte, kam alles auf einmal ganz anders. Das vierte Reich Plötzlich drangen Pistolenschüsse durch das fröhliche Lärmen der Menge. Eine Frau kreischte auf. Irgendwo begann eine Kalaschnikow zu knattern. Der pummelige Wirt riss mit unerwarteter Schnelligkeit ein kurzes Gewehr unter seinem Tresen hervor und stürzte zum Ausgang. Artyom ließ sein halbvolles Weinglas stehen, sprang auf und lief ihm hinterher. Während er sich den Rucksack über die Schulter warf und seine Waffe entsicherte, bedauerte er kurz, dass er im Voraus bezahlt hatte. Dies wäre ein günstiger Moment gewesen, die Zeche zu prellen. Die 18 Patronen hätte er jetzt gut gebrauchen können. Schon von der Treppe aus war deutlich zu erkennen, dass etwas Furchtbares vor sich ging. Getrieben von Neugier kämpfte sich Artyom durch eine panische Menschenmenge, die die Treppe hinaufgestürmt kam. Auf den Gleisen sah er einige Leichen in Lederjacken. Direkt vor ihm auf dem Bahnsteig lag eine tote Frau, das Gesicht nach unten, in einer hellroten Blutlache, die sich langsam nach allen Richtungen ausbreitete. Hastig schritt er über sie hinweg, vermiet es hinabzuschauen, rutschte jedoch aus und wäre beinahe neben ihr hingefallen. Um ihn herum herrschte Panik. Halb entkleidete Menschen sprangen aus ihren Zelten und blickten sich verwirrt um. Einer von ihnen blieb kurz stehen und versuchte hektisch in seine Hose zu steigen, doch plötzlich griff er sich an den Bauch und fiel langsam zur Seite. Woher die Schüsse kamen, konnte Artyom nicht erkennen. Noch immer ertönten Feuersalven. Am anderen Ende des Saals kamen muskelbepackte Jungs in Lederjacken angerannt, schleuderten dabei kreischende Frauen und verängstigte Händler zur Seite. Doch das waren nicht die Angreifer, sondern einige der Banditen, die hier das Sagen hatten. Auf dem gesamten Bahnsteig war niemand zu sehen, der dem Gemetzel Einhalt gebieten konnte. Endlich begriff Artyom, die Angreifer saßen in einem der Tunnel direkt neben ihm und gaben von dort ihre tödlichen Salven ab. Offenbar wagten sie es nicht, sich zu zeigen, doch sobald sie sahen, dass der Widerstand gebrochen war, würden sie sicher die Station stürmen. Das änderte die Lage. Er musste sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Artyom duckte sich und stürzte los, das Sturmgewehr fest in der Hand. Er blickte sich mehrfach um. Wegen des Echos, das den Lärm der Schüsse über das gesamte Gewölbe der Station verteilte, war unklar, ob das Feuer aus dem rechten oder dem linken Tunnel kam. Als er bereits ziemlich weit gelaufen war, riskierte er erneut einen Blick über die Schulter. In der Mündung des linken Tunnels erblickte er einige Gestalten in Tarnanzügen. Beim Anblick ihrer schwarzen Gesichter befrohr ihm das Blut in den Adern. Erst nach einigen Augenblicken kam ihm in den Sinn, dass die Schwarzen, die die WDN-H belagerten, keine Waffen benutzten und keine Kleidung trugen. Die Angreifer hier hatten einfach Strumpfmasken übergezogen, wie man sie bei jedem Waffenhändler kaufen konnte. Die herbeigealten Kaluga warfen sich auf den Boden und eröffneten ihrerseits das Feuer. Sie verschanzten sich einfach hinter irgendwelchen Leichen, die auf den Gleisen lagen. Jemand brach mit einem Gewehrkolben die Spanplatten heraus, die man an die Frontscheibe des Zugwaggons genagelt hatte. Dahinter kam ein getarntes MG-Nest zum Vorschein. Schon donnerte die erste Salve los. Artyoms Blick fiel auf das von hinten beleuchtete Tableau in der Saalmitte, das sämtliche Stationen der Linie anzeigte. Der Angriff kam von der Tritakowskaja. Dieser Weg war also abgeschnitten. Und um zur Taganskaja zu gelangen, hätte er durch die gesamte Station mitten ins Zentrum des Gefechts zurückkehren müssen. Blieb nur noch der Weg zum Kuznetsky Most. Das Dilemma hatte sich also von selbst gelöst. Artyom sprang auf die Gleise und rannte auf den dunklen Eingang des einzigen freien Tunnels zu. Weder Khan noch Thuz waren irgendwo zu sehen. Nur einmal tauchte oben auf dem Bahnsteig eine Gestalt auf, die dem wandernden Philosophen ähnelte, doch nach kurzem Zögern begriff Artyom, dass er sich geirrt hatte. Er war nicht der Einzige, der in dem Tunnel Zuflucht suchte. Viele Menschen waren dort. Irgendjemand heulte hysterisch. Hier und da sah man schwankende Lichtkegel von Taschenlampen und das unstete Flackern russender Fackeln. Jeder versuchte sich seinen eigenen Weg so gut es ging zu beleuchten. Artyom zog Khans Geschenk aus der Tasche und drückte auf den Hebel. Er richtete das schwache Licht der Lampe auf den Boden, um nicht zu stolpern, und hastete vorwärts. Vorbei an kleinen Gruppen flüchtender Menschen, zum Teil ganzen Familien, zum Teil einzelnen Frauen, alten oder auch jungen, kräftigen Männern. Diese schleppten irgendwelche Säcke, die wohl kaum ihnen gehörten. Einige Male half er Leuten auf, die gestürzt waren. Bei einem von ihnen blieb er stehen. Einem grauhaarigen alten Mann, der sich, das Gesicht schmerzverzerrt, gegen die wellige Wand des Tunnels lehnte und eine Hand auf die Herzgegend presste. Ein halbwüchsiger Junge stand daneben, an dessen plumpen Gesichtszügen und glasigen Augen Artyom erkannte, dass er kein normales Kind war. Etwas in Artyom krampfte sich zusammen, als er dieses seltsame Paar erblickte, und obwohl er jede Verzögerung vermeiden wollte, sah er sich außerstande weiterzulaufen. Als der Alte merkte, dass jemand ihnen Aufmerksamkeit schenkte, versuchte er zu lächeln und etwas zu Artyom zu sagen. Doch bekam er nicht genug Luft. Er runzelte die Stirn und schloss die Augen. Artyom beugte sich zu ihm hinab, um zu hören, was er flüsterte. Sogleich stieß der Junge unartikulierte Drohlaute aus, und Artyom sah den Speichelfaden zwischen seinen Lippen, als er seine kleinen gelben Zähne entblößte. Außerstande den auf die Gleise plumpste und kläglich zu greinen begann. »Junger Mann«, presste der Alte hervor, »nicht schlagen. Anitschka, begreif doch nichts.« Artyom zuckte mit den Schultern. »Bitte. Nitro. Glycerin. In der Tasche. Ein Kügelchen. Ich kann nicht...« krechste der Alte mit letzter Kraft. Artyom kramte in der Ledertasche, die auf dem Boden lag, fand schließlich eine neue, noch nicht angebrochene Packung, riss die Folie auf, fing das herausrollende Kügelchen im letzten Moment auf und reichte es dem Alten. Dieser verzog mühsam den Seine Lieder erneut. Artyom betrachtete Auf die Drei am Rand des Tunnels achtete niemand. Der Junge saß noch immer an der gleichen Stelle und wimmerte dumm vor sich hin. Teilnahmslos, ja, mit gewisser Schadenfreude bemerkte Artyom, wie einer der Passanten ihm einen schmerzhaften Tritt versetzte, sodass er aufheulte, mit den Fäusten seine Tränen verschmierte und mit dem Oberkörper hin und her zu schaukeln begann. Inzwischen hatte der Alte die Augen wieder geöffnet. Er seufzte tief und murmelte, ich danke Ihnen vielmals. Jetzt geht es mir besser. Bitte helfen Sie mir auf. Während er sich mühsam erhob, stützte Artyom seinen Arm von unten, warf sich das Gewehr über die Schulter und nahm seine Tasche. Der Alte schlurfte zu dem Jungen hinüber und redete zärtlich auf ihn ein. Dieser zischte böse, als er Artyom ansah. Wieder tropfte ihm Speichel von der Unterlippe. Verstehen Sie, ich habe das Medikament gerade erst gekauft, brach es aus dem Alten hervor, der nun wieder ganz zu sich den weiten Weg hierher gemacht. Bei uns bekommt man es nicht, wissen Sie, keiner bringt es zu uns. Mein Vorrat war schon fast zu Ende. Die letzte Tablette hatte ich auf dem Weg hierher genommen, als sie uns an der Pushkinskaja nicht durchlassen wollten. Wissen Sie, dort sind jetzt die Faschisten, eine Zumutung sondergleichen, einfach unfassbar. Faschisten an der Pushkinskaja. Wie ich gehört habe, wollen Sie die Station sogar umbenennen, in Hitlerovskaya oder Schillerovskaya, wenn ich mich recht erinnere, obwohl Sie von Schiller natürlich keine Ahnung haben. Stellen Sie sich vor, diese Kerls mit den Hakenkreuzen wollten uns nicht durchlassen und fingen an, Wanietschka zu ärgern. Und was konnte er Ihnen schon antworten, der arme Junge mit seiner Krankheit? Ich habe mich furchtbar aufgeregt und erst als mein Herz Probleme machte, ließen sie uns laufen. Warum sag ich das? Ach ja, verstehen Sie, ich hatte es absichtlich so tief wie möglich verstaut, damit sie es nicht finden, wenn eine Kontrolle kommt. Nicht jeder weiß schließlich, wozu das Mittel dient. Jemand könnte es falsch verstehen. Und plötzlich diese Schüsse. Ich bin gelaufen, so gut ich konnte und Wanietschka musste ich auch noch mitziehen. Er hatte nämlich diese Hähnchen am Spieß gesehen und wollte gar nicht mehr weg. Anfangs ging es noch ganz gut, ich dachte, vielleicht wird es besser, auch ohne Medizin. Heutzutage ist ja so viel wert wie Gold. Doch dann ist mir klar geworden, dass daraus nichts wird. Ich wollte gerade eine Tablette herausholen, als ich zusammenklappte. Und Wanietschka versteht doch nichts. Schon so oft habe ich versucht, ihm beizubringen, dass er mir die Tabletten bringt, wenn es mir schlecht geht, aber er begreift es nicht. Entweder isst er sie selber oder er holt sie mir, wenn ich sie gar nicht brauche. Ich bedanke mich natürlich und lächle ihn an und er lächelt, wissen sie, richtig glücklich. Und dann lallt er fröhlich vor sich hin. Aber dass er sie mir zur rechten Zeit bringt, hat noch kein einziges Mal geklappt. Stellen sie sich nur vor, wenn mir etwas passiert. Niemand wird sich um ihn kümmern. Ich darf gar nicht daran denken, was dann aus ihm wird. Der Alte redete und redete. Dabei blickte Artyom immer wieder in die Augen, dass es diesem richtig unangenehm wurde. Obwohl der Alte mit aller Kraft vor sich hin humpelte, hatte Artyom das Gefühl, dass sie zu langsam vorwärts kamen. Immer weniger Menschen überholten sie, bald würden sie die Letzten sein. Wanieczka stapfte schwerfällig neben dem Alten her, dessen rechte Hand er fest umklammert hielt. Sein Gesicht war wieder so unbekümmert wie zuvor. Von Zeit zu Zeit streckte er die andere Hand aus und leillte aufgeregt los, wenn er einen Gegenstand entdeckt hatte, den andere auf der Flucht fortgeworfen oder verloren hatten. Manchmal rief er aber auch nur in die Dunkelheit hinein, die sich nun immer mehr verdichtete. Darf ich fragen, wie Sie heißen, junger Mann? Wir unterhalten uns hier einfach so, ohne uns einander vorgestellt zu haben. Artyom? Sehr angenehm. Ich bin Michael Pafirjevich. Ja, Pafirjevich. Ganz recht. Mein Vater ein ungewöhnlicher Name. In der Sowjetzeit fragten uns gewisse Organisationen deswegen sogar aus. Damals waren ja andere Namen in Mode. Vladilen, Stalina und so weiter. Und woher kommen Sie? Von der WDN-Rah. Wanieczka und ich kommen von der Barrikatnaia. Ich habe früher nicht weit von der Station gelebt. Der alte lächelte verlegen. Wissen Sie, dort stand einmal direkt neben der Metro. Aber womöglich wissen Sie gar nicht, was Hochhäuser sind. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ja, das spielt natürlich keine Rolle. Ich hatte eine kleine Zweizimmerwohnung, ziemlich weit oben, mit einem wunderschönen Blick auf das Stadtzentrum. Nicht groß, aber sehr gemütlich. Eichenpaket natürlich, wie in allen Wohnungen dort. Und eine Küche mit Gasherd. Mein Gott, heute denke ich, was für ein Luxus. So ein Gasherd. Aber damals wollte ich unbedingt einen elektrischen haben. Allerdings reichten meine Ersparnisse nicht. Gleich wenn man reinkam, ging rechts an der Wand die Kopie eines Tintoretto-Bildes in einem schönen vergoldeten Rahmen. Und ein echtes Bett gab es da mit Kissen und Laken. Immer sauber. Dazu ein großer Arbeitstisch mit so einer Stehlampe mit Federn. Wie hell die leuchtete. Und die Bücherregale gingen bis zur Decke. Ich hatte von meinem Vater eine große Bibliothek geerbt und selbst auch gesammelt, beruflich und aus Interesse. Aber was erzähle ich Ihnen das alles? Das interessiert Sie doch gar nicht, dieses Geschwätz eines alten Mannes. Doch ich muss heute noch daran denken, das fehlt mir einfach sehr, verstehen Sie? Besonders der Tisch und die Bücher. Und in letzter Zeit sehne ich mich vor allem nach dem Bett. Hier unten muss man natürlich bescheidener sein. An der Barrikadna haben wir selbst gebaute Holzbritschen, wissen Sie? Manchmal muss ich auch auf dem Boden schlafen, auf irgendeinem Fetzen. Aber das macht nichts. Michael Parfiryewitsch deutete auf seine Brust. Worauf es ankommt, ist innen, nicht außen. Hauptsache, man bleibt im Inneren derselbe. Hauptsache, man hält ein gewisses Niveau. Was die Bedingungen angeht, zum Teufel mit ihnen den Bedingungen. Obwohl, nach dem Bett, wissen Sie, besonders. Er schwieg nicht eine Minute. Und Artyom hörte interessiert zu, obwohl er sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man in einem Hochhaus wohnte. Und wie das war, wenn man einen Blick auf etwas hatte. Oder wenn man in wenigen Sekunden oben ankam, weil man nicht die Treppe benutzte, sondern einen Aufzug. Als Michael Pafirjevic für kurze Zeit innehielt, um Luft zu schöpfen, nutzte Artyom die Pause, um das Gespräch in die richtige Bahn zu lenken. Sein Weg führte jetzt wohl oder übel über die Puskinskaia oder Hitler Puskinskaia von woher auf die Tschechowskaia würde umsteigen müssen, um sich dann weiter bis zur Polis durchzuschlagen. Also warf er schnell ein, sind das an der Puskinskaia denn wirklich Faschisten? Was sagen sie? schnaufte der Alte verwirrt. Faschisten? Ja, wissen sie, die sind tatsächlich richtig kahl rasiert und tragen auch diese Armbinden. Einfach furchtbar. Über dem Eingang zur Station und auch überall sonst hängt ihr Zeichen. Eine schwarze Figur in einem roten Kreis, der von einer Linie durchkreuzt wird. Früher bedeutete das kein Durchgang. Ich dachte, das sei ein Fehler. Es gab einfach zu viele von diesen Zeichen. Und als ich so unvorsichtig war zu fragen, stellte sich heraus, dass das ihr neues Symbol ist. Es bedeutet, dass für die Schwarzen der Zutritt verboten ist. Oder sie selbst sind verboten. Jedenfalls irgendeine Idiotie. Bei den letzten Worten des alten Mannes zuckte Artyom zusammen. Er warf einen verängstigten Blick auf Michael Pafirjevic. Dort gibt es wirklich Schwarze? Sind sie tatsächlich schon so weit gekommen? In seinem Kopf wirbelten die Gedanken wie ein durchgedrehtes Karussell. Wie war das möglich? Er war noch nicht einmal eine Woche unterwegs. War die Wedienja etwa schon gefallen? Griffen die Schwarzen bereits die Pushkinskayer an? War seine Mission zu Ende? kam 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 er zu spät? War er gescheitert? War alles umsonst gewesen? Nein, es war unmöglich, es hätte sicher Gerüchte gegeben. Michael Pafirjevic sah ihn besorgt an, trat einen Schritt zur Seite und fragte vorsichtig, welcher Ideologie hängen Sie denn an, wenn ich fragen darf? Ich, naja, eigentlich keiner, stotterte Artyam. Warum? Ähm, und wie stehen Sie zu anderen Völkern, den Kaukasiern zum Beispiel? Was haben denn die Kaukasier damit zu tun? Jedenfalls kenne ich mich mit Nationalitäten nicht besonders gut aus. Naja, Franzosen oder Deutsche, früher gab es noch die Amerikaner, aber von denen ist ja wahrscheinlich niemand übrig geblieben. Doch von den Kaukasiern kenne ich, ehrlich gesagt, niemanden. Sie nennen die Kaukasier Schwarze, erklärte Michael Pafirjevic. Dabei sind es völlig normale Menschen. Nur diese Mordgesellen glauben, dass sie sich von ihnen irgendwie unterscheiden und machen deshalb Jagd auf sie. Einfach bestialisch. Stellen Sie sich nur vor, an der Decke über den Gleisen haben sie Haken montiert. An einem davon hing ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wanieczka hat sich natürlich aufgeregt, hat mit dem Finger auf ihm gezeigt und etwas gebrabbelt. Und da ist er diesen Unmenschen erst aufgefallen. Als er seinen Namen hörte, drehte sich der Junge um und warf einen langen, trüben Blick auf den Alten. Artem hatte den Eindruck, dass er zuhörte. Er sogar zum Teil verstand, worum es ging. Und da wir schon von Völkern sprechen, fuhr Michael Pafirjewitsch fort, offenbar verehren sie dort besonders die Deutschen, denn die haben ihre Ideologie erfunden, aber das wissen sie ja ganz sicher, wem erzähle ich das? Artem nickte unbestimmt, um nicht ganz so ungebildet dazustehen. Überall hängen deutsche Adler, Hakenkreuze, irgendwelche deutschen Sprüche, Hitlerzitate von Heldenmut und Stolz und Ähnlichem. Auch Paraden halten sie ab und Aufmärsche. Als wir dort standen und ich sie zu überreden versuchte, dass sie Wadnetschka in Ruhe lassen, marschierte gerade ein Trupp die Station entlang und sang deutsche Lieder dazu, irgendwas von der Größe des Geistes und der Verachtung des Todes. Eigentlich haben sie es mit der deutschen Sprache richtig getroffen. Das Deutsche ist für solche Dinge wie geschaffen. Ich spreche es nämlich ein Notizblock hervor, wobei er ganz aus dem Tritt kam. Warten Sie eine Sekunde. Leuchten Sie doch bitte hierher, wenn es recht ist. Wo war es denn? Ah, hier! In dem gelben Lichtkreis sah Artiem hüpfende lateinische Buchstaben, die ordentlich auf dem Notizblatt angeordnet und sogar mit einem Rahmen mit rührenden Vignetten versehen waren. Besitz stirbt, Sippen sterben, du selbst stirbst wie sie. Eins weiß ich, das ewig lebt, des Toten Taten Ruhm. Artiem konnte lateinische Buchstaben lesen. Er hatte es nach einem uralten Schulbuch gelernt, das er in der Stationsbibliothek ausgegraben hatte. Unruhig sah er sich um und leuchtete noch einmal auf den Block. Natürlich verstand er nichts davon. Was ist das? fragte er und zog Michael Parferjevich weiter, der den Block eilig in die Tasche stopfte und versuchte, Vanjetschka anzutreiben. Doch dieser sträubte sich aus irgendeinem Grund und begann unzufrieden zu knurren. Ein Gedicht, erwiderte der Alte leicht gekränkt, wie es Artyom schien. Zum Gedenken an die gefallenen Soldaten. Hören Sie, wie es im Deutschen donnert? Des Toten Taten Ruhm. Da läuft es einem doch eiskalt den Rücken runter. Plötzlich verstummte er, vielleicht weil er sich seiner Begeisterung schämte. Einige Zeit gingen sie schweigend weiter. Artyom war wütend auf den Umstand, dass sie nun tatsächlich die Letzten waren, ohne zu wissen, was hinter ihnen geschah, und weil sie mitten im Tunnel stehen geblieben waren, um irgendein Gedicht zu lesen. Doch gegen seinen Willen ließ er dessen letzte Worte über seine Zunge rollen und musste plötzlich an Vitalik denken. Vitalik der Nörgler, mit dem sie damals zum botanischen Garten gegangen waren. Vitalik den Banditen bei einem Überfall vom Südtunnel aus erschossen hatten. Dieser Tunnel hatte immer als sicher gegolten, weshalb man Vitalik dorthin abgeordnet hatte, obwohl er gerade erst 18 Jahre alt war und Artyom sogar erst 16. An dem Abend wollten sie Schenja besuchen gehen, dem ein Händler gerade frisches, angeblich ganz besonderes Dua mitgebracht hatte. In den Kopf hatten sie ihn getroffen. Das Loch vorne auf der Stirn war nur ganz klein gewesen, dafür hatte es ihm den halben Hinterkopf weggerissen. Mehr hatte es nicht gebraucht. Du stirbst? Aus irgendeinem Grund fiel Altium das Gespräch zwischen Hunter und Sukhoi ein, und er hörte seinen Stiefvater deutlich sagen, vielleicht ist dort ja gar nichts. Du stirbst und es gibt keine Fortsetzung. Schluss. Nichts bleibt mehr. Irgendjemand wird sich vielleicht noch an dich erinnern, aber auch nicht lange. Deine Sippen sterben. Oder wie hatte es geheißen? Artjom schauderte und als Michal Parpirjevic nach kurzer Zeit die Stille wieder unterbrach, war er ganz froh darüber. Sie haben nicht zufällig den gleichen Weg wie wir? Nur bis zur Puschkinska, ja? Sie werden dort doch nicht aussteigen wollen. Das würde ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen. Sie können sich nicht vorstellen, was dort vor sich geht. Vielleicht kommen Sie doch lieber mit zu uns, zur Barrikat naja. Ich würde mich liebend gerne mit Ihnen unterhalten. Wieder konnte Artjom nur nicken und etwas Unverständliches murmeln. Schließlich konnte er nicht dem erstbesten, selbst so einem harmlosen Alten, einfach das Ziel seiner Reise verraten. Auf diese Weise abgespeist, verstummte auch Michael Pafirjevic wieder. Ziemlich lange gingen sie, ohne dass jemand etwas sagte. Hinter ihnen schien alles ruhig zu bleiben, sodass Artjom endlich ein wenig lockerer wurde. Bald wurden in der Ferne Lichter erkennbar, zunächst schwach, dann immer heller. Sie näherten sich der Station Kuznetski Most. Die dort herrschenden Regeln waren Artjom nicht also beschloss er seine Waffe lieber so gut wie möglich wegzupacken. Er wickelte sie in ein gestreiftes Hemd und steckte sie tief in den Rucksack. Der Kuznetski Most war eine bewohnte Station und etwa 50 Meter vor dem Aufgang zum Bahnsteig befand sich mitten auf dem Gleis ein durchaus ansehnlicher Kontrollpunkt. Allerdings nur ein einziger mit einem Scheinwerfer, der jedoch nicht verhüllt. Daneben saß ein beleibter Mann in einer abgetragenen grünen Uniform und löffelte einen undefinierbaren Brei aus einer zerkratzten Soldatenschüssel. Zwei weitere Männer in ähnlichem Aufzug und mit groben Armeegewehren über der Schulter kontrollierten penibel die Pässe der Ankömmlinge. Vor ihnen hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Die letzten Flüchtlinge aus Gitaigarod, die an Artyom vorbeigelaufen waren, während er sich mit Mikhail Pafirjevic und Vanjetschka abgemüht hatte. Die Soldaten ließen die Leute nur langsam und unwillig passieren. Einem jungen Mann hatten sie sogar den Zutritt verweigert und nun stand er verwirrt und ratlos an der Seite und versuchte sich immer wieder dem Kontrolleur zu nähern, der ihn jedes Mal zurückstieß und den Nächsten heranrief. Jeder der Ankömmlinge wurde sorgfältig durchsucht. Bei einem Mann entdeckten die Kontrolleure eine Makarov, stießen ihn aus der Reihe und als er versuchte zu protestieren, nahmen sie ihn in Polizeigriff und führten ihn ab. Artyom sah sich unruhig um, denn ihm schwarnte Übles. Michael Pafirjevic blickte ihn verwundert an, worauf Artyom ihm zuflüsterte, er sei ebenfalls bewaffnet. Doch Michael Pafirjevic nickte beruhigend und versprach, es werde nichts passieren. Artyom sah den Alten zweifelnd an, der nur lächelte und geheimnisvoll schwieg. Bald waren sie an der Reihe. Die Grenzer waren gerade dabei, den Plastiksack einer unglücklichen Frau von vielleicht 50 Jahren auszuräumen. Diese begann sofort zu schimpfen, bezeichnete sie als Ungeheuer und Schande für die Menschheit. Innerlich musste Artyom ihr Recht geben. Nachdem der Wachmann eine Weile in der Tüte herumgekramt hatte, zog er mit zufriedenem Pfeifen aus einem Haufen dreckiger Unterwäsche ein paar Infanterie Granaten hervor und Zeugt, nun eine rührende Geschichte von einem Enkelsohn zu hören, der diese seltsamen Dinger für seine Arbeit als Schweißer brauchte oder etwas in der Art. Doch stattdessen trat die Frau einige Schritte zurück, stieß einen zischenden Fluch aus und stürzte zurück in den Tunnel, um sich in der Dunkelheit zu verbergen. Der MG-Schütze stellte den Napf beiseite und griff nach seiner Maschine, aber einer der Grenzer, offenbar der Befehlshaber des Postens, hielt ihn mit einer Geste zurück. Während der Schütze enttäuscht schnaubte und sich wieder seinem Brei widmete, trat Michael Pafirjevic einen Schritt vor und hielt seinen Pass bereit. Zu Artjoms Erstaunen blätterte der Wachmann das Dokument des Alten nur schnell durch und ließ Vanieczka völlig außer Acht, als ob dieser gar nicht existierte. Dann war Artjom an der Reihe. Er hielt dem hageren, schnauzbärtigen Mann seine Papiere hin und dieser begann jede Seite peinlich genau zu überprüfen. Besonders lange verweilte er mit seiner Taschenlampe auf den Stempeln. Mindestens fünfmal vergliche Artjoms Gesichtszüge mit dem Foto und räusperte sich dabei misstrauisch, während Artjom freundlich lächelte und versuchte so unschuldig wie möglich auszusehen. Der Pass ist ein sowjetisches Muster. Warum? fragte der Grenzer streng. Offenbar hatte er sonst nichts gefunden, woran er etwas hätte aussetzen können. Als es noch die echten Pässe gab, war ich zu klein, erklärte Artjom. Später hat unsere Administration dann die erstbeste Vorlage genommen, die zu finden war. Der Schnauzbärtige runzelte die Stirn. Nicht ordnungsgemäß. Öffnen Sie Ihren Rucksack. Wenn er das Gewehr findet, muss ich bestenfalls wieder umkehren, dachte Artjom. Aber wenn sie es beschlagnahmen, erwischte sich den Schweiß von der Stirn. Michael Parfieliewicz trat nah an den Wachmann heran und flüsterte ihm zu. Konstantin Alexejewicz, dieser junge Mann ist mein Bekannter. Ein überaus anständiger junger Mann. Ich kann persönlich für ihn bürgen. Der Grenzer hatte Artjoms Rucksack bereits geöffnet und zu dessen Entsetzen seine Hand hineingesteckt. Nun sagte er trocken Fünf Und während Artjom noch rätselte, was er damit meinte, zog Michael Parfieliewicz eine Handvoll Patronen hervor und zählte dem Kontrolleur fünf davon in die halb geöffnete Feldtasche an seiner Seite. Inzwischen jedoch war Konstantin Alexejewiczs Hand weiter gewandert und sein Gesicht hatte einen interessierten Ausdruck angenommen. Fünfzehn sagte er ungerührt. Artjom nickte, zählte seinerseits zehn Patronen ab und ließ sie in eben jener Tasche verschwinden. Kein einziger Muskel zuckte im Gesicht des Grenzers. Er machte nur einen Schritt zur Seite. Der Weg zum Kosnetski Most war frei. Tief beeindruckt von der eisernen Haltung des Mannes ging Artjom weiter. Die nächsten fünfzehn Minuten verbrachte er in erregter Diskussion mit Michael Pafirjevic, der sich standhaft weigerte, die fünf Patronen von Artjom entgegen zu nehmen, da er doch viel tiefer in dessen Schuld stehe und dergleichen mehr. Der Kosnetski Most unterschied sich nicht besonders von den meisten anderen Stationen, die Artjom auf seiner Reise gesehen hatte. Der gleiche Marmor an den Wänden, der gleiche Granitboden, nur die Bögen waren hier höher und breiter, wodurch die Station besonders groß erschien. Das eigentlich Erstaunliche befand sich auf den beiden Gleisen. Dort standen zwei komplette Züge, unfassbar lang und riesig, fast über die gesamte Länge der Station. Ihre Fenster wurden von einem warmen Licht erhellt, das durch verschiedenfarbige Vorhänge nach draußen drang. Die Türen standen weit geöffnet. Ein einladender Anblick. Noch nie seit Atjom denken konnte, hatte er etwas derartiges gesehen. Sicher, er erinnerte sich noch verschwommen an Züge mit hellen quadratischen Fenstern, die heulend an ihm vorbeirasten. Doch dies waren weit entfernte, undeutliche Kindheitserinnerungen, wie alle Gedanken an die Vergangenheit. Kaum versuchte man sich etwas im Detail vorzustellen, Einzelheiten im Gedächtnis zu rekonstruieren, schon löste sich das nebulöse Bild wieder auf, zerrann wie Wasser zwischen den Fingern, und am Ende blieb nichts davon übrig. Seit damals hatte er nur den Zug im Tunnel an der Ryskaya und die vereinzelten Waggons in Kitai-Garot und am Prospekt Mira gesehen. Artyom blieb wie versteinert stehen, starrte die Züge an und zählte die Waggons auf der gegenüberliegenden Seite, bis sie ganz am Ende neben dem Übergang zur roten Linie im Dunkeln verschwanden. Dort hing, von einem exakten elektrischen Lichtkreis der Dunkelheit entrissen, eine rote Fahne von der Decke, unter der zwei bewaffnete Soldaten in grüner Uniform Haltung angenommen hatten. Aus der Ferne sahen sie klein und irgendwie komisch aus, wie Spielzeug Soldaten. Artyom hatte drei davon gehabt, früher, als er noch mit seiner Mutter gelebt hatte. Der eine, ein Offizier, hielt eine winzige Pistole gezückt und schrie etwas nach hinten. Wahrscheinlich rief er seiner Soldaten auf, ihm in die Schlacht zu folgen. Die beiden anderen standen stramm, das Gewehr vor die Brust gedrückt. Die Soldaten stammten wahrscheinlich aus verschiedenen Sammlungen, denn man konnte mit ihnen überhaupt nicht spielen. Der Offizier lief in die Schlacht, während seine tapferen Krieger still und steif dastanden, wie die beiden Grenzsoldaten der roten Linie und vom Krieg nichts wissen wollten. Seltsam. An diese Spielfiguren erinnerte er sich noch genau, das Gesicht seiner Mutter jedoch wollte ihm einfach nicht mehr einfallen. Der Kuznetski-Most wurde relativ gut in Schuss gehalten. Wie an der WDN-Rawah war hier die Notbeleuchtung in Betrieb. Die Decke entlang zog sich eine rätselhafte Stahlkonstruktion. Vielleicht hatte sie früher zur Beleuchtung des Bahnsteigs gedient. Außer den beiden Zügen war an dieser Station absolut nichts Außergewöhnliches. Artyom konnte seine Enttäuschung vor Mikhail Pafirjevic nicht verbergen. Ich habe immer davon gehört, dass es in der Metro so viele wunderschöne Stationen gibt. Aber wenn ich jetzt hinschaue, sind sie fast alle gleich. Ich bitte Sie, junger Mann. Es gibt prachtvolle Stationen, das glauben Sie gar nicht. Die Kamsamolska ja zum Beispiel. Eine der Ringstationen ist ein wahrer Palast. Dort gibt es riesige Deckengemälde, zwar mit Lenin und all diesem Zeug, aber was sag ich da bloß? Mikhail Pafirjevic senkte die Stimme. Sie müssen wissen, hier wimmelt es von Schnüfflern, Agenten von der Sakalnitscheskaia-Linie, ähm, der Ruten natürlich. Verzeihen Sie, ich bin einfach die alten Namen gewohnt. Jedenfalls sollten wir hier vorsichtig sein. Die lokalen Behörden sind zwar offiziell unabhängig, wollen sich aber mit den Roten nicht anlegen. Wenn die jemanden ausgeliefert haben möchten, kann es durchaus sein, dass sie ihn auch bekommen. Ganz zu schweigen von möglichen Anschlägen. Er blickte sich ängstlich nach allen Seiten um. Kommen Sie, wir suchen uns einen Platz, wo wir uns ausruhen können. Ich bin ehrlich gesagt furchtbar erschöpft. Und auch Sie, scheint mir, könnten ein wenig Schlaf gebrauchen. Wir übernachten hier und morgen geht es weiter. Artyam nickte. Dieser Tag war tatsächlich endlos lang und anstrengend gewesen. Er brauchte dringend eine Pause. Mit einem neidvollen Blick auf die Züge folgte er Michael Pafiriewicz. Aus den Waggons drangen fröhliches Lachen und laute Gespräche. In den Türöffnungen, an denen sie vorübergingen, standen Männer, müde von der Arbeit, rauchten und unterhielten sich gepflegt mit ihren Nachbarn über die Ereignisse des vergangenen Tages. An einem Tisch saßen ein paar alte Frauen und tranken Tee unter einer kleinen Lampe, die an einem zottigen Kabel hing. Kinder tobten umher. Auch dies war für Artyom ungewohnt, denn an der WDN-Java war die Situation immer äußerst gespannt und die Menschen rechneten stets mit dem Schlimmsten. Zwar versammelte man sich dort abends schon auch, um gemeinsam mit Freunden in Ruhe in einem Zelt zu sitzen, doch dass alle Türen weit offen standen, dass man einander einfach so besuchte und überall Kinder herumliefen, das gab es bei ihnen nicht. Irgendwie ging es den Menschen hier zu gut. Schließlich fragte Artyom, »Wovon leben die hier?« »Ach, das wissen Sie nicht. Dies ist der Kuznetsky Most. Hier gibt es die besten Techniker und die größten Werkstätten der Metro. Die Sakalnitscheskaya-Linie lässt hier all ihre Geräte reparieren und sogar vom Ringen kommen sie hierher. Diese Station ist in ständigem Aufschwung. Hier sollte man leben.« Michael Pafirjewitsch seufzte verträumt. »Aber in dieser Hinsicht sind Sie ganz streng.« Vergebens, hoffte Artyom, Sie könnten sich in einen der Waggons schlafen legen. In der Mitte des Saals standen eine Reihe großer Zelte, ähnlich denen, die sie an der WDN-Jahr hatten, und auf dem ersten war in geraden, mit Schablone gemalten Buchstaben das Wort »Hotel« zu lesen. Eine lange Schlange von Flüchtlingen wartete davor, doch Michael Pafirjewitsch rief den Verwalter beiseite, klimperte mit dem Metall in seiner Tasche, flüsterte ihm irgendetwas Magisches ins Ohr, das mit »Konstantin Alexejewitsch« begann, und das Problem war gelöst. »Hier entlang«, bedeutete der Verwalter ihn mit einladender Geste, und Vanjetschka gab ein freudiges Gestammel von sich. Sogar Tee bekamen sie, ohne dass sie etwas zuzahlen mussten, und die Matratzen auf dem Boden waren so weich, dass Artyom, der einfach auf sein Lager geplumpst war, gar nicht mehr aufstehen wollte. Halbliegend blies er vorsichtig auf den Aufguss in seinem Becher und hörte dem Alten aufmerksam zu, der mit brennenden Augen erzählte. »Es ist gar nicht so, dass sie die ganze Linie beherrschen. Das traut sich zwar niemand zu sagen, und die Roten würden es niemals zugeben, aber die Universität entzieht sich ihrer Kontrolle, und alles, was dahinter liegt, auch. Oh ja, die rote Linie verläuft nur bis zur Spartivnaja. Dahinter kommt nämlich eine besonders lange Strecke, wissen Sie. Vor langer Zeit gab es dort einmal eine Station mit Namen Leninskirgori, die dann irgendwann umbenannt wurde, aber ich halte mich lieber an die alten Namen. Jedenfalls hinter den Leninbergen kommen die Gleise an die Oberfläche und führen auf einer Brücke über einen Fluss. Bei der Explosion wurde diese Brücke stark beschädigt und stürzte dann ziemlich bald ein. Also gab es zur Universität fast von Anfang an keine Verbindung. Barthiom nahm einen Schluck und genoss das süße Gefühl der Erwartung. Gleich würde er etwas über das Geheimnisvolle und Außergewöhnliche erfahren, das jenseits der über den Abgrund ragenden Gleise der roten Linie begann, weit im Südwesten der Stadt, Wanieczka kaute heftig auf seinen Fingernägeln herum, hielt dann und wann inne, um die Früchte seines Tuns zu begutachten und setzte seine Beschäftigung sogleich fort. Barthiom betrachtete ihn schon fast mit Sympathie. Er merkte, dass er diesem arglosen Geschöpf dankbar dafür war, dass es schwieg. Wissen Sie, wir haben an der Barrikatna ja einen kleinen Zirkel gegründet. Wir treffen uns abends. Manchmal kommen noch ein paar von der Uliza, Tysaczu, Tevezot, Piotrwagoda rüber. Von der Puschkinskaya haben Sie ja alle Andersdenkenden verjagt. Und so ist auch Anton Petrovic zu uns gezogen. Es ist natürlich nichts Besonderes. Nur Gespräche über Literatur, naja, und manchmal auch über Politik, sozusagen. Dort an der Barrikatna ja mögen Sie Gebildete auch nicht besonders. Wissen Sie, was man da alles hört, dass wir lausige Intelligenzler sind oder eine fünfte Kolonne. Also verhalten wir uns ganz ruhig. Jedenfalls behauptet Jakov Josifowitsch, dass die Universität nicht untergegangen ist. Dass es dort gelungen sei, die Tunnel zu verbarrikadieren und dass dort noch Menschen leben. Und zwar nicht nur einfach Menschen, sondern, Sie müssen wissen, dort befand sich einmal die Moskauer Staatliche Universität, nach der die Station schließlich auch benannt ist. Angeblich soll es einem Teil der Professoren und Studenten dort gelungen sein, sich zu retten. Unter der Uni gibt es ja riesige Schutzbunker, gebaut noch zu Stalins Zeiten, und diese sind, soweit ich weiß, durch besondere Gänge mit der Metro verbunden. Angeblich hat sich dort eine Art intellektuelles Zentrum gebildet. Na, wahrscheinlich sind es bloß Legenden, dass dort gebildete Menschen an der Macht sind. Ein Rektor, die drei Stationen bis zum Ende der Linie regiert und diese jeweils von einem gewählten Dekan geführt werden, dass auch die Wissenschaft dort nicht stillsteht. Immerhin sind es Studenten, Doktoranden, Dozenten. Es heißt, unser kulturelles Erbe gerät dort nicht in Vergessenheit, so wie bei uns. Anton Petrovic, sagt sogar, ein befreundeter Ingenieur, habe ihm einmal insgeheim erzählt, sie hätten dort eine Methode erfunden, wie man an die Oberfläche gehen kann. Sie hätten eigene Schutzanzüge entwickelt, und manchmal tauchten ihre Kundschafter in der Metro auf. Das klingt doch unglaublich, nicht wahr? Michael Pafirjevic blickte Artyom in die Augen und dieser bemerkte in seinem Blick etwas Sehnsüchtiges, eine schüchterne, müde Hoffnung. Also räusperte er sich kurz und erwiderte so überzeugt wie möglich, »Warum? Ich finde, das ist durchaus realistisch. Es gibt ja auch zum Beispiel die Polis. Wie ich gehört habe, sollen dort auch... Oh ja, ein wunderbarer Ort. Nur, wie soll man dort jetzt hingelangen? Außerdem wurde mir gesagt, dass im Rat die Macht wieder den Offizieren zugefallen ist. Artyom hob die Augenbrauen. In welchem Rat? Die Polis wird von einem Rat regiert, der sich aus den einflussreichsten Leuten zusammensetzt. Und das sind dort die Bibliothekare und die Offiziere. Von der Bibliothek haben Sie sicher schon gehört. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Aber ein anderer Eingang zur Polis befand sich früher direkt beim Gebäude des Verteidigungsministeriums, wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest ganz in der Nähe. Daher konnte sich ein Teil der Generäle ebenfalls dorthin retten. Ganz zu Anfang rissen die Offiziere die Macht an sich und die Polis wurde lange von einer Art Runter regiert. Doch die Menschen waren mit dieser Herrschaft aus irgendeinem Grund unzufrieden und es begannen ziemlich blutige Unruhen. Allerdings schon lange vor dem Krieg mit den Roten. Damals ließen sie sich auf einen Kompromiss ein und der Rat wurde gegründet. Und dort bildeten sich zwei Fraktionen heraus. Die Bibliothekare und die Offiziere Eine seltsame Kombination. Wissen Sie, die Offiziere hatten zuvor kaum etwas mit den Bibliothekaren zu tun gehabt. Aber nun hat es sich ebenso ergeben. Und natürlich herrscht zwischen diesen beiden Fraktionen ein ewiger Zwist. Mal sind die einen oben auf, mal die anderen. Als der Krieg mit den Roten herrschte, war Verteidigung wichtiger als Kultur. Und so hatten die Offiziere mehr Gewicht. Kaum hatte das friedliche Leben begonnen, gewannen die Bibliothekare wieder an Einfluss. Und so geht es ständig, wie ein Pendel, hin und her. Seit neuestem hört man, dass die Offiziere ihre Position wieder gefestigt und dass jetzt dort wieder Disziplin herrscht. Sperrstunden und anderen Freuden des Lebens. Michael Pafirjewitsch lächelte sanft. Dort hinzukommen, ist jetzt genauso schwer, wie zur smaragdenen Stadt zu gelangen, so nennen wir die Universität und die damit verbundenen Stationen im Scherz. Denn man muss entweder über die Rote Linie oder über die Hanse gehen. Aber dort ist natürlich kein Durchkommen, wie Sie sich denken können. Vor den Faschisten hätte man noch über die Puschkinskaja zur Tschechowskaja wechseln können. Von dort ist es bis zu Barawitzka ja nur ein Tunnel. Zwar kein guter, aber als ich noch jünger war, habe ich ihn bisweilen benutzt. Bartjom ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen zu fragen, was denn so schlecht sei an dem genannten Tunnel. Worauf der Alte erwiderte, wissen Sie, dort steht mitten im Tunnel ein ausgebrannter Zug. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich war schon lange nicht mehr dort, aber früher lagen da drin noch verkohlte menschliche Leichen. Manche saßen sogar. Es war einfach furchtbar. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe meine Bekannten gefragt, was dort geschehen ist, aber niemand konnte mir Auskunst geben. Jedenfalls durch diesen Zug kommt man nur sehr schwer hindurch und außen herum geht es gar nicht, da der Tunnel teilweise eingestürzt und alles um die Waggons herum mit Erde verschüttet ist. Im Zug selbst, in den Waggons meine ich, gehen ungute Dinge vor sich. Das kann ich gar nicht beschreiben. Wissen Sie, ich bin ja eigentlich Atheist und glaube nicht an diesen mystischen Quatsch. Deshalb habe ich das damals auf die Ratten geschoben und auf alle möglichen anderen Kreaturen. Heute bin ich mir allerdings nicht mehr sicher. Diese Worte erinnerten Atheum an jenen düsteren Lärm in den Tunneln. Und nun erzählte er endlich davon, was mit seiner Gruppe und später mit Bourbon passiert war. Nach kurzem Zögern versuchte er auch die Erklärung wiederzugeben, die ihm Kahn gegeben hatte. Aber, aber, das ist doch völliger Unsinn. Michael Pafirjewitsch zog die Augenbrauen streng zusammen. Ich habe von solchen Dingen bereits gehört. Ich erzähle Ihnen mal etwas, das ich von Jakov Josifowitsch weiß. Er ist Physiker und hat mir mal erklärt, dass es gewisse Störungen der Psyche gibt, bei denen sich die Menschen von Schwingungen auf extrem niedrigen, nicht hörbaren Frequenzen beeinflussen lassen. Wenn ich mich nicht täusche, um die sieben Hertz. Und dieses Geräusch kann von selbst entstehen, aufgrund von natürlichen Prozessen, etwa tektonischen Verschiebungen oder anderem. Ich habe damals nicht genau zugehört. Aber die Seelen der Toten in den Rohrleitungen. Ich bitte Sie! Es war höchst interessant, sich mit dem Alten zu unterhalten. Nichts von dem, was er erzählte, hatte Artyom je zuvor gehört. Dieser Mann sah Dimitro aus einer anderen, altmodischen, eigenartigen Perspektive. Offensichtlich zog es ihn mit seinem ganzen Herzen nach oben. Er fühlte sich hier noch genauso unwohl wie in den ersten Tagen. Artyom musste erneut an den Streit zwischen Sukhoi und Hunter denken und fragte, Was denken Sie? Wir, die Menschen, meine ich. Werden wir dorthin zurückkehren? Nach oben? Werden wir überleben und zurückkehren? Sogleich bereute er es, gefragt zu haben, denn es war, als hätte seine Frage sämtliche Sehnen des Alten durchgeschnitten. Er sackte in sich zusammen und erwiderte gedehnt, mit leiser, lebloser Stimme, Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber es soll doch noch andere Untergrundbahnen geben, habe ich gehört. In St. Petersburg, Minsk, Novgorod. Artyom zählte diese Namen aus dem Gedächtnis auf, denn für ihn waren sie nichts als eine leere Hülle, eine Schale, die sich nie mit Bedeutung gefüllt hatte. Michael Pafirjevic seufzte tief. Ach, was für eine schöne Stadt war doch Petersburg. Die Isaks-Kathedrale und die Admiralität dieser spitze Turm. Welche Grazie, welche Eleganz. Und abends auf dem Niewski-Prospekt. Menschen, das Lärmen der Menge. Gelächter, Kinder mit Eis in der Hand, junge, schlanke Mädchen, Musik. Im Sommer vor allem. Dort ist ja selten gutes Wetter im Sommer. Aber wenn die Sonne scheint und der Himmel blitzblank ist, azurblau, dann, wissen Sie, atmet es sich leicht. Seine Augen waren auf Artyom gerichtet, doch sein Blick ging durch ihn hindurch, richtete sich auf eine geisterhafte Ferne, wo im frühmorgendlichen Nebel die halbtransparenten, herrschaftlichen Silhouetten jener Gebäude auftauchten, die nun zu Staub zerfallen waren. Artyom hatte das Gefühl, wenn er sich jetzt umdrehte, würde er dieses atemberaubenden Bildes ansichtig. Der Alte seufzte wieder und Artyom wagte es nicht, ihn aus seinen Erinnerungen herauszureißen. Ja, es hat neben der Moskauer tatsächlich noch andere Metros gegeben. Vielleicht haben sich auch dort Menschen retten können. Aber denken Sie einmal nach, junger Mann. Michael Pafirjevic hob seinen knotigen Finger. Wie viele Jahre sind bereits vergangen und nichts ist passiert? Keine Menschenseele! Hätte man nach so langer Zeit nicht jemanden finden müssen? Nein. Ich fürchte... Michael Pafirjevic schwieg lange und dann, nach vielleicht fünf Minuten, sagte er eher zu sich selbst als zu Artyom. mein Gott, welche wunderschöne Welt wir zerstört haben. Eine schwere Stille breitete sich im Zelt aus. Honeczka war von ihrem leisen Gespräch müde geworden und schlief mit offenem Mund. Er schnarchte leicht und winselte von Zeit zu Zeit leise wie ein Hund. Michael Pafirjevic sprach kein Wort mehr und obwohl Artyom sicher war, dass er noch nicht schlief, ließ er ihn in Ruhe, schloss die Augen, versuchte zu schlafen. Er dachte, nach all dem, was ihm an diesem endlosen Tag widerfahren war, würde ihn der Schlaf augenblicklich übermannen. Doch die Zeit verging immer langsamer. Die Matratze, die vor kurzem noch so weich schien, drückte ihm in die Seite, sodass er sich einige Male hin und her wälzen musste, bis er endlich eine bequeme Position gefunden hatte. Und in seinen Ohren pochten noch immer die letzten traurigen Worte des Alten. Nein, ich glaube nicht. Wir werden sie nicht wiederbekommen, die glänzenden Prachtstraßen, grandiosen Bauten, den leichten, erfrischenden Wind an einem lauen Sommerabend, der durchs Haar fährt, das Gesicht streichelt. Und auch der Himmel wird nie wieder so sein wie früher. Nun war ihr Himmel, die von verrottenden Leitungen durchzogene, nach oben hinzulaufende, gerippte Decke der Tunnel, und so würde es immer sein. Damals war er wie gewesen? Azurblau? Rhein? Ein seltsamer Himmel war das. Ganz so, wie ihn Artyom gesehen hatte, am Botanischen Garten, Sternen übersät, aber nicht samtblau, sondern hellblau, funkelnd, freudig. Und die Gebäude waren tatsächlich riesig, doch erdrückten sie einen nicht mit ihrer Masse, nein, sie waren hell und leicht, gleichsam aus süßer Luft gewoben. Sie schwebten schon fast, losgelöst vom Boden, und ihre Umrisse verschwammen in der endlosen Höhe. Und wie viele Menschen hier waren. Artyom hatte niemals so viele Menschen auf einmal gesehen, höchstens in Kitaigarod. Doch hier waren es noch mehr, der ganze Raum am Fuße dieser zyklopischen Gebäude, so wie dazwischen war, von Menschen besetzt. Sie wimmelten umher, und tatsächlich waren ungewöhnlich viele Kinder darunter, die etwas aßen, wohl eben jenes Eis. Artyom wollte schon eines von ihnen bitten, ihn mal probieren zu lassen, denn er hatte selbst nie echtes Eis gegessen. Doch die kleinen Kinder, die ihre Süßigkeit leckten, liefen ständig lachend vor ihm davon, wichen ihm geschickt aus, sodass er nicht einmal eines ihrer Gesichter erblicken konnte. Artyom wusste nicht mehr, was er eigentlich wollte, ein Eis probieren oder einem Kind ins Gesicht blicken, prüfen, ob sie überhaupt eines hatten. Und plötzlich ergriff ihn Angst. Die Umrisse der Gebäude begannen sich zu verdichten und zu verdunkeln, bis sie drohend über ihm hingen. Artyom lief immer noch hinter den Kindern her, doch es schien ihm als klänge ihr Lachen gar nicht mehr fröhlich, sondern böse und erwartungsvoll. Da nahm er alle Kraft zusammen und packte einen Jungen am Ärmel. Dieser versuchte, sich loszureißen und kratzte wie ein kleiner Teufel. Aber Artyom packte ihn mit eiserner Hand an der Kehle und blickte ihm ins Gesicht. Es war Vanetschka. Dieser brüllte los, bleckte die Zähne, wand den Hals, versuchte Artyom, in die Hand zu beißen, sodass Artyom ihn panisch fortschleuderte, worauf Vanetschka sich plötzlich von den Knien erhob, den Kopf nach hinten legte und jenes entsetzliche, gedehnte Heulen ausstieß, vor dem Artyom an der WDN-Ha geflohen war. Die Kinder, die bis dahin durcheinander herumgelaufen waren, blieben nun stehen und begannen, sich ihm langsam zu nähern, immer noch mit abgewandten Gesichtern und ohne ihn anzublicken. Hinter ihnen türmten sich tiefschwarze Gebäuderiesen auf, die sich ebenfalls auf ihn zuzubewegen schienen. Schließlich stimmten die Kinder, die den verbliebenen freien Raum zwischen den gigantischen Gebäuderümpfen bereits komplett ausfüllten, in Vanetschkas Heulen ein. Ein Heulen, das von animalischem Hass und beklemmender Trauer zugleich erfüllt wurde. Und dann drehten sie sich zu ihm. Sie hatten keine Gesichter, nur Masken aus schwarzer Haut mit ausgefransten Mündern und glänzenden, dunklen, pupillenlosen Augäpfeln. Und plötzlich hörte Artyom eine Stimme, die er nicht erkannte. Sie war nicht laut, in dem furchtbaren Heulen kaum zu verstehen, doch sie wiederholte beharrlich ein und dasselbe. Und während er ihr lauschte und versuchte, nicht auf die sich nähernden Kinder zu achten, begriff er endlich, was es war. Du musst gehen. Und dann wieder. Und wieder. Und dann erkannte Artyom die Stimme. Es war Hunter. Er öffnete die Augen und warf die Decke ab. Im Zelt war es dunkel und sehr schwül. Sein Kopf war schwer wie Blei und seine Gedanken kamen nur träge und schwerfällig in Gang. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte, ob es Zeit war, aufzustehen und sich auf den Weg zu machen oder ob er sich wieder auf die Seite legen konnte, in der Hoffnung, einen schöneren Traum zu erleben. Ein Zeltflügel hob sich und in der Öffnung zeigte sich der Kopf jenes Grenzers, der sie am Eingang kontrolliert hatte. Konstantin, wie war nochmal sein Vaters Name? Michael Pafiric! Michael Pafiric! Steh auf, Michael Pafiric! Na, hat er etwa den Löffel abgegeben, oder was? Ohne auf Artyom zu achten, der ihn erschrocken anblickte, betrat der Beamte das Zelt und begann den schlafenden Alten zu rütteln. Als erstes erwachte Vanieczka und maulte unzufrieden. Der Ankömmling würdigte ihn keines Blickes und als Vanieczka versuchte, nach seiner Hand zu schnappen, verpasste er ihm eine schallende Ohrfeige. Nun wachte endlich auch der Alte auf. Michael Pafiric! Steh schnell auf! Flüsterte der Grenzer. Ihr müsst gehen! Die Roten wollen, dass wir dich als Verleumder und feindlichen Propagandisten an sie ausliefern. Ich hab es dir doch gesagt. Wenigstens hier, wenigstens an unserer verlausten Station, sprich nicht von deiner Universität. Hast du mir nicht zugehört? Mit Verlaub, Konstantin Alexejewitsch, was soll das denn? Der Alte schüttelte verwirrt den Kopf und erhob sich ächzend von seiner Bettstadt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Keine Propaganda. Gott bewahre, nur dem jungen Mann hier habe ich davon erzählt, aber leise, ohne Zeugen. Deinen jungen Mann kannst du gleich mitnehmen. Du weißt doch, was für eine Station hier nebenan ist. Die bringen euch zu Lubyanka und reißen euch den Hintern auf und den Kerl hier stellen sie gleich an die Wand, damit er nichts ausplaudert. Na los, schneller, was wartest du noch? Sie kommen gleich. Noch beraten unsere Leute, was sie für diesen Dienst von den Roten verlangen können. Also beeilt euch. Artyom war bereits auf den Beinen, den Rucksack auf dem Rücken. Er wusste nur nicht, ob er seine Waffe herausholen sollte oder ob er auch ohne zurechtkommen würde. Der Alte beeilte sich nun auch und eine Minute später liefen sie bereits die Gleise entlang, wobei Konstantin Alexejewitsch mit heldenhafter Leidensmiene Vanjetschka den Mund zuhielt, während Michael Porfigevitsch ihn immer wieder beunruhigt ansah, ob er dem Jungen auch nicht den Hals umdrehte. In dem Tunnel, der zur Puschkinskaya führte, war die Station wesentlich besser befestigt. Hier passierten sie zwei Wachtposten, bei Meter 100 und Meter 200. Der erste bestand aus einer quer über die Gleise errichteten Betonmauer, die als Brustwehr diente und nur einen engen Durchgang an der Wand freiließ, hinter dem sich links ein Telefonapparat mit direkter Verbindung zur Station, wahrscheinlich bis zum Hauptquartier, befand. Einige Kisten mit Munition standen dort herum und eine Dreisine, mit der sie die 100 Meter zur Kontrolle abfuhren. Weiter draußen gab es die üblichen Sandsäcke, ein Maschinengewehr und einen Scheinwerfer, ganz wie auf der anderen Seite. Beide Posten waren besetzt, doch Konstantin Alexejewitsch führte sie ungehindert durch und brachte sie bis zur Grenze. Kommt, ich gehe noch ein paar Minuten mit euch mit, sagte er, und während sie sich langsam in Richtung Puschkinskaya bewegten, fügte er hinzu, »Ich fürchte, du kannst nicht mehr hierherkommen, Michal Pafiritsch. Sie haben dir deine kleinen Sünden von damals noch nicht verziehen. Hast du gehört? Sogar Genosse Moskvin persönlich hat sich bereits erkundigt. Na, wir denken uns schon was aus. Sei an der Puschkinskaya bloß vorsichtig.« Dann, nachdem er stehen geblieben und sich langsam in der Dunkelheit auflöste, rief er ihnen noch nach, »Sieh zu, dass du schnell durchkommst. Wie du siehst, fürchten wir uns vor ihnen. Mach's gut.« Noch gab es keinen Grund zur Eile und so gingen die drei Flüchtlinge langsam weiter. Örtjom sah den Alten neugierig an. »Was haben die denn gegen sie?« »Nun, ich mag sie einfach nicht. Und während des Krieges, verstehen Sie, wir haben in unserem Zirkel ein paar Texte geschrieben und Anton Petrovich, der damals noch an der Puschkinskaya lebte, hatte Zugang zu einer Druckmaschine. Eine solche stand damals tatsächlich an der Station. Irgendwelche Verrückten hatten sie aus dem Istvestia-Gebäude heruntergeschleppt. Und er hat das dann gedruckt. Aber die Grenze zu den Roten sieht so harmlos aus. Zwei Mann, eine Flagge, aber keine Absperrungen wie bei der Hanse. Michael Pafirjewitsch lächelte spöttisch. Kein Wunder. Der größte Ansturm auf ihre Grenze kommt ja nicht von außen, sondern von innen. Dort haben sie dann auch reichlich Absperrungen. Sie gingen schweigend weiter und Artjom horchte in sich hinein, welche Empfindungen dieser Tunnel bei ihm auslöste. Aber seltsamerweise waren sowohl dieser als auch der vorherige Tunnel von Kitai-Garod zum Kusiecki-Most völlig leer. Er spürte überhaupt nichts. Das hier war nur ein lebloses Bauwerk. Dann wanderten seine Gedanken zu dem Albtraum von vorhin zurück. Die Einzelheiten verschwammen bereits in seinem Gedächtnis. Nur eine trübe, unheilvolle Erinnerung war ihm geblieben. Ein Kinder, ohne Gesichter und sich schwarz auftürmende Häuser. Aber die Stimme? Weiter kam er nicht. Vor ihm hörte er ein bekanntes, ekelhaftes Piepsen und das Kratzen kleiner Krallen. Der klebrig-süße Geruch verfaulenden Fleisches zog ihm in die Nase und als das schwache Licht der Taschenlampe endlich den Ort ertastet hatte, von wo die Geräusche kamen, bot sich Artyoms Augen ein Bild, das in ihm den Wunsch weckte, so schnell wie möglich umzukehren. Zur Not auch zu den Roten. An der Wand des Tunnels lagen in einer Reihe mit dem Gesicht nach unten drei aufgedunzene Leichen und an ihren Händen, die hinter dem Rücken mit Draht zusammengebunden waren, hatten sich die Ratten bereits gütlich getan. Artyom hielt sich den Jackenärmel vor die Nase, um den schweren, süßlich-giftigen Hauch nicht zu spüren, beugte sich hinab und beleuchtete die Leichen. Sie waren nackt bis auf die Unterwäsche und ihre Körper zeigten keinerlei Verletzungen. Ihre Kopfhaare waren jedoch verklebt von getrocknetem Blut, besonders dicht um den schwarzen Punkt, wo die Kugel eingedrungen war. Genickschuss, stellte Artyom fest. Er versuchte, so ruhig wie möglich zu klingen, obwohl er spürte, wie in ihm die Übelkeit hochkam. Michael Pafirjevic hielt sich die Hand vor den Mund und seine Augen blitzten, als er erschüttert sagte, »Was tun Sie bloß? Mein Gott! Was tun Sie bloß? Wanieczka, schau nicht hin! Komm her!« Doch Wanieczka hatte sich bereits völlig ungerührt neben den erstbesten Toten gehockt und begann konzentriert, seinen Finger in dessen Haut zu bohren, wobei er aufgeregt etwas Unverständliches lallte. Der Lichtstrahl glitt nach oben und beleuchtete ein Stück grobes Einpackpapier, das etwa in Augenhöhe über den Leichen an der Wand klebte. Dort standen, von Adlern mit ausgestreckten Flügeln gesäumt, in gotischen Lettern die deutschen Worte »Viertes Reich«, darunter auf Russisch »Kein dunkelhaariges Schwein kommt näher als 300 Meter an das große Reich heran«. Und zum Abschluss ein dicker Stempel mit dem bekannten Durchgangsverbot, einer schwarzen Figur im durchgestrichenen Kreis. »Verbrecher«, presste Artyom hervor, »nur, weil sie eine andere Haarfarbe haben.« Der Alte schüttelte niedergeschlagen den Kopf und zog Wanieczka am Kragen, der die Toten interessiert betrachtete und zuerst gar nicht aufstehen wollte. Dann, als sie schließlich weitergingen, bemerkte Michael Pafirjevic finster, »Ich sehe, ist unsere Druckmaschine noch in Betrieb.« Sie gingen nun langsamer, sodass sie erst nach zwei Minuten den an die Wand gemalten roten Adler mit der Aufschrift »300 Meter« entdeckten. Beunruhigt vernahm Artyom aus der Ferne das Bellen von Hunden. Etwa hundert Meter vor der Station schlug ihnen grelles Licht ins Gesicht. Sie blieben stehen. Aus einem Megafon donnerte eine Stimme. »Hände hinter den Kopf! Keine Bewegung!« Gehorsam legte Artyom beide Hände ins Genick. Michael Pafirjevic streckte die Arme in die Höhe. Sogleich bellte die Stimme wieder, »Ich sagte, Hände hinter den Kopf! Langsam herkommen!« »Keine schnellen Bewegungen!« Artyom konnte nicht erkennen, wer da sprach, denn das Licht schien ihm direkt in die Augen, sodass er vor Schmerz nach unten blickte. Mit kleinen Schritten gingen sie noch ein Stück weiter, dann blieben sie reglos stehen, bis der Scheinwerfer schließlich zur Seite wanderte. Eine Barrikade war hier errichtet worden, die von zwei breitschultrigen MG-Schützen und einem Mann mit Gürtelhalfter gehalten wurde. Alle trugen sie Tarnuniform und schwarze Barrette, schräg auf den rasierten Köpfen. An den Ärmeln prangten weiße Binden mit einem Symbol, das so ähnlich aussah wie die deutschen Hakenkreuze, nur nicht mit vier Haken, sondern mit dreien. Etwas weiter hinten konnte man noch einige andere dunkle Gestalten erkennen, zu deren Füßen ein nervös winselnder Hund saß. Die Wände ringsum waren über und über mit Kreuzen, Adlern, Sprüchen und Flüchen gegen alle Nichtrussen beschmiert, und an deutlich sichtbarer Stelle unter einem leicht angebrannten Stück Stoff mit der Darstellung eines Adlers mit dreibeinigem Hakenkreuz prangte dasselbe angeleuchtete Zeichen mit dem unglücklichen schwarzen Mann in einem Plastikrahmen. Vermutlich war dies eine Art Ikonenecke. Einer der Wachleute machte einen Schritt nach vorn und schaltete eine ungewöhnlich lange, einem schlagstockähnliche Taschenlampe ein, die er mit gekrümmten Fingern in die Höhe seines Kopfes hielt. Ohne Hast ging er um die drei Ankömmlinge herum, musterte argwöhnisch ihre Gesichter, offenbar auf der Suche nach nicht-slawischen Zügen. Doch alle drei hatten ein einigermaßen russisches Äußeres, ausgenommen Vanjetschka vielleicht, dessen Gesicht von seiner Krankheit geprägt war, sodass der Kontrolleur die Lampe herunternahm und enttäuscht mit den Achseln zuckte. Papiere, forderte er. Artyom hielt ihm bereitwillig seinen Pass hin, während Michael Porfirjevic erst nach kurzem Zögern begann, in seiner Innentasche herumzukramen und endlich auch seinen Ausweis hervorzog. Der Kontrolleur deutete angewidert auf Vanjetschka. Und die Papiere für den da? Verstehen Sie, es ist so, dass der Junge begann Michael Porfirjevic zu erklären. Ruhe! blaffte der Kontrolleur und die Lampe hüpfte in seiner Hand. Nennen Sie mich gefälligst Herr Offizier und antworten Sie auf meine Fragen. Herr Offizier, sehen Sie, der Junge ist krank. Er hat keinen Pass, er ist ja noch so jung. Aber sehen Sie, er ist hier bei mir eingetragen. Schmeichelnd blickte Michael Porfirjevic dem Kontrolleur in die Augen, versuchte dort wenigstens einen Funken Mitgefühl zu entdecken. Doch dieser stand stocksteif ein Felsbrocken da, das Gesicht ebenso versteinert und erneut wuchs in Atiom das Verlangen jemanden umzubringen. Wo ist das Foto? stieß der Offizier hervor, als er sich zu der entsprechenden Seite durchgeblättert hatte. Wanieczka, der bis dahin brav daneben gestanden, mit großer Aufmerksamkeit die Silhouette des Hundes studiert und einige Male begeistert vor sich hingelallt hatte, wandte sich nun den Wachmann zu, bläckte die Zähne und knurrte böse. Und plötzlich bekam Atiom solche Angst um ihn, dass er seine eigene Abscheu vor diesem Wesen völlig vergaß, nicht mehr daran dachte, wie er selbst einige Male den Wunsch unterdrückt hatte, dem Jungen einen herzhaften Tritt zu versetzen. Der Kontrolleur machte unwillkürlich einen Schritt zurück, starrte Wort, unverzüglich, sonst tue ich es. Verzeihen Sie, Herr Offizier, hörte Atiom sich zu seiner eigenen Verwunderung sagen, der Junge weiß nicht, was er tut. Dankbar blickte ihn Mikhail Porfiriewicz an. Der Kontrolleur blätterte Atioms Pass schnell durch, gab ihn ihm zurück und sagte kalt, keine weiteren Fragen, Sie können durch. Atiom machte einige Schritte nach vorn und er starrte. Seine Beine schienen ihm nicht zu gehorchen. Inzwischen hatte sich der Kontrolleur gleichgültig von ihm abgewandt und seine Frage nach dem Foto wiederholt. Sehen Sie, es ist so, begann Mikhail Porfiriewicz wieder. Ich meine, Herr Offizier, es ist so, wir haben keinen Fotografen und an den anderen Stationen ist es unglaublich teuer. Ich habe einfach kein Geld für eine Aufnahme. Ausziehen! Unterbrach ihn der Kontrolleur. Wie bitte? Michael Porfiriewicz' Stimme klang plötzlich ganz fahl und seine Beine zitterten. Ohne darüber nachzudenken, was er tat, nahm Artyom seinen Rucksack ab und stellte ihn auf den Boden. Es gibt Dinge, die du nicht tun willst, die du dir schwörst, nie zu tun, es dir verbietest, doch dann geschehen sie irgendwann von selbst. Du schaffst es nicht einmal mehr, darüber nachzudenken. Dein Denkzentrum bleibt davon völlig unberührt. Es passiert einfach und dir bleibt nur noch übrig, erstaunt dich selbst zu beobachten, überzeugt davon, dass du all dem keinerlei Schuld hast, denn es geschieht ja von selbst. Wenn sie diese beiden Menschen jetzt auszogen und wie die anderen dort in Richtung Meter 300 führten, würde Atiom sein Sturmgewehr hervorholen, in Automatikmodus gehen und versuchen, so viele von diesen Monstern in Uniform umzubringen wie möglich, bis er selbst getroffen würde. Alles andere hatte keine Bedeutung mehr. Es war unwichtig, dass er den Alten und Vanjetschka überhaupt erst seit einem Tag kannte, unwichtig, dass sie ihn töten würden. Und was würde aus der WDN-Ra werden? Daran durfte er nicht denken. Es gab Dinge, an die man besser nicht dachte. Ausziehen! skandierte der Kontrolleur erneut. Filzen! Aber gestatten Sie, stotterte Michael Parfieliewicz. Ruhe! Los! Schneller! Wie um seine Worte zu unterstreichen, zog der Kontrolleur seine Pistole aus dem Halfter. Hastig begann Michael Parfieliewicz, die Knöpfe seiner Jacke zu öffnen. Der Wachmann hielt die Pistole zur Seite und beobachtete schweigend, wie der Alte die Jacke abwarf, ungeschickt auf einem Bein herumhüpfte, um die Stiefel auszuziehen und dann stehen blieb, unschlüssig, ob er den Gürtel auch noch öffnen solle. Schneller! zischte der Kontrolleur wütend. Aber es ist mir peinlich, verstehen Sie doch, sagte Michael Parfieliewicz, worauf ihm der Soldat nun völlig außer sich mit voller Wucht auf den Mund schlug. Artyom sprang vor, doch sogleich packten ihn zwei kräftige Hände von hinten, und so sehr er sich auch loszureißen versuchte, es war vergebens. In diesem Moment geschah etwas völlig Unvorhergesehenes. Vanjetschka, vielleicht halb so groß wie der Mordgeselle mit der schwarzen Mütze, bleckte auf einmal die Zähne und warf sich fauchend auf den Mann. Dieser hatte eine solche Behändigkeit überhaupt nicht erwartet, sodass es Vanjetschka gelang, sich in seiner linken Hand festzubeißen und ihm sogar gegen die Brust zu schlagen. Doch eine Sekunde später kam der Kontrolleur wieder zu sich, schleuderte Vanjetschka fort, trat zurück, streckte die Hand mit der Pistole nach vorn und drückte ab. Der Schuss, noch verstärkt vom Echo des Tunnels, betäubte Artyoms Trommelfell, und doch glaubte er zu hören, wie Vanjetschka leise aufschluchzte, als er zu Boden sank. Er saß noch zusammengekrümmt da und hielt sich mit beiden Händen den Bauch, als ihn der Kontrolleur mit der Spitze seines Stiefels nach hinten umstieß, die Pistole mit ekel erfülltem Gesicht auf dem Kopf des Jungen richtete und erneut den Abzug betätigte. Ich habe sie gewarnt, sagte der Kontrolleur zu Michael Pafirjewitsch, der wie vom Donner gerührt mit offenem Mund Vanjetschka anstarrte und heisere Kehlaute von sich gab. In diesem Augenblick wurde es Attyom dunkel vor Augen, und als er sich losriss, spürte er in sich eine solche Kraft, auf, dass der Soldat, der ihn von hinten festhielt, vor Überraschung fast zu Boden gefallen wäre. Die Zeit dehnte sich für Attyom und dies genügte, um sein Gewehr zu packen, zu entsichern und durch den Rucksack hindurch dem Kontrolleur eine Salve in die Brust zu jagen. Zufrieden bemerkte Attyom noch, wie sich auf dem grünen Tarnanzug allmählich ein schwarzes Punktmuster bildete. Du stirbst Durch den Strang schloss der Kommandant. Applaus brandete auf, gnadenlos und stürmisch. Attyom hob mit Mühe den Kopf, um sich umzublicken. Er brachte nur ein Auge auf, das andere war zugeschwollen. Seine Peiniger hatten ganze Arbeit geleistet. Auch sein Gehör war beeinträchtigt. Die Geräusche drangen wie durch eine dicke Watteschicht zu ihm. Schon wieder dieser helle, weiße Marmor, der ihn langsam anödete. Von der Decke hingen massive Eisenlüster. Früher waren es wohl elektrische Leuchter gewesen, jetzt steckten Talglichter darin und die Decke darüber war schwarz von Ruß. Nur zwei Lichter brannten, ganz am Ende der Station, wo eine breite Treppe nach oben führte und an der Stelle, an der Attyom jetzt stand, in der Saalmitte, auf den Stufen der Brücke, die ihn den seitlichen Übergang zur anderen Linie führte. Lange Reihen von Rundbögen, kaum sichtbare Säulen, viel freier Raum. Was war dies bloß für eine Station? Der dicke Mann neben dem Kommandanten präzisierte, »Die Hinrichtung findet morgen statt, um fünf Uhr früh, an der Station Tverskaya.« Wie sein Vorgesetzter steckte auch er nicht in grüner Tarnkleidung, sondern in einer schwarzen Uniform mit glänzenden gelben Knöpfen. Beide Männer trugen kleine, schwarze Barretts. Überall gab es Darstellungen von Adlern und dreibeinigen Hakenkreuzen. An den Wänden sah man Losungen und Sprüche in sorgfältigen gotischen Lettern. Die Wörter verschwammen vor Ortyoms Augen. Er versuchte, sich zu konzentrieren und las, »Die Metro den Russen!«, »Die Schwarzen nach oben!«, »Tot den Rattenfressern!«, Es gab auch Parolen mit eher abstraktem Inhalt. »Vorwärts in die letzte Schlacht für die Größe des russischen Volkes« oder »Mit Feuer und Schwert sorgen wir in der Metro für russische Ordnung!«, dann noch etwas über Hitler auf Deutsch, sowie das vergleichsweise neutrale »In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist!«, besonders beeindruckte Ortyom, was unter dem kunstvollen Porträt eines Kriegers mit markantem Kinn sowie einer überaus eindrucksvollen Frau geschrieben stand. Beide waren im Profil dargestellt, wobei der Mann seine Kampfgefährtin teilweise verdeckte. Der Spruch lautete, »Jeder Mann ist ein Soldat!«, »Jede Frau, die Mutter eines Soldaten!«, Die Inschriften und Bilder interessierten Ortyom viel mehr als die Worte des Kommandanten. Direkt vor ihm stand hinter einer Absperrung ein lärmender Haufen Menschen. Viel Volk hatte sich nicht versammelt. Die Leute waren eher unauffällig gekleidet, zumeist trugen sie wattierte Jacken oder verschmierte Arbeitskleidung. Frauen sah er fast keine. Wenn dieses Bild der Wirklichkeit entsprach, würde es wohl bald keine Soldaten mehr geben. Ortyom ließ den Kopf zurück auf die Brust sinken. Ihm fehlte die Kraft, sich gerade zu halten. Hätten ihn nicht seine beiden breitschultrigen Bewacher an den Armen gestützt, er wäre der Länge nach zu Boden gefallen. Erneut rollte eine Welle der Übelkeit heran. Sein Kopf drehte sich. Selbst für Ironie fehlte ihm nun die Kraft. Artyom fürchtete nur, er müsse sich vor allen übergeben. Diese dumpfe Gleichgültigkeit allem gegenüber, was mit ihm passierte, war erst allmählich in ihm aufgestiegen. Er hatte nur noch ein abstraktes Interesse an seiner Umgebung. Es war, als betreffe ihn das Geschehen nicht selbst, sondern als lese er das alles in einem Buch. Das Schicksal des Protagonisten interessierte ihn natürlich, doch wenn dieser am Ende starb, würde Artyom einfach ein neues Buch, vielleicht eines mit glücklichem Schluss, vom Regal nehmen. Zuerst hatten ihn ausdauernde, starke Menschen lange und geduldig verprügelt und andere, kluge, besonnene Menschen hatten ihm Fragen gestellt. Der Raum, in dem das alles ablief, war vorsorglich gelb gefließt worden, wohl damit man das Blut leicht wieder wegwischen konnte. Der Geruch war jedoch durch nichts zu vertreiben, auch nicht durch langes Lüften. Man hatte ihm beigebracht, den hageren Mann mit den geschniegelten hellbraunen Haaren und den feinen Gesichtszügen, der das Verhör führte, mit Herr Kommandant anzusprechen. Dann keine Fragen zu stellen, sondern nur zu antworten. Dann die Fragen genau zu beantworten, kurz und zur Sache. Kurz und zur Sache hatten sie ihm jeweils separat beigebracht und Artyom fragte sich schon länger, wie es kam, dass alle Zähne noch immer an Ort und Stelle waren, obwohl einige stark wackelten und er ständig den Geschmack von Blut im Mund hatte. Erst hatte er noch versucht, sich zu verteidigen, doch man hatte ihm erklärt, er solle es lieber bleiben lassen. Dann versuchte er zu schweigen, doch musste er prompt feststellen, dass auch dies falsch war. Es tat sehr weh. Überhaupt war es ein seltsames Gefühl, von diesem starken, bulligen Mann geschlagen zu werden. Es war kein Schmerz mehr, sondern eine Art Orkan, der sämtliche Gedanken hinwegfegte und die Empfindungen in tausende von Teilchen zersplitterte. Der wahre Schmerz begann erst später. Erst nach einer gewissen Zeit begriff Artyom, was zu tun war. Im Grunde war alles ganz einfach. Wenn der Herr Kommandant fragte, ob man ihn vielleicht vom Kusniewski-Most hierher geschickt hatte, brauchte er nur mit dem Kopf zu nicken. Dazu benötigte er weniger Kraft, der Herr Kommandant rümpfte dann nicht so unzufrieden seine makellos slawische Nase und seine Helfer fügten Artyom nicht noch mehr Körperverletzungen zu. Vermutete der Herr Kommandant, dass man Artyom mit Aufklärungs- und Sabotageabsichten hergeschickt hatte, zum Beispiel um ein Attentat auf die Führung des Reichs, also auch auf den Herrn Kommandanten selbst zu verüben, so brauchte er nur wieder zu nicken, um zu erreichen, dass sich sein Peiniger zufrieden die Hände rieb und so sein zweites Auge zu retten. Einfach immer nur nicken war jedoch auch nicht richtig, denn wenn es Artyom an der falschen Stelle tat, so trübte sich die Stimmung seines Gegenübers wieder und einer der Schergen versuchte dann zum Beispiel, Artyom eine Rippe zu brechen. Nach eineinhalb Stunden lockerer Unterhaltung spürte Artyom seinen Körper nicht mehr, sah schlecht, hörte nur noch wenig und begriff so gut wie gar nichts. Mehrmals hatte er versucht, ohnmächtig zu werden, doch hatte man ihn jedes Mal durch Eiswasser und Riechsalz wieder zur Besinnung gebracht. Am Ende sah man in ihm einen feindlichen Spion und Saboteur, der dem Reich das Messer in den Rücken hatte stoßen wollen, indem er die Führung beseitigte, Chaos stiftete und die Invasion des Gegners vorbereitete. Endziel sei es gewesen, ein volksfeindliches, kaukasisch-zionistisches Regime in der gesamten Metro einzuführen. Obwohl Artyom wenig von Politik verstand, schien ihm dieses globale Ziel durchaus ehrenwert und so bestätigte er auch dies. Womöglich verdankte er diesem Umstand den Erhalt seiner Zähne. Nachdem die letzten Details der Verschwörung geklärt waren, entließ man ihn endlich in die Besinnungslosigkeit. Als er wieder erwachte, verlass der Kommandant gerade das Urteil. Kaum waren die letzten Formalitäten erledigt und das offizielle Datum seiner Entlaibung der Öffentlichkeit verkündet worden, da zog man dem Verurteilten eine schwarze Mütze über das Gesicht, wodurch die Sicht deutlich eingeschränkt wurde. Es gab nichts mehr, woran Artyom sich orientieren konnte, sodass es ihn nun noch mehr wirkte. Eine knappe Minute hielt er noch an sich, dann gab er den Widerstand auf, sein Körper krampfte sich zusammen und er kotzte direkt auf seine Stiefel. Seine Bewacher machten einen vorsichtigen Schritt nach hinten und das Publikum begann aufgeregt zu lärmen. Einen Augenblick lang war es Artyom peinlich, doch dann spürte er, wie sein Kopf irgendwo hin fortschwamm und seine Knie kraftlos einknickten. Eine starke Hand hielt ihn am Kinn und er hörte, wie in beinahe jedem seiner Träume, eine vertraute Stimme. Gehen wir, Artyom. Es ist vorbei. Alles wird gut. Steh auf. Doch Artyom fehlte die Kraft dazu. Ja, nicht einmal den Kopf konnte er heben. Es war sehr dunkel. Wahrscheinlich kam das von der Mütze. Doch wie sollte er sie absetzen, wenn die Hände hinter dem Rücken gefesselt waren? Und das musste er unbedingt, denn er wollte wissen, ob dies tatsächlich der Mensch war, den er vor sich zu haben glaubte, oder nur eine Täuschung. Die Mütze, lallte Artyom in der Hoffnung, dass jener ihn verstand. Der schwarze Vorhang vor den Augen verschwand und Artyom sah Hunter vor sich stehen. Er hatte sich nicht verändert, seit Artyom zum letzten Mal mit ihm gesprochen hatte, vor langer Zeit, einer halben Ewigkeit. Doch wie war er hierher gekommen? Artyom drehte mühsam den Kopf und blickte sich um. Er befand sich an derselben Station, wo sein Urteil verlesen worden war. Ringsum lagen Tote. Ein paar Lichter rusten noch immer an einen der Lüster vor sich hin. Der zweite war erloschen. Hunter hielt die riesige Stetschkin mit dem aufgeschraubten Schalldämpfer und dem Laserzielgerät in der Hand, die Artyom damals so beeindruckt hatte. Er sah Artyom aufmerksam an. Wie geht es dir? Kannst du gehen? Ja, erwiderte Artyom großspurig, doch in diesem Moment interessierte ihn etwas ganz anderes. Sie leben? Hat alles geklappt? Hunter lächelte müde. Wie du siehst. Danke für deine Hilfe. Artyom schüttelte den Kopf, ihm wurde heiß vor Scham. Ich habe versagt. Du hast getan, was du konntest. Hunter klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. Und? Wie steht es zu Hause? Was ist mit der WDN-J? Es ist alles in Ordnung, Artyom. Es ist vorbei. Ich konnte den Zugang zum Einsturz bringen, sodass die Schwarzen die Metro nicht mehr betreten können. Wir sind gerettet. Komm jetzt. Und was ist hier passiert? Artyom stellte erschrocken fest, dass fast der ganze Saal voller Leichen war. Außer ihren beiden Stimmen war nichts zu hören. Hunter blickte ihm fest in die Augen. Das hat keine Bedeutung. Mach dir deswegen keine Gedanken. Er hob seinen Sack auf, aus dem das leicht rauchende Armeemaschinengewehr herausragte. Patronengürtel waren so gut wie keine mehr zu sehen. Dann setzte sich der Jäger in Bewegung, und Artyom blieb nichts anderes übrig, als ihm nachzulaufen. Als er sich umsah, erblickte er etwas Neues. Dort, wo der Übergang über die Gleise führte, hingen einige dunkle Gestalten von der Brücke herab. Hunter lief schweigend und mit großen Schritten voraus, als hätte er vergessen, dass Artyom sich kaum fortbewegen konnte. So sehr dieser sich auch bemühte, der Abstand zwischen ihnen wuchs und wuchs, und Artyom fürchtete, der Jäger würde einfach verschwinden und ihn an dieser furchtbaren Station zurücklassen, deren Boden mit glitschigem, dunklem Blut bedeckt war. »Bin ich das wirklich wert?« fragte sich Artyom. »Wiegt mein Leben wirklich genauso viel wie all diese Leben zusammen?« Natürlich war er froh, gerettet worden zu sein. Doch all die Menschen, die herumlagen wie Lumpensäcke, zum Teil übereinander, für ewig erstarrt in der Haltung, in der sie von Hunters Kugeln getroffen worden waren, waren sie nur gestorben, damit er leben konnte? Hunter hatte diesen Tausch mit einer Leichtigkeit vollzogen, wie man beim Schach ein paar unwichtige Figuren opfert, um die wichtigen zu retten. Er war ein Spieler, und die Metro war sein Schachbrett. Und sämtliche Figuren gehörten ihm, denn er spielte gegen sich selbst. Aber war Artyom etwa eine so wichtige Figur, dass man um seinetwillen so viele andere umbrachte? Von nun an pulsierte dieses Blut, das über den kalten Granit floss, in seinen Adern. Er hatte es getrunken, es den anderen genommen, um seine eigene Existenz fortzusetzen. Nun würde ihm nie wieder richtig warm werden. Er zwang sich, schneller zu laufen, um Hunter einzuholen, und ihn zu fragen, ob er sich künftig an jedem noch so warmen Feuer genauso kalt und einsam vorkommen würde, wie in einer klirrenden Winternacht, in einem verlassenen Zwischenhalt. Doch Hunter war inzwischen schon weit vorausgelaufen. Vielleicht gelang es Artyom deshalb nicht, ihn einzuholen, weil dieser auf allen Vieren und mit dem Geschick eines Tieres vorwärts stürmte. Seine Bewegungen erinnerten Artyom unangenehm an einen Hund, nein, eher an eine Ratte. Mein Gott! Artyom kam ein furchtbarer Verdacht und er erschrak zutiefst über seine Worte, die wie von selbst aus ihm herausbrachen. Sind sie eine Ratte? Nein, ertönte die Antwort. Die Ratte bist du! Du bist eine feige Ratte! Feige Ratte! Wiederholte jemand direkt über seinem Ohr und räusperte sich geräuschvoll. Artyom schüttelte den Kopf und bedauerte sogleich, dass er dies getan hatte. War dort zuvor nur ein dumpf nagender Schmerz zu spüren gewesen, so bewirkte die heftige Bewegung, dass er förmlich explodierte. Artyom verlor die Beherrschung über seinen Körper, stürzte nach vorne und stieß mit brennender Stirn gegen kühlen Stahl. Die Oberfläche war gerippt und drückte unangenehm gegen den Schädelknochen, doch kühlte sie das entzündete Fleisch und Artyom verharrte eine Zeit lang in dieser Position, unfähig, sich zu etwas anderem zu entschließen. Nachdem er Atem geschöpft hatte, versuchte er vorsichtig, sein linkes Auge zu öffnen. Er saß auf dem Boden, die Stirn gegen ein Gitter gedrückt, das bis zur Decke ging und von beiden Seiten den Raum unter den niedrigen, engen Bogen einer Station begrenzte. Geradeaus sah er in den Mittelsaal hinein. Hinter ihm lag einer der Bahnsteige. Sämtliche Bögen in der Nähe, sowohl auf der gegenüberliegenden als auch, wie es schien, auf seiner Seite, waren zu Zellen umfunktioniert worden. Und in jeder saßen ein paar Menschen. Diese Station war das völlige Gegenteil derjenigen, auf der man ihn verurteilt hatte. Dort hatte eine gewisse Eleganz geherrscht. Die Station war leicht, luftig und geräumig gewesen, mit schlanken Säulen, breiten und hoch ausgreifenden Bögen. Trotz der düsteren Beleuchtung und den Schmierereien an den Wänden hatte sie einem Bankettsaal geglichen. Hier jedoch war alles trostlos und bedrückend. Sowohl die niedrige, tunnelartig runde, gerade mal mannshohe Decke, als auch die massiven, groben Säulen, die breiter waren als ihre Zwischenräume. Zudem standen sie noch nach vorne heraus und genau dort hatte man Gitter aus dicken, verschweißten Bewährungsstäben angebracht. Die Decke war so niedrig, dass Atiom sie leicht mit den Händen hätte berühren können, wären diese nicht hinter dem Rücken mit Draht gefesselt gewesen. In der winzigen Zelle befanden sich neben Atiom noch zwei weitere Häftlinge. Einer lag auf dem Boden, das Gesicht in einen Kleiderhaufen gedrückt, und gab von Zeit zu Zeit ein kurzes, dumpfes Stöhnen von sich. Der andere, ein schwarzäugiger, unrasierter Mann mit braunen Haaren, hockte daneben, an die Marmorwand gelehnt und musterte Atiom mit lebhaftem Interesse. Draußen schlenderten zwei kräftige Kerle in Tarnkleidung und mit dem bereits bekannten Barretts auf dem Kopf entlang. Einer von ihnen hielt einen riesigen Hund an einer Leine, die er sich um die Hand gewickelt hatte und wies ihn von Zeit zu Zeit zu Recht. Sie waren es wohl gewesen, die Atiom aufgeweckt hatten. Es war ein Traum gewesen. Ein Traum. Sie würden ihn hängen. Atiom schielte zu dem Dunklen hinüber. Wie spät ist es? leilte er mit angeschwollener Zunge. Grab zehn, erwiderte der andere. Er sprach denselben kehligem Dialekt, den Atiom in Kittai Garot gehört hatte. Abends. Halb zehn. Zweieinhalb Stunden bis zwölf und dann noch fünf bis zur Prozedur. Siebeneinhalb Stunden. Nein, während Atiom nachgedacht und gerechnet hatte, waren es bereits weniger geworden. Früher hatte er manchmal versucht, sich vorzustellen, was ein zum Tode Verurteilter in der Nacht vor der Hinrichtung fühlte, woran er dachte. Angst? Hass auf seine Henker? Reue? In ihm war nur Leere. Sein Herz schlug schwer, die Schläfen pochten, und in seinem Mund sammelte sich immer wieder Blut. Es schmeckte nach nassem, rostigem Eisen. Oder roch das feuchte Metall nach frischem Blut. Sie würden ihn hängen, ihn töten. Er würde aufhören, zu existieren. Es gelang ihm nicht, sich dessen wirklich bewusst zu werden, es sich vorzustellen. Jeder weiß, dass der Tod unausweichlich ist. In der Metro war der Tod etwas Alltägliches. Doch auch hier glaubte man, dass einem selbst schon nichts passieren würde. Die Kugeln einen anderen treffen würden. Die Krankheit einen verschonen würde. Und das Alter war noch so fern, dass jemand wie Artyom daran nicht zu denken brauchte. Man konnte schließlich nicht ständig im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit leben. Man musste es einfach vergessen. Und wenn einem dann trotzdem solche Gedanken kamen, musste man sie vertreiben, sie ersticken, damit sie keine Wurzeln schlugen, nicht wucherten, ihre giftigen Sporen einem das Leben nicht zur Hölle machten. Man durfte nicht daran denken, dass man irgendwann sterben musste. Andernfalls konnte man den Verstand verlieren. Nur eines bewahrt den Menschen vor dem Wahnsinn. Die Ungewissheit. Das Leben eines zum Tode Verurteilten, der weiß, dass er in einem Jahr hingerichtet wird, oder das Leben eines Todkranken, dem die Ärzte mitgeteilt haben, wie lange ihm noch bleibt, unterscheidet sich vom Leben der normalen Menschen nur in einer Hinsicht. Die einen wissen ungefähr, wann sie sterben, während die anderen in Unwissenheit leben und daher glauben, sie könnten ewig leben, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass sie schon am nächsten Tag Opfer eines Unfalls werden. Nicht der Tod ist schrecklich. Schrecklich ist das Warten darauf. In sieben Stunden wie würden sie es machen? Artyom hatte keine besonders gute Vorstellung davon, wie man einen Menschen erhängte. An seiner Station hatten sie einmal einen Verräter erschossen. Aber Artyom war damals noch klein gewesen und hatte sich wenig dabei gedacht. Außerdem hätten sie an der WDN-Jahre eine Hinrichtung niemals öffentlich zur Schau gestellt. Wahrscheinlich würden sie ihm ein Seil um den Hals legen und ihn dann entweder zur Decke ziehen oder mit einem Schemel unter den Füßen. Nein, er durfte nicht daran denken. Er hatte Durst. Mühsam stellte er eine verrostete Weiche um und die Lore seiner Gedanken rollte langsam auf ein anderes Gleis. Zu dem Offizier, den er erschossen hatte. Dem ersten Menschen, den er getötet hatte. Wieder sah er, wie sich unsichtbare Kugeln in die breite Brust mit dem Schulterriemen gruben, wie jeder einen schwarzen Brandfleck hinterließ, der sich sogleich mit Blut füllte. Er empfand keinerlei Reue und das wunderte ihn. Er hatte einmal gelesen, dass jeder Ermordete schwer auf dem Gewissen des Mörders lastet, ihm im Traum erscheint, ihn bis ins hohe Alter verfolgt und die Gedanken wie ein Magnet anzieht. Offenbar war dem nicht so. Kein Mitleid, keine Reue, nur düstere Befriedigung. Artyom war sich sicher, sollte ihm sein Opfer jemals im Traum erscheinen, würde er sich einfach gleichgültig von ihm abwenden und die Erscheinung würde spurlos verschwinden. Und das Alter? Nun, das Alter würde es jetzt nicht mehr geben. Wieder war Zeit vergangen. Wahrscheinlich doch auf einen Schemel. Nein, wenn er nur noch so wenig zu leben hatte, musste er an etwas Wichtiges denken, etwas, wofür er sich nie die Zeit genommen, was er stets aufgeschoben hatte. Daran, dass er sein Leben falsch gelebt hatte und würde es ihm noch mal geschenkt, alles anders machen würde. Nein, ein anderes Leben gab es für ihn nicht und daran war nichts zu ändern. Höchstens als jener den Schuss auf Wanieczkas Kopf abgab, hätte er vielleicht doch nicht zur Waffe greifen, sondern einfach zur Seite gehen sollen? Nein, er hätte es nicht fertig gebracht. Wanieczka und Michael Pafirjevic hätte er niemals aus seinen Träumen verjagen können, was wohl aus dem Alten geworden war. Teufel, nur einen Schluck Wasser. Zuerst würden sie ihn aus der Zelle führen. Wenn er Glück hatte, würde man ihn durch den Gang zu anderen Station bringen. Das brachte ihm noch etwas Zeit. Wenn sie ihm nicht wieder die verfluchte Mütze überzogen, würde er noch etwas sehen, außer diesen Gitterstäben und der endlosen Reihe von Zellen. Rtyom stieß sich ab, blickte seinen Nachbarn an und öffnete die ausgetrockneten Lippen. Welche Station ist das? Die Tverskaja, erwiderte der Mann. Heil mal, weswegen sitzt du hier? Hab einen Offizier umgebracht. Rtyom sprach langsam, das Reden fiel ihm schwer. Ah, der dunkle nickte anerkennend. Geht's jetzt an den Gralgern? Rtyom zuckte mit den Schultern, wandte sich ab und lehnte sich wieder an das Gitter. Sein Nachbar nickte erneut. Ganz sicher. Ja, sicher. Schon bald. Und zwar gleich hier. Niemand würde ihn irgendwo hinbringen. mit was zu trinken. Um den rostigen Geschmack im Mund vorzuspülen, die ausgetrocknete Kehle anzufeuchten. Vielleicht würde er sich dann länger unterhalten können als nur eine Minute. In der Zelle gab es kein Wasser. Am anderen Ende stand lediglich ein übel riechender Blecheimer. Ob er die Wächter fragen sollte? Vielleicht machte man ja bei Todeskandidaten gewisse Zugeständnisse. Wenn er doch nur seine Hand aus dem Gitter strecken könnte, um sie heranzuwinken. Aber seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Der Draht grub sich ins Handgelenk. Die Finger waren Er versuchte zu rufen, doch es kam nur ein Krächzen heraus, das in einem fürchterlichen Hustenanfall endete. Immerhin bemerkten die Wächter seine Kontaktversuche und näherten sich der Zelle. Die Ratte ist aufgewacht, füllte der mit dem Hund. Artyom kippte den Kopf nach hinten, um ihm ins Gesicht sehen zu können und flüsterte heiser Trinken. Wasser. Trinken? Der Hundeführer tat verwundert. Wozu denn das noch? Du wirst doch sowieso gleich aufgeknüpft. Nein, Wasser werden wir für dich nicht mehr verschwenden. Vielleicht verreckst du ja dann noch früher. Artyom schloss müde die Augen. Die Gefängniswärter jedoch hatten offenbar noch Lust weiterzureden. Der Zweite fragte ihn. Hast du jetzt kapiert, wen du auf dem Gewissen hast, du mieses Schwein? Und dann auch noch ein Russe. Wegen solcher Arschlöcher wie dir, die ihresgleichen das Messer in den Rücken rammen, werden solche wie der da, er nickte zu dem Zellennachbarn hinüber, der sich nach hinten verzogen hatte, bald die ganze Metro bevölkern und uns Russen die Luft zum Atmen rauben. Der Dunkle schlug die Augen nieder. Artyom konnte nur mit den Achseln zucken. Dafür haben sie die schwachsinnige Missgeburt aber richtig rangekriegt, setzte der erste Wachmann nach. Sidorov hat erzählt, der halbe Tunnel soll voller Blut gewesen sein. Richt so. Abschaum ist das. Solche müssen ebenfalls vernichtet werden. Die machen unser, äh, wie war das nochmal? Unser Erbgut kaputt. Und den Opa haben sie auch erledigt. Artyom schluchzte auf. Er hatte es bereits befürchtet, aber doch gehofft, dass man Mikhail Pafirjevic nicht getötet hatte und er sich vielleicht in einer der benachbarten Zellen befand. Verzweifelt fragte er, wie? Einfach so, ist von selbst krepiert. Dabei haben sie ihm nur ein bisschen die Fresse poliert. Der aber hat gleich den Löffel abgegeben. Der Hundehalter schien richtig zufrieden zu sein. Artyom dagegen zerriss es das Herz. Sippen sterben. Du selbst stirbst wie sie. Er sah vor sich, wie Mikhail Pafirjevic selbst vergessen im Tunnel stand, in seinem Notizblock blätterte und dann ergriffen die letzte Zeile wiederholte. Wie hieß es nochmal? Des Toten Taten Ruhm. Nein, der Dichter irrte. Nicht einmal die Heldentaten blieben. Nichts blieb. Er musste daran denken, wie Mikhail Pafirjevic sich nach seiner Wohnung gesehnt hatte. Vor allem nach seinem Bett. Dann flossen seine Gedanken langsamer, bis sie schließlich ganz gerannen und stehen blieben. Wieder drückte er seine Stirn gegen das Gitter und blickte stumpfsinnig auf die Armbinde eines der beiden Wächter. Ein dreibeiniges Hakenkreuz. Seltsames Symbol. Wie ein Stern oder eine verkrüppelte Spinne. Warum nur drei Beine? fragte er. Warum drei? Erst als er mit dem Kopf in Richtung Armbinde nickte, begriffen die beiden Wächter, was er meinte. Wie viele hättest du denn gern? sagte der mit dem Hund genervt. Für jede Station ein Bein, du Idiot. Als Zeichen der Einheit. Und wenn wir endlich die Polis drankriegen, kommt noch ein viertes dazu. Ach was, knurrte der Zweite. Das ist doch ein altes slavisches Symbol. Nennt sich Sonnenrad. Die Fritzen haben es sich bei uns abgeguckt. Von wegen Stationen. Aber es gibt doch gar keine Sonne mehr, presste Artyom hervor. Er spürte, wie sich erneut ein trüber Schleier auf seine Augen legte. Die Bedeutung der Worte ihm entglitz, er in der Dunkelheit versank. Das war's. Jetzt hat er einen an der Waffel, stellte der Hundeführer zufrieden fest. Komm, Senja, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Gedanken und traumlos dämmerte Artyom dahin, nur selten unterbrochen von undeutlichen Bildern, die nach Blut schmeckten und rochen. Dennoch war er dankbar. Seine Denkfähigkeit war komplett außer Gefecht gesetzt, was seinen Verstand vor Selbstzerfleischung und Schwermut bewahrte. Hey, Bruder! Sein Zellengenosse schüttelte ihn an der Schulter. Du schläfst zu lange! Mühsam, als hätte er ein Eisengewicht an den Füßen, tauchte Artyom aus dem Abgrund seines Bewusstseins auf. Die Wirklichkeit kehrte nicht gleich zurück. Sie zeichnete sich allmählich ab, wie unklare Umrisse auf einem Film im Entwicklungsbad. Er krächzte, wie spät? Zehn Minuten bis vier. Zehn vor vier. In rund vierzig Minuten würden sie ihn abholen und in einer Stunde und zehn Minuten einer Stunde und zehn Minuten einer Stunde und neun Minuten einer Stunde und acht Minuten. Wie heißt du? fragte sein Nachbar. Artyom und ich Ruslan Mein Bruder hieß Ahmed, den haben sie gleich erschossen. Aber mit mir wissen sie nicht, was sie tun sollen. Mein Name ist Russisch und sie wollen keine Fehler machen. Der Dunkeläugige war offenbar froh, dass er endlich ein Gesprächsthema gefunden hatte. Woher kommst du? Nicht, dass es Artyom besonders interessierte, aber das geschwätztes Mannes half ihm, den Kopf beschäftigt zu halten, ohne an etwas anderes denken zu müssen. Nicht an die WDN-R, nicht an seine Mission, auch nicht daran, was mit der Metro geschehen würde. Nein, bloß nicht. Ich bin von der Kjewskjaer. Weißt du, wo das ist? Wir nennen sie die Sonnige Kjewskjaer. Ruslan lächelte. Eine Reihe weißer Zähne wurde sichtbar. Dort sind viele von uns, fast alle. Meine Frau ist noch dort mit unseren drei Kindern. Weißt du, unser Ältester hat an einer Hand sechs Finger. Trinken, nur einen Schluck, von ihm aus auch warmes Wasser, das hätte er jetzt in Kauf genommen, sogar ungefiltertes, egal, nur einen Schluck, und dann wieder vergessen, bis die Henker ihn holen damit es wieder leer wurde und ihn nichts bekümmerte, damit in seinem Kopf nicht mehr der Gedanke rotierte, schmerzte, dröhnte, dass er einen Fehler gemacht hatte, dass er kein Recht gehabt hatte, dass er hätte weggehen sollen, sich abwenden, die Ohren verschließen, weitergehen, zur Tschechowskaia und von dort nur noch ein Tunnel, so einfach, nur ein Tunnel und es wäre geschafft gewesen, er hätte den Auftrag ausgeführt und würde leben, trinken, seine Hände waren so angeschwollen, dass er sie nicht mehr spürte. Wie viel leichter sterben jene, die an etwas glauben, die überzeugt sind, dass der Tod nicht das Ende ist, die die Welt in schwarz und weiß einteilen können, genau wissen, was zu tun ist, in ihrer Hand die Fackel der Ideologie oder des Glaubens tragen, die an nichts zweifeln, nichts bereuen. Solche Menschen sterben leichten Herzens. Sie sterben mit einem Lächeln auf den Lippen. Früher gab es da Obst, so groß, und was für schöne Blumen. Die habe ich den Mädchen geschenkt, und sie haben mich angelächert. Die Worte drangen an Atjoms Ohr, aber sie lenkten ihn nicht mehr ab. Vom Ende des Saals her waren nun Schritte zu verwandelte sich in einen kleinen, unruhig pochenden Klumpen. Kamen sie ihn zu holen? Schon? Er hätte gedacht, dass vierzig Minuten sich länger hinzogen. Oder hatte ihn der Teufelsbraten dort reingelegt? Nein, das war doch... Direkt vor seinen Augen blieben drei Paar Stiefel stehen. Zwei davon ragten aus gemusterten Tarnhosen heraus. Eines aus schwarzen Hosenbeinen. Das Schloss quietschte und Atjom richtete sich gerade noch rechtzeitig auf, um nicht mit der zurückweichenden Gittertür nach vorne zu fallen. Hebt ihn auf! ertönte eine schnarrende Stimme. Sogleich packte man ihn unter den Achseln und er flog zur Decke. Halt die Ohren steif! gab ihm Ruslan mit auf den Weg. Zwei waren MP-Schützen. Der dritte in der schwarzen Uniform trug ein kleines Barrett, hatte einen steifen Oberlippenbart und wässrige hellblaue Augen. »Mir nach!« befahl er. Und die beiden begannen Attyom ans andere Ende des Bahnsteigs zu ziehen. Er versuchte selbst zu gehen, denn es gefiel ihm nicht, sich willenlos wie eine Puppe tragen zu lassen. Wenn er sich schon vom Leben verabschieden musste, dann mit Würde. Doch seine Beine gehorchten ihm nicht. Sie knickten ein und scharrten ungelenk auf dem Boden. Die wo die Rolltreppen nach unten führten. Dort in der Tiefe brannten Fackeln, die in unheilvollem Purpurrot über die Wände flackerten und von unten flogen schmerzvolle Schreie herauf. Für einen Augenblick glaubte Attyom, dies sei die Hölle und war erleichtert, als man ihn weiter führte. Aus der letzten Zelle rief ihm jemand »Lebt wohl, Kamerad!« nach, doch er achtete nicht darauf. Ein Glas Wasser tanzte vor seinen Augen.